So, dann mache ich mal hier kurz schon mal etwas leise und wir ziehen uns heute erst mal ein bisschen um. Wir müssen, je nachdem wie es heute läuft, müssen wir sowieso neue Garderobe einkaufen. Ich bin gespannt. Ich mag diesen Schlammernzug, wisst ihr warum ich den mag? Der sieht von vorne nicht so toll aus. Ich mag den Popo, den Ariane darin hat. Also den kleinen Popo darin hat. So, die sieht voll süß aus. Ne, Mickey Montes, ich bin tatsächlich sehr happy auf Lucky Five. Ich würde auch nicht auf anderen Servern spielen. So, ich will auch in dieser Qualität tatsächlich spielen und ich bin auch so nicht der Typ für so Spaß-RP-mäßig. Also dieses Hardcore-Ding, ohne dass ich es vorher wusste, aber sagt mir eher zu. So, genau, hier. Das ist nochmal von Skinner, der Strauß. Der müsste theoretisch heute ausziehen. Das wird sehr dramatisch, denke ich. Oh, wird das sad. Die Liebe steht meist an den kleinen Fehlern, die man am Anfang so entzücken findet. Oder auf noch viele weitere fünf Monate mit Larry. Leute, ich glaube, der will mich umbringen. Der hat einfach beschlossen, dass wir zusammenbleiben. Fünf Monate noch. Ich verstehe es nicht. Also da muss ich sagen, ne, würde ich OOC genauso, also nicht genauso, das sind nicht mit umbringen, aber würde ich auch sagen, what the fuck, wie, wie, was? Ne, wie? Hast du das einfach für dich beschlossen, oder was? Das kann man nur falsch verstehen. Das kann man nur falsch verstehen. Das kann ich mir nicht so gut. Ähm, so, ja, ich habe ja immer noch nicht hier. So, warte, die Mütze, die schwarze, würde ich dann wieder aufsetzen, glaube ich. Wo habe ich denn hier in meinem Mützchen? Oder wir haben, ne, warte mal, rot, schwarz und weiß haben wir ja noch. Können wir die weiße probieren. Hm. Hm. Wir haben noch fünf Monate. Ariane Panas ist schon ein anderer Charakter im Sinn. Ah, gruselig. Das Kind hat ja immer so einen kleinen Creep-Vibe gehabt. Wir fühlen uns so sicher. Ich bin mir sicher, er ist ein Creep. Großer Creep. So, ich wollte noch mal was probieren, ja? Warte. Soll ich das noch mal umwandeln? Kriege ich dann das Ding für die Haare endlich? Ich habe mich nicht gemäht, ich weiß es halt nicht. Doch, jetzt haben wir das Ding für die Haare. Wusste ich es doch. Oh. Warte mal, ist da irgendwie... Okay. Merken wir uns das? Schön. Hätte mir das mal irgendjemand nicht durch die Blume im Spiel erklären können? Harn, Arm, Hals, Mund und Kopf. Was anderes kann ja da erstmal nicht mehr kommen, ne? Hm. Nico. Wusstest du das? Warum wird mir nicht so erklärt? Ach so, ich habe... Für mich war das so... Puh. Wow. Mindblowing einfach so. Ach so geht das. Oh. So, wir gucken mal, wie das mit der weißen Mütze jetzt aussieht. Ja. Dann können wir... Okay, wir können sie heute ein bisschen weiß anziehen. Ja, das würde ich sogar machen. Das würde ich sogar machen. Ich brauche die ja noch in allen Farben. Wir müssen echt mal nochmal den Hut machen. Ich will die in allen Farben... Ich liebe diese Mütze. Ich bin so... Ich bin so wahnsinnig süchtig nach dieser Mütze, weil die so geil ist einfach. So, jetzt gucken wir mal. Schwarz, Weiß, Schwarz, Weiß. Also müsste ich jetzt erstmal was Schwarzes und dann wieder was weiß. Aber die Hose weiß? I don't know. Die Hose dann weiß. Da hätten wir ja eine. Moment. Cool. Ich habe gerade noch die schwarze Korsage, glaube ich. Ähm... Sekündchen. Sekündchen. Das finde ich auch ganz cool. Davon wollte ich mir auch noch welche holen. Was soll ich nochmal? Ach, das sind die da. Ja, hatten wir auch schon länger nicht mehr an, aber passt da halt überhaupt nicht. Ähm... Ne, 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 ne. Ich weiß ja auch, dass wir die noch in Weiß haben. Ja, hier. Aber nein, das ist es auch nicht. Ich würde das obenrum ein bisschen schlanker gerne haben. Ja, aber den weißen Smoking, stimmt. Ja, und darunter vielleicht was? Ich wollte schon mal meinen Controller, damit ich gleich den Bug hinten sehen kann. So. Guck mal. Oh, mein Magen knurrt. So, so, so. Ich würde eigentlich... Ich muss mal gucken, hat das Aphrodonis... Ah, das hat der nie am Sonntag auf, glaube ich. Äh... Mh... Aschkow, Jeanssack, wie der eigentlich aufkommt. Warte mal eben Sachen hier alle nach unten packen. So, wo sind jetzt die Jacken da unten? Okay. Zack. Zack. Und zack. Ähm... Und das ist die hier. Da passt die Hose jetzt aber nicht. Shit. Warte mal eben. Mh, 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 mh. Vielleicht muss es ja gar nicht die Hose sein. Ne. Falsch. Weiße Shorts. Und dann die Schuhe. Warte mal, ich kann auch sagen, dass ich gleich eine lange Hose anziehen. Und dann... Wo sind denn diese beiden hier jetzt dazu? Ja, die sind voll geil. Da sind dann jetzt noch... Ein schönes Oberteil. Kann ich... Kann ich eigentlich ein normales T-Shirt unter dieser Jacke anziehen? Ja. Ne, das hier natürlich nicht. Natürlich. Ähm... Flügel... Tanktop kann ich aber drunter anziehen, ne? Ja. Aber da würde ich dann auch eher helle Farben nehmen. Wir haben ja auch ein weißes Tanktop. Aber vielleicht eins, das ein bisschen nach unten geht. Nein, das geht natürlich nicht. Okay. Wir kommen auch mal nach oben. Die ganzen Sachen. Moment. So. Wupp. Wupp. Ja, ich sag ja immer, ich muss noch aufräumen, ne? Ich muss halt immer noch hier aufräumen. Oh, ne. Das geht ja gar nicht. Ganz furchtbar. Weißes Top, schwarzer Gürtel. Schotterfreies Top, weiß. Ne, das ist mal ein bisschen zu viel weiß. Warte mal, graue. Wir haben doch bestimmt noch so ein graues Bustier-Ding da. Das Hautfarbe sah eigentlich auch mal ganz geil aus. Jaaaa. Oh, jetzt warte. Da muss ich mal... Erstmal, okay, das würde gehen. Da würde ich aber, glaube ich... Ne, die Hose. Die Hose gefällt mir dazu nicht. Da müsste ich irgendwie auch eine gräuliche Hose zu anziehen. Dann würde es nämlich irgendwie... Irgendwie passen. Das ist immer das, äh... Wer neu ist, das Umzieherp hier am Anfang, äh... Gehört ganz fest zum Programm. Ja. Nein. Es gehört ganz fest dazu. Es ist wirklich sehr wichtig, dass ich das ja immer mache. Die kenne ich, die ist nicht. Ne, blaue Shorts ist zu knallig. Jupp. So. Ja. 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 Wollen wir das? Burgunderfarben? Schwarze Hose? Nee. Ja. Nee. 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 Könnte mal nach ganz unten gucken. Da habe ich ja auch noch Sachen. Marineblau, Lederhose, beige. Nee. Kurzer Rock Jeans. Kurzer Rock Jeans ist ja immer noch das hier. Kennt ihr noch? Ah. Hatte sie bei Weiterweiß Geburtstagsfeier an am Anfang. Ja, die wollte ich ja eigentlich anziehen. Ja, vielleicht mache ich das auch so. Sieht jetzt so super diskret aus irgendwie. Hallo, ich bin sehr diskret. Ich mache Bindenwerbung. So sieht sie so ein bisschen aus, ne? Du siehst eigentlich unten. Die weißen Schuhe müssten eigentlich jetzt so, ja, auch so leicht rosa oder so sein. Dann wäre es sehr, sehr leichtes Outfit. Aber wisst ihr, wie ich meine? Ne? Das ist wirklich so, hallo, diskret und sauber. So sieht sie aus, aus gerade. Oh, mein Magenknocker zu hart. Wir können dann mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwas passendes finde. Ja. Vielleicht auch noch ein bisschen Schmuck gleich. Ansonsten hätten wir unser Outfit für heute, was wieder etwas ganz anderes ist. Wunderbar. Da ist der Umziehcounter schon. Yay. Wie ist es Birthday, wo Ariane Eddy angehalten hat, zu Napier zu gehen? Ja! Hätte einfach machen sollen. Aber wer sagt denn da, ja, okay, geh. Wenn man vorher hört, das wäre so ein ganz böser Mann. Hallöchen. Hi, Gerald. Hallo. Hi, Gerald. Hallöchen. Hallo. Du hattest angerufen. Ach so, ja. Ich habe ein paar Sachen. Also der eine ist, ich habe gestern noch beim Duell angerufen und nicht nochmal beschwert, wegen dem Laden. Oh, perfekt. Weil ich gesagt habe, das kommt mir, das werde ich nicht machen. Okay. Also nicht runterziehen bei der Situation und habe auch gesagt, dass Dome bei oben erstmal stattfinden soll, so wie mir das auch geraten hat. Weil ich sehe da keine, ich sehe da keinen Nährwert generell für, ne? Ja, ja, stimmt. Dann hatte ich noch einen Termin mit dem Duell, die haben sich das nochmal angehört. Also der Herr Berger und die Carlotta. Und die Carlotta, die ist auch ein recht großer Fan von meinem Laden und generell so. Das ist super. Und die haben natürlich verstanden, was ich denen sagen wollte. Der Berger, mit dem verstehe ich mich eigentlich auch ganz gut. Ähm, und die haben das anscheinend falsch verstanden. Und die haben verstanden, wir wollen zwar runterziehen, aber sie haben nicht, also sie haben es jetzt nicht hundertprozentig mitbekommen, dass ich einen Individuellumbau haben will. Ach so. Sondern für sie kam nur in Frage, ja gut, die, also die, den Standpunkt da bei Weinwood, dieser kleine Laden in Weinwood, in der Nähe von Aprodonis. Mhm. Oder den Laden da bei Mirror Park. Deswegen, die hatten gar nicht so richtig auf dem Schirm, das hat auch Carlotta dann so gesagt, so ich glaube, die hatten vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, dass, ähm, ja, dass ich einen Individuellumbau haben will. Okay. Ich habe gestern dann auch noch mit MacGill Olsen geredet gehabt. Die werde ich heute gleich auch nochmal anrufen. Ähm, die haben gesagt, dass halt so Individuellumbau recht, äh, toll, also kostenspielig sein wird. Und gerade sind sie halt ziemlich ausgelastet, äh, mit Architekten. Die haben alle sehr viel zu tun und so. Und ich sollte bitte einen, äh, Architekten vom Festland kontaktieren. Ah, okay. Und, äh, den fragen, ob er halt die, äh, Baupläne halt zeichnen könnte für uns. Und dann sollen wir das nochmal neu einreichen und nochmal die, äh, Standpunkte angeben, die wir uns wünschen, äh, und dann würde das auch viel besser laufen, so wie ich das jetzt, äh, mitbekommen habe. Okay. Das Problem ist, ich habe keinen Kontakt zu einem Architekten im Ausland. Ja, vielleicht kann ich mich da ja mal ein bisschen umhören und dir da helfen. Ja, das wäre super. Also, ich habe jetzt schon mal David gefragt, nämlich der hat ja früher mal bei Madani gearbeitet gehabt. Und ich hatte gestern noch mit Mary getroffen und hatte sie mal gefragt. Und sie hatten auch jemanden vom Festland. Mhm. Und David hat gesagt, der hat da eine gute Idee und der meldet sich, wenn er da was rausgefunden hat. Aber du kannst dich gerne auch nochmal umhören. Ah, okay. Oh, David, so ein Goldstück einfach. Genau. Ja, super lieb von ihm. Und, äh, ja, und sonst wollte ich jetzt noch mit Glösen anrufen. Ich habe jetzt, äh, den geschrieben, dass ich, äh, den Umbau, ähm, oben haben will, im Palito. Äh, und, äh, streichen müssen wir dann noch. Genau, möchtest du? Achso, das meinst du. Okay, alles gut. Ähm, ich würde, also wenn wir umbauen könnten, würde ich vielleicht im Palito bleiben. Aber, ähm, wenn wir die Location in Weidenwut bekommen würden, würde ich halt da auch nach Weidenwut ziehen. Ja, weil, sagen wir mal so, wir können ja jetzt erstmal den Laden, wir können ja erstmal so weit auch das Geld sparen. Genau, das wird eh vier Monate noch dauern oder noch länger, ne? Also da können wir gut Geld sparen noch und so. Weil wir wollen ja expandieren, ne? Ja. Genau. Vielleicht können wir ja eine Zweitstelle so, äh, nach unten packen. Aber ich glaube, das geht nicht, das dürfen wir nicht. Aber so. Ja. Ja, aber das ist ja, das löst ja nicht unser Problem, wenn der Laden voll ist, ne? Dann müssten wir eigentlich auch, ähm. Ne, das löst unser Problem überhaupt nicht. Ist es denn möglich, ähm, draußen vielleicht sogar, dass wir draußen noch ein paar Bänke oder vielleicht, ähm, Tische oder so? Dass wir draußen irgendwas, wenn es noch eine gemütliche Sitzecke ist, irgendwas hinstellen können, dass die Kunden halt nicht alle im Laden warten müssen. Das Problem ist, äh, das ist ja bei oben im Palitisch schon alles voll, ne? Also wir haben da ja schon eine, ja, so eine Bank und danach ist ja ATM und dann kommt da wieder eine Bank. Aber wir wollen um die Ecke sitzen, ne? Ja, dann sehen wir ja auch die Kunden gar nicht. Ja, genau. Und, ähm, ja, müssen wir mal gucken. Äh, ja, gestern war ich noch im Yellowjack. Nein, ich habe nichts mit Monte hier zu tun. Ich bin nicht auf, wir spielen auf einem Hardcore-Server, also nicht auf einem dieser Spaß-Server, auf einem Hardcore-Server. Also nicht auf einem dieser Spaß-Server, auf einem Hardcore-Server. Ich habe mich auch gefragt, ob ich Perücken gemacht hätte oder so. Ähm. Wie, nochmal bitte? Nochmal? Ich war gestern im Yellowjack. Ja. Und ich wurde gefragt, ob ich irgendwie Perücken gemacht hätte oder so. Äh. Wieso wurdest du, wie, wieso wurdest du das gefragt? Ich weiß es nicht. Die Sache ist, äh, warte mal, ich habe Barbara schwarze Haarkreide drauf gemacht und ich habe meine Haare nur öffnen lassen von Barbara und mir rote Haarkreide drauf gemacht. Ja. Haben wir das so schlecht gemacht, dass es aussah, als hätten wir Perücken oder was? Ich weiß. Wir haben uns hier wirklich zu Hause bei mir Haarkreide drauf gemacht, Gerald. Okay. Ja. Ja. Ich habe, also ich habe nur gesagt, äh, ich habe keine Ahnung, ne. Weiß ich nicht. Äh. Hab vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob sie mir, also, ob ich das jetzt richtig rübergebracht habe, aber ich habe halt direkt nein gesagt und dann gesagt, Moment, ich muss mal überlegen. Aber ich mache halt jeden Tag tausend Perücken, ne. Also da kann ich halt auch nicht sagen, ähm, wem ich jetzt welche Perücke aufgesetzt habe oder so, ne. Nur, dass, äh, ihr da Bescheid wisst, dass, ja, dass das vielleicht… Ja, ich weiß, dass du auch Dinge vermutest. Aber es ist wirklich nichts Schlimmes und so und das hat sich jetzt auch total erledigt und sowas. Ja. Da musst du dir keine Gedanken machen, damit es passieren. Ja. Nur, äh. Damit das safe ist. Ja. Nur ich wollte es euch mal sagen. Ja, alles gut. Äh. Ich wundere mich gerade nur ein bisschen, ähm, ein bisschen strange. Aber okay. Ähm. Ja. Fine. Ich habe aber noch eine gute Neuigkeit. Ja. Also das sind ja alles eigentlich gute Neuigkeiten. Ne. Wir haben eine neue Kooperation. Ja? Was denn? Wen denn? Mit dem Unicorn. Oh. Guter Kunde. Jeden, genau. Ja. Jeden zweiten Freitag, äh, hat, äh, der Jeffrey, ähm, der ist jetzt Kussio im Unicorn und der hat uns direkt gesagt, wir wollen euch. Ja. Ähm. Ähm. Jeffrey, der, äh, mich angerufen hat, wen ich es treffe. Genau, genau. Okay. Ja. Und der hatte gesagt, ähm, er könnte sich eine sehr schöne Kooperation mit uns vorstellen, also mit dem Unicorn und auch mit Winters Wäsche und so. Ähm. Ähm. Und das Schöne ist einfach, die Leute kommen auf mich zu, also Internal Moments ist jetzt auch nochmal auf mich zugegangen, ob wir nochmal neue Wünsche hätten und sowas. Und die ganzen anderen Kooperationspartner kommen immer mehr und mehr auf mich zu. Oh mein Gott. Ähm. Die wollen, warte mal, die wollen nur Frisuren wahrscheinlich von uns, ne? Wir kommen gerade eine Idee. Äh, Frisuren und Perücken. Ja. Aber. Ja. Ähm, sie können sich auch vorstellen zum Beispiel so ein, äh, also dass du dann da bist, vielleicht die Leute kriegen Labdance, vielleicht wollen sie die Haare noch stylen lassen und sowas, dass wir das auch noch machen da. Ähm. Und es wäre halt von 21.30 Uhr bis 1.15 Uhr die Schicht. Also wir wären entweder da oder auf Abruf mit Telefon, ne? Man kann sich da frei bewegen, also rausgehen und was anderes machen. Wenn ich anrufe, musst du halt dann da hin und was ändern, ne? Ja. Und wir würden pro, na, also pro Nacht, also zweimal im Monat, 750 Dollar bekommen dafür. Okay, das ist geil. Gerald, ähm. Ja. Wann hast du mit dir viel? Ich hab gesagt, ich muss es mit, äh, gestern. Ja. Ich hab aber noch gesagt, dass ich mal mit dir darüber reden so wollte und mit Max vielleicht machen teurer oder nicht, aber 750 finde ich schon einen guten Preis für drei Stunden. Ja, das ist ein guter Preis, aber ich hätte sogar noch eine andere Idee. Was denn? Ich würde ihnen das gerne anbieten. Ich weiß, dass Unicorn hat ja auch immer seine Themenabende und sowas alles, ne? Ja. Das machen wir ja selber. Was ist, wenn ich jetzt zum Unicorn hin, also wenn wir jetzt zum Unicorn hingehen und sagen, okay, das machen wir, aber wir können euch auch Folgendes anbieten. Zum Beispiel, äh, können wir für euch so, so Mini-Konzepte, also wir können, wir können euch da anfangen und sagen, hey, habt ihr nicht mal Bock hier irgendwie unter dem Meer oder, oder irgendwie sowas zu machen? Und dann, äh, kriegt jeder irgendwie so ein Meerjungfrauen-Outfit. Ich hab da gerade auch schon was im Kopf und dazu die passende Frisur. Weißt du, das ist ein knappes Outfit. Ja, das wäre so ein bisschen Glow-Up-mäßig, ne? Genau, das für den Abend... Hab ich... Genau, die sind damit auch total offen. Also, Jeffrey hat gesagt, wenn ihr Einfälle habt, geht gerne her damit und sowas. Die würden alles, äh, machen und so. Und weil er jetzt cool CEO ist, will er halt auch Interaktionen und so mit den anderen Kunden machen. Und der hat gesagt, wenn ihr Ideen habt oder so, nehmen wir alle gerne an. Ja, super! Wow! Und das Lustige ist, der hat dann gesagt, ja, und wenn ihr dann da seid, dann kriegt ihr auch ein Labdance und was zu essen, ne? Nee! Ja, Gerard, da freust du dich direkt wieder, ne? Ich mach das aber nicht. Ja, guck mal, da... Ich seh gerade, weißt du... Ich seh irgendwie gefühlt, wie deine Augen läuft. Ich war mir drin. Also, ich schweige. Aber ich finde, also, ich finde das gut, dass man jede... Also, dass wir jede zweite Woche schon mal die 750 Dollar haben. Einfach, das ist ein kontinuierliches Einkommen. Jeffrey hat halt noch gefragt, ob ich ihm halt dann zeigen könnte mit dem Perücken und so, dass ich ihn halt bei mir einstelle, falls jemand von uns nicht kann. Er will nämlich, dass das eine beständige Kooperation wird. Das wird auch mit Vertrag laufen, also keine mündlichen Zusagen, sondern mit Vertrag, dass es festgelegt ist, dass wir der Friseur von Unicorn sind. Gerard, können wir da nochmal zum Anwalt? Weil ich hab ein bisschen die Sorge... Weißt du, einfach nur... Genau. Es heißt nicht die Sorge, ich will Jeffrey nichts Falsches unterstellen. Aber theoretisch, wenn das so wäre, dann kann er ja sagen, hey, ihr müsst jetzt heute nicht kommen, ich mach das hier alles. Können wir das vertraglich irgendwie... Können wir den Vertrag vorher durchnehmen? Ach so, ja. Das wollte er selbst. Das wollte er selbst vertraglich festlegen. Also der hat gesagt, er wird nur das machen, wenn niemand kann. Nämlich das Problem war jetzt, also das hat ganz lang Rovena Swaba gemacht. Aber das Problem war, wenn die nicht konnten oder so, dann haben die irgendeinen anderen Friseur von irgendeinem anderen Laden hingeschickt, der keine Ahnung von den Perücken und sowas hatten. Und die haben sich auch keine Listen oder sowas gemacht. wir, so Kataloge oder so. Und die Tänzer und alle Leute, die haben sich immer kontinuierlich beschwert darüber, dass die Haare falsch waren, dass die Haare, die sie danach hatten, falsch waren. Ah, okay. Und dann war das so ein Hin und Her. Und deswegen hat Jeffrey gesagt, nee, das will er dann nur bei uns lassen. Und wenn wir nicht können, dass er das macht, dann... Weißt du, was wir machen könnten? Ja. Also ich schreibe mir ja sowieso immer alles handschriftlich auf. Ja. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel irgendwie zwei, drei Stripperin mache, dann würde ich mir, sehe die Haare, wie sie vorher waren, das würde ich einfach direkt für uns alle ins RDP schreiben. Genau, genau. Wir machen da eine Liste einfach für. Da schreiben wir dann davor die Namen von dem Stripper hin und dann die Perücken, die die haben. Und wir haben, also da habe ich auch mit Jeffrey schon gesagt, die Perücken können wir da auch bestimmt einlagern einfach. Ja, perfekt. Da packen wir dann einfach eine Tasche hin, tun die da hin und dann nehmen wir die halt jeden Monat einmal mit zur Ausbereitung und bringen die da wieder hin oder so. Ja, perfekt. Und denke mal, dass wir da auch echt coole Kontakte auch einfach knüpfen können, weißt du? Ja. So. Und genau. Das war das. Ich würde jetzt am liebsten nochmal mitkommen zu so einem Gespräch mit Jeffrey. Ich würde das gerne mal mit ihm bereden, weil wir da so mega kreativ sind. Ja, ich kann ihn gerne anrufen. Ja. Dann können wir uns gerne treffen auf dem Café oder so, ne? Ja, das wäre ganz gut. Dann würde ich das auch nochmal anhören und dann würde ich ihm sagen, hör mal hier das und das und wenn ihr da so Themenabende habt. Wir sind halt so ausgestattet, wir haben so viele kreative Leute. David ist mega kreativ. Wirklich. Aber der wird nicht ins Stripclub gehen. Dann muss er halt mal durch, ne? Wenn er angestellt werden will, muss er halt mal da durch. Ariane stellt mir vor, der süße kleine golden Retriever, der da im Stripclub steht. Ja, aber das ist ja eine Arbeit. Guck mal. Ich glaube, wenn wir da sitzen, wenn ich da sitze mit einer Stripperin, die will jetzt nicht kommen, hm, geil wie du meine Haare machst. Weißt du? Das ist ja dann, das ist was völlig anderes. Das ist ja, ähm, guck mal, wenn ich mich mit der, ähm, wie hieß die nochmal, die Taxifahrerin, die auch im Unicorn, ähm, Sophie. Die redet doch ganz normal mit mir. Die steht ja nicht da im Taxi und macht mich irgendwie an. Ich denke, so professionell sind da tatsächlich alle. Ja. Und du hast natürlich immer freien Eintritt und kannst immer rein und rauslaufen, wie es dir beliebt. Ich finde das richtig cool. Ja, das glaube ich dir, Gerard, dass du das richtig cool bist. Bist du Ariane? Bist du hier etwas unterstelle? Nein! Nein! Ja gut. Ne, ich finde einfach die Möglichkeit, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, richtig gut. Und ich überlege halt, wo können wir noch gut andocken. Also, aber ich finde, wir haben eigentlich schon gute Zielpunkte. Also, wir haben ja das jetzt mit dem Update, wir haben das mit dem Tricks Empire, wir haben das jetzt mit dem Unicorn. Das sind ja alles eigentlich schon Standpunkte, die ist halt schon die, wo wir eigentlich unser Gebiet erweitern können. So ein bisschen. Und ich überlege, Afrodonis wollte ich halt noch anfragen. Was ich jetzt auch noch für eine Idee hatte oder generell so eine Idee. Ich habe nämlich gestern auch Mary noch mal getroffen gehabt, zum Beispiel auch so glow-up-mäßig und dass du dann zum Beispiel shoppen gehst oder so für die Leute und dann so Outfits zusammenstellst. Das stimmt. Das kann man ja bestimmt auch noch machen. Natürlich. Wobei ich da auf jeden Fall Max sehe, weil da hat sie mittlerweile ein besseres Händchen als ich. Ja, das kriegen wir schon alles hin. Boah, ich fühl mich ein bisschen am kränkeln gerade. Oh je, dann pass auf dich auf. Mach ich. Und ich müsste jetzt mal ganz kurz zum PD noch. Wollte ja noch was abholen. Ich weiß gar nicht, ob heute jemand gerade im PD ist, um ehrlich zu sein. Ich habe gerade so eine riesige Polizeikolonne gesehen, weil heute glaube ich diese Beerdigung ist von Sorkin oder so. Oh, das ist ja heute. Hanni ist heute aus dem Krankenhaus rausgekommen. Oh, okay. Oh, Gott sei Dank. Sie sah aber richtig fertig aus, aber sie hat es überlebt. Zum Glück. Ja, Gott sei Dank. Aber, ja. Oh Gott, und jetzt muss sie da auch noch wahrscheinlich mit? Ja. Hundertprozentig ist sie mit bei der Beerdigung. Denke mal, ja. Und ich weiß noch nicht, ob du jetzt gerade jemanden im PD antriffst. Vielleicht schon. Okay. Muss mal gucken, gleich einfach. Ich werde einfach mal eine Nachricht dann beischreiben und vielleicht kann das ja später abholen. Ähm. Ja. Okay. Sehr gut. Dann rufe ich mal Jeffrey und Goldbaum mal an. Genau, gerne. Was soll ich beim Goldbaum nochmal fragen? Ähm. Also erstmal, wir wollen ja immer noch den Namen sichern. genau ab. Ja, ich habe, äh, Namenssicherung habe ich gestern mich auch drum gekümmert, würde aber 2500 Dollar kosten, wenn wir es ändern wollen würden. Oh, krass. Ja, okay, die kriegen wir ja alle zusammen. Da schmeißen wir ja einfach alle einen bestimmten Betrag mit in den Topfeln. Dann geht das schon. Äh, genau. Die müssen wir beantragen beim DOL. Oder können wir das vom Laden aus bezahlen? Vom Laden aus, ja. 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 Okay. Dafür haben wir den letzten Monat gearbeitet und die ganzen Arbeitsverträge und so alles zu finanzieren. Ja, stimmt. Aber dann... Aber dann kostet auch alles was. Ja. 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 Und 2500 Dollar hätten wir noch, dann wären wir wieder auf 10.000 von 15.000 wieder runter. Ja, dann müssten wir heute... Ach ne, wir können ja gar nicht den Laden gerade aufmachen. Ne, der wird heute umgebaut. Ich muss nämlich jetzt gleich bei McGill Olsen noch anrufen, dass die das jetzt gleich machen um... Wann habe ich mir das aufgeschrieben? Ich konnte mir das irgendwie aussuchen. 19 Uhr... Äh, 15, 17, 19 Uhr. Ja. Ja, gut. Dann muss ich mal kurz anrufen. Dann gleich noch. Ja, dann meldest du dich einfach. Ja. Aber arbeite dich nicht, ja? Ja. Ich hab hier... Ich hab schon ne Liste. Das ist gut. Sagst du mir Bescheid, wenn du Jeffrey erreicht hast? Äh, ja. Mach ich. Mach ich. Dann sag ich einfach mal bis gleich irgendwann, ja? Bis gleich. Genau. Tschüssi. Ähm... Okay. Die Rocker haben gefragt, ob Gerald zwei Leuten per Rücken gemacht hat. Ähm... Erstmal... Barbara und ich, das habt ihr ja gesehen, wir haben ja hier mit Haarkreide gearbeitet, ne? Ariane seht ihr ja, die hat die Haare halt so oben am... Also, das ist eigentlich... Guck mal, das ist logisch. Hier hat die Haare am Kopf oben so zusammengeflochen, da rutschen die immer ein bisschen nach oben. Aber sie hat eine Langhaarfrisur, ne? Es ist also nicht, dass sie jetzt, wenn sie jetzt eine kurze Frisur hätte und dann plötzlich lang, dann wäre es eine Perücke gewesen, ne? Aber wir haben es ja wirklich so ausgespielt, dass wir, ähm, einfach nur, äh, Haarkreide reingemacht haben. Bei Barbara sowieso, die hatte die gleiche Frisur. Das ist alles irgendwie... Ja, das muss nichts bedeuten, aber theoretisch... Also, die hatten keine... Wenn die jetzt, wenn die jetzt hingehen würden und Ariane wäre nochmal da und würde sagen, ich reiß das jetzt runter und du hast eine Perücke auf, wäre es halt falsch. Dann würden die das auch powern, weil wir hatten definitiv keine Perücken auf. Das wurde auch so nicht ausgespielt und ja. Aber natürlich müssen die von sich aus jetzt auch irgendwie handeln und sowas alles. Aber ich... Man muss halt wirklich aufpassen, ne? Ich weiß nicht, wieso die jetzt darauf kommen. Ich weiß nicht, wieso die darauf kommen. Keine Ahnung. Das kann alles einen RP-Hintergrund haben. Das ist schon so... Uff. Aber, wie gesagt, wir haben Haarkreide benutzt, wir hatten keine Perücken auf. Und so wird Ariane es auf jeden Fall nochmal machen. So, das mache ich mal ganz kurz. Ich muss gerade wirklich... Und übrigens, wenn ich irgendwie so zuhöre, ne? Ist das nicht egal? Nein, nein. Das ist nicht egal. Wenn die sagen, die hatten Perücken auf. Das kannst du ja im RP so nicht sehen. Du siehst ja nicht... Ich kann ja nicht zu dem Charakter hingehen und sagen, hast du eine Perücke auf? Du siehst nicht, dass der eine Perücke auf hat. Es sei denn, der sagt jetzt irgendwie... Hallo, ich war mein Friseur. Ich habe mir jetzt eine Perücke aufsetzen lassen. Dann weißt du, dass er eine Perücke aufgesetzt hat. Das... Versteht ihr? Das ist nicht egal. Gerade bei so Sachen hier, die halt echt gefährlich sind, ist das nicht egal. Ähm... Naja, auf jeden Fall ganz kurz. Ich habe während so gesprochen, ne? Mary, hallo! Ich habe bei so Gesprächen immer nicht wundern, immer die Augen meistens zu oder sitze hier einfach und damit ich mich nur aufs Gespräch konzentriere und den Chat an der Seite nicht sehe, ne? Weil ich mich wirklich in dem Moment nur aufs Gespräch konzentrieren will. Es dauert da auf jeden Fall eine Antwort. Auch trotzdem vielen, vielen Dank an alle, die Re-Sub und gesuppt haben. Dankeschön. Juli liebt zum Beispiel. Vielen, vielen Dank. Hm. Ne, also ich werfe jetzt nicht Meta vor. Gar nicht. Aber das mit den Perücken muss ich halt jetzt nur... Ich mache es auch hier im Stream klar. Es waren keine Perücken. Es waren keine Perücken. Ähm, die kennen Gerald. Wahrscheinlich haben sie ihn deswegen irgendwie gefragt. I don't know. Ähm... Mariana muss jetzt ganz kurz mal... Hm. Okay. Wer weiß. Hätten sie heute Zeit für mich. Wenn nicht, können wir einen Termin ausmachen. So, wie sich mancher Duzen manchmal sieht. Ähm... Moment. David, bist du heute unterwegs? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß ja nicht, ob ihr gemeint seid. Ah! I don't know. Der Gerald hat... Also das konnte man jetzt auch leider nicht vermeiden. Der Gerald hat es natürlich vermutet. Wir waren da ja... Der wusste ja schon davon. Deswegen habe ich jetzt aber gesagt, ne, wir machen das nicht mehr und sowas alles. Weil es einfach nur mit Gerald so ein bisschen aus der Schussbahn ist. So, warte. Moment. Ich muss ja echt... Macht Zigaretten hier los. Da. Ja, let's go. Puffelassi einfach. Ne, komm, ich packe die in den einen Schrank. Das ist echt eklig. Auch wenn es so RP ist. Das ist voll eklig. Ja, und wir müssen definitiv wieder einkaufen gehen. Hm. Vielleicht geh ich gleich einfach mal ganz kurz irgendwo einkaufen. Mach ein bisschen den Kofferraum voll. Hm. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Weil die andere Seite... Die müssen natürlich auch irgendwas machen. Aber ich würde es ein bisschen klüger versuchen jetzt anzugehen. Ähm. Wenn wir das denn machen. Warte mal hier. Hm. Hm. Wieso denn das? Die passt immer nur so selten zu Outfits, ne? Warte. Ich geh nochmal ganz kurz in unseren Schrank. Da sind ja auch alle Ketten. Ui. Wensua. Vielleicht gönnen wir heute die Gutscheine einlösen. Ich weiß aber gerade noch nicht, ob ich gleich einen Termin habe. Hättest du heute denn Zeit oder bist du gerade beschäftigt? Dankeschön. Und bitte kein Meta im Chat, ne? Auch nicht so tun, dass wir irgendwas vermuten. Bitte kein... Also bitte da ein bisschen aufpassen. Ich will nicht irgendwie beeinflusst werden oder sowas. So. Und ich weiß natürlich, wer die Bardame war. Die Bardame mit der sexy Stimme ist tatsächlich die Dame, die die Ariane Emotes gemacht hat. Tada! Das weiß ich natürlich. Ich hab mir manchmal in den Stream reingeguckt. Gut. Ach guck mal, hier ist die rote Mütze. Ja. Das ist... Genau. Genau. Diese Ariane Emotes. Plot-Twist-Schaden, ne? So. Das sieht geil aus. Ja. Also gerade bin ich noch in den Kirchen und beten, aber ich habe heute Zeit für dich sowieso... Du kleine Babys. Du kleine Babys. Können wir also den Action machen. Ich möchte mal was sagen, ja? Wisst ihr wen der Streamer von David, ja nicht voll, aber so ein bisschen ähnlich sieht? Ihr müsst euch nochmal die Trailer oder die Bilder zu Stranger Things 4 angucken. Ja, scheiße. Wie heißt denn aber? Der männliche Hauptcharakter, der auch mit Eleven zusammen ist. Ich sehe ihn da irgendwie. Zumindest die Augenpartie ist sowas eins zu eins einfach. Mit kleinen Babys. Guckt euch bitte das Bild an. Es ist so krass einfach. Oh, okay. Ich bin nicht die Einzige, die das... Okay. Ist das so ein Ding? Ich habe das jetzt von mir aus. Ich habe die Bilder gesehen auf Twitter und dachte, das sieht schon irgendwie voll ähnlich, ey. Ja, kann sein, dass das Mike ist. So. Oh. Ähm. Ah, du bist auch... Warte mal. Du bist auch ein klein, kleinen Baby. Kleinen Baby. Ich bin nicht dann bei dir. Bei dir? Ich weiß tatsächlich gar nicht, was das für Gutscheine sind. Bin echt gespannt. Meldungsgleich. Ja. Gerade gehört, dass sie heute ist. Wünsche allen viel Kraft. Hm. 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 Hey, Isabel. Ich weiß nie, ob so oder so. Ich schau mal so. Hey, Isabel. Ich wünsche dir viel Kraft für heute. Das muss so schwer sein. Warte mal. Das muss so schwer sein. Fühl dich gedrückt. Wenn du reden willst. Wenn du reden willst. Wenn du reden willst. Wenn du reden willst. Dann sag Bescheid. Das ist ja Sorge in die Beerdigung. Und, ähm, ich war ja ziemlich lange bei der Polizei. Das weiß ich jetzt OOC und so. Aber ich weiß halt, dass, äh, Walter Weißler hat ja gesagt, ähm, ja wegen Collins und so, dass er es bestimmt hart treffen wird und ich jetzt erst mal einkaufen. Sekunde. Ach ja, die... Ich werde noch kurz das zurückbringen. So. Hm. So. Ja. Oh. Ariane karnt einfach. Tut ihr alles einfach viel zu weh, deswegen machen wir das jetzt ja auch wieder weg. Das hört zu sehr. Ja. Ähm. Jetzt hier unten noch die Zigaretten. Hupp. So. So. Bitte aufpassen mit Namecalling, ne. Schon gesagt. Ähm. Ach, quatschen. Hör auf, oh Wun. Ich brauche gleich deine Hilfen. Wir werden schon herausfinden, was ich schon gut hinbringen kann. Wir haben keinen Besuch bei dem Puff. Ja. Wegen dem Unicorn muss ich nochmal mit dir reden. Ähm. Können uns ja später so oder so treffen. Wun. Bibin. So. 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 Und dann. Ich bin echt die SMS-Frau, ne. Ich bin absolut keine, ähm, Dingensfrau. Bitte. kleine Anruffrau, auch nicht im RP. Aber Gerard geht voll klar. Keine Werbung auf Venture. Keine Werbung auf Venture. Katalogbäderpreise sind event-e-Party-Frau. Hä? 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 Ach, ne. Venturegram jetzt? Keine Werbung auf Venturegram. Okay. Alles klar. Hm. 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 Warte, ich guck sofort. Hm. 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 Oh, die Sportbekleinung wollte ich mir noch angucken. Guck mal. Das ist bestimmt ein Katalog, oder? Nein! Warum nicht ein Katalog? Leute, macht doch mal Kataloge, ey! Hm. 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 Haben die vielleicht, warte mal, haben die vielleicht einen normalen, normalen Post irgendwie? Braucht ihr neue Badesachen? Die sind jetzt für euch vor Ort? Was? Pippen. Ah, Mann! Hm. Hm, hm, hm. Wieh, wie ihr Motor, so... Ehm. Ahja, ja, ja, ja... Die Öffnungszeiten von Dein ist die... Ah! 310, 310. Ich muss mal Gerard sagen. Nein, ich gehe nicht noch mal in den Höllenloch rein. Den ist die Geburt von Satan da drin. Und den riecht erbosen Schweiß und faulen Mumen. Oh Gott, Busen, Schweiß und faulen Mumen. Lass uns trotzdem mal in den Höhen reden. Oh Gott. Das riecht doch nicht nach Busen, Schweiß und faulen Mumen. Vielleicht redet er vom Unicorn oder von der Kirche. Jo, ey. Das muss ja echt mal wissen, was der ist. Regen, ja. Oh, wie schön. Oh, ist das schön. Es regnet immer wieder. Oh, und Barbara ist nicht... Wer wollte, dass es regnet? Doch, Barbara wollte das. Das müssen wir natürlich... Leute, ihr wisst, dass ich das machen muss. Warte mal. Wieso? Mein persönliches Erinnerungsalbum. Ja, um meinen Hut mal. Oh, warte mal, warte mal. Ich habe mich noch angerufen. Da gehe ich jetzt mal ganz kurz in den Katalog nochmal gucken, in welchen Farben das alles gibt. Ich fühle es einfach im Moment so sehr. Ich fühle es so sehr. Wisst ihr, wer es noch fühlt? Der Stratum. Der Stratumsschaden fühlt es. Vor allem, nachdem es reprobiert wurde. Was ist denn da unten jetzt los? Was ist denn da unten jetzt los? Oh, ich will gar nicht stören. Was ist denn hier los? Ja. Fuck it einfach. Moment. Super. Super. Ganz toll. Ganz toll ist das. Ja. Ich bin sehr... Das finde ich richtig gut. Ja. Super. So. Lass ich jetzt mal hoch machen gucken. Moment. Paranoie kickt. Moment. Nein. Oh Gott. Kannst du laut sagen, was unseren Herren wohl dazu sagen würden, wenn die wüssten, was denn für ein Satans betriebene Firma ist? Ich habe den mal in einem Blog gelesen, dass allen Puffs so sind. David, was würde der Herr sagen, wenn er wüsste, dass du deine eigene Schwester geheiratet hast und dann eine Kippe vorne, 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 äh, vorne, ähm, scheiße, wie ist das noch? Dann eine Kippe in ein, in einer, in eine heilige Pflanze zerrückt hast. Deutsch, einfach, Deutsch. Okay. Ah ja. Warum ist das hier gerade so ruckelig? Das gefällt mir nicht. Hör auf damit. Hm. 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 So. Grau, lila, pink, warte mal, schwarz, blau. Also ich würde es in, ich schalte mal ganz kurz auf. Hm. Ja. Ich würde es, oh, ich hätte etwas anderes, ich würde gleich wieder in blau. In grau. Ah, doch. In grau. Pink nicht, weiß haben wir, lila würde ich jetzt nicht. Lila und pink, obwohl lila, ach doch, wir haben so ein Oberteil, warte mal, lila. Blau, grau, lila. Vielleicht einfach in allen Farben. Das wären aber auch wieder 400, ne? Ich lass das jetzt, wir gucken mal, wir gucken mal, wir müssen eh mal kurz aufs Konto gucken. Das können wir jetzt direkt mal machen. Hier, Kippe, yo. So. Hm. 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 Den Herren vergibt uns unsere Sünden und negativen Taten. Aber, wenn es um den eigenen Schwestern geht, würde Gott sagen, mein Kind, mach den, rein da hoch. Weil den selbst mit seinen zwölf Brüdern getreibt hat. Und die Zigaretten sind eine Erfindung von Gott, deswegen selbst schuld, wenn man die benutzt. Und, David, du machst mich einfach fertig. Auch darüber reden wir gleich. Alter, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Oh, ist das schön mit dem Regen. Oh, ich liebe das. Es ist so bescheuert, ey. Es ist so bescheuert. David ist wirklich Gold. Wie der Gerard meinte, Golden Red Reaver. Da vorne. Ja, die ist noch nicht verfahren, ne? Wir gucken jetzt aufs Konto dran. Dann lass eine Eins davor sein. Das wäre wunderbar. Ja. Ah, ist das schön. Der Himmel weint. Der Himmel weint um Ariane und Skinner. Oh ja, Skinner, danach haben wir mehr so toll gewesen. So. Ja! Ich muss Geld abholen, aber es ist eine Eins davor. Da, 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 da. Wir müssen das Mountain-Hand-Style-Konto überholen. Da, da, da. Nein. Oh. So. Damn, Rich. Ja, warte mal. Ähm, ich muss mal ganz kurz noch eine Sache aufschreiben heute. Zum Meter. Eine Sache hatte ich nicht bedacht. So. Jetzt habe ich sie bedacht. Hm. Der Himmel weint wegen den Sachen in der Kirche. Ja, Sparbuch ist einfach das geilste. Immer noch. Ah, dieses Sparbuch einfach. Sparbuch hat sich mega gelohnt, ja, ne? Ach, am Anfang, als ich noch so motiviert war. Ich gucke mal kurz, wie viel Geld ich bei habe. Oh. Nein. Nein, ich weige mich. Ich will das nicht. Aber ich muss. Oh, das tut weh. Oh. Wir müssen einkaufen. Hm. Habe ich gerade in Ariane-Stimme eigentlich mit Gerhard geredet? Da ist die Eins weg. Ja. So sad. Sadness kickt. Wir müssen unbedingt Trinkgeld verdienen. Hm. Grip 1. Hört auf. Hört auf. Nein. So nahe oder so. Ja, ich weiß. So. Ähm. Einkaufen. Da bin ich hier aber immer noch so. Ich weiß nicht genau, wo das nächste Einkaufsding hier ist. Das dürft ihr mir übrigens auch nicht sagen. Aber, ähm, ich fahre, ja eigentlich fahre ich immer nach Little Soul dann und gehe da einkaufen. Ähm, wo ich mir natürlich immer, immer grundsätzlich merke, wo die Tankstelle ist, ne? Die ist nämlich, äh, ich mache immer das hier und das ist immer falsch. Aber dann finde ich es irgendwie doch wieder. Deswegen mache ich es dann so. Ich hoffe, wir können heute mit dem Jeffy da reden, weil, äh, ich die Idee eigentlich nicht so gut fand. Huch. Was ist denn hier los? Oh. Ist ja richtig belebt. Huch. Was ist denn hier los? Da ist, wo Dingsbums ist. Da Dingsda. Du weißt schon. Genau. Dingsbums ist da. Jetzt fangen wir uns natürlich wieder sehr vorbildlich. Komm, wir verfolgen die jetzt einfach. Wir fahren sehr, sehr vorbildlich. Am Pili vorbei. Ja. Natürlich fahren wir vorbildlich jetzt nicht hier so. Das ist, glaube ich, auch nicht. Das dürfen wir, glaube ich, auch gar nicht. Ich mache es ja trotzdem immer. Aber jetzt gerade machen wir das sehr, sehr vorbildlich. Ja, es liegt immer irgendwie auf dem Weg, ne? Jetzt warte, jetzt gucke ich mir gleich mal die Karte an. Ja, ich mache es ja trotzdem. Alter, ich fühl mich hier gar nicht wohl. Das ist so ein Ding, ne? Ich fühl mich bei der Polizei im RP voll nicht wohl. Tanken. Was? Was? Nein. Den hier. Hä? Okay. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt mein richtiges Auto genommen. Oh nein, ist das Sam da vorne. Unangenehm. Wie viel gerade los ist und wie cool das ist mit dem Regen und wie es sich einfach richtig real anfühlt, ne? Ist ja schön. Und dann ist auch noch Sam drin. Wunderbar. Ich sehe da eine neue Mami trug. Ähm, na gut. Sam. Na los, Sam. Na los. Sam ist wirklich überall. Ist überall. Aber der Stream-Snipe nicht, sondern der ist einfach immer da, wo ich ihn fahre. Ich Stream-Snipe. Ja, ist 36. Ich würde eher sowas wie so Brot, also so Toast oder sowas nehmen. Ähm, Hattu, ich kann keinen Kettapäe. Ich brauche... Hast du irgendwie ein paar... Irgendwie was... Ich brauche... Warte. ...was zu essen. Kacke. Jawohl. Warum kannst du hier Geld abgeben? Weiß ich nicht, Dankeschön. Junge, das Problem eines... Eines Gimmy Legend, wenn man hier nichts isst. Junge, du musst jetzt hier essen. Was ist das denn? Ich hab dir doch gerade... Ach so, du hast mir Essen gegeben. Theoretisch kann Ariane auch nicht erkennen, was sie jetzt eine andere Frisur hat. Da muss ich schon schauen. Das sind keine zusammengerollten Geldscheine gewesen. Ah, Dankeschön. Ja, Sam, machst du was? Ja, Sam, machst du was? Ja, ich verstehe das. Man ist den ganzen Tag unterwegs und dann... Mein Problem immer, ich esse einfach nie was. Ich bin tatsächlich schon mal wegen Flüssigkeitsmangel... Einfach mal mithören, ey. Oh Gott, okay. War so eine Nachtschicht bei Redwood. Sechs Stunden durchgearbeitet. Nach Hause gefahren und dann quasi über den Bottschern gestolpert sozusagen. Ich konnte einfach nicht mehr, aber... Ich bin irgendwie immer so lustig. Ich vergesse immer zu essen, trinken. Das ist nämlich schon eine hübsche Farbe. Oder... Ja, ich mache auch voll oft dumme Dinge, so. Was für Beziehungen zerstören! Sam! Ich wollte ja Salate machen. Das geht ja schon nicht mehr. Deswegen mit dem Kochen passe ich echt ein bisschen auf. Ja, ich... Ach so, ich rede ja auch einfach. Das Kind hat uns einfach Tankstelle... Ne, glaube ich nicht. Oder doch. Ich habe Tankstelle blumgebeut. Ja, warte mal. Eine Sache will ich wirklich noch kaufen. Moment. Ich will jetzt mal gucken, ob wir die haben. Kaffeepulver will ich kaufen, damit ich Kaffee zu Hause machen kann. Obwohl, Wasser reicht eigentlich auch. Ich weiß nicht, was da irgendwie mehr den Durst stillt. Hallo, Sam. Oh, mit dem tollen Auto. Der feine Herr! Boah, das Feuerzeug war von der Tankstelle, weil ich doch dabei stand, ey. So. Das ist genau, never forgetty, ey. Das Feuerzeug einfach. Never forgetty. Das Feuerzeug. So. Dann nehmen wir so... Ja. Zwei rein. Den schieben wir da rüber. Nee. Wollte zwei behalten. Wuppi. Ja, okay. Dann machen wir so. Oh, Mann. Ist das schön mit den Regeln. Ich liebe es so sehr. Zwei-Jährigen hättest du wahrscheinlich eine Fackel gekriegt. Ja, hör auf, ey. Hör auf. So. Ähm. Hier ist alles cool. Dann würde ich... Warte mal, warte mal. Upp. Sie können nicht hin. Ich wollte irgendwas gucken im... Nee, ich hab ja versucht, diese... Also es wird ja sowieso was geändert. Es wird sowieso was geändert mit... Öh. Den Rezepten. Damit man mehr Auswärtsessen geht. Ähm. Ich weiß, also so Brötchen und so würde mich halt noch interessieren, ob man die wenigstens zu Hause machen kann. Und, ähm, ich glaub, das war, weil Ariane irgendwie gearbeitet hat oder auch eingestempelt ist, dass das jetzt ewig lange dauert, bis sie was machen kann. Weil, wenn du arbeitest und eingestempelt bist, so hab ich das damals verstanden, äh, ist es so, dass der Charakter danach ja, ähm, so ein bisschen auch am Arsch ist, wenn du da Nudeln machst und so bist halt ein bisschen müde, deswegen dauert dann dieser Balken so ewig. Aber wir sind ja dauerhaft eingestempelt, Alter. Hm. Ja. Also bei Skinner ist es halt so, dass... Viele Sachen kann man sehr gut falsch verstehen. Auf dem Zeugzeug stand auch irgendwie was drauf, wo ich meinte so... Hm. Was genau meint der damit? Na, okay. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, ne? Wir können gleich mit David, ähm, dass ihr... Also ich will momentan das Gespräch mit Weish haben. Ja. Ähm, ah, das Energiesystem wird ja überarbeitet. Ah, cool. Ich sieh's aber an dem Erschöpfungsmodell. Wollen sie noch festeinern? Ja, alles gut, alles gut. Ähm, ja, das hier wollten wir ja noch machen. Äh, sie muss mit den Weiß reden. Sie wartet jetzt auf Gerald, ob der den Jeffrey erreicht. Und, äh, die Pan, also ich, ne, werde mal ganz kurz Pause machen und irgendwas zu knabbern da unten holen. Der arme Erik hat nämlich auch nix, ey. So, also gib mir mal fünf Minuten und dann spielen wir weiter, ja? Ist ganz gut, dass wir gerade im Auto sitzen. Ist das Auto denn abgeschlossen? Nein. Ist es denn jetzt abgeschlossen? Ja. Okay, bis gleich. Sekunde. Bis gleich. Vielen Dank. 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 So, Sekunde, ich ess mal ganz kurz eine Kleinigkeit. Also wirklich nur so kleine, ich hab nur so kleine Bällchen hier wieder geholt. So Kokos, äh ne, Kakao-Kokosbällchen, die aber nicht so gut schmecken und bin sofort wieder da. So, okay. So, okay. So, da bin ich wieder, okay. 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 Die Sonne kommt wieder raus, oder? Ich rede, ich rede gar nicht mehr so viel. Genau, hier digital, kann es sein, dass es bald neue Handys gibt oder sowas? So, da macht ja, da macht der Laden auf so gut ist, da macht das, da macht er so viel, da ist das, da ist da. Ja, Larry, Barbara meinte, du kannst so lange bei ihr auf der Couch schlafen. Du kannst also so lange zu ihr ziehen. In Mirror Park sind Wohnungen frei. Sie weiß, wo die sind. Ich stehe gerade davor. Ach ja, weil ich wahrscheinlich heute nicht gespielt hätte. Oh, Community-Liebe. Danke für die Buh. Aber wir sind getrennt, Larry. Wir sind jetzt nicht noch weitere fünf Monate zusammen. Ich bin verwirrt. Ja, gestimmt, das hat ich geschrieben. So, okay. Boah, jetzt habe ich ja richtig Zeit. Oh mein Gott, warte mal. Jetzt habe ich ja Zeit. Ich bin ja nirgendwo drin gerade. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Wir haben, oh nein, wir haben 19.30 Uhr. Wir haben 19.30 Uhr. Ach. Komm, ein bisschen Shopping-App wieder, wieder auch schon schön. Das tut ja doppelt weh, ey. Aber hier ist alles so teuer. Die haben nur irgendwie die Sportklamotten. Ja, Moment. Dienstag bis Donnerstag und Sonntag. Jetzt ist sie bis 18 Uhr. Aber auf Abruf. Du machst mich fettig, aber schrei mich nicht an. Ich bin ein klein, unschuldigen, verletzten Seelen. Da kann ich kein Geschrei ertragen. Ich ahmen, oh wehen. Ich würde dich doch niemals anschreien. Und hier erzählen. Ariane wird der Skinner nicht mehr helfen, ne? Aber Ariane entscheidet ja auch für sich selber. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das wirklich so komplett lasse. Aber Ariane hat ja schon mal gesagt, so, das habe ja nicht ich zu, er habe nicht meine Freunde zu entscheiden, sondern ich. Jetzt ruhig trotzdem mal nach, weil wir gerade eh Zeit haben. Ich möchte Ariane trotzdem so hilfsbereit spielen. Ich will die einfach so weiterspielen. Sie ist halt kein schlechter Mensch, auch wenn sie halt Entscheidungen trifft, die nicht jedem gefallen. Aber sie ist halt kein schlechter Mensch. Aber sie ist jetzt auch kein Mensch, der irgendwie so super, super perfekt ist und sowas alles. Die lästert halt auch mal. Die lästert halt auch mal. Die redet auch mal schlecht über einen. Ich möchte, dass Ariane einfach ein ganz normaler, menschlicher Mensch ist. Oh, wir sind schon da. Ja, okay, die Park-Situation ist hier ja echt kacke. Ach du Scheiße. Und hier haben sie auch alles zugepackt? Ne, hier komme ich noch rein. Alter, kein Shopping-RP, das ist so scheiße. Guck mal, wie schön das ist. Also wie schön sie wirklich diesen Rasen da auch zertritt. Wunderbar. Gute Laune, Jule. Hallo. Guten Tag. Ja, bring die gute Laune hier rein, bitte. Do it. Nope. Oh, wie schön das bestimmt gleich an den Kanälen hier ist. Müssen wir auch gleich gucken. Nope. Wir könnten gleich noch bei den anderen gucken, wie eine Wohnung für Ariane. Ariane ist aber kein menschlicher Mensch, sondern ein digitaler. Ja, in dieser Welt ist aber Ariane nicht digital. Ich hoffe, du weißt das. Die wird menschlich gespielt. Menschlich mit Fehlern, ganz normal. Guck mal, wie schön das jetzt hier an den Kanälen ist. Oh mein Gott, ich muss ganz kurz ein Foto von ihr machen mit dem Outfit. Und hier spielt ein Baum eben so einen Untergang. Ja, nein, wo ist sie denn hier? Hinten war ja die Treppe. Ariane guckt mich immer so böse an. Ja, aber das ist nicht nur bei der Hose, finde ich, eine Sache. Also erstmal, der Popo, wenn sie läuft, ist eigentlich ganz cool. Aber ja, das macht den Popo ein bisschen platt. Und der Popo guckt böse und wirkt so runtergezogen. Aber ich finde, das hier sieht halt aus voll, die Hose ist halt einfach die Muschi-Hose. Wisst ihr, wie ich meine? Nein, das sieht aus wie Camel-Toe und es sieht einfach aus, als wären... Also, versteht ihr? Diese Hose ist voll die Muschi-Hose. So. Nein, Sonne, bitte geh mal. Muschi-Hose mit bösem Arsch. Ja. Zieh euch die Muschi-Hose mit dem bösen Arsch an. Oh Gott, ist das schön. Ah, wundervoll. Weißt du was? Was können wir uns jetzt? Kamera da hinstellen. Obwohl. Wir können wir die Kamera gleich nach unten stellen. Moment. Ach ne, ich hab jetzt das. Scheiße. Okay, warte. Ne, ne. Dann machen wir was anderes. Dann machen wir was anderes. Mal nicht wieder runterfallen, wie es schon mal passiert ist. Ach ja, da mal irgendwo... Warte mal. Nein, guck da. Kann ich das irgendwie... Weiß jemand, ob es technisch möglich ist, das einzustellen, dass ihr zum Beispiel immer zu der Kamera guckt? Ne, ne. So eine Fotofunktion wäre halt auch ne wirklich voll cool. Warte mal, muss die eine andere Pose machen. Ariane, guck mal hin. Ne, glaub mir nicht. Ach, schade, ey. Okay, warte, jetzt krieg ich gerade was hin. Jetzt hab ich sie gedreht, ein bisschen. Oh, und es regnet auch noch. Ariane. Ariane, warte. Guck mal da. Ja, guck mal da. Ja. Okay, das geht wenigstens. Das ist cool. Guck mal nach oben. Kannst du nach oben gucken? Nach oben da so. Ja, da. Ja, wunderbar. Mach mal noch ne andere Pose, Ariane. Oh, ist das ja schön. Ich hoffe, keiner guckt. Oh, was ist jetzt hier los? Warte. Moment, Moment. Ah, wunderbar. Ah, schickt mir das Bild, ich will das mal. Aber ja, ich muss aber auf jeden Fall die Haare shoppen, weil ihr Photoshoppen, weil die ja so ungeknickt sind. Was könnte man denn jetzt noch machen? Nico. Guck mal, was hier alles... Oh mein Gott. Oh, oh, wie schön. Es gibt was Neues. Natürlich gibt es was Neues, weil es jeden Tag hier was Neues gibt. Es ist unfassbar. Das können wir gleich aber alles gucken. Das können wir gleich noch alles gucken. Events ist nicht. Natürlich. Ist ja vorbei. Finde ich aber gut, dass es so Event-Dinger jetzt gibt. Körperhaltung. Boah, das wäre so cool, wenn Skinder auch... Ich habe jetzt mal das gesehen, wie er das mit Rollstuhl gemacht hat. Das heißt, Skinder wird keinen Rollstuhl kriegen, leider. Nein. Boah, was ist jetzt los? Okay. Wir hören auf. Alter. Oh, wie cool das einfach ist. Jetzt mache ich nochmal Screenshots für mich. Warte. Wir haben nochmal hier so, ja? Ach, wunderschön. Jetzt bräuchte ich, wie live a strange cosplay ist. Boah, ja. Oh mein Gott. Nico, wie schön das hier ist. Da ist jemand mit dem Fahrrad gefahren. Ist das nicht heute toll? Ach, wunderbar. Jetzt ist auch wie... Guck mal, wie schön jetzt auch die Hose durchnässt ist und alles. Ach, wie toll das einfach aussieht. Ich feier das so sehr. Es ist so toll. So schön. Ich, finden Sie eine. Warum sind denn die Straßen heute so schön belebt? Heute ist irgendwie sehr cool. So mega atmosphärisch. Ich habe gar keine Ahnung, was heute los ist. Kommt der Bus vorbei. Hört man noch, wie der Busfahrer da irgendwie eine Tour macht und sowas. Oder so ein Tourguide ist. Wunderbar. Genau, kommt auf den Stoff an. Also nicht alles Weiße wird durchsichtig. Nee, überhaupt nicht. Och Gott, ich drehe durch. Jetzt gehen wir bei den anderen Wohnungen noch gucken. Jetzt sieht Ariane aus, als hätte ich ihre Klamotten falsch gewaschen. Irgendwo. So. Barbara hat es sich noch gewünscht. Wurde Barbara von den Lucky Five God erhört? Oder haben die einfach so Regen gemacht? Weil es ist echt schön. Wunderbar. Ihr erste Tat als Bürgermeister, mehr Regen. Ja. Da hinten läuft auch einer. Viele online, ey. Schön. Okay, das ist da. Keine Ahnung, was das jetzt war. Und vielleicht hat Dennis gerade dramatisches RP. Kann ja auch sein wie in der Beerdigung. Dennis hat gerade dramatisches RP und der Regen wird eingespielt. Und wir profitieren auch davon. Wahrscheinlich ist das sogar so, dass Dennis hier... Und die Polizisten gerade... Nicht Dennis, also die ganzen Polizisten gerade dramatisches RP haben bei der Beerdigung. Und das ist deswegen jetzt regnet. Das wäre halt auch sehr cool. Keine Wohnung noch frei, leider. Keine Ahnung, leider. Ich höre Barbie im Kopf, wie sie sagt. Ja, liebe Wissenschaftler, dann lassen Sie sich mal was einfallen, ne? Ja. Ja. Okay, warte mal, ist das heute Zeitpunkt? Ja. 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 Oh Gott, sieht das geil aus. Ich wünschte, jemand anderes würde das Auto fahren und ich könnte diese Kamerafahrten machen. Oh, wie schön. Oh, Raytracing on. Okay, wir müssen wieder hier vorne parken. Auch wenn ich jetzt hier völlig falsch stehe. Hallo? Oh, okay, das machen wir doch mal ein bisschen anders. Schade, ich dachte eigentlich, wir sind hier gut reingekommen. So. Ich werde es niemals lernen. Aber sicher ist sicher. So. 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 Regen in Los Angeles ist tatsächlich, also in Los Angeles hat es auch geregnet, als wir da waren. Was war das jetzt gerade? Ich bin super verunsichert. Oh, da steht ja noch ein Kürbischarm. Ja, ist er da. Hallo, Herr Weiß hat mir geschrieben, er wollte mich im PD treffen. Ja, nehmen Sie einmal auf der Bankplatz. Okay. Vielleicht wieder da, ein bisschen schon. Guck mal, der hat die Grünkhosen da hinten an, hat er doch nicht. Fun fact, da ein Computerspiel mit SirPerson oft die Ansicht von hinten gezeigt wird. Gibt es des Designers, die hauptberuflich Hintern designen? Da sehe ich mich. Da sehe ich mich einfach. Ich überlege gerade mit der Musik. Ich habe noch Atmosphäre-Musik. Soll ich das vielleicht eher machen? Hört man das? Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal ein bisschen, oder? Ne, die Kongo gibt es nicht auf dem Server. Das wäre schon lustig. Oh, Juki, ich hoffe, es gefällt dir. Nee, die Merchjacke ist halt so eine, ähm, steht auch dabei, so ein Windschutz, so eine Regenjacke. Ich habe noch keine Winterjacken, ich habe noch keine Winterjacken, ich habe noch keine Winterjacken geschockt. Ich weiß nicht, ob die das jetzt so weitergeben, deswegen schreibe ich mal. Ich bin da. Oh, ich habe gerade was gegessen. Ich habe gerade was gegessen. Ich muss jetzt ein bisschen rüber. Oh, Madison, Alter. Alter, das Charakter-Design von Madison, das ist einfach aufwendig da, wie sie es halt so komplett durchzieht, aber das ist so, oh. Oh, Madison und Kowalski, wie diese Fliesenküppel. Für Schneekone, ja. Kommen Sie mit, Frau Banz. Kommen Sie ein bisschen näher. Ja, sonst, so, warten Sie. Wer ist ja, die fahren noch mal. Okay. So, wie kann ich Ihnen helfen, Frau Banz? Oh, Herr Weiß. Was, wo auch? Ich habe mir, ich weiß ja noch nicht, das ist wirklich schön. Ach so, von hier oben kann man runter auf das billige Pack im Blick runterwerfen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich muss noch mit meiner Freundin Barbara sprechen, aber ich habe einige Ideen, wie wir das jetzt machen könnten, wenn wir nochmal quasi in die Höhle des Löwen gehen. Ich wollte sie fragen, ob sie daran, ob das so eine gute Überlegung ist. Ich hatte zwei Möglichkeiten tatsächlich. Haben Sie irgendwelche Hinweise bekommen, ob Sie aufgeflogen sind? Ja, aufgeflogen nicht, aber komische Sache. Ich wurde angerufen von einem Freund, den wir am Anfang so ein paar Sachen gefragt haben. Der hat da schon was vermutet. Den habe ich jetzt angelogen und gesagt. Ja, war eine einmalige Sache. Die Sache machen wir jetzt nicht. Und... Können Sie mir sagen, wer der Freund ist? Wir wissen auch, wer der Freund ist. Gerald. Ja, Sie haben gesagt, ein Freund hat Sie angerufen. Ja. Ja, das weiß ich ja nicht. Okay, weiter. Ich will halt nicht, dass er da mit reingezogen wird, deswegen habe ich ihn jetzt auch angelogen. Sie wissen ja, ich arbeite bei Gerald. Bei einem Friseursalon in Palito Bay. Genau, genau. Und Barbara und ich, Sie sehen ja, ich habe sehr lange Haare und die sind so ein bisschen hochgeflochten. Das ist, wenn man die an den Kopfhaut fest... Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir uns Haarkreide reingemacht. Das haben Sie ja gesehen, ich hatte vorher rot gekochen. Das war ja rot, ja. Genau, deswegen konnten wir das so schnell auswaschen. Wir sind bei mir zu Hause gewesen. Ich habe Haarkreide zu Hause, bei ihr habe ich schwarze reingemacht, sie hat die Frisur auch nicht geändert. Und bei mir habe ich rote reingemacht. Und... Wer trifft das da unten lang? Ich glaube, es ist nicht vor dem LSPD. Ja, weiter. Ihr warst für Schweine, ne? Und die haben, Gerald, gefragt, ob er in der letzten Zeit zwei Damen bestimmte Perücken gemacht hat. Wer hat... was? Wer hat wen gefragt? Diese Rocker meinten zum Gerald, der hat mich heute angerufen, ob er... Also sie sind wohl, haben wohl jetzt so eine Vermutung und so. Wir waren aber wirklich sehr unauffällig, Herr Weiß. Und ich war tatsächlich schon einige Male im Yellow Check-in, muss ich Ihnen sagen. Oh Mann, ich habe eine Vermutung. Ja, weiter. Also mir ist das nie passiert. Wie gesagt, wir haben uns unauffällig verhalten. Ich hatte keine Perücke auf. Keine. Wir hatten nur Haarkreide drin. Und deswegen fand ich es sehr seltsam. Ich meine, ich habe es wahrscheinlich so scheiße gemacht, dass es vielleicht aussah wie eine Perücke. Ich weiß es nicht, aber ich bin Profi. Barbara ist auch Profi. Ich habe eine Vermutung. Hast du eine Vermutung? Denken Sie mal darüber nach, was alles Sie mir erzählt haben. Und wo Sie mir das erzählt haben. Im Esti und vor der Chocolatrin. Aber am meisten waren wir ja wo? Im Esti. Ja. Und da kam doch ein Sheriff, die Treppe runter, erinnern Sie sich? Den ich weggeschickt habe. Kowalski? Nein. Jemand anderes. Smith? Nein. Den haben Sie, glaube ich, nicht gesehen. Sie stand mit dem Rücken zu ihm. Ich weiß nur, ich habe einmal einen gesehen, der war sehr jung. Ansonsten habe ich keinen mehr gesehen. Okay, wir machen jetzt folgendes. Fee war noch... Nee, Fee arbeitet nur im Esti. Ja, wir machen jetzt folgendes. Wir legen eine Finte. Gämmel? Okay. Nein, 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 nein. Ach Gott. Wir legen eine Finte. Passen Sie auf. Ich werde Sie nachher irgendwann anrufen. Und ich werde Sie in einen Einsatz verwickeln. Gezielt in einen Einsatz. Okay? Okay. Sie werden bei einem Briefing dabei sein und das Sheriff Department wird dabei sein. Und ich werde Informationen streuen, die eigentlich gar nicht existieren. Okay? Gut. Ja. So, und dann gehen Sie mit dieser Barbara, wenn die da ist. Ja, die ist leider nicht da. Das ist das Problem. Oh, scheiße. Aber Herr Weiß, darf ich... Warten Sie, 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 haben Sie eine andere Freundin? Ähm, die könnte ich anrufen, aber ich bin mir fast sicher, die ist auch nicht da. Ähm, es müsste jemand sein, der halt auch, ähm, gut vortäuschen kann, wissen Sie? Vortäuschen, dass man jemand anders ist. Ähm, Herr Weiß, darf ich Ihnen trotzdem von meiner Idee, nein, nicht so, darf ich Ihnen von meiner Idee erzählen? Ja, erzählen Sie. Meine Idee war tatsächlich, wenn wir das machen, dass wir, ähm, ich muss mir das einmal, ich hatte mir das aufgeschrieben, es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, wir machen das so weiter, bekommen aber einen falschen Ausweis, ein falsches Motorrad. Das dauert, das dauert lange. Ja, ja, Sekunde. Ein falsches Motorrad, ein falsches Venture-Profil und eine falsche Wohnung, und zwar im Norden. Ähm, und wenn wir aus der Sache wieder raus wollen, dann habe ich überlegt, und ich glaube, das ist ein bisschen zu krass, dass wenn wir irgendwo drin verwickelt werden, wo wir leicht verletzt werden, es aber nicht so aussieht, als wären wir leicht verletzt, und ins MD kommt, dass man dann bei Weasenews die Info streut, dass zwei Personen bei diesem, bei diesem Vorfall gestorben sind. Ja, was wäre die Option zwei? Die Option zwei wäre so eine Art Zeugenschutzprogramm, das heißt, dass ich mein Leben komplett umstelle und erstmal für ein, zwei Wochen tatsächlich die Person bleibe, die ich spiele. Also ich kann Ihnen sagen, Sie machen jetzt erstmal, wir müssen uns Step by Step machen, okay? Wir müssen jetzt als erstes, weil das bringt alles nichts, wir müssen vorne anfangen, wir müssen ja das Leck finden, ja? Weil die wissen ja anscheinend, dass sie, oder die gehen davon aus, oder was auch immer, ja? So, und wer kann über diese Information beherrschen? Niemand eigentlich, außer das SD. So, deswegen machen wir jetzt folgendes. Wir werden eine Finte legen, ja? Und diese Finte ist, dass wir simulieren, dass sie da nochmal hingehen, und sie sind ganz offiziell, wichtig jetzt, ganz offiziell im Undercover-Einsatz für uns dort, ja? Wir werden das genauso auch erklären. Also... Warten Sie, warten Sie, vor den Kollegen des SDs, okay? Okay. Und dann schicken wir sie dorthin, natürlich umzingelt das Yellowjack-In von Leuten, ja? Von Police Officern, inklusive meiner Wenigkeit, inklusive das David-Team, ja? Also das SWAT. So. Und wir geben ihnen eine, wir geben eine Information weiter. Und zwar, dass wir dort eine Razzia durchführen, ja? So. Und Sie werden ja dann merken, wie die Leute reagieren. Wenn Sie merken, dass die Leute da aufgebracht sind und sie wegschicken und da rumwuseln, dann sind die gewarnt worden. Intern aus dem LSPD. Aha, aha. Stehen Sie den Trick? Ja, gerade denke ich mir, wir hätten das vielleicht, hoffentlich hört hier keiner mit, irgendwie draußen vom Balkon oder so. Nein, man kann uns da unten nicht hören. Ja, ich, äh, okay. Ach so. Ja. Was meinen Sie? Ja, weiß ich auch nicht. Also, dass jemand mithören konnte außerhalb von Balkon. Ähm, ja, ich, ich würde das nicht alleine machen wollen, Herr Weiß. Ich würde das wirklich mit meiner Freundin machen wollen. Und die ist heute nicht da? Gar nicht? Leider heute nicht da. Sekunde, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ach, von Frau Collins, da schreibe ich gleich zurück. Ähm, ja, wissen Sie, ich habe tatsächlich sogar, ähm, meine Idee war bei diesem Zeugenschutzprogramm. Ich hatte mir sogar einen Fake-Freund, der aber tatsächlich Polizist ist, damit ich geschützt bin. Aber wer wäre das gewesen? In einer Fake-Wohnung. Das weiß ich nicht, das hätten Sie, äh, machen müssen. Hätten Sie einen Ausdruck gesucht, dann hätte ich mir Garret gegeben. Kenn ich nicht. Der ist nämlich wie eine Tratsstante, der redet viel. Und ist eitel, hat zwei Ohrringe, glatt gebügelter Mann. Ah. Ja, mit dem sollten Sie mal schocken gehen. Ach, nee. Hm. Also, ich würde es ganz offensichtlich erstmal machen. Das muss ja nicht heute sein, ja? Okay. Halten Sie mal ein bisschen die Füße still. Vielleicht kriegen wir noch die Informationen, warum die nach Ihnen suchen. Aber, äh, ja. Also, so wie Sie es angehört haben, wissen die eigentlich noch nichts wirklich. Die haben halt nur die Vermutung. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Doch woher haben die die Vermutung? Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Irgendjemand muss geplappert haben. Aber das ist ja mega seltsam. Das ist wirklich nicht auffällig Verhalten, Herr Weiß. Ja. Ja, das ist ja mega. Und gucken Sie mal, ich war so oft im Yellowshake-In. Und, ähm, ich weiß, ist das jetzt so, dass da nur bestimmte Leute rein dürfen? Warten Sie kurz, warten Sie kurz, warten Sie kurz, warten Sie kurz. Wenn man sich hört, kommt. Meine Idee ist eigentlich schon krass, das wäre krasses MP gewesen. Komplett andere, äh, komplett anders. Ich kurz ans Telefon gehen, das ist wichtig. Sie hätten in der Rolle bleiben müssen die ganze Zeit. Wir hatten neue Leute kennengelernt. Ja. Ariane wäre für die Zeit krank gemeldet irgendwie oder so. Ah, mir geht's nicht gut und sowas. Das Kinder hätte nicht mehr an Ariane quasi rankommen können. Nee, wurde verschoben. Ah. Nee, es war null auffällig. Null. Es muss also jemand geplappert haben. Das ist das, den ich hinkriege. Es gibt zwei Sachen. Entweder hat jemand geplappert oder es ist Meta. Es gibt nur diese zwei Sachen. Ja, wie sieht es jetzt aus mit dem Einsatz? Aber er vermutet ja auch, dass jemand geplappert hat. Ja. Okay, wir haben möglicherweise, wenn das nicht klappt, eine andere Razzia. Ich, ich ruf sie gleich an. Warten Sie kurz vor Banz. Moment, Moment, Moment. Ja. Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Äh, erst mal rufe ich hier an. Guten Tag, Mrs. Winter. Sie haben mir eine SMS geschickt. Eigentlich haben wir ja heute einen Termin. Allerdings wurde der ja seitens des DOJs verschoben. Ja, da würde ich gerne einen neuen Termin mit Ihnen ausmachen. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Worum geht es denn überhaupt? Oh Gott, was habe ich diesmal wieder gemacht? In welchem, in welchem, also was ist der, also in welchem Bezug? Ah, okay, check. Ja, alles klar. Ja, und das andere? Warum? Äh, das wäre absolut nicht untypisch für Aerie. Wie lange hast du nicht zugeguckt? Das ist nicht das erste Mal, dass sie sowas macht. Ich erinnere nichts vor rein, wo ich nicht weiß, worum es geht. Sahnedampfer, ich spiele Ariane, ich weiß, was für sie typisch ist. Ariane hat Fake-Anrufe gemacht, hat Geiselnahm vorgespielt. Also ich hätte am Mittwochzeit, würde das klappen? Also Ariane hat tatsächlich schon, also du hast nicht alle Strings gesehen? Ariane hat das schon immer gemacht. Und jetzt ist es, jetzt kommt das große Ding. Boah, ich bin gespannt. Jawohl, können Sie mir eine SMS als Erinnerung schicken? Wäre das möglich? Genau, wir sind auch schon mitten in der Nacht als Beta an der Stelle. Okay, Mittwoch 20 Uhr, ich merke es mir. Ja, passt. Okay, ja gut, dann habe ich ja mal eine Erinnerung. Okay, dann machen wir das so. Ja, dann machen wir Mittwoch 20 Uhr, okay? Bis dann. Wieder irgendeine Scheiße, wieder hier DOJ, Scheiße. Scheißland, Scheiße. Also Scheiße sind die gar nicht. Jetzt muss ich noch einmal telefonieren. Das betrifft auch jetzt Sie. Warten Sie. Ja. Ich muss noch ein paar Sachen aufstellen, sonst vergisst du dir. Moment. Kommt die ran. Dann nochmal an, hier bei dem Kutsch. Nicht erreichbar. Ach, du leckst mich doch. Okay. Wir haben mal kurz eine Schmerztablette. Ja. Herr Weiß? Ja. Ich habe aber natürlich auch so ein paar Sachen, um mich zu schützen. Also ich will mich wirklich schützen. Ist das hier eine Weihnachtsbaum? Ne. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Okay, dass Sie meine beiden Ideen jetzt nicht umsetzen wollen, hätte ich aber noch eine Bitte. Kann ich nicht umsetzen. Nicht wollen, nicht können. Ich kann Ihnen nicht einfach einen Ausweis geben. Das liegt nicht in meiner Hand. Das ist das Problem. Ich kann Ihnen keine Identität, ich kann jetzt nicht an einen Computer gehen, Ihnen was ausdrucken. Das macht nicht ich. Das muss tatsächlich über den Chief Justice laufen. Das ist eine Prozedur, die Wochen dauert. Okay. Dann, naja, zur Not können Sie uns ja aber irgendwo einen Trailer mieten, wo wir unsere Ausweise so lange verstecken. Das geht. Aber dann sind Sie ausweislos und wenn Sie vom LSPD geschnappt werden, werden Sie jetzt illegale Einwohnerin. Wurste keiner beschrieben. Wurste keiner beschrieben. Entschuldigung, ich bin es nochmal der Herr Weiß. Kurze Frage. Ist ein zuständiger Staatsanwalt gerade bei Ihnen? Also nicht in dem Fall, Entschuldigung, falsch ausgedrückt. Ist irgendein Staatsanwalt gerade erreichbar? Es geht um eine Hausdurchsuchung bezüglich eines Tatverdächtigen wegen Mordes. Wir haben da ein Beweismittel, welches wahrscheinlich locker flockig reicht dafür. Und wir haben heute die Kapazitäten dafür, weil das ist eine groß angelegte Nummer. Nee, ich habe das jetzt auch unter Metaschutz nicht gemacht, weil wir reden, wie weit er weiß. Denn es ist Serverinhaber. Aber wenn da irgendwas sein sollte, dann sind wir ja eh safe. Wissen Sie, ob der Mr. Hülsen noch da ist? Aber ich denke eher, es hat jemand geplappert, weil die machen das so professionell da auf der anderen Seite, die Rocker und sowas. Das wäre sehr gut. Also wenn der da ist, dann eher. Ich bin mega enttäuscht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es muss jemand geredet haben. Die sind ja nicht doof. Ja, klar. Okay. Ach Gott, das wäre nicht die Geschichte. 20.30 Uhr. 20.30 Uhr Mittwoch machen wir. Ja. Ja, check. Ich danke Ihnen, ja. Hier ist sie sowieso. Ähm, nee, also das mit dem Ausweis, das müssen wir, ich müsste, das Problem ist, wenn ich jemandem was Bescheid sage, dann greift ein Sheriff darauf zu oder sonst wer und gibt die Info weiter. Aber den Ausweis werden wir da trotzdem nicht mithaben. Sie müssen sich tatsächlich dann festnehmen lassen und ich informiere Ranghohe darüber. Wenn die nicht im Dienste sind, kann das sein, dass die erst mal verknackt werden, wenn keiner da ist. Warten Sie kurz, Telefon. Henderson. So, hab ich am Mittwoch da? Kacke. Ich muss jetzt irgendwie den Mittwoch ausmachen. Ja, ich brauche Sie danach. Aber wie lange sind Sie heute im Dienst? Weil der Einsatz danach, der ist nochmal richtig unangenehm. Ja, ich bin in zehn Minuten, bin ich unten bei Ihnen, ja? Ich kann kein Helikopter fliegen. Mir wurde der Brustkorb geöffnet. Ich kann kein Helikopter fliegen. Ich sitze auf dem Beifahrersitz mit Herrn Gamble und wir sind nur am Beobachten. Wir machen gar nichts. Ich kann höchstens in die Kamera vom Helikopter gehen und das war es als Co-Pilot. Ja, check. Okay, ich bin auf der Minus drei. Ja, check. Ich komme, ich komme, ja? Gut, Frau Warnsich muss los. Ja, Sekunde, Herr Weiß. Haben Sie was zu essen dabei? Ja, Sekunde ist gut. Sie sind mir auch eine. Da warten alles Kollegen. Ja, trotzdem. Ja, das ist jetzt auch wichtig für mich, Herr Weiß. Ist ja sowieso erstmal irrelevant, weil tatsächlich, solange die Dame nicht da ist, können wir ja nichts machen. Ja, ich würde gerne Mittwoch einen Termin nochmal bei ihm machen mit der Dame. Und ich würde gerne ein Gespräch mit jemandem von ihm haben, der sich mit solchen Sachen auskennt, der uns nochmal ein bisschen darauf vorbereitet, worauf wir achten möchten. Ich kann Ihnen das nur sagen. Hören Sie, ich kann Sie darauf vorbereiten. Ich brauche jemanden, der sich wirklich Zeit nimmt dann für uns. Ja, was soll ich? Also, Frau Warns, Folgendes. Also, was wollen Sie denn da wissen? Ich kann es sonst nicht machen. Zum Beispiel das mit den Ausweisen hätte ich vorher gerne gewusst. Nochmal, die Ausweise werden vom Chief of Justice ausgestellt. Nein, dass wir die nicht mithaben sollten. Wenn Sie die nicht mitnehmen, dann bedeutet das, dass Sie eine illegal... Ja, aber die könnten uns die Ausweise abnehmen. Ja, lassen Sie mich doch mal ausreden. Nein, niemand nimmt Ihnen die Ausweise ab, weil dann brennt die richtig die Lunte. Also, das macht keiner. Verstehen Sie, was ich meine? Also, niemand nimmt Ihnen die Ausweise ab. Ja. So, das glaube ich nicht, dass Sie das machen. Sollte es dazu kommen, versichere ich Ihnen, dann kommt jemand über meine Gehaltsstelle. So. So, also, ne? Ich glaube nicht, dass... Also, die nehmen die höchstens ab, wenn Sie reingehen. Und deswegen, da wollen Sie Schutz vor, oder? Ja, wie gesagt, ich würde generell nochmal mit Barbara dann zusammen mit Ihnen über unseren Schutz... Ich erkläre Ihnen einmal ganz kurz den Einsatz dann, worauf Sie achten müssen. Das machen wir dann in Ruhe. Ja. Weil ich kann Ihnen sagen, witzigerweise, der beste Detective in diesem Laden steht tatsächlich vor Ihnen. Und... Ist der so? Das ist so. Da gebe ich Ihnen meinen Brief und Siegel drauf. Deswegen, als diese Wichser auf mich geschossen haben, habe ich sogar einen von den Pissern noch getroffen. Und der wandert jetzt lebenslänglich im Bau, weil die tatsächlich meine Kugel in den drin gefunden haben. Also, genau. Wir machen das in Ruhe. Ich erkläre Ihnen einmal den Dienstplan. Vielleicht machen wir das sogar unter uns ganz alleine. Ja, sagen Sie mir dann bitte vorher Bescheid. Dann mache ich mein Handy aus. Ja, check. Okay, dann kommen Sie. Ich bringe Sie dann runter. Ich muss mich sowieso noch umziehen hier. Wenn Sie im Verdacht haben, sagen Sie mir wahrscheinlich erst mal noch nicht, oder? Im Verdacht? Wer auf mich geschossen hat? Nee, wer vielleicht geplappert hat. Ach so. Ich habe eine Vermutung, aber ich kann es Ihnen noch nicht sagen. Okay. Schönen Tag Ihnen noch. Ja, gucken Sie auf Sie auch. Wenn was ist, ruhen Sie an. Okay. Also, ich fand meine RP-Ideen jetzt aber auch sehr gut. Nein, ich fand meine RP-Ideen tatsächlich auch sehr gut. Also, Zeugenschutzprogramm. Ich hatte halt wirklich komplett nur Trixi gespielt. Komplett nur Trixi gespielt. Hätte mich dann überall abgemeldet oder irgendwie ein Vorwand und so. Ja, wir hätten erst mal nicht bei Gerhard arbeiten können, aber das wäre ja schon irgendwie gegangen. Und ja, das Blöde wäre, das wäre natürlich auch für Barbara dann so gewesen. Das müsste ich dann mit Barbara halt absprechen. Und dann war mir so meine Idee, wenn man da wieder raus will aus der Sache, sagt die Polizei einfach, dann verwickeln die einfach in den Vorfall. Ariane wird in den Fuß oder in den Beinen geschossen, keine Ahnung, alles abgesprochen. Und, also Trixi dann in dem Fall. Und in Weasel News steht dann halt, Trixi, bla bla bla, Mattel und Josie, Pepper, die zwei Damen, bla bla bla, wurden dabei getötet. Irgendwie sowas. Dann wären wir halt am Ende fein raus. Das war so meine Idee. Und die ist nicht schlecht. Ich finde mich schon klug. Nein, aber die finde ich nicht schlecht. Und das mit dem Zeugenschutzprogramm wäre halt dieses, dieses krasse, ja dieses wirklich krasse Ding gewesen. Ich bin halt immer noch wegen den Perücken. Ich finde das gerade blöd. Ich finde das super blöd, weil das, ihr habt ja gesehen, wir haben uns Haarkreide reingemacht. Du kannst dann nicht Perücke sagen, weil wir hatten ja gar keine Perücken auf. Und das sind ja die Naturhaare von denen gewesen. Oh Mann, ey, ich weiß nicht, wie man da jetzt rumspielen soll. Ich finde mich schon klug. Ja. Ja, das ist schwierig. Ich denke, die kommen direkt auf Gerard irgendwie, weil Gerard ja quasi fast jetzt der bekannteste Friseur hier irgendwie. Also aus meiner Bubble. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, Gerard ist der bekannteste Friseur hier und hat da viel mit allen zu tun. Hält sich mit allen auch gut. Aber ja. Und ja, auf jeden Fall dieses Zeugenschutzprogramm-Ding, da hätte ich auch gesagt, Schutz für Ariane, diese Klamotten einfach, damit Ariane geschützt ist, jemanden an ihrer Seite, ein Polizist oder eine Polizistin, wo sie vielleicht sogar irgendwie zusammenwohnen und ein Pärchen spielen und sowas alles. Das wäre halt auch noch ein, ja, ein doppelter Schutz gewesen. Die würden dann auch beide irgendwie im Norden wohnen, bla bla. Und das müsste ein Polizist sein, den die Rocker vielleicht nicht kennen. Das wäre halt auch noch cool gewesen. Oder vielleicht irgendeiner, der aus Dienst ist und dafür wieder in den Dienst geht. Und sowas hatte ich mir gedacht. Schade, ey. So viele... Mann. Die Ideen waren gut. Scheiße, ey. Ich hätte das echt gern gehabt. Ich hätte das echt gern gehabt. Mann, oh. Skinner. Ja, das wäre das Unauffälligste überhaupt. Nee, das wäre nicht gegangen. Das wäre cool auf viel Aufwand und ich glaube nicht, dass Baby Zeit hat. Ah, ich finde es cool. Ja, das mit den Ausweisen, okay. Die dürfen die Ausweise also nicht abnehmen. Aber Max wurde der Ausweis geklaut und abgenommen. Hm. Allgemein gibt es ja so Gefährdungen. Ja, okay. Aber die dürfen die Ausweise nicht abnehmen. Okay. Weil wieso sollten die auch Ariane, äh, wieso sollten die auch Tixi und Josie nach einem Ausweis fragen? Da müssen wir jetzt irgendwie, da würden wir glaube ich sagen, wir haben gar kein Bei oder sowas. Oder uns einfach an sich weigern. Keine Ahnung. Da müsste ich mir nochmal was überlegen, einfach, falls das passieren sollte. Ja, genau. Falsches Venture-Profil, falsche Wohnung, falsches Bike und sowas alles. Das wäre cool gewesen. Ja. Oh. Hm? Da bin ich gerade tatsächlich verwirrt. Ja, ich auch. Ich auch. Das heißt, theoretisch hätte dir gar nicht der Ausweis abgenommen werden dürfen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Hey Ariane, danke. Ich will einfach nur hier am Grab sitzen, wer nicht. Okay. Aber du weißt, du hast Leute um dich herum, wo du dich auswählen kannst. Pass auf dich auf und zerbrich mir nicht daran. Komm. Buss. Works. Cool. schreiben besser ist denn du weißt auf wie den spruch geht wen schreit echo schreit den lauter drohst du mir etwa ich bin stärker als du und habe und habe lange ich bin einen richtigen mann ja gut wie eine katze das war ja jetzt on point war wirklich nicht so ich habe andere langen sachen aber den tut nichts zur sachen was wolltest du mich jetzt schreiben oh mein gott david den hab ich warte mal deine hoden habe ich schon gesehen erspare mir diesen anblick wie lang denn ach ja schön oh mein gott warum hast du auch beim sträuchel shooting hohen oh mein gott ich will nicht wissen was ihr da gemacht habt ich will nicht wissen was ihr da gemacht habt was ist da nur los das war meine idee ganz gut ich hätte mich darauf gefreut und auch davor schiss gehabt eigentlich für 17.000 hat ray den dingens verkauft ein sentinel scheiße wir haben eh kein geld dafür hätte ich mir vielleicht sogar kredit mit ariane genommen guck mal als hier ist ganz schnell zurückgeschrieben okay damit rechnen schade aber gut also weiter weiß es gerade er darauf und dass er immer immer richtig auf tour ich werde einen leuten nicht vertrauen kann ja nie was zu essen dabei kann man nur immer schnoren scheiße hey sheriff ist jetzt böse wirst du was ich voll geil finden würde er meinte ja nein stellt euch vor das wäre smith gewesen und ariane hätte es irgendwie hingekriegt den von den sheriff posten abzuziehen ich hätte da so reingehalten das letzte was ich mit larry noch tun kann ihn sei dass smith seinen job verliert hier larry herzlichen glückwunsch und geburtstag am 11 er ist so sie das wäre das wäre cool aber die idee nummer hat viele ideen aber man kann sie selten umsetzen weil Die Musik macht einen Huppala, automatisch auch so ein bisschen ruhiger. Ich mache gleich wieder die andere Musik an, aber ich mag das im Hintergrund, das ist so entspannt. Vier Tage noch, ja, die werden wahrscheinlich da, also die sind ja getrennt. Ariane hat eigentlich nichts mehr damit zu tun, eigentlich. So sad. Sad ist sad. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wer da jetzt noch dabei war. Gamble, Kowalski, dann dieser eine, wo Ariane auch so hinterher geguckt hat, ne? Und, ähm, Smith. Hallo. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell, swing and Jingle Bell ring. Snowing and blowing, a potion of fun. Now the Jingle Hub is begun. Wie geht's dich? Ba, du bist ja gut gelaunt. Nach 48 Tagen bis Weihnachten. Äh, hör auf. Ich krieg davon schlechte Laune. Ich hab zuhause schon Weihnachtsbaum aufgestellt und so. Wirklich? Na, klar. Na, da geh ich doch gleich mal gucken. Wie? Der sieht bestimmt schön aus. Nein, 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 du bist meine Schwester, Ariane. Nein, den will ich nicht angucken, damit weiß ich sie mit dir. Hey, was hast du jetzt gedacht? Was lang denn? Nur aus Interesse. Was, wie lang denn? Du hast geschrieben. Warte. Sollte ich deswegen doch hier hinkommen, oder? Ich, ich hab einen anderen langen Sachen, aber den tut nichts zu Sachen. Mein Auto. Du meinst dein Auto? Ach so. Ja, deswegen bin ich jetzt hier. Ich komm zu denen, erzähl. Ja, weil ich muss den abgeben. Weil mein, den, ähm, mein Lichtenfond, den Akku von denen ist, äh, ähm, aus. Und ich muss ihn wieder hier nachfüllen. Ach so. Irgendwie so ein Funktionierst du neu. Sauber verschwunden. Batterien oder Akku. Keine Ahnung, aber den wirst du auf jeden Fall den Akku wieder auffüllen von meinen Scheinwerfen. Ah, das ist super. Wie lange dauert das denn? Ja, in halben Stunden oder so, hat er ihnen gesagt. Aber den ruf mich dann an. Ach so, ja, guck mal. Und ich bin jetzt mit dem Auto hier. Was für ein Zufall, David. Wow, ist das nicht so, dass ich dich geschrieben habe? Komm, erzähl es. Ja, aber toll. Ja, aber ich war auch in der Nähe. Ähm, soll man das einfach machen? Wie machen wir den Gutschein? Jetzt? Wenn du willst. Ich weiß nicht. Ich bin dabei. Count me in, Baby. Okay, ich habe, warte mal, ich habe gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Äh, das ist ja Paradise Entertainment. Die sind irgendwo am, irgendwo, sind die nicht in Palitum? Äh, was? Nein. Oh, nee? Wo waren die denn? Nein, also da haben den so Büro und Sachen, aber den Paradise ist in den Nähen von Ponsenbien. Was? Da, okay. Weißt du noch, diesen riesen Haus, wo wir da waren, mit den 10.000 Fester, wo du dachtest, das wären den irgendwas? Den irgendwas? Nee. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das musst du mir auch mal zeigen. Ah, wo du dachtest, wo das denn DOJ wäre. Okay. Den riesen Gebäuden da, mit diesen riesen, äh, Grasterrassen vorne. Äh, nee, kann ich mich gerade tatsächlich gar nicht dran erinnern, aber ich war mal, ich habe da mal irgendwas ausgeliehen und da war ich, glaube ich, in Palito, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, weä, weä, den haben da so Motorräder und so gelagert, aber ich weiß auch nicht, wo wir den Tickets auslösen müssen, eigentlich lösen. Ich auch nicht. Naja, dann schauen wir einfach mal. Schön siehst du aus. Äh, dankeschön, du auch. Danke. Oh, hast du irgendwie irgendwas auf deinem Telefon? Weil ich habe gerade irgendwie so einen lauten Piepen gehört. Wirklich? Weä? Äh, nee. Ja, so einen, ähm, auch, so einen ganz leichten, so schmerzhaften Piep, also nicht so laut, aber so, ähm, wie soll man den beschreiben? Den ist zwar leisend, aber man hört den so. Achso, du hörst das jetzt gerade auch, ne? Ab und zu, ich weiß nicht, ob die meinen oder vielleicht den Auto, ach, keine Ahnung, vielleicht jetzt in Ordnung mein Telefon. Äh, weil ich, äh, weißt du, ich höre manche Frequenzen nicht. Ich, ich, ich kann aber auch noch mal, ähm... Achso, also jetzt zum Beispiel höre ich nichts mehr. Okay, und jetzt? Auch nicht. Also den ist nicht dauerhaft, den kommt irgendwie nur so, äh, keine Ahnung, mal in 15 Sekunden gefühlt. Okay. Aber jetzt ist den, scheint den weg zu sein. Okay. Sag mal, hast du mit Isabel heute geredet? Nein, nein, noch gar nicht, aber Ebritta hat gesagt, den geht scheißen. Ja, ich habe ja auch gesagt, wenn du jemanden zum Reden brauchst, soll sie Bescheid sagen. Aber das habe ich auch gemacht. Ja, ich weiß, ich melde mich, wenn es mir schlecht geht, versprochen. Okay. Ich habe einfach mal nur, okay, ich bin jetzt auch nicht so krass. Oh, warte, äh, Gerhard hat noch geschrieben. Ich habe noch nichts herausgefunden. Äh, oh, Gerhard, ich bin doch noch unterwegs. Äh, David, Umbau in Palito ist gerade im vollen Gange, also, ne, von dem Salon, den wir oben haben, der wird ja noch ein bisschen, naja, du weißt ja, die bauen das so ein bisschen um, aber der wird nicht größer. Ähm, und Jeffrey konnte endlich die Reiten bis später, okay, warte. Meine Nägel sind zu lang, man hört das so auf meinem Handy. Ich finde den echt angenehm, also bin ich ehrlich, ich mag solche Geräusche. Ah, gut. Also, David, hörst du? Woi. Erstmal kannst du mich mal auf dem Navi markieren, wo ich hinfallen muss. Und, äh, dann wegen einem Unicorn. Ich hatte ja... Nein, ich will nicht in diesen Drecksloch erinnern, da sind nur Schlanden drin. Boah, nein! Ich will da nicht hin. Nein, guck, was ist, wenn wir auf professionelle Ebene da reingehen? Tanzen? Nein! Wie sieht denn aus? Nein, wir tanzen da nicht. Ariane, wir tanzen auf Privatleuten. Ja, ich weiß, du tanzt wirklich privat immer sehr auf solche Tänze. Aber, äh, nein, das meine ich überhaupt gar nicht. Hör mir zu. Es ist ja... Ach, also soll ich jetzt den Leuten den Fuß massieren, wenn wir einen Tanz bekommen, oder was? Nein, du kennst doch Sophie, die Taxifahrerin, ne? Und, ähm, die arbeitet ja, so wie ich gehört habe, nämlich, ähm, auch da, ne? Mhm, wohl. Und wenn du die, wenn du die doch auf der Straße triffst, dann ist sie doch voll lieb. Und die kommt ja nicht so zu dir hin und sagt, äh, du geiler, gib mir deinen Penis, oder sowas, ne? Äh, ähm... Ähm, das macht die ja nicht. Ich wüsste, nein. So, und ich kann mir vorstellen, dass die sowas natürlich aber, also nicht, gib mir deinen Penis, aber im Unicorn bestimmt ganz anders redet. So ein bisschen, so ein bisschen wie Schauspielerei. Okay, und, ähm, wenn wir jetzt da jobtechnisch hingehen, wird die bestimmt auch so mit uns reden, wie als wenn wir die einfach ganz normal auf der Straße treffen würden. Denn wir haben jetzt eine Kooperation mit dem Unicorn, äh, dass wir zweimal im Monat hingehen und deren Frisuren machen, und zwar sehr fest, und wir kriegen auch im Monat ein festes, ähm, also festes Geld dafür, äh, und wir dürfen uns da auch ganz normal frei bewegen. Wir dürfen sogar kostenlos Stepdance haben, so wie ich das verstanden habe. Nein. Da sind wir beide nicht so, ja, das würd ich ja auch nicht machen. Aber es wär auf professioneller Ebene, und die sind bestimmt voll lieb. Also du musst natürlich nicht mitgehen, aber... Stimmt, stimm tanzen dich den so an, während du arbeitest, und dann spürst du auf einmal zwei Nippel auf deinen Rücken, und du fragst dich, was ist denn jetzt hier los? Nein, du wirst doch... Und ich will doch nur arbeiten. Das, das... Und dann passen den dich noch an, an deinen Nacken an, und geben dich so einen Knutschlecken an Halsen, so erotischen Zeugs... Nein, nein, David, so süß bist du jetzt auch wieder nicht. So, jetzt hör mir mal zu. Nicht ich, aber vielleicht bei dich? Ne, bei mir auch nicht. Jetzt hör mir zu. Vielleicht bei anderen, weiß ich doch nicht wie den Ticken. Es gibt noch eine Sache, die ist ein bisschen... Die kann unangenehm werden. Oh nein. Wenn man da ein bisschen weiterdenkt. Warte, ich part mal hier. Nein. Ach so. Also, wenn wir dann da sind, und da ist ein Herr, wir sind dann irgendwie zwei Stunden vor Ort, oder drei Stunden, weiß nicht, und da ist jetzt ein Herr, der sagt, boah, ey, voll geil, ich hätte jetzt gerne einen Laptance von einer, die so aussieht wie Pocahontas. Und dann müssen wir die Stripperin nämlich so umstylen, damit die auf dieses Bild passt und den Mann dann rallig machen kann, weißt du? Ja, aber wir können doch nicht den, wie heißt den, scheißen, wie heißt den nochmal, wir können doch nicht den, äh, den, 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 äh, warten, warten, gib mir drei Sekunden. Ja, ja, alles gut. Genau, wir können doch nicht den menschlichen Rassen ändern. Nein, das, ja, okay, okay, das war ein blödes Beispiel. Äh, da, ich möchte, ich stand schon immer voll hart auf Barbie. Was? Wenn, wenn jemand das sagt, ich wollte schon immer die Barbie, äh, Du stehst auf Barbara. Nein. Boah, ich hasse dich so sehr, Darwin, weißt du das? Ich hasse dich, weil ich halt so schön... Hey, die Zone, wieso hast du mich jetzt, weil ich Sachen ausspreche, den du gesagt hast? Okay, warte, lass mich ein anderes Beispiel nehmen. Boah, ich fand schon immer Ronald McDonald voll, Ronald McDonald voll toll. Der ist von Burgershot. Woher? Ja. Und dann müssten wir die Stripperin halt so umstylen. Wie ein Clown, der macht doch keinen Unicorn. Ja, aber vielleicht gibt es ja so kranke Schweine, die das mögen. So richtig kranke Bastarde. Äh, und dann müssen wir den umstylen, okayen. Genau. Und danach, ja, das, äh, also ich, als Praktikant musst du sowieso nicht irgendwie jetzt da, aber, äh, wie, also die Firma macht das auf jeden Fall. Ähm, ist ja die Frage, ob du dabei sein willst, dann an einem Freitag irgendwann. Ich sag mal so, wenn du dabei bist, bin ich auch dabei, weil allein geh ich da nicht rein. Ja, alleine will ich da nämlich auch nicht rein, deswegen fang ich dich ja. Okay, gut, dann machen wir ein Dreamteam-Sachen daraus. Ja, und Gerhard wird auch da sein, aber, äh, Gerhard wird da wieder so. Aber, äh, Gerhard lässt sich doch auch antanzen. Ja, ich weiß, deswegen will ich ja nicht alleine da mit ihm hin. Und Max wird da aussitzen so, ah, lecker. Ja, und Barbara auch, yam, 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 und so weißt du, damit ich dich ganz alleine da. Der Name ist rechne ich unter Kontrollen, das ist echt schlimm. Nee, die sind hier einfach alle ausgelaufen, als wir da waren. Das ist echt schlimm. Ich würde es auf eine sehr professionelle Ebene halt, weißt du, so würde ich es gerne haben wollen. Boah, ich auch. Und die sind bestimmt alle ganz lieb und nett. Ja. Die Stimmen sind lieb und nett, die wurden von Satan erzogen. David, bist du jetzt gläubig? Nein. Ja, warum warst du denn heute in der Kirche? Ja, ich hab gelesen, den soll oben bauen. Diesen Block da. Es waren immer mehr Sachen dazu. Wo kommt, wo, was für ein Block ist das immer? Du musst ein bisschen aufpassen, da steht bestimmt ganz viel Schabernack drin. Nein, nein, nein. Wir haben gesagt, in Kirchen gehen ist in, in ein Trend mäßig. Ach so. Und dann weißt du, musst du so dein Telefon nehmen, zum Beispiel. Dann mach ich den jetzt so. Und dann filmt den durch, weh? Ja. Und dann musst du halt so einen Tanz machen. Und so einen Tanz? Genau. Okay. Genau, und dann, genau, und dann so. Mach ich den jetzt aus. Dann schneide ich den zusammen. Du musst den Musik dahinter legen. Und dann bist du fertig. Dann kannst du den auf, äh, weltweit posten. Äh, weißt du, das ist mit der Kirche zu tun, ich komm nicht weg. Bei allen möglichen. Halt in den Kirchen tanzen und so. Ach so. Das ist wie ich mein. Ach so, ein Block, so ein Blickblock oder was. Ich hab, ich hab, ich will meinen eigenen Block schreiben, Ariane. Ja. Mit allen, denen ich so weiß und erfahren habe. Aber mach das doch. Und dann kann ich den Leuten richtig viel beibringen. Wie zum Beispiel, dass Kaninchenkacke aussieht wie Cornflakes. Und vielleicht schmeckt den auch so, wenn man will. David, hör zu. Why? Der Wikiscout hat immer noch ein Büro in diesem Haus, wo auch unser Anwalt ist. Und Barbara war ja mit Fuchs zusammen. Und der Fuchs ist ja irgendwie vermisst. Fuchs ist tot. Das heißt, Barbara wird den erben und dann kann nämlich den schenken. Ja, das Problem ist, die waren ja nicht verheiratet. Aber vielleicht kann man da irgendwie was deichseln. Man kann doch fälschen, den Heiratsanträgen, äh, Papieren und so. Und dann würde sie das wohnen, dann könntest du aus dem Wikiscout deinen Block machen. Mhm. Vielleicht könntest du ja beantragen, irgendwie auf legalem Weg dann zur Not, ob du den irgendwie übernehmen kannst. Boah, ja, den wär auch gar nicht mal, äh, so schlecht, tatsächlich. Ja, oder? Mach ich mich groß, dann werde ich wirklich noch ein Celebrity-Team. Dann ist mein Ziel, ein Celebrity-Team in Los Angeles werden. Echt? Aber du hast doch dann gar keine Freiheiten mehr. Doch. Ich hab ja dann Leuten, die für mich arbeiten. Dann hab ich ja noch mehr Freizeit. Ja, du denkst, das ist ja leicht. Okay. Ja, aber klar. Was denn sonst? Ich lass ja auch Barbara meinen Bewerbungen für den PD schreiben. Was ist so? Ja, jetzt hab ich was tun. Also, wo bin ich denn hier? Wo sind denn 21. Jahrhundert? Hab ich irgendwas selbst machen? Was ist das denn? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Können wir überhaupt rein? Bisschen auf? Ich versuch's einfach mal. Warte auf. Ähm, Entschuldigung, kamst du hier auf? Hallo, Ariane. Oh. Hey, salut. Hi. Hallo. Wie arbeitest du hier? Ich bin praktisch. Ach so, ja, ich wollte jetzt hier nicht so groß stören. Hi, hallo. Äh, wir haben, du bist Praktikant. Okay, guck mal, wir haben so Gutscheine, die wollten David und ich jetzt einlösen für ein Mundschuss. Ich weiß nicht, was das ist. Für eine Mundschuss, das ist ein Motorrad. Oh. Ein All-Outdoor-Motor, also so mit Offroad. Wow. Ja, die unsere Gutscheine würden wir wirklich gerne einlösen. Ja, ich hol euch die zuständigen. Ja. Fahrn-Motorräder. Wir müssen uns passend kleiden, Ariane. Oh, das ist ein Moment. So richtig mit Leder-Sachen und so. Hallo. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, wir haben hier so Gutscheine für einmal manches. Okay, dann bin ich raus. Was machen die Mitarbeiter? Alles klar. So, jetzt nochmal. Gut, ich fahr dann jetzt erstmal zum Mitglied. Ich lasse auch anderen für sich arbeiten. Komm her. Komm zu euch, doch. Kein Problem, kein Stress. Das ist ein guter Prof. Hallöchen. Hallöchen. Du auch. Wie kann ich Ihnen helfen? Also, wir haben zwei Gutscheine. Jeweils ein für einmal manches Fahren. Wollt. Mhm. Wir wollten den einlösen. Jetzt direkt? Ja. Woher? Okay, ähm, weil normal, ähm, müssten sie halt vorher einen Termin ausmachen. Ich weiß nicht, ob die manches heute noch verfügbar sind. Oh, ach so. Ich will den Herrn auch auf Mehlwürmer untersuchen. Äh, was? Ah. Matilda, du bist ja nämlich immer Mehlwürmer gibt. Hör auf. Nein, du bist ja nicht. Nein, noch auf. Ich hab mir einen Mehlwürmer. Hör bei einem Mehlwürmer. Du hast einen Mehlwürmer. Weißt du? Wenn du ein Mann wärst, dann hättest du einen Mehlwürmer da unten. Ganz ehrlich. Aber I, David ist ja widerlich. Einen Moment, ich klasse das ab. Okay. Du bist ein Mehlwürmer. David, hattest du nicht mal Motorrad? Ich bin von Isabel immer noch. Ach so. Ich vergesse den noch. Ich weiß nicht, ich vergesse das gerade andauernd. Du fragst ihn so in einen zweimonatigen Takt. Hattest du nicht mal ein Motorrad, David? Den ist von Isabel. Ach so, ach so. Ich hätte es mir niemals merken können. Ich stelle dich schon mal drauf ein. Oh Mann. Kate, ich wäre jetzt bereit. Mentor. Ich will ja nicht den Mentor sein. Was hast du gesagt? Ich bin bereit. Salud. Ich salutiere. Bitte nicht. Na ist Salud. Gut. Dann muss ich jetzt erstmal dran denken, mich einzustempeln. Für die letzten zwei Stunden habe ich das nicht getan. Und muss ich das auch machen? Ja. Ich zeig dir die Einstempelmaschine. Einstappeln. Genau. Viel Spaß euch. Danke. Das ist mir gerade aufgefallen. Du trägst schon wieder deinen Analplugs bei dir. Also erstmal meinst du Analkette. Und zweitens ist das eine Perlenkette, David. Die ist schneeweiß. Wie kann ich die denn? Da ist gar kein Ahren dran. Ich bin mein Mitglied. Bis später. Bis dann. Weil kann man doch sauber machen, oder nicht? Ja, aber ich will mir doch niemals eine Kette in den Popo stecken. Das fühlt sich doch bestimmt an, als wenn man voll weiße nicht ist. Weiß ich doch nicht, Ariane. Der Zuhörer macht sowas, Mann. Bestimmt. Irgendwelchen Leuten da draußen, oder nicht? Also ich habe viel Spielzeug in meiner Schublade, aber sowas tatsächlich nicht. Aber ich meine, damit du halt immer auf Einsatz bereit bist. Also 24-7. Deswegen trägt man den weiß ich. Ich stelle mir das tatsächlich gerade sehr, sehr ekelhaft vor. So richtig ekelhaft. Okay, also ich muss die Leute enttäuschen. Die sind noch bis 23 Uhr vermietet. Oh, schaden. Schaden. Wollen wir dann einen Termin vielleicht ausmachen, Ariane? Ja, dann müssten wir aber den nächsten... Oh mein Gott, wir haben heute Sonntag? Termin? Warte Sekunde. Ne. Warte, 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 warte. Mir fällt gerade was ein. Nur ganz kurz, nur ganz kurz. Ja, kein Stress. Oh, ich habe jetzt gleich einen Termin. Gut, ja, das ist ja das... Ja, das... Träft sich gut. Ja. Ich glaube, nächsten Sonntag wäre ganz cool, oder? Warte, warte, können wir machen. Ja. Okay. Wie viel Uhr? Das ist egal. Ja, 21 bis 22 Uhr so. 21 bis 22 Uhr? Ich glaube, wir haben für zwei Stunden tatsächlich... Warte, zwei Stunden. Also 21 bis 23 Uhr? Warte, hätte ich gesagt, oder? Ja. Ja, doch, das ist gut. Warte, warte, warte. Und beide manches? Genau. Genau, genau. Okay. Wie ist der Name? Ähm, einmal Ariane Barnes. Ich schreibe mir schon mal den Termin auf. Und meine ist David Leroy. Okay. So, das wäre im Moment von... Ich mache mal sicher jetzt aber 20 Uhr, damit ich auch vorher wieder sage, oh mein Gott, ich habe einen Termin. So. Okay. Gut, perfekt, habe ich notiert. Okay, danke schön. Gerne, schönen Abend noch. Auch so. Dankeschön. Im Sohn, bis in Don. Mensch, sind wir unfreundlich hier. David, kennst du Oma? Oma wen? Oma Edith? Bei Kloch, kann ich den. So, ja, mit ihr wollte ich... Habt mich immer schon mal gesehen. Ich weiß, vielleicht kann ich erfahren, ob ich dich mitnehmen kann. Aber vielleicht ist sie auch gar nicht da. Ich ruf sie mal ganz kurz an, ja? Oh, mach den, mach den. Okay. Und ich muss pipi. Dann ruf Barbara an. Dann kannst du mir den geben. Lass du den Pipi geben? Boah, den will den ja immer auch trinken. Ich muss die eh anrufen einmal. Das... Oh, warte mal. Okay. Ich ruf mal Max an. Vielleicht können sie dann Barbara Bescheid sagen. Weil ich muss mit Barbara unbedingt noch mal was absprechen. Wegen den Pipi? Nein, nicht wegen dem Pipi. Achso. Ein Rezept, das wir mal nachkochen wollten. Ein Rezept? Ja. Oh, was wollen? Was wollt ihr kochen? Salat. Aber du hast Kochen gesagt. Ja, aber man sagt ja trotzdem kochen, oder? Achso. Okay, das war ein Salat. Guck mal, im Salat kann man zum Beispiel auch so gebratene oder gekochte Pizza reintun. Ui, lecker. Ja. Weißt du, was am leckersten ist? Was denn? Ein knackiger Salat mit Tomatengurken und allem drum und dran, ne? Dann Hähnchen drauf, auch so gebraten. Dann Mangostücke und Weinostücke. Und dann Honig-Senf-Dressing. Ui. Da lebe ich für. Ich will hungere. Lass den bitten. Ja, okay. Achso, willst du was? Oh, ich hab ja gar nichts da. Hast recht, du verhungerst gar nichts. Ja, echt? Dann... Okay, David, kann ich hier irgendwo mal um die Ecke auf Turnette, weißt du, ob hier... Ich glaub, da vorne im Busch, wird man da was sehen? Halschen? Den da vorne. Schauen. Ja, doch, ich glaub... Was ist das hier für ein Gebäude? Den hier? Ja. Weiß ich nicht. Sagen da hin. Stimmt, äh... Weiß nicht. Ach, warte, da ist glaub ich ein Busch, da kann ich rein. Sekunde. Ui. Ich beeil mich, David, ja? Warte, mach den, mach den. Ich mach mal nicht die, äh... Ich mach mal eine ganz normale Sitzanimation. Sag Bescheid, wenn du Toilettentücher brauchst, ich hab äh... Taschentuch dabei. Okay. So, Sekunde. Oder wenn du einen Hahn zum Halten brauchst. Aber ich schau den auch nicht hin. Also ich, äh... Schau den einfach weg. Und... Genau, halt, damit du den einfach machen kannst. Verstehst du? Genau. Ich hab auch mal in meinem Blog gelesen, dass wenn du Probleme hast Pippin zu machen, es gibt so was wie ein Pippin-Tanz. Dann nimmst du deinen Beinen, machst ihn so auf den Positionen. Okay. Und dann nimmst du den Armen. Und du wackelst überall hin. Sohn. Sohn. Weil du musst auch schön auf den Boden stampfen, damit den Pippin von oben nach unten wieder rauskommt. Verstehst du? Und wenn ihn soweit ist, dann machst du deinen Bein noch breiter und dann bewegst du dich hin und her. Und dann vielleicht klappt den... Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Habe ich auch noch in einem Blog gelesen. Na ja. Ja. Ich bin noch zu viel. Oha, was ist denn für ein Vogel? Hui. So. Schön hier. Ja, oder? Ja. Lass uns mal zum Springboden gehen. Und? Hast du gut Pippin gemacht? Ja, ich hab gut Pippin gemacht. Okay, okay. Wieso sollte ich mal Pippi Barbara geben? Hat sie das echt gesagt? Wait, den hat doch... Schau mal, den hat der mal gesagt. Wenn man überleben muss, dann trinkt man schon mal gern Pippi. Ja, aber sie hat doch Glück, es nicht zu Hause. Aber dann, sag den, den war ich als Kind. Als Kind hab ich mal Pippi getrunken, aber als Kind musst du doch nicht irgendwo überleben. Ja, das stimmt, da hast du dich. Vor allem nicht in New York oder wo auch immer den herkommt. Sind nicht alle reich, die da wohnen in New York? Na ja, doch, doch. In allen kleinen... reichen... ...wittchen. Ach, Davide. Schade, ich hätte das echt gerne mit dir gemacht. Ich wusste nicht, dass das Motorrad fahren ist. Weißt du, weißt du, was das Motorrad ist? Äh, nein, gar nicht. Äh, äh, ist aber auch komisch. Scheiße. Wieso muss man einen Termin machen, was das denn? Tja, anscheinend haben die vielleicht nur zwei oder so. Oder wie, guck mal, die bauen hier auch das, äh... Ist das das andere MD, das mal kurzzeitig offen hatte? What, glaub schon. Ah, das bauen die auch um, okay. Mount Sonnen. Ah. Wie heißt den? What Medical Center steht da. Müssen den sein eigentlich? Oder? Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt hier mal gucke auf meinem Navi, warte. Äh, auf meinem Navi-Handy, also Maps. Äh, hinter uns ist die City Hall. Ein Einkaufs-Mall, oder was? Ah, da ist mal reingehen. Ah. Da bin ich richtig, da bin ich ja richtig drauf gerade. Mann, ich auch. Und ist bestimmt cool da drin. Ja, bestimmt. Äh. Alles okay? Ja, alles okay. Äh. Nein, Ariane. Ich musste gerade an deinen Film gucken, den ich gesehen habe. Another, another episode of Ariane and Seas. Nein. Ich hab mal so einen Film gesehen. Das ist so eine Superkraft, weißt du, die ich mir auch wünschen würde. Die heißt Teleportation. Wie? Ja. Den? Und hast du diesen Typen so gesehen, wie er sich einfach so rumteleportiert hat? Das würde ich gerne können. Ah, der war bestimmt cool. Voll cool. Das sieht... Ja, das sieht nicht so aus. Nee, das ist glaube ich jetzt nicht so aus. Ach, ich bin am Zun. Scheiße. Ich bin verwirrt. Okay. Scheiße, was jetzt? Ja, hier sehe ich das blau aus. Ich will in den Einkaufsmarkt gehen. Weißt du, wie ich meine, das ist bestimmt cool so. Oh mein Gott, da habe ich auch richtig Bock drauf. Mann. Wir hatten mal eine kleine in Kentucky, aber irgendwann ist das Dach eingestürzt. Das war nur mit Stroh. Marianen? Ja. Ja. Ich bin hier. Hä? Ich bin verwirrt. Ich auch. Warte mal. Ich bin jetzt gerade mega verwirrt. Okay. Hallo, alles gut. Guck mal, David, hier bin ich. Äh, woher? Ja, ich gehe gerade Richtung Springboden. Find mich mal. Tschüss, Tio. Ja, du bist ja... Was hast du denn für Drogen genommen, David? Ja, wieso läufst du weg? Mach ich nicht! Gut, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz in den Busch. Ich habe vergessen, dass ich noch pupsen muss. Äh, okay. Ich weiß nicht, an wem es gerade liegt. Ich starte mal kurz neu. Einfach nur zur Sicherheit, damit ich es einmal gemacht habe. Nee, wir hatten das, glaube ich, gerade auch schon mal irgendwo. Also kann das gerne sein? Ey, in der Zeit will ich kurz was zu trinken hoch. Ja, das kommt, das mache ich noch. Dann sitze ich hier auch ganz fest. Kündchen. Ja, ich gehe mal kurz. Und dann geht's komplett auf die Seite. Dann geht's mal kurz. Ja, ich gehe mal kurz. Ja, ich gehe mal kurz. Ich gehe mal kurz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist eh komplett durcheinander. Deswegen. Geil. Cockwein. So doof. So. So. Phenomatica. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für den Prime Sub. Dankeschön. Dankeschön. So. So. Hier weg. Töp-Töp-Töp-Töp. Und, hast du dich ausgepupst? Ja, jetzt habe ich mich ausgepupst. Jetzt muss ich nicht mehr... Ja, schön, sehr schön. Dann wird mein Schuss sehr gemütlich. Ich habe stabilen Beinen, sagt man. So, was machst du denn? Oh, weißt du, das ist eine echt gute Idee. Was denn? Also mal gemütlich eine zu rauchen. Einfach mal in frischen Luft genießen mit einem Hauch Zigaretten. Ja. Sag mal. Oh nein, was jetzt? Wie gut kennst du eigentlich den Norden? Äh, eigentlich ganz gut. Echt? Ich habe das schon öfters. Da gibt es so verschiedene Pire, sind voll schön und so. Und dann gibt es den Sandy Shores und den Alamosi, da ist so ein Weg rundherum, den weiß ich auch. In den Nieren ist halt diesen Wald da. Und darunter geht dann auch so ein Fluss Richtung Palito und da ist auch so ein Deiner auch neben dem Esdi. Genau. Neben dem Esdi? Waren wir echt? Oh nein, warte. Ist noch neben dem Esdi? Ich weiß nicht. Aber das auf jeden Fall ein Deiner. Ach so. Nee, das Deiner hat ja aufgemacht. Also das neben dem Esdi hat er jetzt aufgemacht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das war. Aber das ist echt cool, da mit Milchshakes, Burgern und die ganze Location ist sehr cool. Aber wir können ja mal da hingehen, wenn du willst, jetzt. Boah, da muss ich jetzt in den Norden fahren. Wie weit können wir machen? Ich kann auch fahren, so ist nichts. Nee, ach, ich würde nochmal gerne bei dir, die es gebraucht waren, denkst du, in Little Soul einmal vorbeischauen. Mhm, ja, können wir auch machen. Manchmal habe ich die Hoffnung, dass da irgendwas, irgendwas Tolles steht, was ich mir leisten kann. Ähm, David, sag mal, ähm, die, äh, April, hat die jetzt von Carsten die ganzen Sachen bekommen, weißt du das? Die wollte ruhig ein Auto verkaufen. Ja, den Wohnungen. Die Wohnung. Schon mal bekommen, ne? Oh, geil. Und die Autos? Äh, da weiß ich noch nicht genau. Aber wahrscheinlich auch schon. Doch, doch. Ich rufe die Markkurs an, ich fahr mal. Ja, mach den. Aber die wird wahrscheinlich, die wird es halt für mehr loswerden können, aber ich fahr trotzdem. Aber die wollte es mir schenken, aber ich das dann nie. Welchen Auto? Äh, Cabrio. Ja. Was, Co? Äh, April? Ja. Hi, alles in Ordnung? Äh, ja. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin mit Collins auf dem Friedhof. Wir schlafen heute hier. Okay, dann, äh, komm, ich rufe dich dann später nochmal an, ja? Äh, um was geht's denn? Nee, wirklich Lappalie. Ich rufe dich später nochmal an, dann irgendwie die Tage, ja? Okay, bis dann. Okay, bis dann. Bis. Oh, Mist. Mhm. Äh, sie ist noch mit Isabelle auf dem Friedhof. Und hat sich sehr traurig angehört, deswegen hab ich es jetzt mal gelassen. Oh, ja. Aber wir können schauen gehen bei den Dillys, ja. Ja, können wir machen. Ja. Ich kann den Stratum nicht mehr sehen, irgendwie, aber ich weiß auch nicht. Ja, glaube ich, ja. Ich weiß aber auch nicht, welches Auto mit vier Sitzen so in meiner Preisklasse sich auch so schön fahren lässt wie der Stratum, weißt du? Hm, vielleicht den von Isabelle, diesen Familienwagen da. Familienwagen? Hört sich aber auch nicht so toll an. Kennst du, kennst du den grünen da von Isabelle? Nee. Ist halt fast so wie so ein, wie heißt es, Ranger, noch in familiärisch. Weißt du, wo der steht, dass wir ihr Auto angucken können? Wilden ist in der Nähe von PD. Achso, ja, dann kannst du mir das mal kurz zeigen. Wilden, wilden, wilden. So sollten da eingebracht sein. Ich weiß nicht, ich hab den gekauft, weil, ähm, damit wir allen da reinpassen, wahrscheinlich. Ah. Und wie teuer ist der so um den Dreh rum, weißt du das? Zehntausend. Vielleicht. Oh, okay. Warte mal, ist das mein Auto? Nein. Das ist in Washington. Wo ist das mein Auto? Auf den anderen Seiten. Ja. Oh, ja, der Strat, weil das ist mir einer. Immer voll inkognito. Sieht modern aus. Ja. Sehr modern. Also, vielleicht für vor zweieinhalb Jahren. Modern. Toll, dankeschön. Okay, ähm, Dylis, warte mal. Hast du auch. Nichts. Dylis weiß ich auch noch ungefähr. Ich guck mal grad hier aufs Navi. Ich müsste hier sein. Schau mal. Habe ich richtig? Ne? Nein, anderen Seiten. Ja, ja, aber das Gebäude ist, glaube ich, ach so. wöh, wöh. Vielleicht sehe ich es ja eh jetzt, wenn wir da hinfahren. Also eigentlich nur den Straßen runter am Session. Okay, perfekt. Wieso willst du was in den Norden machen? Oder wieso fragst du, ob ich den eigentlich kann? Ne, wir sind ja in Palit... Ne, ich hasse Wandern. Achso. Weil ich es schon so oft gemacht habe, weißt du? Das ist so, du läufst und redest und redest. Mit den richtigen Leuten macht es Spaß, aber an sich ist immer so... Wandern. Ich weiß, was du meinst. Das ist so... Unkreativ, weißt du? Mhm. Aber wie gesagt, mit den richtigen Leuten macht es bestimmt Spaß, wenn man dann sagt, Hey, und wir zelten hier und wir spielen dann das und das oben in den Bergen. Stimmt, stimmt, stimmt. Guck mal, jetzt bin ich doch hier veratscht, ich doofe. Scheiße. Einmal rum, oder? Wenden. Wenden? Okay. Weißt du was, ich wende hier. Oh, der hat es aber eilig. Nein, die sind scheiß Leute mit den reichen Autos, denen wir damit angegeben wollen. Die haben gar keine Persönlichkeit, diesen Leuten. Nur Geld und Autos. Aber das eine Auto, was du von Apple hattest, sah wirklich so schön aus. Ich weiß. Das hätt mir auch gefallen. Jetzt Link. Müsste ein Geschirr sein. Ich würd jetzt aber... Ja, ja, das ist hier links neben uns. Ich guck mal, wo ich parke gerade. Dann komm, ich parke hier. Aber das steht doch gar kein Auto. Pass doch rein. Wird's echt? Dann lass mal um die Ecke gucken. Was ist das denn? Wohin? David, ich muss dich noch was fragen. Was ganz furchtbares. Oh nein, wen soll ich verprügeln? Zwei Fragen hab ich. Weißt du... Ich hab doch schon gar nicht... Weißt du, wie viel die billigsten Wohnungen oder Häuser, die man kaufen kann hier in der Santos kosten? Kaufen oder mieten? Kaufen. Da hab ich keinen Plan. Schreck dich mal. Okay. Okay, das sieht aber voll schön aus hier. Weißt du nicht? Eigentlich schon. Ja, mit den... Warte. Boah. Die Oma hab ich ja angerufen. Wir drücken in die Vergangenheit. Das sieht voll geil aus, das Auto. Den Farben auch so hält. Ja, die Farben ist richtig geil. Strahlt so. Richtig gut. Und Viersitzer auch noch. Guck mal, David, wie gut sich das machen würde. Ist ein Viersitzer? Oh ja, klar. Der ist bestimmt voll günstig. Boah. Ey, das ist echt cool, Ariane. Ja. Dann... Du das grad mit dem Outfit. Ja, irgendwie schon. Warte, wir haben da vorne... Ah, da vorne sind noch welche. Es gibt... Ich mein, gerade so ein Gebrauchtwagenhandel müsste doch eigentlich hier... Die müssten doch hier voll stehen mit Autos, so groß wie das Santos ist. Dann gleich schon. Ich hab schon noch immer so viel im Auto. Und ich weiß jetzt nicht, wieso... Hm. Der hier sieht auch ganz... Ja... Ist das so ein Viersitzer? Ne, ist kein Viersitzer. Nein, nein, nein. Oder? Was? Nein, 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 nein. Der hier auch nicht. Sieht auch ganz lustig aus. Oh, der hier gefällt mir. Der ist schön, oder? Der ist auch sehr günstig. Stimmt. Ich trau mich gar nicht... Ich trau mich nie, die anzurufen, weil die... Ich sag dann, wie teuer ist denn hier der Blaue, der hier vorne steht? Dann sagen die irgendwie 27.000. Dann sag ich... Mhm. Ah, ich muss grad noch mal ganz kurz weg. Die Telefonverbindung ist ganz schlecht. Ja, dann musst du halt sagen... Oh, cool, den hast du ja echt gut. Dann, ähm... Dann machst du einen Termin aus und tauchst nie auf. Tch! Der Wicht! Ja, dann muss ich aber einen Namen sagen. Warte mal, so weißt du das. Du gibst einfach einen anderen Namen von dir. Ist doch auch egal. Ja, super. Ja, aber Dillys hat doch auch... Haben die schon geöffnet jetzt mit dem... Ich hab da keine Baustelle, glaub ich, gesehen mit dem neuen Gebäude? Ich hab keine Ahnung, wir können mal vorbeischauen vielleicht. Ja, aber... Das Auto ist voll cool. Ich schreib mir jetzt auch, wie das heißt. Ist echt cool. Weil wenn denn da irgendwas steht... Stimmt sitzt jemand drinnen, wir sehen sie nicht, weil die Fenster so abgedunkelt sind. Das wäre natürlich mega gruselig. D-Klasse. D-Klasse? D-E-C-L-A-S-S-E. D-E-C-L-A-S-S-E. Ich schaff mir mal einen auf. D-Klasse. Okay. Na gut. Das ist echt cool, der Auto. Das gefällt mir wirklich voll gut. Und? Woll, oi, oi. Oh! Okay, Oma ist ... Warte mal. Warte mal, ich frag's dir mal kurz. Woll. Bin Wöhem noch mit David unterwegs... Hab's ... Fast ... Fast gepennt Oder wäre es okay, wenn ich mit Oma gleich alleine rede, weil sie habl... Na klar, kann befassen ... Ist doch kein Stress. So, David, David, kannst du Autos kurz schließen? Äh, hab ich noch nie gemacht, nein, aber stimmt, kann man den lernen. Das sieht so gut aus. Weißt du was, ich ruf die, nee, das kann ich mir eh nicht leisten, ich lass das, das brauch ich gar nicht, ich warte gar nicht anrufen. Nein, nein, ruf an und frag, wie ich will den hier auf den Hof kosten. Ganz einfach, und dann sagst du, okay, danke, ich wünsche noch einen schönen Abend, Punkt. Okay. Haus ist ein Komfortzonen. So, Delis Car Dealership, okay, das müssten die aber sein, 777333. Nicht erreichbar, wunderbar, okay. Guten Service nennt man den. Wirklich ganz toll. Okay. Echt toll, Mensch. Weißt du, kann man denn irgendwo anders noch Gebrauchtwagen irgendwie, irgendwo herbekommen? Es gab mal einen da, wo den Führerschein-Dingsbums ist, aber ich glaub, den ist auch nicht mehr da. Oder war das den alten Delis, ich weiß nicht. Ich hätte irgendwie mal gedacht, dass das der Markt ist, der hier so krass boomen würde, aber wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, wenn einer einmal Scheiße baut mit den Preisen. Mhm, ja, glaub ich auch. Hey, du kennst doch Ray, ne? Klar. Rasen? Ja, du sagst immer Rasen, ich weiß gar nicht warum. Weil den heißt so. Nein, den sieht aus wie den anderen Rasen, den ich kenne, Aziz, seine Ex-Freundin da, Rasen. Ah, okay. Raven heißt ihn eigentlich, aber ich nenne ihn immer Rasen. Kenn ich nicht. Er hat auch so roten Haaren gehabt, wie den PD-Rasen. Ah, okay. Seid ihr auch ähnlich, oder was? Well, deswegen habe ich den beiden Rasen genannt. Ah, okay. Die hat ihren Centi, ihr Cabrio, verkauft für 17.000 an den, wie heißt der denn nochmal? An das PDM. Was meinst du, für wie viel würden die den jetzt weiterverkaufen? Bestimmt für 23 oder so, oder? Ich sag 30. Für 30? Aber der kostet doch nur 28. Wo? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Boah, mich würde das voll interessieren, aber, oh ne. Naja. So, ich fahr mal am PD dann vorbei, weil wir ja eh schon hier in der Nähe sind. Warte, warte. Aber apropos Rasen hast du auch immer so, wenn du betrunken bist oder so. Und diesen einen Mensch, mit dem du dann immer schreibst, aber nur, wenn man betrunken ist oder den anderen Personen betrunken ist und den Dich anschreibt. Aber sonst hat man nichts miteinander zu tun. Ja, irgendwie kenn ich sowas. Den hab ich mit Rasen. Also nicht PD Rasen, sondern den OG Rasen. Achso. Also Asi, sein Ex, genau. Ja, die musst du mir eben mal erkennen. Achso, die sind nicht mehr zusammen? Ah. Nein. Aber auch Isabel hat auch gesagt, ich soll mich nicht mit denen anfreunden. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Ich hab mich nicht gesagt, wieso. Dann ist er, sie ist ja Single. Hier rein, hier rein, hier rein. Hier rein? Weil. Nein, okay, nein. Nein, warte, wir sind hier am PD. Wie, das mach ich hier nicht. Ja, und dann darf fahren einfach Wänden bei den Kreuzungen. Okay. Fuck you, LSP, die... Nein! Was? Was? Hör auf! Fah, was? Egal. Du hast den Finger gebrochen, okay? Okay. So. Naja, die fetten Autos. Ranaus, Ranaus. Genau. Ranaus, Ranaus, Ranaus. Per Sekunde. Ach, Stopp, da braucht kein Mensch. Da bin ich... Hier, rechts. Da den grünen, da. Ah, das ist die rote? Nein, rechts. Warte, 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 Moment. Hm. Wo denn? Schneck auf. Doki. Grün. Den grünen, da den Familienwagen. Also den ist schön, finde ich. Der ist doch wirklich, der ist aber ein richtiger Familienwagen. Also den ist schon, ähm... Okay, David, das ist, als würde ich den Stratum einmal nach oben ziehen und größer machen und höre. Das sieht genauso aus. Stimmt. Stimmt. Oh, ich meine, der ist wirklich schön groß, aber... Nee. Ich glaube, den Farben macht auch einen Riesenunterschied, glaube ich. Gleich ein Schwarz. So wie dein Stratum. Oh, nee, da sehe ich mich ja gar nicht. Der ist ja wirklich hemmend. Stell ich mal daneben. Sehr groß. Passt absolut zu dich. Ach, komm, hör auf, das passt gar nicht zu mir passend. Geile Sportwagen. Absolut gar nicht zu dich, nein. Ich brauche nur noch Geld. Und so mit seiner geilen Lackierung einfach. Ach, übrigens doch genug. Ja, nee, so viel nun auch wieder nicht. Und ich sollte auch mal wieder arbeiten. Wir müssen uns irgendwann mal die Leitstelle nehmen und Citydienst machen. Weil dann lass den heute noch machen, nachdem du mit Oma fertig bist. Ja, vielleicht wäre das ja nicht. Aber Gerald hat ja die Leitstelle. Ja und? Du kannst ja einfach übernommen. Für den RdB, wenn du den übernehmen willst, musst du aber auch Zeit sagen. Entschuldigung. So, Oma wird mir jetzt noch Bescheid sagen, wenn sie Zeit hat. Ich rufe nochmal. Nee, warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Die Leitstelle hat Gerald, ja. Ich wollte ein paar Werbegrafiken vorbereiten, damit Barbara nicht das immer machen muss. Obwohl, irgendwie ist es auch cool, wenn sie es macht, wenn ich ja nicht bin. Ja, das stimmt, das stimmt, weil. Man kann den ja auch so gut. Wir müssen mir jetzt ein Auto besorgen, David. Ich fühl's gerade. Wann gibt's denn die nächste Versteigerung, weißt du? Steht nicht immer Reventure oder so? Kinder bei LPD-Fragen. Boah, ich hab ne Idee, warte mal. Ich hab voll die Idee. Das klappt bestimmt. Warte. Ja, Frau Barnes? Herr Weiß, darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Sie können ja auch einfach direkt die Frage stellen, wie wär's denn damit? Ja, ich dachte, ich frag vorher. Haben Sie vielleicht irgendein Auto, wo jemand brutal ermordet wurde und vier Sitze, den Sie günstig loswerden wollen, irgendwo? Okay, er hat aufgelegt, Arschloch. Gut, einfach mal. Sie legt den auf. Haben wir normalen Fragen. Nee. Ich dachte, vielleicht versuch ich's mal. Die haben mir das Auto hier damals gegeben und ich bin mir ziemlich sicher, dass damit irgendwas passiert ist. Klau, zu. Ja, ich bin mir wirklich fast sicher. Oh, warte, mein Handy. Ja? Entschuldigung, Frau Barnes, da war ein Tunnel. Tatsächlich hab ich ein Auto. Ja? Aber ich weiß nicht, ob das ein Zwei- oder ein Viersitzer ist. Tatsächlich, da hat der Herr Winters und ich letztens eine Alte in den Orbit geknallt. Also, ähm. Ja, ich frag die ganze Zeit, dass eine scheiß Versteigerung ist. Aber irgendwie ist ja keine mehr. Ja, es ist bald. Doch, in den nächsten Tagen tatsächlich. Ja, was ist das denn für ein Auto? Ein Sultan, aber da ist sehr viel Blut drin und Gehirnmasse. Ja, das würde ich reinigen lassen. Die hat ja irgendwo eine Autoreinigung drauf gemacht. Ja, nee, das ist schon eklig. Also, das würde ich niemandem empfehlen, dieses Auto. Kann ich mir das angucken, irgendwie? Die Frau hat das mit 120 Mal... War die denn böse? Ist das ein böser Geistin oder irgendwie sowas? War das eine böse? Was war die? War die denn böse? Ist das ein böser Geistin oder sowas? Ja, ja, die war böse. Okay. Die wurde an den Laternenmasken pfeffert. Oh. Ja, das Auto würde ich sagen... Mit 120 Mal pro Stunde. Da ist natürlich... Da ist nichts mehr übrig. Da ist wirklich nur noch Kopfsalat. Ähm. Ja, ich würde mir das trotzdem gerne angucken, Herr Weis. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mir da irgendwas zeigen können. Ich bin auf der Suche nach einer... Ja, ich kann Ihnen jetzt nichts zeigen. Ich kann Ihnen ja nicht einfach jetzt auf dem Verwahrhof lassen und sagen, suchen Sie sich eins aus. Nein, aber wenn das irgendwie... Ach, Mann, Herr Weis, wie ein neues Auto. Äh. Ich, ähm... Ich, äh... Sie müssen warten, bis die Versteigerung ist, ja? Ja, okay. Sagen Sie... Ach, ich gucke, ich hatte Wentscheid im Auge dann. Nee, schlimm. Ja, äh, Barnes, ich melde mich gleich. Ja. Barnes, ich melde mich gleich. Was ist ein Sultan-Auto? Sultan? Ja. Da ist, äh, Gehirnmasse und alles drin. Äh, was? Ja, und man kriegt das wohl so erstmal nicht sauber. Äh, ich glaube... Puh, guten Fragen. Ich... Ich kenne doch nicht aus mit den Autonen. Ich auch nicht. Hörnusen klingt, ähm, beruhigend. Ja, ne? Appetitlösch auch. Aber guck mal, es gibt halt wieder eine Versteigerung. Da will ich unbedingt dabei sein. Da habe ich voll Bock drauf. Wann ist es denn? Ähm, er hat gesagt, in den nächsten Tagen irgendwann. Aber, naja, äh... Ich weiß nicht, ob man da so viel drauf geben kann. Weil das bestimmt sind Dinge, was sich andauernd verschiebt. So. Grafikagentur. Aha. Aha. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, David, ich habe immer Grafiken gemacht. Ich habe hier gar keinen Bock mehr drauf. Weil wenn man den so aufgemacht, dann... Stellstehen. Kann man den nicht mehr sehen. Ja. Wenn man den gleichen Programmen aufmachen, wir den immer wieder abstürzen. Bei den gleichen Stellen, wenn man nie daraus lernt. Und immer wieder dann rumweint. Und man den nicht macht, um den besser zu machen. So, man weiß, dass den so ist. Oh, ich habe den Schiffen geöffnet. Ähm... Lass da hingehen. Boah, nee, das ist immer so dreckig da drin. David! Ich stehe nach Pipin. Was ist denn vier Gewinn? Guck mal hier, auf Venture. Gewinnzahlen. Siebter, Elfter. Ja. 1377 Dollar. Äh... Was ist das? Ist denn... Glücksspiel? Äh... Oder so ein... Kann sein? Kannst du mal anrufen und fragen, was denn so ist. Entschuldigung, warte mal. DJ Blue? Oh mein Gott! Ich glaube, ich glaube, Serge ist jetzt DJ hier. Oder? Oder ist es jemand, der einfach das gleiche Oberteil und die gleiche Kursur hat? Wo siehst du denn? Auf Venture. Es wurde gepostet von Karma. Weil... Der wollte ja DJ werden. Deswegen weiß ich nicht, ob der alles ist. Oh. So von Seiten... Hinteren Seitenprofil sieht schon ähnlich aus. Ja, irgendwie schon, ne? Ach ja. Wann gehen wir da hin? Äh... David, kannst du mit dem ein bisschen weiter runter scrollen? Well... Japs Casino. Soon. Wo wir gerade bei Glücksspiel sind. Ja. Oh. Da will ich dir leider sagen, ich bin sehr anfällig dafür. Echt? Ich gar nicht. Aber ich lasse mich gar in diesen konsumopferischen Sucht reinziehen. Ey, wie geil wäre das denn? Scheiße, wieso packen wir eigentlich hier? Warte. Ah, macht jetzt... Das wäre ja mega. So einen richtigen Casino. Ey, das wäre so geil. Cool, ich nehme schon jeden Abend da mein ganzes Geld ausgeben und dann irgendwann auf den Straßenlanden. Aber ich bezahle sowieso keine Mieten, deswegen kann ich auch nicht auf den Straßenlanden. Also kann ich doch so viel Geld wie möglich ausgeben, ohne Angst zu haben. Ich habe mein Leben so gut hier. Ah, ja, ja, ja. Guck mal. Max meinte, wenn wir uns so ein Auto hier holen, so wie links, ne, dann können wir zu 6 fahren. Wir dürften uns gar nicht von der Polizei erwischen lassen. Wie? Weil zwei hinten drauf könnten. Wieso nicht erwischen lassen? Ich weiß nicht, ob es das Auto ist, aber es gibt irgendwie ein Auto, da kann man sich wohl gut festhalten hinten auf dem, ähm, auf dem, ähm, ja, da wo eigentlich der Ladeplatz ist. Da können also 6 Personen mitfahren. Das Ding ist doch cool. Ja, irgendwie schon, ne? Man darf doch bestimmt da hinten drauf sitzen, wenn jemand fährt. Dann vielleicht nicht auf den Highway, aber es gibt ja genug, äh, Feld, Feldwegen und so. Ja, das stimmt. Kann man ja machen. Ich wäre eigentlich dafür, dass wir so ein Auto kaufen, dann zusammen dann. Ich wäre auch dafür, weil wir brauchen auf jeden Fall mittlerweile einen Sechssitzer. Nein. Das ist, wie auch sonst. Ja, nicht sogar einen ganzen Partybus vielleicht. Oder einfach einen Limousin und wir uns privat kaufen, wieso nicht? Geht das überhaupt? Den ist ein guten Fragenmensch. Also irgendwie fühle ich das. Ich sehe auch Gerald da schon drin, wie er einfach ganz mit Stripperin einfach durch das Land ist. Aber wenn wir einfach jeden Tag in diesem Scheiß-Limousin auftauchen, wie cool ist den denn? Boah, das wäre mega geil. Den ist dann so wie so ein Clowns-Auto, da kommen so 10.000 Leute raus, weißt du? Und alle so verschieden und so, und dann ist gut. Also wenn du da irgendwo mal was mitkriegst und ein Sechssitzer, den man wirklich kaufen kann? Bleib mal stehen, bleib mal stehen und dann an der Seite. Geh zurück. Genau, bleib mal stehen. Und verschämt halt diesen Leuten, lass einfach mal ihn... Was? Mann ey, es gibt doch genug Milchkotten hier, wieso lässt man den Milchkotten hier liegen? Oh nein. Oh, was ist denn da drin? Okay. Ich hab da den Zigarettenstimmel. Ist offen! Was war denn jetzt los? Äh, da hat jemand einfach seinen Müll dahin gewacht mit so den Plastikflaschen. Oh! Und da ist so ein Zigarettenstimmel drin mit so Wasser und so. Sieht da schickelhaft aus. Wer macht denn so einen Scheiß? Ich weiß es nicht. Wo ist denn denn hier ein Mülltonnen? Warte, äh... Äh, brauchst du eine Mülltonne? Hier ist eine. Warte. Ja, fuck. Ja, ähm... Na, hat die Stimme. Blumen will ich denn machen. Das trifft doch nicht, yo. Dann warten wir dann mal auf Oma. Ist offen! So, ich hatte gerade mal versucht, Gerard anzurufen. Ähm... Sollen wir zum Standpark? Oder musst du irgendwo hin? Ich, nein, ich muss... Ich muss nirgendwo hin. David, du bist ein vielbeschäftigter Mann, oder? Warum bist du nicht so... Wie gesagt, ich lasse anderen für mich arbeiten. So läuft dein Leben, Ariane. Ich bin zu lange hier. Ich konnte mich... Ich hatte lange Zeit, mich was aufzubauen. So ist nicht. Okay, hast du mich schon mal für dich arbeiten lassen? Was denkst du denn? Habe ich das mitbekommen? Nein. David, kannst du mir bitte vorher Bescheid sagen, wenn ich irgendwie für dich arbeite? Nein, also, den kannst du nicht mitbekommen haben, weil den auch nie passiert ist. Das war ein Witz. Aha. Sollst du mit Unicorn fahren, David? Ach ja, ne? Wenn du da hinfährst. Wann, ich will da auch nicht rein, aber ich... Das wird... Aber irgendwie doch, oder was? Nee, also, ich finde die... Mein Gott, wir würden 750 bekommen. Ist doch super. Ach so, lässt du dich eigentlich fest einstellen bei uns jetzt irgendwann? Wenn ich doch, war klar. Soll ich mit Gerard irgendwann reden? Der kann ja seine kleine Prüfung abnehmen. Ich bin auch immer in meinem Praktikum und so. Aber auch klar, wie so mischt. So. Ich will... Mich interessiert immer noch, was das wohl für ein Offroad-Motorrad sein soll. Weißt du, als sie das gesagt hat mit den Motorrädern und so, ne? Dass das irgendwie so ein spezielles Motorrad ist. Weißt du, worauf ich gehofft habe? Was denn? Dass das so ein Motorrad ist, wo jemand als Beifahrer mit an der Seite sitzen kann. Oh. Wie cool wäre das denn? Wie, ähm... Bei Herren Potten? Ja, wie bei Herren Potten. So, Alter. Oh, wie cool das denn sind. Oha. Das wäre voll geil. Eben war immer cool. So, mal schauen. David, warum hast du denn die Tür jetzt auf? Ich hab... Jetzt ist es verschlossen, das Auto. So, was machen wir hier? Ähm... Das ist mal zu den italienischen Dings da. Ich will was zu essen kaufen, kurz. Okay. Hunger. Ja, was sind denn den anderen eigentlich heute? Was ist mit denen? Ich hab keine Ahnung, die sind irgendwie verschollen. Vielleicht... Ich denke, Max macht Schönheitsschlaf und vielleicht macht Barbara das ja jetzt auch. Ach, denen hilft auch nicht mehr bei Barbara. Ich finde sie jetzt eigentlich nicht ganz gut gehalten. Die 80 auf jeden Fall. Sie ist doch nicht 80, oder? Aber doch. Oder 79 oder so, ich weiß nicht mehr. Irgendwie so ein. David, was meinst du? Wie viele Autos gibt es in Los Santos? Wo sich die Halter, die einfach ausreisen, einfach ihre Autos hier lassen, weil der Transport zu teuer ist? Sehr viele. Oh. Warum stehen da so wenig bei dir nicht gebraucht waren, Mann? Ich will dieses blaue Auto jetzt. Ich weiß nicht, aber es gibt doch so einen Verwahrhofen. Ja. Da gibt es auch tausend davon Autos. Der meint ja, der meint ja, der weiß nämlich, als ob ich sie jetzt zum Verwahrlo... Verwahrlos. Als ob ich sie jetzt zum Verwahrhof lasse, damit sie da rumgucken können. Schade. Oh klar, wir steigen einfach über den Zaun, Ariane. Ich muss ja keinen wissen. Nee, das traue ich mir nicht, David. Ich kann das gerade auch nicht. Und Isabel wäre bestimmt voll enttäuscht von dir. Ja, was? Nein, geht so runter. Oder April? Ja. Also wir können auch ein Loch reinmachen mit so einen Zangen. Ja. Und ich meine, wir waren... Oh, was ist los? Ja. Ariane. Ja? Oh nein. Da bin ich... War hier? Da bin ich steh hier. Guck mal, hier bin ich. Weil ich steh nicht. Okay. Das ist ja ganz schön, was ist los? Die sind ja voll versteckt. Ich war noch nie hier. Echt nicht? Nee. Ich bin echt lecker. Warte mal. Okay, ich habe genug Geld bei. Hey, wir können ja uns reinsetzen zum Essen. Hallo. 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 Ja, arbeitet hier jemand von euch oder? Ja, drin tatsächlich. Achso, okay. Dann gehen wir mal rein. Oh, Hosen. Hey, wie schön gemütlich ist das denn hier? Achso, echt noch nie hier? Nein. Doch, du warst schon einmal hier. Nee. Doch, da saßt du ja mit Isabel. Echt? Ich glaube schon, doch. Vielleicht verwechselst du mich nicht mehr. Ich weiß es aber auch nicht. Ich will geile Nudeln haben. Ui. Also zum Essen, zum Essen. Ja, da vorne tatsächlich. Sollen wir uns was holen? Ui. Okay. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, wir wollten einfach nur was denken. Ich bin das erste Mal hier irgendwas leckeres essen. Ja, klar. Irgendwas warmes im Magen haben. Okay. Wollen Sie hier essen oder mitnehmen? Ähm, hier essen wir. Alles klar. Hier auch. Okay, gut. Dann wollen Sie lieber drinnen oder draußen sitzen? Drinnen, oder? Drinnen, weil das ruhig auch. Alles klar. Dann würde ich Ihnen tatsächlich hier unten links die Ecke empfehlen. Ist ja gemütlich dort mit den Sesseln. Ist auch eine relativ liebte Ecke. Die wäre auch gerade frei. Also wenn Sie wollen, können Sie sich da gerne hinsetzen. Oh ja, sehr gerne. Ich würde vielleicht auf Sie zukommen. Ja, gerne. Und dann gleich die Bestellung aufnehmen. Okay. Dann setzen Sie schon mal hin. Danke. Weil Rosenfrauen nicht kommen. Schön. David, weißt du, was voll traurig ist? Was denn? Ich unternehme mit dir mehr Pärchenzeugs, als Larry jemals mit mir unternommen hat. Sag dir nicht. Es ist so. Hör auf, den zu sagen. Ich hab das niemals mit ihm gemacht. Ich fühle mich schlecht, obwohl ich nicht mal was dafür kann. Nee, du musst ihn nicht schlecht fühlen. Das kann man ja auch unter Freuden machen, aber du bist mir gerade nur so aufgefallen. Mach dich mal Gedanken. Boah, finde ich gar nicht. Hast du eigentlich schon, aber auch mal. Ja. Siehst du mal, wie ein richtiger Beziehung funktionieren muss. Ah, du hast recht. Und wir sind nicht mal zusammen, aber wir sind den perfekten Paradenbeispiel dafür. Ja. Siehst du mal, siehst du mal. Ja, genau. Was denn? Nee, ich hab ein bisschen meinen Arm hier ausgeweitet. Ja, auf deinen Schoß hast du nun mal. Nee, ich hab den tatsächlich fast hinter dir. Ach so, okay. Ja. Mach dich den gemütlich dann. Ja, ich mach's mir sehr gemütlich. Ich schaß den allen hier. Ja. So, ich bin mal gespannt, was die hier so haben. Nudeln haben den. Und Lasangen bestimmt. Wusstest du, dass Lasangen von Färben gemacht ist? Ja, das hast du mir schon tausendmal gesagt. Und ich glaub dir immer noch nicht. Wieso glaubst du nicht? Den stand auch auf diesem Blog. Wohin, sag ich, dein Motorrad. Ach ja, ne? Geh dich um. Irgendwann. Das nicht. Sie waren ja beide zum ersten da hier, ne? Genau. Ja. Und da kennen Sie wahrscheinlich noch nicht so gut von unserer Speisekarte aus. Deswegen würde ich Sie da sonst einfach mal durch die Speisekarte durchführen. Ja, sehr gerne. Wollen wir mal anfangen mit der Frage, wie viel Hunger haben Sie denn? Schon einen großen Teller. Ja, ich könnte schon einen sehr großen Teller essen. Okay, gut. Also dann Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise oder nur Vorspeise, Hauptspeise? Ich glaube, ich würde erstmal nur bei einer Hauptspeise bleiben. Mhm. Okay. Weil ich werde bestimmt ab und zu hinkommen. Also wie gesagt, wenn das erste Mal hier ist, echt schön hier. Und Sie daher auch nur eine Hauptspeise oder? Also bei den Hauptspeisen auch. Dann grundsätzlich zum Al-Dente. Wir haben hauptsächlich Nudel-Gerechte. Mhm. Genau. Ich würde einfach mal anfangen mit den Spaghetti. Wir hatten hier Spaghetti al-Dente. Das sind Spaghetti mit Hähnchenfleisch, Paprika und Oliven. Ah, danke. Genau. Spaghetti Napoli, eben Spaghetti mit Tomatensauce und Basilikum. Ich hab so Hunger. Und Spaghetti Bolognese mit Rinderhack, Tomatensauce. Dann halt eben noch Spaghetti Carbonara mit Sahnesauce und Schinken. Das sind unsere Spaghetti-Gerichten. Dann hätten wir noch da Penne al Forno. Das sind Penne-Nudeln mit Rinderhack, Sahnesauce und Käse überbacken. Genau. Dann hätten wir noch da Tortellini a la Panna. Das sind Tortellini mit Pilzenschinken, Sahnesauce und Käse. Dann hätten wir noch die Tagliatelle Salmone. Das sind Tagliatelle-Nudeln mit Lachs und Sahnesauce. Ja. Dann hätten wir noch Macaroni da. Macaroni al-Dente. Das ist ein Macaroni-Auflauf mit Paprika, Schinken und Käse. Und als Spezialität und Aushängeschild, so als Außergewöhnliches, was hier jeder mal probiert haben müsste. Das ist heute unser Hamburger Tortellini. Das ist quasi ein Tortellini-Burger. Also ein Burger mit Tortellini und Käsetomaten und Rinderhack. So wie Salat. Oh, wissen Sie was? Ich glaube, den nehme ich auch. Alles klar. Einmal den Tortellini-Burger. Hört sich ein bisschen pervers, aber auch so lecker an. Hört sich mal. Genau. Sie der Herr? Habt ihr auch Spaghetti Aglioliolen? Nein, haben wir leider nicht. Ah, schade. Dann nehme ich, was war nochmal, den letzten Penner-Nudeln. Genau, das waren die Penner-Alphorno, die haben wir hier. Penner-Nudeln. Okay, dann nehme ich ein Spaghetti-Norpolis. Alles klar. Gut, was zu trinken dazu? Haben Sie vielleicht einen schönen Rotwein? Ja, wir hätten Pinot hier. Ja, den dann gerne. Okay. Habt ihr Wodka oder so? Das ist der Wiese. Wodka, glaube ich nicht. Nein, Wodka hatten wir nicht da. Wir hatten Whisky hier. Und Absinth. Absinth haben wir auch nicht hier. Wich. Dann nehme ich einen Whisky. Whisky. Woi. Und ein Wassach. Und ein Wassach. Genau, muss man ja ausgleichen. Aber. Natürlich. Gut, dann würde ich Ihnen gleich einmal die Getränke vorbeibringen. Und dann im Anschluss die Hauptspeisen. Dankeschön. Lecker. Danke. Bis gleich. Donut. Ich muss nur, ich, Entschuldigung. Ach, David. Was für ein romantischer Abend mit dir. Wow. Oh, warten, warten, warten. Ich komme sofort wieder, okay? Okay. Aber ich habe mit David wirklich mehr romantische Momente als mit Skinner einfach. Äh, also bei Armin, die... Welchen Damen, das sind Pidi? Ja. Alles gut, ich bin gerade eh mit David. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe mit mir, dass ich mir die Toiletten sind. Nein, das ist keine... Also, nee. Okay, danke. Und sagen Sie, denn es ist eine Überraschung, okay? Ich habe mit mir, dass ich mir die Toiletten sind. Ähm, ähm, so, nee. Ich kann die, ich kann mich damit einfach selbst verteidigen. Ich kann die Ketten nehmen und jemanden damit vielleicht erdrosseln. Erwürgen. Boah, stell dir mal vor. Den war echt brutal. Ja. Willst du den mal ausprobieren? Also, so einen Puppen... Nee, nicht wirklich. Okay, aber du musst ja irgendwann verteidigen können, sage ich mal so. Da wären so an deinen Puppenüben gar nicht mal so schlecht. Ich weiß... Weißt du, wie viel Arschlöscheres da draußen gibt? Ja, völlig bestimmt. Weil, wenn du dich nicht verteidigen kannst, sitzt du irgendwann so auf irgendeinen Stuhl und machst du... Boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Weil, glaube ich, dich. David, sag mal, gibt es vielleicht Orte, von denen man sich besser fernhalten sollte? Nun ja, ähm, lass mich überlegen. Ähm... Ähm... Also, ich sag mal so, Southside kannst du komplett vergessen. Ich wollte einmal mit Isabel... Komplett? Wir wollten doch einmal Chicken essen gehen in diesem Laden. Oh, warte Sekunde, Fabi. Ich gehe ganz kurz ans Telefon. Warte, warte, mach. Hallo. 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 Ähm, Oma, ich bin gerade noch essen. Wir warten gerade noch, bis das Essen kommt. Ich bräuchte noch so vielleicht so 20 Minuten. Okay, ähm... Dann würde ich kurz nach... Oh, und was? ...vernehmlich wissen, was um Geschäftliches zu machen. Dann sag mal einfach eine halbe Stunde... Okay, alles klar. Warte, hier kommen gerade Kerzen. Ja, ich gehe nochmal schnell an. Oh, nein. Einer... Einmal da drüben. ...und die andere. Okay, Oma, hier willst du gerade romantisch. Bitte schön. In einer halben Stunde dann, ja? Ja, danke. Alles klar. Entschuldigung, bis gleich. Alles klar, bis jetzt Wasser. Danke. Womit haben wir denn jetzt diesen schönen Gesten verdient? Oh, das ist aber schön. Bitte sehr. Kein Problem. Oh, danke für den Wein. Guten Service, ja, danke Ihnen. Wir auch. Genießen Sie schon mal Ihre Getränke. Und ich bin dann gleich mit den Hauptspeisen da. Okay, danke schön. Danke, danke. Bitte sehr. Willst du dich vielleicht nochmal bemüttlicher hinsetzen, Ariane? Ja, natürlich, David, natürlich. Ey, denen bringt es einfach Kerzen. Was sagst du denn? Das ist ja... Wie schön ist den denn mit einem leckeren Wein und Whisky und einem schönen Essen? Oh mein Gott, sind wir... Nicht so eine schöne Aussicht, aber... Oh ja, die Aussicht ist echt ärmer. Sehen wir vielleicht aus wie ein Paar, David? Oha, hattest du sowas schon mal mit Larry? Nein. Ui. Ich habe noch nie Kerzen in jemanden hingestellt und Essen haben wir eigentlich immer nur unterwegs, wenn wir irgendwo waren zum Reden. Man muss seine Zeiten als Paar miteinander genießen, weil das Leben ist lang, aber dann auch nicht mehr so lang, deswegen muss man den auch in Ruhe genießen, ohne immer Toguo essen zu müssen. Das stimmt, darfst du recht. Und so mit schönen Kerzen ist doch immer eine schöne Abwechslung. Habe ich jetzt echt nicht damit gerechnet, dass denen passiert, oh Hahn. Nein. Ja wirklich, ich auch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt sowas interessantes habe. Das ist echt nicht. Weißt du was? Ne. Ich komme ja aus Kentucky. Das war das erste Mal, dass ich das überhaupt in meinem ganzen Leben hatte. Oh Hahn. Echt? Ja. Das freut mich, glaube ich. Oh, ich genieße das gerade sehr. Oh, ich genieße das gerade sehr. Und dann Prostatan auf unseren Geschwisterheit. Ja, dann Prostavit. Prostavit. Prostativ schnell. Aber sowas, wie gesagt, sowas... Weiß ich nicht. Zusammen essen gehen, da habe ich aber auch nicht dran gedacht. Aber ich will auch nicht immer andauernd die ganzen Sachen vorschlagen müssen. Weil irgendwann wirst du ja auch müden davon. Ja, das stimmt. Man kann nicht immer einseitig versuchen, eine Beziehung zu retten, dem geht nicht. Ob es freundschaftlich ist oder rein lieben, dem geht einfach nicht. War das so bei dir und Lia, dass du einseitig warst? Weil irgendwann muss ich halt diesen Strich ziehen. Aber interessiert dich gerade gar keine Frau? Hast du dich nicht in jemanden verguckt? Du bist doch eben auch ganz schön viel unterwegs. Weißt du, wenn ich mit Ape unterwegs bin, der ist immer so notgeil. Der sagt immer, ich will durchgenommen werden, David. Ich brauche jemanden, der mich so richtig hart durchnimmt und so und... Okay, ja, irgendwie höre ich in ihrer Stimme, wie sie genau das sagt. Dann sehe ich dich in meinem Kopf. Genau, nur. Und dann... Nein, ich bin durch mit den Männern. Ich will einen Frauen, den gut mit seinen Fingern umgehen kann. Oh mein Gott! Hat sie das gesagt? Woi, woi, klar. Und dann... Also... Genau, dann... Und den Sachen sehen, den hat jetzt jemand. Und da ist Ralf. Und... Und ähm... Weil den verschinde ich echt gut, weißt du? Ach so, sie ist es... Und die sind auch echt süß zusammen. Aber ich weiß nicht, ob die zusammen sind. Und die kennt sich vielleicht so von Piggy. Aber die haben sich so kennengelernt, sag ich mal so, in den letzten Tagen. Nein, Sex spielen ist verboten. Und die sind echt süß miteinander. Das heißt, wenn April mich nicht mehr darauf anspricht, dass sie hart durchgenehmt werden will, dann haben die zusammen gevögelt. Weiß ich jetzt. Ist dann quasi eine Bestätigung, sag ich mal so. Passt du denn optisch hier? Woi, eigentlich schon. Wow. Englisch? Woi, doch, 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 schon. Will ich echt gerne mal sehen. Woi, bestimmt nicht. Einmal für die Dame, der Totten Burger. Ja. Oh, der sieht ja gut aus. Und die Spaghetti Napoli für den Herren. Danke, danke, danke. Ich wünsche Ihnen mal einen guten Appetit. Danke schön. Ich lass ihn mal kurz auf den Toiletten. Ich komm sofort wieder, okay? Okay. Aber es stimmt tatsächlich, ne? Also jetzt OOC auch. Sowas hatten Skinner und Ariane so gar nicht halt, ey. Boah, ich würde so auf einen Burger mit Nudeln essen. Auf Glutenbombe, ne? Ui. Aber ja. Und auch da jetzt dieses Kämpfen um Ariane ist ja eher so, Skinner weint ja nur und so. Und macht das so ein bisschen diese emotionale Manipulation halt. Macht er ja tatsächlich bei Ariane, ne? Ich hab ja überlegt, ob ich das auch zulass. Ich bin mir da selber noch nicht sicher. Ich muss echt sagen, wenn er anfängt zu weinen, da blutet auch mein Herz, ey. Aber dieses um Ariane kämpfen ist es halt so gar nicht, ne? Und ich hab tatsächlich tausend Ideen, wie er es machen könnte. Er wird nicht drauf kommen, tatsächlich. Oder wir Ariane auch. Da muss halt irgendwie... Es muss halt etwas... Es kann nicht sein, komm wir wandern und ich sag dir oben, dass ich dich lieb oder irgendwie sowas. Das wird alles nicht mehr ziehen bei ihr. Alles nicht mehr. Hm. Ein Heigertsantrag wird auch nicht ziehen. Das wird auch das Gegenteil bewirken. Also es gibt sehr viel. Aber das... Ja, da müsste man halt... Da müsste schon ein RP kommen, wo man sagt, ey, boah, Leute, jetzt müssen wir ihnen noch eine Chance geben oder so. Weil sie von ihrer Seite hat ja da wirklich genug gemacht. Hallo, Gerald. Ähm... Hallöchen. Sorry. Ja, alles gut. Ich kann jetzt gerade... Ich kann jetzt gerade aber auch nicht. Bin gerade mit David essen und gleich noch auf einen Termin. Ja. Kann ich die später nochmal anrufen? Entschuldigung? Ja, können Sie machen. Alles gut. Bis später. Weißt Barbie davon, dass sie jetzt romantisch hier esst? Okay. Viel Spaß mit euch. Ja, tschüss. Tschüss. Weißt du, was Gerald gesagt hat? Weißt Barbie davon, dass sie gerade romantisch esst? Ja, was? Ja, ich bin das gerade voll romantisch. Was hat Barbara damit zu tun? Ich glaube wirklich, Barbara ist ein bisschen in dich verlügt. Was? In allen Schabracken? David! Sag mal den nicht so. Was ist denn, wenn ich so alt bin wie Barbara? Oh ne, warte mal. Ich lasse nicht botoxen. Alles gut. Mir wird nichts passieren. Dann bist du ein... Na ja. Ariane Jenner oder so. Ja. Da sehe ich mich. Ja, das sehe ich auch. Aber na ja. Ähm. Das ist doch kein romantisches Essen. Also, äh. Also, ich finde das gerade für mich romantisch und ich genieße das wirklich sehr, weil ich sowas noch nicht hatte. Okay. Ja, dann genieß den, solange du kannst. Äh. Apropos den Punkt, den ich ansprechen wollte. Ja. Also, es ging ja um April. Mhm. Und dann dachte ich mich so... Irgendwie... Also, ich sage ja immer, dass ich eigentlich niemand brauche. So weißt du. Und das stimmt ja auch. Aber so spaßig, spaßig wäre ja nicht schlimm. So spaßflachten. Ja, das stimmt. Oder wieder jemanden neuen kennenlernen, sag ich mal so. Wir wären wieder dafür bereit. Ohne, dass man sich irgendwie binden muss oder sowas, ne? Auch sowas habe ich auch... Ohne genau. Einfach noch kennenlernen, finde ich. Sache ist, ich hänge halt immer noch an Derry, weil sie müsste sowieso jetzt erstmal eine angemessene Zeit lang warten. Nein. Also ich meine, ich habe jetzt wie lange gewartet nach den Trennungen? Dann habe ich mich getrennt. Juni, Juli... Bei dir war es jetzt wirklich lange, ne? Bei Juli oder Juni. Also drei, vier Monate her. Boah, wow. Und jetzt sage ich, dass ich wieder bereit bin für neue Kennenlernschaften. Mhm. Weißt du, als es jetzt mit den Surge war, da habe ich einfach... Das hat... Eine sehr hübsche Hülle war das. Aber da habe ich erst auch gemerkt so, boah, nee, dann würde ich lieber so jemanden wie Larry nehmen, der aber äh, der aber jünger ist und äh, fitter im Kopf irgendwie und so mehr äh, so denkt wie ich, weißt du? Ich glaube, der Altersunterschied, ja, der war dann doch zu hoch. Ich meine, Larry kommt ja auch äh, von Mittelalltag. Bisschen denken auch anders. Entschuldigung, dass ich ihn nochmal stören muss. Ich wollte Ihnen nur zwei Gläser Rotwein aus Haus geben, als kleines Willkommen. in unserem Laden. Genau. Oh, das ist aber lieb. Oh, das ist echt lieb. Oh, das ist echt lieb. Der Wied, Alter. Stell dir das mal drüben bei der Dame einmal ab, ja? Äh, noch, danke. Wow, das ist echt gut. Also sollen... Bitte sehr. Danke. Alles, damit sie sich wohlfühlen und einen guten Eindruck von unserer Kette auch haben. Oh, hier komme ich auf jeden Fall zurück. Boah, boah, boah. Ich hoffe, das Essen schmeckt doch super. Boah, schmeckt echt gut bis jetzt. Danke. Niemann. Ich hoffe, ich bin auch aufgespart. Ich glaube, ich werde mal jetzt reinbeißen. Mhm. Gut, dann lass ich sie weiter in Ruhe essen. Mhm. Danke, Sir. Danke. Bitte sehr. Danke. Oha, ein Rotwein auf den Haus. Boah, das ist... Wie kommt das denn? Ich weiß nicht, aber wie nett die sind. Die sind voll nett. Herz, ein Rotwein. Was geben wir denn für ein Aus... Also, was geben wir denn für ein Dings? Was denken die denn? Boah, David, du siehst gerade richtig erwachsen aus mit dem Whisky. Mit dem was? Den Whisky? Den. Morianen. Warte mal, wie hat's... Boah, den Whisky ist doch richtig. Ja, warte mal, warum verunsicherst du mich denn so? Ich dachte, ich hätte mich verwirrt. Aber ich hab dich halt grad so wieder so gut verstanden, dass die dachten, dass du was anderen gesagt hast. Aber den war halt richtig. Weil ich bin nicht dran gewöhnt, dass du so gut sprichst mit mich. Ach so, ist das. Ah, ja, okay. Ja, nun. Ich muss jetzt unseren Sprachen lernen noch ein bisschen. Aber den wird schon, den wird schon. So. Kannst du mich da mein Glas Rotwein drüber reichen? Ja, natürlich. Danke. Danke, danke. Ja. Ah, also ich bin schockiert. Wieso? Weil das wieder so gut behandelt wird, obwohl wir nichts gemacht haben. Das ist wirklich der absolute Hammer. Also, wow. Das ist einer der schönsten Tage hier. Oder vielleicht liegt ihn an dich, Ariane, weil du so eine schöne Person bist, dass du allen in Trancen verwandest. Jeden will dich was schön machen. Jetzt hör mal auf, David. Ach nein. Und du bist der süßeste Golden Red Reaver in ganz Los Santos. Ich bin kein Hund. Aber wenn man dann einen Hund wärst, wärst du ein Golden Red Reaver, aber die sind sehr süß und treu. Wenn, dann bin ich ein Nagentier mit Nacken... Du bist das süßeste Meerschweinchen in ganz Los Santos. Nein, Meerschweinchen sterben immer ohne Grund. Aber doch mit einem Grund. Durch sämtlichen möglichen Gründen, die es gibt. Okay, dann wärst du der schönste Salamander. Wie denn? Nein, Salamander verlieren Schwänzen. Oh mein Gott, David, hast du auf alles eine Antwort? Was erwartest du denn? Ich bin David Leroy, natürlich hab ich auf alles eine Antwort. Okay. Ähm, warte, lass mich nochmal ganz kurz. Du wärst die schönste Hamsterratte in Los Santos. Ein Ratten? Also bin ich ein Snitch, sagst du? Ne, eine Hamsterratte, die spüren Bomben auf. Die sind ganz groß, so wie Meerschweinchen, ein bisschen größer. Und die benehmen sich wie Hamster, die stopfen alles in ihre Backen, sind aber eine Art der Ratten. Und dann machen, weißt du, wie wir den sterben mit den Rücken und dann sind den Pfoten so schief, weißt du, wie ich mein? Mach so diesen Dino-Hunt, weißt du, wenn die sterben. Oh David, das ist ja furchtbar, was du alles sagst. Ich wein gleich. Weißt du, Hamster sterben, weißt du, Hamster ist so. Die sterben sich, wenn du umdrehst und wieder guckst. Eat, sleep, drink, repeat, sag ich nur. Und irgendwann, eat, sleep, die. Oder eat, sleep, drink, die. Oder, äh, sleep, drink, repeat, eat, die. Also den sterben immer, egal bei was, man kann einfach nicht, nein. Entweder ist in einem Staubsauger, oder den, keine Ahnung, den sind einfach tot. In einem Staubsauger? Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Schau mal, den Hamster eingesaugt. Nein! Weiß ich doch nicht. Oder so einen Ratten. David, du? Nein! Wirklich nicht? Nein, aber ich hab mal was anderes versucht mit dem Staubsauger. Aber das ist eine andere Geschichte, das ist egal. David, ich will das überhaupt gar nicht wissen. Ich will das auch nicht erzählen. Nee! Ich war in dunklen Zeiten. Oh Gott. Als Kind. David, was passiert hier? David, ich kann heute übrigens, ich bin nicht lange unterwegs, ne? Und immer wenn ich mit dir unterwegs bin, bin ich wirklich so unendlich lange unterwegs. Das tut mir leid. Manchmal denke, es ist morgen. Ich muss mich heute hart zurückhalten. Wann willst du ins Bett gehen? Äh, eins maximal. Okay. Weil wir immer eigentlich. Also fast wir immer. Zwei Stunden weniger. Ja, fünf Stunden gefühlt weniger. Aber das ist ja Bahra und so nicht da, das ist ja gut. Okay, stimmt. Aber wenn es stimmt, dann kann sich keinen so ablenken. Ja, das stimmt. Das machst du ja auch überhaupt gar nicht. Nein. Ja. Also was wir hier sehen, was wir machen, ist einfach nur gemütlich an Essen gehen, wie ganz normalen Menschen. Ja. Wie weltweit auch so machen. Genau. Und du sitzt da richtig schön mit der Whisky in der Hand. Voll toll. Es sieht wirklich sehr cool aus. Einfach männlich, weißt du. Einfach männlich. Ich bin ein richtiger Mann. Ein richtiger Mann. Genau, ein richtiger Mann. Boah, der Burger haut aber gut rein. Nudeln sind auch recht lecker. Aber David, hast du das Glas Wein bekommen? Ja, du kannst den gern nachfüllen, wenn du willst. Weil ich hab zwei jetzt. Weil dann, wie gesagt, kannst du ja gern einen nachfüllen für mich. Kannst du ja den zweiten Glas abgeben. Ja, dann. Trinke ich erstmal kurz meins, danach bagge ich mich über. Und gebe dir eins. Ach so. Gib dir eins. Okay. Ja. Wir haben schon was anderem. Nee. Weißt du was, ich supple mir das jetzt richtig. Oh scheiße, ich muss ja noch Auto fahren. Ach, das geht bestimmt. Ach. Das sind noch Wein. Schöne ich dran. Mimosen. Was ist das denn? Hör mal auf damit jetzt, David. Was denn? Wunder. So, hier bitteschön. Whisky auf Wein, das darf nicht sein. Oder irgendwie sowas. Ähm. Wie gesagt. Zu, ähm. Wie nun? Sag ich nie nun. Gönn dir. Danke, danke. Das ist echt gut. Oh Gott. Ich hoffe, das ballert nicht, wenn wir gleich hier rausgehen. Ach Quatsch. So. Wenn du willst das denn ballert, dann geh einmal in den Southside. Kriegst du genug geballert. Ja, also genau. Du meinst Southside? Stimmt. Stimmt. Da waren wir stehen geblieben. Ja. Zurück zu dem Thema. Gefährlichen, offenen, interessanten. Ähm. Genau. Southside. Weil ich wollte da mit Isabel mal in diesen Pickenladen essen gehen. Und die waren so unfreundlich. Wir kommen rein. Salut Sir. Nennen sie mich nicht Sir. Hä? Warum? Und dann wollen wir was essen. Und das wollt ihr? Weil haben sie einen Speisenkappen? Den ist über euch. Oh, wow. Und dann haben wir einfach noch... Wir sind sogar da drin geblieben. Und haben da drin gegessen. Okay? Einfach noch, um den Leuten da auch ein bisschen Kunden zu geben. Ja. Ein bisschen Geld und in den Southside. Wieso nicht? Ist ja auch nett da unten. Also dachte nicht. Aber nach diesem Aufenthalt, so eine schlechte Behandlung, geh ich nie wieder rein. Lohnt sich nicht. Ja, das glaube ich. Also ich war... Ich hab nur eine böse Erfahrung gemacht. Das ist, als ich empfüllt wurde und mein Bruder von meinen Augen erschossen wurde. Ansonsten war ich im Thrift-Shop ja jetzt einige Male. Am Unicorn. Und im Pfandleihaus. Also die waren alle immer ganz nett. Aber ich war noch nie so richtig tief. Wenn die Leute im Pfandleihaus sind Satanist, musst du aufpassen. Was? Wirklich? Weil... Eddie hat uns mal erzählt. Eddie hat ja mal gearbeitet. Ja, okay. Wenn da Eddie was erzählt, ja? Nein, aber schau mal. Den war schon echt. Und Eddie hat erzählt, dass die Leute unbekannt angerufen haben. Und mit Satan gedroht haben und so. Und also irgendwas ekliges steckt dahinter. Okay. Aber trotzdem, ich würde Eddie kein Wort sagen. Das ist der König der Lügen. Aber Eddie hat ihn von seinem Chef. So, deswegen. Okay. Und entführt wurde ich auch schon mal in den Southside. Echt? Also nicht entführt, aber eher festgehalten. Echt? Ganz damals letzten Sommer vielleicht, da war so eine Freundin von mich, die da gewohnt hat. Und die wollten da rausgehen. Mhm. Aber die wurden dann quasi festgehalten mit so Messer und Waffen. Und ich musste dann draußen warten mit anderen so 20 Leuten, die auf mich aufgepasst haben. Aber ich kannte eigentlich den Leuten. War eigentlich nett. Aber wiederum nicht. Aber gibt es da keinen irgendwie, den du kennst oder sagst du würdest dem vertrauen? Also... Die sind allen tot. Ich kannte niemanden. Oh scheiße. Ich kannte mal einen, der hieß Detox Detect. Den fand ich tatsächlich ganz nett. Durch den habe ich Backen gelernt. Ich kannte ganz vielen von jemanden, den da mit denen was zu tun hatten, was nicht so legal war. Aber ich sag mal so, ich hab mal einen Film geschaut und da war ein Arzt. Und den Arzt war ein sogenannten Vater von diesen goldenen Retrievers. Und den Arzt hat unten in der Southside unter den Hand ausgehilft. Äh, hier in Los Santos in der Southside war ein Vater. Der hatte als Sohn einen goldenen Retriever. Genau. Und ähm, also den sind ganz alten Zeiten so. Und äh, den goldenen Retriever wussten halt nie, ob der Vater lebendig nach Hause kommt oder nicht. Also den war immer wieder so ein Glücksspiel, ein Fifty-Fifty-Spiel. David, du solltest mir oft Geschichten von dir damals erzählen. Ich weiss ja wenig von dir. Ja, wieso von mir? Den war doch von den Filmen. Ich hab dich gerade Golden Retriever genannt. Weil den benutzt man noch. Genau. Ähm, richtig. Auf jeden Fall, ähm, weil ich hab nochmal einen Kumpel da, den wollten da auch ausziehen. Aber den waren Katastrophen, weil den Leuten da wollten ihn umbringen. Was? Und wir mussten ihm helfen, da rauszukommen. Und den haben wir auch gemacht tatsächlich. Wir konnten denen daraus helfen, Gott sei Dank. Und äh, boah. Also ganz, ganz wilden Sachen sind damals ja passiert bei mir, glaub ich. Ganz wilden Sachen. Und passieren die heute nicht mehr? Gar nicht mehr, weil ich mich äh, von allen möglichen raushalten. Ich hab dich ja mal von Leuten erzählt, mit denen ich zu tun hatte, wo ich mich aber auch entfernt habe mit dem Zelt, so gefährlichen Leuten. Ja. Und äh, weil da bin ich auch lebend rausgekommen, sag ich so. Ach du Scheiße. Weil sonst hättest du mich vielleicht in ein, in den Wüsten in ein Loch gefunden mit Skorpionen und Schlangen drin, den mich aufrissen. Aber da wird das da, 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 darüber, darüber mich nicht überdenken. Da, da, da. Entschuldigung, ich hab, obwohl ich gegessen habe, da kam ein Magen so laut geknurrt. Ja, ist gut. Ich hab dir verdaut gerade, weißt du, diesen leckeren Burger. Über, mit Todesgeschichten. Ja, mit Todesgeschichten. Vielleicht sind's auch Angst, äh, ein Angstmagen knurren. Keine Ahnung. Ja, echt. Aber ich sag mal so, wenn ihr jemanden in das Leben das übergelebt habt, und die meisten Sachen übergelebt hat, dann bin ich den, glaub ich, ich sollte einen Oscar dafür bekommen. Dann bist du also eine kleine Legende. Weil, weil, ich bin den Legenden, den übergelebt hat. Ah, dann musst du auch, er weiß, dich kennen, weil der hat ja irgendwie gedacht, er wärst ein Rockstar, als er dich gesehen hat. Nein, weil ich sehr vorsichtig mit solchen Sachen war, weil ich nicht sterben wollte. Ah, verstehe. Ah, verstehe. Wahrscheinlich schon längst nicht mehr hier, hätte ich was gesagt. Scheiße. Aber jetzt kann ich ja drüber reden, ohne Namen zu nennen, weil... Kann ja allen möglichen sein. Aber dann sind auf jeden Fall keine Lügen, die ich hier erzählen. Das ist schon Wahrheit. Okay, verstehe. Aber würdest du jetzt zum Beispiel, wenn wir an einem gewissen Ort wären und du würdest mich auf diesen Geschichten ansprechen und die Leute würden den mitbekommen, dann könnte ich vielleicht wieder sterben. Okay, auch das verstehe ich. Ich passe auf, was ich sage. Okay. Oh, mein Mann knutzt ja schon wieder so, das ist ganz komisch. Willst du noch was essen? Nee. Stimmt, gib mir denn wieder was auf den Haus, den du möchtest. Nee. Ich geh kurz auf Toiletten, ich komm gleich wieder. Nein, ist alles gut, ich muss nichts essen. Okay, okay. Alles gut. Okay. Ähm. Okay, David. Dann werde ich mal gleich zu Oma fahren. Was machst du gleich noch? Ähm. Mein Auto noch holen. Bringst du mich nach Hause und trinkst dann einen Kaffee bei mir? Was? Kuss auf den Kaffee hoch. Okay. Äh. Ja, ne. Oh, ich hab gemerkt, ich hab gar keinen Kaffee zu Hause. Stimmt ja. Oh. Ja. Ich möchte gleich einen Kuss auf die Wange bitte bekommen, wenn wir nach Hause fahren. Wieso? Dann fühl ich mich, als hätte ich ein richtiges Date gehabt. Oh. Das ist doch nett. Ich hätte es so gerne mal mit Mary gehabt, David. Können wir mal leiser reden? Dann hört uns das hier rüber. Hm? Okay, ich glaub nicht, dass wir gemeinsam. Wann denn nicht? Äh? Also mich nicht? Nee, mich auch nicht. Ah. Okay. Dann hier, fang auf. Oh, David. Scheiße. Wo ist der? Fang, fang, fang. Warte, warte, warte. Ich fang den, ich fang den. Oh Gott, der fliegt hier ja die ganze Zeit rum. Warte, wo ist er? Wo ist er? Da hab ich ihn noch. Der fliegt hier rum wie diesen DVD-Anzeigen auf Bildschirm, den in den Ecken trifft. Erzähl mich super. Okay. Wenn wir dann bezahlen gehen, dann kannst du zur Ober gehen. Ja. Sollen wir zusammenwerfen? Ähm. Ich hab noch 18 Dollar dabei. Deswegen müsstest du bezahlen. Hallo. Will mich da einmal bezahlen, bitte? Hallo. Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut. Na, gerne. Ähm. Zahlen Sie zusammen oder getrennt? Zusammen. Hallo. Dann bekomme ich einmal insgesamt 67 Dollar. 67 Dollar, okay. David, kannst du einmal, obwohl, 6 Sekunden. Mhm. So. Bitteschön. Ach, vielen Dank. Vielen Dank nochmal. Gerne. Kommen Sie gerne wieder vorbei, Sie sind herzlich willkommen hier. Und, ähm, genau. Ich hoffe, es war auch schon soweit zu Ihrer Zufriedenheit. Weil, also mit den Kerzen und allen war sehr schön gemacht. Ja, das war wirklich sehr schön. Danke Ihnen für Ihren tollen Haus-Service hier. Gerne. Kommen wir auf das hierin, auf jeden Fall. Gerne. Boi, boi, boi. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Schönen Abend Ihnen. Jedenfalls. Tschüss. Wow, einfach nur wow. Gönn dir, David, gönn dir. Weißt du, man muss ja passant modernisieren. Das muss man nicht immer den Mann bezahlen. Weißt du was? Da hast du doch recht. Äh. Genau. Ähm. Ich weiß nicht mehr auch, wo du dein Auto noch hast. Äh. Ich bin, okay. Äh. Ach so, beim Stadtpark. Im Stadtpark. Ah, stimmt. 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 Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Blenden. Hättest du dein Essen denn bezahlen können? Wie? Mit den 18 Dollar. Ich weiß. Was denn? Alles gut. Ich kann noch nichts dafür. Ich hab ja gerade noch Geld abgeholt. Alles gut. Äh. Oh, ne Schöne. Mal beruhigen. Aber das war doch ein, das ist doch ein, oh. Aber das ist doch hier ein Fußgängerüberweg oder nicht? Das ist doch einer. Doch, doch. Ist ja. Warum wird denn hier gehupt? Sind die dumm? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Echt mal. Warum renne ich überhaupt? Großstadt, du weißt noch wie denn ist. Ja. Ja. Alles sagen wie die besenken. Säue hier. Alles scheiße. Echt so. Echt so. Ganz schlimm hier. Und dann sagst du dich wie denn ist. David, ich mag es irgendwie deine Geschichten von damals zu hören. Ich finde das wirklich sehr aufregend. Was hat dich denn dazu bewegt, dein Leben zu ändern? Ähm. Naja. Ich war ja, den ganzen Geschichten ging da so bis Oktober und dann bin ich ja sechs Monate weggegangen. Drei in Frankreich und den anderen drei in Austria bei den Känguruen. Oh. Und weil in Frankreich ist halt dann, hat dann schlimme Sachen da mit meiner Mutter angefangen mit diesen, also mit den Alkoholproblemen vor einem schlimmeren Sohn. Ach du Scheiße. Das tut mir leid. Ähm. Dann habe ich gemerkt, okay, ich will, ich will leben, so weißt du. Ja. Und nicht immer diesen riskanten Lebensstil weiterführen. Ich will einfach noch frei sein, sag ich mal so. Ohne von irgendwas Angst haben zu müssen. Das verstehe. Oder irgendwie das hinterdenken zu müssen oder so im Dorf stecken zu müssen. Ich will einfach frei sein, weißt du. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, deswegen. David, aber da ist, gibt es doch keine mehr, wo du Angst haben müsstest oder sowas. Du bist ja. Aber du weißt, wir würden auch auf dich aufpassen. Also. Ich sag mal so. Puh. Damit wir nicht weit kommen bei den Leuten, die mich kennen oder meinen, die damit zu tun hatten. Aber ähm. Ich hoffe, die sind alle gestorben. Ja, das glaube ich nicht. Nein. Ich weiß nicht. Ich hab den schon lange nicht mal gesehen auch tatsächlich. Ja, du hast ja deine Ruhe. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist Gerald. Ui. Hallo Gerald. Hallo. Hallo. Alles gut. Ich muss jetzt gleich zum Termin mit Oma. Viel Spaß. Genau. Ja. David hat mich äh. Ne, warte mal. Ich hab David äh lecker zu essen ausgeführt. Nein. Oh, wie lieb von dir. Den waren meine Ideen, aber ich hatte kein Geld dabei. Ach so. Also doch, ich hatte kein Geld dabei und sie es nicht. Aber ich wollte ein bisschen Frau mal bezahlen, ganz ehrlich. Ach so. Okay. Ich hab genug damals ausgegeben. Ja, reicht doch mal. Ja, reicht doch echt mal. Alles gut. Ich kann das ja bezahlen. Sugar Mami. Oh. Ne, aber David war wirklich schön. Weil wir haben Kerzen bekommen und dann Rotwein auf den Hausen. Ja, voll romantisch. Auf den Haus, ganz von alleine. Krass. Ja, das find ich wirklich cool. Da war ich so überrascht gerade. Das stimmt. Das ist echt schick gewesen. Ich war grad auf Lahm und Gerald. Wir sind grad mit dem Granger gefahren. Da kann man auch zu sechs fahren. Nur die zwei müssen sich auf die Seite hängen. Dieser, wie, was? Wo kann man das Auto sehen? An die Seite. Äh, Madison hatte das gerade. Die ist aber grad schon wieder weggefallen. Das ist so ein riesiger Bus. Oh, wie teuer sind die? Weißt du das? Ich glaub 15.000 oder so. Boah, Gerald, ich bin grad hart am überlegen. Ja, aber das Problem ist, zwei müssen sich draußen dranhängen. Also die sitzen nicht drin, sondern die sitzen... Ja, aber wieso doch der City-Dienst? Wir sind halt die rasenden Friseure. Was ist denn? Da ist das so vor der Grund, sich da hinten dran zu hängen. Wie so Creeper, die dann so um die Ecken geschossen kommen und dann stehen so zwei so ein... Ich will das sehen. Gerald, ich will das unbedingt so hart sehen. Lamy steht da hinten. Du kannst dich mal fragen, ob Madison nochmal kurz vorbeikommt. Aber ich glaub, die ist jetzt schon wieder weg. Scheiße. Okay, Gerald, ich mach das so, ich fahr jetzt irgendwann zur Oma. Mach das. Und ich baue euch Beine später nochmal, ja? Kannst du mich zu den ACLS bringen? Schuss mal auf. Stimmt. Okay, mach ich nur. Okay, dann. Dann bis später, ja? Bis später. Tschüssi. Was für ein Auto? Hier. Oh Mann, Knot so hart. So, ACLS also. Da lässt du dich jetzt auch noch rumkutschieren, äh, ACLS. Hast du Geld? Boah, David, das ist ein Automat. Das ist Automat, das weiß ich. Ich muss zwar noch 50 Stollen bezahlen. Hast du Geld? Ich hab... Warte mal, hast du kein Geld mehr auf dem Konto? Dann bezahle ich dir das, aber nur wenn... Nein, 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 ich hab Geld. Nee, nee, David, sag doch einfach Bescheid. Ich mach das so. Nein, 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 nein. Du hast mir doch auf Geld gegeben. Sag doch einfach noch Bescheid. Wann hab ich dich ein Geld gegeben? Mein Motorrad. Nein. Doch. Nein. Was meinst du? Den Schlüsseldienst da. Nein. Doch. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin ja nicht dumm. Das war es weder Fee... Ich... Nein. Also absurd, total absurd deine Aussagen. Macht gar keinen Sinn. Mhm. Passt nicht in meinen Schedule rein. Wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto? 12.000. Hast du wirklich? Na klar. Warte, hab ich vielleicht nie, ob ich dir glauben kann. Doch. Genug. Ja, wenn du mal Geld brauchst, sag einfach Bescheid. Warte, warte. Ah, scheiße, wo ist das denn? Warte mal, ich muss... Oh, oh. Hier in den Gassen wurde ich auch schon mal bedroht von jemandem in Southside. Oh, wirklich? Oh. Und hier hab ich auch mal... Oh. 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 Kacke! Uh-uh. Oh, ich hab keine Autos... Nein! Ich schau wieder in der Autos... ...eine Autos... ...eine Autos... ...eine Autos... ...eine Autos... Leider geflogen. Jetzt wird es richtig witzig, welchen Zustand das da. Der Bürger drückt schon, ja. Hey TV, vielen, vielen Dank für den Zapf. Dankeschön, für den Re-Zapf. Wir hatten früher einen VW-Bus und manchmal sie mit offener Schiebetür rangiert und gesagt, wir spielen A-Team. Oh Gott, das war das so gefährlich einfach. So, da haben wir uns jetzt mal das zu verirrter. Mensch. Ne, was? Da hat er mittendrin gerade den Goat geändert. Geh los, boah, das kratzt gerade so am Bauch. Äh, am Rücken hier mit dem blöden Kabel. Ich packe das jetzt hier hinter den Stuhl so. Das hat irgendwie gar nicht gebraucht, diese Dinger hier. Genau, was wir noch sagen wollten, da drüben war auch den Gassen, wo ich mal mit jemand drüber gesprochen habe, wie den jemand abstechen will. Und ich muss nicht schwören, nichts zu sagen, weil sonst wäre ich auch dran. Echt? Vorher. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich in so einer Situation reagieren sollte. Oh Gott. Na ja, und du musst einfach den machen, den sie wollen, dann kommst du nie wieder drüber reden und du kommst fein da raus. Also auch nicht die Polizei rufen? Nein, nie mit den Polizeien arbeiten, wenn dich jemand sagt, nichts verraten. Okay, weil... Weil dann werden wir rausfinden, ob du was verrätst oder nicht. Glaub mir, dann ist es immer so. Aber was ist, wenn ich überfallen werde? Na ja, es hängt davon ab, es gibt Leuten, denen dich dann sagen, so, well, ruf nicht den Polizeien, weil... Achso, ja, ja, das hatte ich ja mal, genau. Ich auch, weil die haben meinen Ausweis kontrolliert und haben gesagt, wenn du den Polizeien rufst, den bekommen wir mit. Und dann ruft man natürlich nicht den Polizeien, weil den kennen dann deinen Namen. Den wäre ja dumm, dein Leben dann zu riskieren. Oh, ich bin gerade dumm, wie ich war. Meinst du, die haben jemanden bei der Polizei, der denen das sagt oder was? Nein, aber was ist, wenn die den Ort quasi im Blick haben, zum Beispiel auf den Pier, oder? Kann man sich vielleicht verstecken. Und wenn eine Polizei kommt, da gibt es ja nur einen Straßen, den sieht man ja sofort oder hört man, wenn den Sirenen an sind. Ja. Und dann wissen denen, ja, dass du, wenn die noch da sind, dass du den Polizei geruft hast und den wäre halt nicht so gut. Und den haben sich dann deinen Namen gemerkt, das heißt, den wäre dumm. Ah. Deswegen ist es dumm, den Polizeien zu rufen, wenn den deinen Namen kennt. Wir mussten nochmal die Handys auf den Boden legen und dann, als sie weg waren, haben wir lange gewartet und haben dann die Handys immer wieder aufgehoben und haben dann die Polizei gerufen. Und daran habe ich gar nicht gedacht, dass sie sich ja verstecken können. Aber Ausweise von uns hatten die halt nicht, da haben wir nichts gemacht. Solange denn nicht der Name kennt oder sonst was, dann rufen wir aus den Polizeien. Aber wenn du irgendeinen Info von dich gibst, wo du wohnst oder so eine Telefonnummer, dann kein Polizei. Weil sonst, dann hat immer ein Nachspiel, glaube ich. Gruselig, David. Sehr, sehr gut. Und ich meine, dann ist es dann sowieso immer zu spät, wenn der in die Polizei kommt. Weil die sind dann schon längst weg, weißt du. Scheiße. David, bin ich hier richtig? Nö. Ich glaube nicht. David, wenn wir so viel reden, kann ich mich vorher nicht konzentrieren. Aber ich will auch wieder reden. Weil es so unangenehm ist, wenn es ruhig ist. Warte, wir sind aber da. Ich weiß, dass wir da, da unten ist es. So, hier können wir jetzt. Also wie gesagt, du musst immer ganz diskret bleiben bei sowas. Immer subtil mit den Sachen umgehen. Und immer den tun, was den von dich verlangt. Den besten, den du machen kannst. Okay. Und ich spreche da sehr, sehr, sehr aus Erfahrung, glaub mir. Weil wäre ich damals auch zu den Polizeien gegangen, Wärst du wahrscheinlich tot, oder? Dann hätten wir mich vielleicht bei Lebendigen live verbrannt. Oh, was? Oder erschießen oder so, weiß ich nicht. Kann sein. Nein, ich will das gar nicht vorstellen, auch so zu sagen. Den klingt, als würde ich übertreiben, aber den ist halt echt so. Oh Gott. Ich meine den halt voll ernst mit den Sachen. Okay, David. Wir sind da. Okay, wir hören uns später, okay? Okay, bis später. Bis dann. Ey, ich werde mal ganz kurz mich gleich hier irgendwo hinstellen. Aber ich so, Alter, ich muss irgendwas. Irgendwann, wenn ich eine Dosen-Suppe kalt trinke jetzt, ne? Ich muss irgendetwas jetzt gleich essen. Irgendwas. Ich hole das mal hier so. Ich hole mir irgendwas. Ich fass mir jetzt irgendwas rein, ne? Boah, mir wird ja schon leicht übel, ey. So, Sekunde. Ich hole mir vielleicht nicht. Und das achievement. So, ich hole mir alles. Ich hole mir. Oh, ich hole mir. Ich hole mir das mal dran. Okay? Ich hole mir. Vielen Dank. 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 Hallo Oma. Okay. Hi-Not. Ich will das Sentinel Cabrio haben, dass ich bei Ava gesehen habe, wo ich direkt Feuer und Flamme war. Ja, ich liebe es nicht so... So, okay, darf ich jetzt nicht mal auf den Chat gucken? Erpeh geht immer vor. Guck mal, es ist nur auf den Chat, weil ich halt nicht so viel mit anderen Leuten zu tun habe hier. So. Ich kann jetzt eigentlich schön Musik machen. Ich kann es nicht laut anmachen, ey. Dann müsste ich jetzt hier raus haben und das ist auch doof. Und wenn mich jemand anruft, ist das halt ein Problem, ne? Müssen wir das alles wirklich mal auf so Knöpfe hier legen. Dann links von uns wäre unten das Up-to-Date. Wir wohnen also echt nach... Also, ja, komm, ich will mit Ariane echt hier wohnen bleiben. Der Park ist auch voll schön. Weil bei den Freunden wohnen ist halt auch ganz cool, aber vielleicht ist es auch cool, nicht bei allen zu wohnen, damit man ein bisschen Abwechslung noch hat. Und damit man vielleicht so RP-Situationen, wo man sich vielleicht mit jemandem nicht gut versteht, dass man sich hier so ein bisschen verstecken kann. Aber ey, ich kann das gar nicht vorstellen, ich liebe alle, ey. Ich würde das überall heartbreaken, wenn ich mit irgendjemandem da Streit hätte. Ich habe immer so das Gefühl, wenn Ariane sich von Skinner irgendwann weichkloppen lassen würde, oder dass es denen noch die allerletzte Chance gibt, weil, wie gesagt, ich denke auch, OOC, es wird sich nicht viel ändern, da. Dann wären wahrscheinlich alle sauer auf Ariane. Aber, und da bleibe ich auch, das ist Arianes Entscheidung, nicht die Entscheidung von ihren Freunden, aber, und das muss man nämlich auch bedenken, die Freunde haben mitbekommen, wie unglücklich Ariane war. Seht ihr? Man kann aus jeder Sicht, kann man immer sagen, es ist aber so und so, man muss das einfach immer fair bedenken. Man muss das im Moment auch aus Skinner-Sicht fair bedenken. Das Kind hat einfach schon rumflirtet. Und da habe ich so gedacht, scheiße Kacke, hat Ariane ja auch gemacht. Weiß aber nicht. Ich will die IC-Info haben, dass sie das gemacht hat. Ich will diese IC-Info. Oh, ich kann das so toll ausspielen. Ja, aber ich kriege die nicht. Schade. Ja, aber wie gesagt, das ist nochmal so allgemein, man muss immer so viele Seiten irgendwie ansehen, viele sichten. Und wenn man bei uns etwas nicht versteht und so, dann ist das bestimmt bei den anderen Charakteren in der Geschichte irgendwie ganz anders verzweigt und irgendwie ganz anders, auch der Charakter ist vielleicht auch so geschrieben oder die Background-Geschichte, dass er sich auch dementsprechend immer verhält und sowas alles. Deswegen, auch mit David fand ich das mega interessant, einfach mal ein bisschen von der Hintergrundgeschichte zu erfahren beziehungsweise von seiner Vergangenheit hier in Los Santos. Wenn man das denn für voll nimmt. Ich weiß ja bei David auch nicht, ob er die war jetzt, ich habe keine Ahnung. Aber super interessant. Ich glaube nicht, dass die Truppe sauer wäre, sondern enttäuscht, dass sie noch eine Chance gibt. Und ja, enttäuscht ja, aber ja, enttäuscht auf jeden Fall sogar. Aber trotzdem, so weiß ich nicht, so eine Freundschaft ist irgendwie okay, die ist jetzt so dumm und geht nochmal hin. Würde ich jetzt sagen, wenn zum Beispiel Ariane Skinner geschlagen hätte, dann würde ich es dann tatsächlich verstehen. Aber der ist halt kein schlechter Mensch. Und sie liebt ihn ja. Aber sie weiß halt, und das haben die Freunde immer mitbekommen, dass es keine Zukunft für die beiden gibt. Und das macht Ariane extrem unglücklich. Und natürlich wollen die Freunde dann da einen Riegel verschieben, sogar Frau Collins, meint da irgendwie, da müssen wir auf jeden Fall, oh, der hat eine Unterbundelleuchtung an, geil. Wir müssen da einen Riegel vorschieben, weil das tut der Ariane halt nicht gut. Und Skinner wird es auch nicht gut tun, wenn die beiden zusammenkommen wieder und im Endeffekt dann doch wieder eine Trennung irgendwann droht. Und das vielleicht sogar noch schlimmer als vorher wird. Die vielleicht sogar im Streit so richtig hart auseinandergehen. Es kann halt alles passieren. Also so würde ich jetzt als nebenstehender Charakter denken. Ich würde aber auch nicht sagen, sowas wie, wenn du wieder mit denen zusammenkommst, dann bist du für uns eine tote Frau, also nicht eine tote Frau, aber dann ignorieren wir dich jetzt und wir haben dann alle Streit. Das wäre, finde ich zum Beispiel, voll unlogisch. Das Enttäuschtheit ist sehr logisch. Sehr. Und auch dieses, Mann, Ariane, mach doch nicht. Und sowas alles, überleg doch mal. Und so wäre auch logisch. Wobei Ariane immer wieder sagen muss, natürlich ist er kein schlechter Mensch. Er ist eigentlich ein lieber Mensch. Aber ja, jetzt lassen sie Ariane auch gerade Zeit. Also die Kuppeln nicht mehr und sowas. Alles ist sehr nice gespielt. Boah, wie sich das anhört hier denn. Geilo. Meine ganzen Vermutungen und alles, die ich habe und wie ich es ausplayen könnte und so, die werde ich auch nicht mehr öffentlich sagen. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal gesagt, weil ich das einfach dann komplett unter den Meta-Schutz lassen will. Weil es sonst irgendwie wieder irgendwelche Meta-Chats oder beim anderen Streamer zum Beispiel landet und sowas ist halt echt immer blöd. Weil wenn du es einmal im Hinterkopf hast, glaub mir, auch wenn man das dann nicht so direkt umsetzt, man hat es im Hinterkopf und sowas finde ich immer voll scheiße. Deswegen tut mir einen Gefallen und metert bitte niemals. Ihr macht es uns dadurch halt wirklich schwer und indirekt. Und ich habe auch immer Meta gelesen. Klar, ich bin auch in ganz vielen Sachen trotzdem noch gemetert, die aber Ariane jetzt nicht so krass angehen. Oder ich gucke auch mal in andere Streams rein, wie zum Beispiel die Gegenseite reagiert hat. Die Gegenseite. Oder der Chat zum Beispiel da reagiert hat und so. Mich interessiert es immer, wie Ariane auch natürlich von der anderen Seite ankommt. Da ist aber alles so tutti. Aber so zum Beispiel, wenn du jetzt etwas planst, so lange Hand, und die Gegenseite weiß davon und kann trotzdem dann so unbewusst weiß, hey, mir droht da gerade Gefahr, wenn ich da hingehe. Ich spiele das jetzt mal irgendwie so, dass ich da nicht hingehe. Du hast das Unterbewusst drin, dass dein Charakter vielleicht gleich was passieren könnte und willst es auf jeden Fall verhindern. Wisst ihr? Ich spiele das hinter mir. Ein Motorrad ist hinter mir. Ja, aber ich fahre trotzdem nicht schnell. Lass mich ja überholen, wenn du willst. Hier, hier kannst du mich jetzt überholen. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank. Geil. Wie immer scheiße gepackt. Und jetzt mitlassen. Freitag Open Mic im Opi. Vielleicht den Abend dann auch den Laden aufmachen. Sehr gute, sehr gute Idee. Warte. Alles super. Gut. Warte, Wohnungsschutz, Meta-Schutzbild. Ja, aber ich will natürlich auch die Wohnungen zeigen. Aber das wird über Lucky Five geregelt. Wenn zum Beispiel dann auf einmal jemand kommt und so, hä? Ist da eine Wohnung? Ich guck mal durch Zufall nach und so. Dann wird das über den Support geregelt. Ich hab sowieso, manchmal hier fliegen ja eh Leute um mich rum und so. Die werden das ja mitbekommen. Ja. Wieso? Warum muss ich bei manchen zuschreiben, bei der Nummer fliegen zu schreiben? Was gab's für Fragen? Oh, die sind wahrscheinlich hier hinten drin, ne? Ach guck mal, da kann man die... Ey, sind hier vielleicht diese Motorräder? Ne, warte mal, wenn, dann will ich mich nicht freuen. Mal klingeln. Schaut doch hier, oder? Ne, deutlich. Jetzt guck. Tue einer ganz complikle pin, oder? Anja, wenn ich noch kurz mache. Even wenn ich jetzt fertig bin, kinden noch schnell nähst, Kasten wirっていう Kurnte-X- 답 Crown. Jetzt cho送 zwei oder es nicht gleich gut. Ich esse, also hier zurück. Ich soll mich mal jetzt diskutieren, das auch hierfrontiert. Es bist du? Ich werde mich einfach leicht schlaism. Danke für die Kam. Ich sollte mache事, irgendwie wieder und jetzt้uche nicht. Du die추? Oma? Weird. Hallo? Hallo Echo? Hallo? Oh nein. Ja. Ich glaube, ich kann ähm ich glaube, ich muss nochmal neu. Ich muss nochmal neu. So, Sekunde. Das war gut. Zack. Dann nochmal neu. Der Server. Ja. Man soll gar nicht mitbekommen, dass Supporter irgendwie rumfliegen oder im Auto sitzen oder sonst irgendwie was. Das soll man natürlich nicht mitbekommen. Das wäre ja doch sinnlos. Einfach nur manchmal natürlich zum Aufpassen oder so. Nein, Juki. Es geht auch gerne alles in mich wieder zusammen. Ach ja. Natürlich wie es Hardcore-RP und natürlich wie der auch guckt, dass man sich an den Regeln hört. Deswegen bin ich immer so manchmal so verunsichert, wenn ich irgendwie weiß ich nicht. Zum Beispiel heute mit dem PD, da habe ich mir so gedacht, okay, Ariane ist runtergefallen, sie ist auf ihre Beine gelandet. Ja, sie hat diesen leichten, also die hat diesen Absatz an den Schuhen, aber okay, wird die das jetzt im echten Leben das Bein brechen? Nein. Also war es da okay. Aber als Ariane von der Leiter gefallen ist, da war es jetzt zu abgeräumt, sie ist an den Holz entlang geschraubt, da habe ich mir gedacht, okay, da gehe ich aber ins MD, weil könnte theoretisch, also erstmal ist es sehr hoch und sie hat halt durch das Abprallen Holzspitter jetzt im Rücken und den Rücken halt komplett aufgeschürft. Ich muss natürlich auch sauviele Sachen erstmal lernen und ich mache hundertprozentig auch Fehler, aber ich hoffe keine gravierenden. Eine Sekunde. Ja, gut, dann brauche ich ja, dann kann ich ja hier erstmal raus. Ja, Eddie, aber wenn es, ja, okay, Andy, wenn du meinst, Pennybuck und deine Meinung nach muss ja nicht ausgespielt werden, wir gehen am PD runterfallen. Deine Meinung ist ja nicht die Meinung vom Server, deswegen halte ich mich sehr, sehr, sehr stark an die Regeln einfach und dann überlege ich einfach trotzdem, ehe ich was anderes gesagt habe. So, ich starte natürlich trotzdem mal. Fangen wir uns aber erstmal nicht ein. Wir sind dran. Ah, gut. Dankeschön, Alex, Dankeschön. Ich bin Alex immer so dankbar, jetzt hat immer auch die Nachricht in den Mod-Check gepostet, das ist direkt alles so cool. Schade, dass das mit den einen RP nicht geklappt hat, ne? Hat er überlegt, mach hoch, was er in Teams-Pick gerade so nennt. Sekunde. Kubi stupst sie an, Ariane, ein kleiner Stinker-Server down. Scheiße, wer seht ihn hier? Was ist er denn? Da. Du siehst aus wie der Junge aus Strange, Strange, ja, Tink. Einfach zurück. Ah, ich glaube, nee, nee, es wird gerade, okay, alles gut, ich muss noch ein bisschen warten. Ach, Alex, alles gut, alles gut. Jetzt bitte keine Diskussion wegen Timeouts oder sonst was, das ist eine Regel, die steht tatsächlich schwarz auf weiß in den Infos. Bitte während des Streams keine Diskussion mit den Mods, wenn man Timeout oder sonst was irgendwie kriegt. Meistens dauert das irgendwie ein paar Minuten, dann geht's ja wieder. Ich habe den Discord gepostet. Hör, 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 hör. Server startet gerade neu. Juhu. Yay. Oh, oh, ich wurde angestupst, warte. Oh nein, nicht du auch noch. Das wird mir ständig gesagt, aber das wusste ich nicht. Super. Lol, ey. Lol, sen. Jo, jo, jo. Ich gehe einen neuen Lucky Five, Lucky V-Podcast, äh, mit Madison übrigens, falls ihr daran interessiert seid. So, ich starte gerade neu. Ja, geil, oh. Geil, oh. Hä, echt? Ich sehe es nicht so, boah, doch, voll. Voll. Ich möchte, dass ich eine Perücke holt, die halt genauso ist. Und dann ist es ein 80s-Style einfach trägt, ey. Hm. So, probiere nochmal. Ah. Das ist mir einer der ersten. Oh mein Gott. Ich habe aber nie so ein Glück. Hm. Werte ich auch ein bisschen warten, so ein Scheiß. Ich habe auch das Meme gesehen. Warte, hab ich gebraucht jetzt im Discord. Sekundelchen. Ja, ehrlich gesagt. Ah, doch. Cool. Yay. Ich komme mal kurz in den Meme-Channel. Ja. Ja, ne? Cool, ey. Sehr cool. Wie ich jetzt dachte, wir sind noch am Flughafen, weil wir waren ja hier. Hm, hm. Ach, schön. Dankeschön. Und den Alex Loben, vielen, vielen Dank, dass du dir immer da direkt bei Lucky Five und so nachguckst. Dankeschön. Es ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Thank you very much. Ah, die sieht voll edel aus. Ja, irgendwie mag ich das Outfit auch. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Obwohl das weiß mit grau und rosa und dunkelgrau ist und so, aber irgendwie passt es dann doch, ne? Ja. Alex Loben. So, jetzt warten wir noch mal kurz. Oh, Pixelfüchchen verlängert das Geschenkabo von Zuni Smiley Player. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So. Ja, kann sein, dass wir da heute wieder ein bisschen drüber sind. Ich hoffe. Ich hoffe, es ist wirklich echt... Miete. Da ist... Also, das Kinderwohnen gerade umsonst quasi. Wohnen wirklich gerade umsonst. So, Ariane hat ja die SMS geschrieben, hat jetzt keine Antwort von ihm bekommen. Wie gesagt, sie hat ja trotzdem noch geholfen. Ariane, guck mal, er antwortet dem. Was für ein Schwein. Er will dich gar nicht so sehr. Denk mal Search anrufen. Nein, Search hätte gar nicht gepasst. Das ist übrigens voll lustig. Jetzt ist Ariane Single und da, wo man immer so gedacht hat, so, oh, man könnte ja mal versuchen mit Flöten. Die sind alle irgendwie nicht mehr da oder irgendwie im Urlaub oder sonst was. Kann Ariane jemanden haben, der wie David ist, nur nicht so brüderlich. Das wäre Endgame für Ariane. Nee, ich glaube, das müsste jemand sein, der wirklich ernst ist. Es müsste immer jemand sein, der, äh, es dürfte, es müsste so hart auf Augenhöhe sein. Entweder auf Augenhöhe oder jemand, von dem sie noch was lernen kann. Wisst ihr? So jemand. Ja, nee, Collins, Collins wäre es nicht. Das ist, ich glaube auch, Collins ist tatsächlich nicht bi. Ähm, nee, das nicht. Frauen nur sehr bestimmte und dann muss es sich auch ergeben und muss irgendwie passen. Nee, Ariane, die Comeback auf keinen Fall. Boah, das ist rare beziehungsweise schwierig zu finden. Nö, also jetzt, wenn man die Männerwelt da nimmt, da sind ganz viele solcher Charaktere und die sind alle schon in Beziehungen natürlich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so, oh, wieder ein neues Beziehungs-RP, I don't know. Ich gucke, was sich irgendwie ergibt, aber ich, ich sehe es irgendwie auch nicht. Ich sehe es irgendwie nicht. I don't know. Ah, wo sind Sie? Ja, ich, Oma. Was wollen Sie hier? Ich bin hier. Lass mich bitte rein. Hallo. Kommt rein. Kommt rein. Dankeschön. Kommt rein rein. Aber bitte, oh. 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 Oh, Mann, du musst endlich aufmachen hier. Was ist das mit der Scheiße? Komm, wir brennen den Nadeln, das DOL nieder. Ja, das, äh, diese Scheiße nennt sich Schokoladrie. Diese Scheiße? Boah, nein. Oh, Mann, das ist so, oh, Mann, oh, ich muss einfach ganz kurz. Mann, es ist so schön hier. Ja. So ne Kacke, ey. Aber wirklich. Ava? Hallo, Ariane. Wo bist du denn? Sie ist, sie arbeitet für mich. Ja. hi. Ariane, du bist blond? Ja, ah, ja, ja, nee, ich bin Cappuccino-Farm, tatsächlich. Das ist keine Cappuccino. Doch, du hast auch eine Cappuccino. Du siehst aus nach, ähm, der Mond küsst die Kirschblüte. Oh. Ah, guck mal, ohne Hut, siehst du, das sieht so aus, als hätte man sich ein Cappuccino gemacht mit viel Schaum. Ja, sehr viel Schaum. Mit sehr viel Schaum. Bis sonst ist das halt auch so ein Selbstfindungstrip. Ja, gefühlt wirklich. Ariane, du siehst so hübsch aus. Das ist wirklich gut. Jetzt sind wir beide ein Prinzessinnen. Ja, ich brauche auch die Zettel und ich bin du. Dann übernehme ich dein Leben. Eine Sekunde, eine Sekunde. Ja, Gerald, ich bin gerade im Gespräch. Ach so, der ist gar nicht mehr dran. Gut. Unangenehm. Ja, jetzt nach der Trennung ist halt wirklich da, weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, mein ganzes Leben erinnert sich gerade komplett. Na, hoffentlich ins Positive. Ja, eigentlich schon. Ist nur immer noch so schwierig, weil Larry immer noch so viel weint und mich aber heute tatsächlich noch gar nicht kontaktiert hat. Deswegen mal schauen. Der wohnt noch bei mir. Das wird ein bisschen schwierig. Das hat sich sehr kompliziert und deine Wohnung ist ziemlich viel zu hübsch, um die aufzugeben. Ne, die gebe ich auch nicht auf. Ich hatte tatsächlich überlegt, Ava, aber ich habe die Wohnung gefunden. Ich habe tatsächlich sauviel irgendwie gemacht. Ich habe mehr Miete gezahlt als er, weil er so ein bisschen verpeilt ist. Er hat aber immer nachgezahlt und ich bin halt die Mieteigentümerin. Dann werf ihn doch raus. Ja, das Problem ist, nachdem ich Schluss gemacht habe, ist er mit dem Auto gegen eine Wand gefahren irgendwie und hat sich, oder gegen ein anderes Auto und hat sich beide Beine gebrochen, Rippen gebrochen und ist jetzt auch irgendwie Dauergast im MD, weil er immer noch so Platten hat und so. Aua. Ja, weil er geweint hat und das irgendwie nicht auf die Straße sehen konnte. Und ich habe gehört, er ist ein ziemlich gebrochener Mann und ich habe halt so, einen Helfer komplett mit. Du hast ja die Beine nicht den Kopf verdreht. Ja. Aber ich liebe ihn ja noch. Das ist ja das Problem. Ich habe mich ja nicht getrennt, weil ich ihn nicht mehr liebe. Deswegen ist das alles sehr kompliziert, ja. Du hast ja sicherlich Schluss gemacht, weil es einfach keinen Fortschritt gab, oder? Es gab null Fortschritt. Also so wie du das aussprichst, muss ich sagen, ja, es gab wirklich null Fortschritt. Kein. Ich habe ihn, als ich das erste Mal versucht habe, Schluss zu machen, habe ich ihm gesagt, am Ende, wir hatten dann eine Woche Pause, beziehungsweise habe ich ihm gesagt, zeig mir, dass ich nicht selbstverständlich bin. Weil so habe ich mich gefühlt, als wäre ich halt einfach nur selbstverständlich, als müsste man sich, also nicht Mühe geben, aber es hat sich festgefahren. Es hat sich extrem festgefahren. Oma, genau so wie bei dir halt. Oh je. Ach schön. Gott sei Dank warst du noch nicht verheiratet, weil dann wäre die Scheidung unschön geworden. Die Scheidung zahlst du. Den Namen gibst du zurück. Oh Gott. Wie erzähl, Oma? Jetzt bin ich Mäuschen. Wenn ich erzähle, ist das mit der Scheidung jetzt wirklich ein Problem noch? Jetzt nicht mehr. Er ist tot. Oh mein Gott, Oma! Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ähm, also, es ist kein Problem. Ich habe jetzt leider immer noch keinen neuen Personalausweis, aber ich bin jetzt nicht mehr in Ketten. Ich bin Single. Ich bin alleinstehend. Single like a Pringle. Richtig, genau. Nenn me, call me one of your Pringles. Ähm, und Boris heiße ich zum Glück auch nicht mehr. Ah, super. Aber dafür hast du einen schöneren Namen, Oma. Das stimmt, weil ich konnte ja auch von Aston nicht mehr nehmen. Das ist ja der andere Name gewesen. von Marc Erstemann. Oh nein! Wie heißt er denn, Oma? Also musste ich jetzt meinen Mädchennamen wieder annehmen. Und? Wie ist der? Manoa heiße ich. Mit Nachnamen. Eh, die gibt es Manoa. Oh Gott, das ist ja voll schön. Sollen wir mal langen? Ja, genau wie Oma. Ja, komm, Ariane, ich habe dich schon mal gefragt, als wir uns kennengelernt haben. Ja, komm, Oma, let's go. Ich will mein Nachnamen loswerden. Stimmt. Ariane auch. Naja, warum nicht? Äh. Warum nicht? Ja. Ja. Aber hat der Opa noch irgendwie jetzt ein Ding geschoben oder was? Äh, weiß gar nicht, weil ich das erst mal mit dem alten Sack geschrieben hatte. Äh, Jonathan. Ach so, er hat ja nur dieses mit dem, warum bist du jetzt so aggressiv gegen mich? Woher rührt diese Stimmung? Ich bin sein Verhalten von dir gar nicht gewohnt. Das hat er noch geschrieben. Äh, man ist immer aggressiv oder hysterisch oder so, wenn man einfach mal die Stimme erhebt und sagt, so nicht. Alle Tage. Ja, genau. Genau. Man darf, man muss als Frau einfach eigentlich alles, äh, alles nicken. Fühle ich, Oma, was du sagst, fühle ich. Und, und dann, äh, wenn wir aber einmal sagen, nee, finde ich jetzt nicht so gut, dass ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es irgendeine Entscheidung getroffen wird, wie zum Beispiel, wir, wir ziehen jetzt statt, in Palito zu wohnen, ziehen wir jetzt an den, in den Hafen rein. Wenn du dann sagst, das finde ich jetzt nicht ganz so geil, zum Beispiel, da hast du dann gleich, warum bist du jetzt so zickig eigentlich? Hast du deine Tage? Bist du schwanger? Alter, das ist, ja, aber da siehst du, dass er alte Schule ist. Das ist das gleiche Problem mit Larry. Der sagt zwar immer, dass er stolz auf mich ist und der meinte zu mir, äh, letztens noch irgendwie, ja, mit, mit Gerald hat ja dann, äh, eine gute Schülerin gefunden für den Friseurladen. Welch, Gerald? Äh, mein Chef. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, Larry, der hat keine Schülerin gefunden. Ich bin keine Schülerin mehr. Ich bin Co-CEO. Das habe ich dir schon gesagt. Und da habe ich, ja, Dankeschön. Ähm, auch von mir. Mein Gott. Dankeschön, Oma. Wir werden so schnell erwachsen. Ja, du aber auch, obwohl du schon eine Oma bist. Wir verlassen so weit den Zinsen. Wenn ich noch erwachsener werde, bin ich tot. Ja. Ja, davon möchte ich nicht. Oma, bitte bleib ewig jung und nicht erwachsen. Es steht auf dem Grabstein, die wurde zu schnell erwachsen. Ja, genau. Aber schon mit 90 gestorben. Ui, ui, ui. Nee, äh, ja, aber so, das, was Oma mir erzählte, also Oma hat mir so ein bisschen erzählt, als das da, ähm, mit der Trennung war von den beiden. Und, äh, da muss ich auch so ein bisschen nachdenken, wie das bei mir Larry ist. Und ich glaube, der ist nicht böse. Larry ist absolut kein schlechter Mensch. Im Gegenteil, ist ein sehr, sehr lieber, sehr, sehr guter Mensch. Sonst wär's ja nicht mit ihm zusammengekommen. Genau. Ja, obwohl ich mag schon Bad Boys, aber, äh, das war damals. Ja, wer tut das nicht? Das dachte ich bei Lennart auch immer. Warte mal, seid ihr auch nicht mehr zusammen? Lennart ist kein Bad Boy. Lennart ist der netteste Mensch, den ich kenn mit ihm. Ich hab mir tatsächlich immer gewünscht, einen Bad Boy zu kriegen. Und dann hab ich Lennart gefunden. Und Lennart ist ja mal der größte Feminist überhaupt. Oh! Lennart ist so ein Schaf, wirklich. Lennart ist einfach, der ist, der ist, glaube ich, mehr für Frauen als für Männer. Ja. Und der ist sympathisch. Ja. Ein wirklich sehr sympathischer Mann. Den musst du tatsächlich auch gerne mal kennenlernen, Ariane. Ja, das war ja bei dem Junggesellenabschied, war das irgendwie, ne? Ja, das können, das können wir bald klären und zwar bei meinem Junggesellenabschied. Oh! Willst du heiraten? Ja. Oh, wie schön. Weißt du schon wann? Nein. Vor April auf jeden Fall. Ja, okay. Oder auf jeden Fall vor März auch noch. Boah, geil. Wo weh? Ich bin nicht eingeladen. Ich glaube, Anfang Januar hat er gesagt. Sag mal, hat er mit mir mehr darüber geredet als mit dir, Eva? Wir waren doch dabei zum, äh, zum diskutieren, welchen Namen wir annehmen, weil ich will nicht, äh, Matthew heißen. Ja, das hat er mich auch schon gefragt. Und dann hab ich gesagt, ich würde lieber nicht Matthew nehmen, weil du sagst immer, also, ne, nicht Matthew, sondern du sprichst ja nicht richtig aus. Ja, Ariane ist immer zu viel, aber denk dran, ich spiele trotzdem einen Menschen mit Fehlern und bla bla bla, aber auch wenn sie wieder mit Skinner zusammenkommt, heißt das nicht, dass sie, äh, die Unterdrückte ist. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist das einfach je wirklich, wenn es passiert, weil ich sie gerade nicht so sehe, dass sie den ganzen noch eine Chance gibt, weil sie halt ein lieber Mensch ist. Feminismus ist, dann kann er auch gern meinen Namen annehmen. Ja, außerdem ist Moon ein geiler Nachname. Ja, liebe. Danke sehr. Ich gehe gerne mit euch. Für mich auch so. Ich kann jetzt, ich will nicht nochmal heiraten, bin ich ehrlich, ey, bei aller Liebe. Noch nicht? Bei mich? Das ist traurig, Oma. Ich dachte, ich würde auch, dass du Lennart heiratest. Achso, ja, das ist problematisch. Polygami. Polygami ist hier nicht erlaubt. Hier ist gute Stimmung. Schön. Immer. Wir sind von dem Schokoladenduft hier so durch schon. Wir sind wie auf Drogen, ey. Jetzt sag ich sogar Eva schon zu mir. Scheiße. Eva, fährst noch, fährst noch dein geiles Cabrio? Nein, ich hab's verkauft. Ich hab mir ein, also eigentlich ist es das gemeinsame Auto von mir und Lennart, aber ich hab's gezahlt. Und dann haben wir uns drauf geeinigt, dass er für die Tuning-Kosten aufkommt. Ich weiß mal, ist doch generell jetzt gewesen. Ich weiß mal. Und die Hälfte davon wird ja wohl fürs Tuning reichen. Ah, okay. Wie viel hast du denn dafür bekommen? Ähm, für den Sentinel? Mhm. Ich glaub, ich hab, aber ich glaub, ich hab 21 dafür gekriegt. Oh, eine Freundin von mir nur 17. Ich hab mir tatsächlich aber auch ehrlich gesagt jemanden gesucht, bei dem ich wusste, der hat Geld auf dem Konto. Super. Der hat nämlich Monate, also richtig lange beim PD gearbeitet und dann bei Cypress und ich wusste, dass man bei Cypress sehr gut Geld verdienen kann. Wirklich sehr viel Geld. Und da hast du immer was zu tun. Das ist, äh, das ist, das ist, das muss ich mir merken, dass, wenn man weiß, dass der Gegenüber halt viel Geld hat, dass man da wirklich auch mit dem Preis von sich aus höher geht und ein bisschen mehr feilscht. Ja, außerdem hatte er eh schon Interesse an dem Auto. Das hat's dann ein bisschen, äh, begünstigt. Hm. Sowas hat tatsächlich Larry bei uns gemacht. Der ist ja ziemlich gut drin. Aber das war immer eine mega unangenehme Sache, wenn Larry gefeilscht hat. Da wollte man nicht mit im gleichen Raum sein. Oh, so eine Person kenne ich. So richtig dreist, weißt du? So richtig dreist, wo man Mitleid mit dem Gegenüber hat. Das ist dann so ein bisschen wie so eine, so eine Folge Extreme Cheapskates, oder was ist das denn? Oh, das kenne ich gar nicht. Oh, ich sage einfach mal ja. Das sind, das ist so eine Serie über, ähm, über Leute, die, naja, guck, sind das die, wo so handeln für so Koffer und so? Das ist nur Epi. Heiraten hat ja keine krassen Konsequenzen, Leute. Da gibt es eine Folge mit einem Mann, der hat zu Hause einen Whirlpool und der wäscht sich in dem Whirlpool und im gleichen Wasser wäscht er seine Klamotten und in dem gleichen Wasser tut er dann seine... ...die Geld für den Einkauf wieder zurückkriegen. Das ist auch so ein bisschen was. In dem gleichen Wasser, ich bin noch nicht fertig, da kommt noch mehr rein. Der hat dann zum Beispiel Lasagne vom Vortag oder was, dann hat die dann in so Dosen drin und dann tut er diese Dosen dann auch in dieses Wasser mit rein, dass die so oben schwimmen, also nichts in die Dosen reinkommt vom Wasser, aber das Wasser ist ja warm und dann werden die auch aufgewärmt. Okay, gut. Da gibt es ganz viele, ganz viele Folgen. Wenn wir mal Pleite von Whirlpool hattest du durchaus eine Option. Die sind nicht pleite, das sind oftmals Leute, die am meisten mit Geld haben, aber die haben nur das Geld, weil die halt die ganze Zeit, zum Beispiel die eine Dame, die benutzt ihre Toilette nicht, wegen den Wasserkosten dort stehen und kontrolliert, wie lange er unter der Dusche ist und wenn es über drei Minuten ist, sagt die das und sagt dann, der soll raus und nach fünf Minuten dreht sie einfach die Wasser ab. Ich brauche allein, ich brauche fürs Duschen zehn bis 15 Minuten, wenn die mich beeilen. Ja, weil ich denke mir die ganze Zeit so, wenn die doch Geld sparen wollen, es gibt ja so Alternativen, die Klofrau zum Beispiel, die kann doch auf Toilette gehen und hat draußen einfach eine Regentonne und dann spürt die halt mit Regenwasser, was ist denn los? Es ist so doof, es ist so unfassbar. Dann kann die doch einfach auf ein Loch buddeln, dann braucht die gar kein Wasser. Ja, es müffelt nur so ein bisschen dann. Ja, ein bisschen eklig. In der Wohnung so ganz viele Löcher im Boden. Ey, voll das Minenfeld im Garten. So, wie soll man den neuen Pool hin tun? Ähm, ja, also, Dani, Dani. Und auf einmal sprießt es und die Natur erobert sich. Alles wirklich eklig. Ich habe, ich habe, ich hätte den schönsten Garten überhaupt. Wie bei der Marjana. Ich würde meine eigenen Kartoffeln, äh, dann. Boah. Aber auch nur so an bestimmten Stellen. Du kannst ja nicht überall, ne? du hast dann so in der Mitte so ein bisschen so ein Rundell, ne? Wieder nur nochmal krass. Ein Rundellfeind? Wo du ihn gerippt hast. Bei EA. Oh, ich bin da krass. Ja. Das ist richtig widerlich. Aber nur wegen dem Thema, wegen dem ich ja geschrieben habe, Boah, du weißt gar nicht, wie unfassbar schwer es gerade ist, ne? Nicht, nicht Larry zu sagen, dass man dem wieder eine Chance gibt. Der ist so am Weinen, weißt du? Du müsstest ihn einmal weinen hören. Das ist so furchtbar einfach. Das ist, da bricht mir die ganze Zeit das Herz, wenn ich mit ihm rede. Das ist ganz, ganz schlimm. Richtig schwierig. Kann ich mir vorstellen, ja. Und Opa war einfach nur sauer, hat er nicht irgendwie geweint oder sowas, hat er, so wie du das immer erzählst, das klingt immer so, als wäre der einfach nur so richtig, als wäre der nämlich richtig zickig. Stell dir einfach vor, Opa ist Grumpy Cat, Ariane. Ach du Scheiße. noch viel schlimmer. Das ist einfach so ein Stein. War der gar nicht heartbroken oder sowas, oder ist es direkt so umgeschlagen? Er hat zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte die Scheidung, hat er ausdrucksweise, das bricht mir das Herz. So hat er geredet. Und dann hat er gesagt, aber die Scheidung sagst du. Boah, ja stimmt, ja, das hast du mir erzählt. Deswegen, ja, Ariane, der hat auf jeden Fall nicht geweint. Der wird wahrscheinlich, weißt du, was ich mir vorstellen kann, der wird wahrscheinlich zu Alex gerannt sein und dann, Alex, alle Frauen sind scheiße. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja nur, weil alle Männer sind scheiße. Ja, Opa, da hast du recht. Vor allem die Edith, die ist die schlimmste. Und die Ava. Allein wie der mich letztes Mal angehalten hat, wo ich auf dich gewartet habe, weil du auch so musstest. Hä? Unglücklicherweise musste Oma vor dem Bestattergebäude auf die Toilette. Ja. Und dann bin ich halt an die Seite gefahren und stand da halt mit Warn-Sinklicht und so. Und plötzlich kommt dieser Alexander mit so einem riesen Zylinder auf den Kopf und tut mich fragen, ob alles okay ist. Und dann habe ich ihm halt geantwortet. Und irgendwie, glaube ich, hat er mich nicht erkannt. Und dann habe ich ihm halt mit, also, vielen Dank, Alexander, geantwortet. Und er so, hä? Woher kennst du meinen Namen? Und da habe ich gesagt, ähm, ich bin Ava. Und dann ist er irgendwie nicht drauf gekommen. Und dann sage ich so, ich bin die Ex-Enkelin von Opa. Oh. Und dann, und dann war der richtig, also peinlich berührt und hat dann gesagt, oh, äh, ja, gut. Auf jeden Fall habe ich dich angesprochen, ich gehe jetzt wieder. Und dann ist er gegangen. der will halt gar nichts mehr, äh, mit uns zu tun haben. Ich meine, das ist auch nicht schlimm, ich will auch nichts mit ihm zu tun haben, aber man hat halt das Gefühl, man, man wäre selber die böse Person in der Beziehung gewesen. Dabei war ich wirklich... Ja, du warst so geduldig auch einfach. Einmal kann ich mich selber schlagen, dass ich so geduldig war. Ich hätte das viel länger schon abblasen müssen. Eigentlich schon vor der Hochzeit, dass das gar nicht stattfindet. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber da steckt man ja nicht drin. Da kannst du froh sein, dass ihr ja noch nicht geheiratet habt. Ich meine, das ist jetzt auch so ein, so ein leichtes Trostpflaster nur, aber, ja, weil spätestens da gibt es ja keine weiteren Schritte. Ja, aber das war tatsächlich ja der, äh, einer mit der mitgründete, dass wir verschiedene Vorstellungen von der Zukunft hatten. Ich will mal heiraten und er will gar nicht mehr heiraten. Jetzt hat er mir irgendwas gesagt von wegen, ja doch, er wird mich heiraten, aber erst mal gucken, wie die Beziehung läuft. Weiß ich, das hat er ganz oft gesagt, irgendwie sowas, wir gucken erst mal weiter. Weißt du, ich fühle mich total hingehalten irgendwie. Wir sind acht Monate zusammen gewesen. Ich finde, das ist halt so ein Ding, um die Person zurückzuholen. Ja, genau, das wäre das Zweite. Aber sich dann halt nicht zu ändern. Genau, man sagt jetzt einfach alles nur, was die Person hören will. Ja. Ich kenne es von, tatsächlich von einem damaligen sehr guten Freund. Ähm, soweit ich weiß, ist er immer noch mit seinem, ähm, Partner zusammen, aber, er wirft ihm das die ganze Zeit vor und dann gibt es dann so einen richtig fetten Streit und dann vertragen die sich wieder und gehen wieder zurück und dann sagen sie, oh, ich ändere mich, das wird alles besser und so und dann läuft es vielleicht einen Monat oder so gut und dann fängt es wieder von vorne an. Ach du Schuss. Er soll erst mal die Taten bringen, bevor er irgendwas zurückkriegt, Ariane. Ja, das versuche ich ihn eigentlich, ach, ich müsste eigentlich einen kompletten Schlussstrich ziehen. Jetzt mehr hat er sich heute nicht bei mir und das heißt, vielleicht ist er mittlerweile auch so weit, aber ich muss halt mit ihm Kontakt haben, weil er ja noch bei mir wohnt. Deswegen muss ich ihn gleich sowieso mal anrufen. Ähm, wie gesagt, das stimmt. Das ist natürlich kompliziert. Ja, weil ich schmeiße ihn natürlich nicht, ich liebe den Mann ja, ich schmeiße ihn ja nicht raus mit zwei gebrochenen Beinen. Ich bin da, so bin ich einfach nicht. Ist ja kein Unmensch, ja. Ja, aber ich habe auch Angst, dass er das vielleicht ausnutzt einfach, um noch länger bei mir zu bleiben. Und ich gebe ja zu, ich habe sogar eine Wohnung für ihn bei mir in der Nähe gewohnt, weil es mir so schwer fällt, einfach diesen endgültigen Strich zu ziehen. Hm. Das ist, ähm, Das Problem ist halt, wenn du, ich meine, wenn er dann weiterhin bei dir wohnen bleibt, natürlich ist das nett von dir, ist ja klar. Andererseits, wenn man mal ehrlich ist, es tut ja keinen von euch wirklich gut. Nee, gar nicht. Deswegen will ich das ja, weißt du, was danach passiert, ich habe kein, ich weiß es nicht, es ist völlig offen. Ich finde, er sollte auch erst mal ohne mich irgendwie gucken. Vielleicht ist er ja derjenige, der dann sagt, hey, ich habe dich gar nicht so sehr vermisst und mir geht es wieder gut und wir belassen es dabei. Aber es muss definitiv ein Schluss, ach, kacke, ich muss ihn gleich echt mal anrufen, ey. Vielleicht hilft euch auch erst mal der Abstand. Naja, wir hatten das ja schon mal. Ja, schon, aber ich finde, Beziehungspausen bringen nicht, weil es ist eigentlich gefühlt der Schlussstrich. Bei manchen vielleicht hilft es, aber halt auch nur von kurzer Dauer. Aber so ein Abstand kann halt auch helfen, um zu sehen, so hey, ich brauche das oder ich brauche das nicht. Weil das ist einfach nur toxisch, weil du machst dich von dieser Person einfach abhängig und das ist nicht gesund. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen gegenteilig. Ich komme ja gut ohne ihn, klar. Aber er nicht ohne dich. Doch, ich glaube, also im Moment, ich habe einen Helferkomplex, aber das ist ganz schlimm bei mir, das habe ich mir auch gesagt. Ich habe Eddie damals, da habe ich mich immer erkundigt, wie es Eddie geht und so. Und als Larry in Krankenhaus war, war ich jeden Tag, bis auf zwei Tage, ich glaube, der war, weiß ich gar nicht, wie lange war der, anderthalb Wochen oder so, im MD, war ich halt da und stand vor seinem Bett immer, wenn er geschlafen hat und habe seine Blumen da aufgehübscht. Weil natürlich habe ich mir auch Vorwürfe gemacht. Ich weiß, das ist dumm, aber ich dachte mir, gut, ich habe Schluss gemacht, wegen mir liegt er jetzt im Krankenhaus. Aber ich muss sagen, dass er so viel weinen, so konntest du ja nicht wissen. Ja, ich weiß, aber es hat mich tatsächlich auch überrascht. Aber es ist ein bisschen, ich glaube, er macht das nicht bewusst, aber so ein bisschen emotionale Manipulation war, das ist mir klar. Und das muss mir auch die ganze Zeit weiterhin klar sein. Aber wie gesagt, die Zukunftspläne, die werden sich ja so nicht ändern von uns beiden. Deswegen macht das nicht so viel Sinn. Ja. Ja, wenn man, ich sage immer, ich meine, ich bin da die Schlechteste, um irgendwelche Ratschläge geben zu können, weil bei mir bisher alles, alle Ehen schief liefen. aber es ist in vielen Sachen einfach ein Geben und Nehmen. Und größtenteils in jeder Freundschaft ist das ja auch Kompromisse zu machen. Das ist das Wichtigste mit. Ich meine, natürlich ist man sich bei vielen Sachen einig, aber es gibt halt gewisse Sachen, da muss man sich dann entscheiden. Ich meine jetzt nicht so wirklich so einen Mittelweg, das man findet, aber wenn zum Beispiel für dich dann sowas wie heiraten sehr wichtig ist und du dir nicht vorstellen kannst, das nie zu machen, dann ist es umso wichtiger, dass der Partner dann sagt, okay, für mich ist das, ich möchte es zwar nicht unbedingt, aber für dich mache ich das. Dann ist das so eine Art Kompromiss. Wenn der aber nicht bereit ist, dir zu geben, was du brauchst, dann, wenn es da schon anfängt, dann ist das natürlich sehr schwierig. Ja, du hast recht, du hast recht. Wow, ihr seid die einzigen meiner Freunde, die tatsächlich so mit mir reden als alle anderen. Ich kann es aber verstehen, die haben natürlich immer mitbekommen, wie unglücklich ich war, weil ich das auch oft gesagt habe, aber die sind alle so, sei froh, dass sie los bist, obwohl er nichts Böses getan hat. Das kompliziert, man steckt halt selber nicht drin. Ich finde es ziemlich schwierig, mich in Beziehungen einzumischen, weil ich selber nicht da drin stecke und es dann auch mir nicht erlauben würde, da so ein Urteil drüber zu machen, aber manchmal, das habe ich von einer klugen Person gelernt, muss man einfach das Objektive betrachten und sich darüber eine Meinung bilden, bevor man seine Emotionen damit einfach einbringt, weil das bringt für Partei A und für Partei B einfach nichts. Ich weiß, ihr müsst wirklich, oh Gott, ich hoffe, er zieht heute aus. Also ich hoffe es eigentlich nicht, aber ich hoffe es eigentlich doch, bis dir dieses, es wird noch einmal wehtun. Hm. Aber es wird dir gut tun, Ariane, wirklich. aber ich sehe ihn ja so auch kaum, tatsächlich. Ich sehe ihn kaum. Trotzdem, es ist trotzdem was anderes, wenn du miteinander wohnst und man sich kaum sieht oder ob du wirklich weg bist, sozusagen. Weil, ich meine, wenn ich mir vorstelle, wie ich dich kennengelernt habe, wie du damals warst und wie ich dich jetzt sehe, ist das da schon ein großer Schritt. Aber, wenn du, wenn du komplett diese Unabhängigkeit dann hast und dich nicht darum scheren musst, ja, was mein Freund gerade macht oder mein Partner oder sowas und wirklich dein Ding durchziehen kannst und einfach mal dich selbst an Platz eins stellst, gibt das dir so viele Fortschritte, dass das, ich bin gespannt, was du für eine Person dann sein wirst. Und ich bin mir sehr sicher, dass du da einen guten, persönlichen Weg dann noch findest, wie du selber aus, ich sag mal, aus dieser Sache insgesamt als Sieger auch davon kommst und dann in Zukunft auch genau weißt, was du möchtest. Ja. Oma, was hat sich denn bei dir geändert seitdem jetzt? Ich stehe endlich für meine Meinung komplett ein und lass mich da auch nicht unterkriegen. Ich nehme dich einfach als Fortschritte. Eindeutig. Also, dir tat das gut. Du sollst halt ein bisschen herrischer werden, Ariane. Oh, glaub mir, das bin ich schon. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Das ist eigentlich bei mir, bei mir und Larry war es eigentlich so, dass er hat mich kennengelernt in Los Santos und ich brauchte viel Hilfe. Ich kannte vieles nicht und er hat mir viel gezeigt, hat auf mich aufgepasst. Also wirklich, ich habe wirklich gut auf mich aufgepasst und mich so an die Hand genommen halt. Aber mittlerweile ist es halt so, dass Larry Phelan Phoenix ist und sich die Rollen ein wenig getauscht haben, wenn es irgendwas Neues gibt oder er irgendwas beachten muss und so. Dann zeige ich ihm die Sachen. Dann sage ich hier, guck mal hier zum Beispiel, das ist das neue Autohaus. Die verkaufen da jetzt keine Gebrauchtwagen, sondern neue Wagen und hier, guck mal in der Straße zum Beispiel, da haben sie jetzt neue Wohnungen gebaut und im Norden ist dieses und dieses deiner, auf Venture geht das jetzt so und so und das hat sich und das mir ist, ich glaube, das mag er nicht. Also er ist sehr alte Schule, aber ich glaube nicht, dass er das Böse nicht mag, sondern das ist einfach ein bisschen vielleicht dann sein Ego kratzt. Ich glaube aber auch, dass er ein bisschen Angst hat, dass du halt Flügel kriegst und deinen Weg gehst und du dir einfach Angst hast, sitzen gelassen zu werden, weil du ihn nicht mehr brauchst. Ich glaube, hier besteht einfach so eine Kuh-Existenz, die er von dir braucht. Weißt du, wie ich meinst? Ich weiß, wie du meinst, aber ich hatte ihn ja trotzdem an meiner Seite jetzt, ich bin ja meinen eigenen Weg gegangen und wir haben uns, er ist ja jetzt wieder beim PD, er hat auch wenig Zeit, was für mich aber völlig okay war, jetzt in der Zeit. Er macht nämlich die Ausbildung wieder von vorne und er muss das. Der Arme. Ja, das tut mir auch voll leicht. Vom Sheriff zum Rekut. Aber wie gesagt, ich habe ja das alles nebenbei einfach gemacht, auch mit dem Co-CEO und alles. Das war jetzt alles nebenbei. Dafür brauche ich Larry nicht und Larry braucht mich auch eigentlich nicht für seine Sachen. Das ist Fakt einfach. Und das klappt schon gut. Also diese Koexistenz hat gut geklappt. Nur ich habe das Gefühl, er mag das sehr, wenn ich ihn frage oder wenn ich ihn brauche. Aber das ist halt nicht mehr so und das wird auch nie wieder so sein. Ja, das ist ja wirklich das, was wir eigentlich schon drüber hatten, auch mit Jonathan. Ja. Ist ja das gleiche Prinzip, auch das mit alter Schule. Mhm. Dieses auch, man muss gebraucht werden, obwohl man ja nicht gebraucht wird, aber dann ist teilweise, gut, ich weiß nicht, wie das bei Larry ist, aber dieses Hinstellen, dass man gebraucht wurde, obwohl man nicht wurde, ist ja eigentlich genau das Gleiche. Die kommen nicht damit klar, dass man selber dann irgendwann einfach mal anderer Meinung ist. Und dieses unterbuttern lassen oder... Ja, nee, das ist sowieso nicht mehr möglich. Aber ich will ihn auch nicht unterbuttern. Das ist tatsächlich irgendwie das Problem. Das ist wirklich schwierig, ja. Ich bin sehr herrisch geworden. Und wenn er nicht sofort zum Beispiel mitkommt, dann hat mich das ein bisschen aufgeregt. Aber er ist ja auch nicht mein Hund. Aber ich bin sehr herrisch geworden, das weiß ich. Da hätte ich vielleicht ein bisschen auf der Bremse drücken sollen. Es ist, wie gesagt, er ist kein schlechter Mensch, aber... Ja, das sind ja auch nicht die Sachen, weswegen wir uns getrennt haben. Ich glaube nicht, dass er irgendwie das größte Sinn hatte, aber... Boah, ich habe Opa auch ewig nicht mehr gesehen. Opa, ewig nicht mehr. Ja. Aber arbeitet der noch? Als Bestatter? Eine Ahnung, bestimmt, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte er auch ins Gras gewissen, da musste er ihn Alexander begraben. Wünschen, es wäre Werte, aber... Hilfe, aber... Ich weiß es ja nicht. Leid, aber so wie der Oma halt einfach verhandelt hat, geht halt gar nicht. Ich verstehe schon. Ich habe auch schon einige sehr böse Sachen über Leute gesagt, die nicht gute Menschen waren und sind. Boah. Haben die es nicht auch im Rissen verdient, wenn die halt zu dir scheiße sind? Natürlich. Ich bin, ähm... Eva, ich bin tatsächlich so ein Typ, ich gebe tatsächlich vielleicht ein oder zwei Chancen und wenn jemand aber so richtig scheiße geworden hat, so richtig, wo ich denke, okay, ich kann das jetzt aber auch nicht vergessen, ich kann mir das nicht schön nennen, gar nichts, dann halte ich mich fern. Das habe ich jetzt mit einer Freundin von mir, die ist... Wir kommen klar irgendwie, dass wir Hallo und Tschüss und sowas, alles ist auch vollkommen okay, aber sie hat halt was getan, wo ich gesehen habe, so, okay, die Person denkt in Extremsituationen so und so und das finde ich nicht gut und das kann ich nicht vergessen, wie sie reagiert hat und ja, das kann natürlich auch passieren. Da muss ich mir vielleicht eine Scheibe von dir abschneiden, weil ich finde, nach einer Entschuldigung ist es gut, ich habe es nicht vergessen, aber man lernt halt raus, finde ich, und man muss halt wissen, wie stark man sich selbst verletzen will damit. Also ich komme darauf nicht so klar, was sie gemacht hat, weil es war schon... Ich versuche das mal ganz schnell zu erklären. Eine Party und sie war ja, sie war auch da, wir waren alle Freundesklicke und Max, meine beste Freundin, saß da irgendwie und wir hatten eine von diesen Gefangenen, die geflüchtet sind. Könnt ihr euch noch erinnern auf Wenchern? Oh, Herrgott. Ja, da war so ein richtig gruseliger, der hieß sogar Lennart. Ne, wir hatten da von einer Frau bei uns, weil irgendjemand die Party öffentlich ausgeschrieben hat und die saß da und irgendwann kam dann die Polizei, dann ist die Frau aufgestanden zum Max mit einer angespitzten, was war das, Zahnbürste und hat gesagt, dass sie sie irgendwie umbringt. Oh Gott. Genau und Max stand da ganz alleine, wir alle, wir alle standen da und waren auf dem Boden, weit weg. Max stand ganz alleine mit ihr da und die wurde dann erschossen und ist auf Max gefallen, die an dem Tag komplett in Weiß war. Oh Gott. Genau und dann fing das damit an, dass Kate, weiß nicht, kennt ihr Kate Sykes? Die Ukulele, die Ukulele spielt da. Genau und sie ist halt eine ziemlich labile Frau, was das ist natürlich vollkommen okay. Aber sie ist dann in dem Moment. Hat man am Hurricane leider gemerkt? Ja, das ist nicht nur beim Hurricane und sie hat keine Hilfe von mir. Also ich habe, egal, lange Geschichte. Die Frau nimmt keine Hilfe an. Das ist sehr anstrengend. Sekunde. Oh, das ist nochmal, gerade warte, ich drücke ihn mal kurz, ich rühre ihn gleich an. Ich rühre ihn gleich dann nochmal weg. Und Kate hat dann aber so, er hat eine Panikattacke gekriegt, was man natürlich nicht kontrollieren kann, aber sie ist dann so im Mittelpunkt gewesen, dass alle sich um sie gekümmert haben und Max stand da. Max stand da alleine und ich war noch auf dem Boden und die Polizei meinte, ich durfte nicht hoch und dann ging jemand zu Kate und meinte, Kate, kannst du, nee, ging jemand zu Max und meinte, Max, kannst du nicht mal Kate umarmen, die Arme ist voll fertig. Und dann musste Max, die war blutverschmiert. Ja, die war blutverschmiert und das Schlimmste ist, ich musste für Max dann das MD holen, weil die war, ich habe die so noch nie erlebt, die konnte nicht reden, die war so unter Schock. Dann habe ich sie ins Badezimmer gebracht, das ist ein großes Badezimmer, wo daneben ein Bett war, getrennt durch so eine Trennwand und dann ist Kate irgendwann reinkommen und ich habe noch vorher zu einem gesagt, hey, bitte, da kommt jetzt das MD, das musste ich nämlich wieder rufen, weil die waren schon weg, hat sich nämlich auch keiner um Max gekümmert, da habe ich gesagt, hey, könnt ihr jetzt mal erstmal hier freilassen, bla bla und dann kam endlich der Arzt, redet mit Max, Kate sitzt auf dem Nebenbett und fängt an laut zu singen, sodass Max sich nicht mit dem Psychologen unterhalten konnte und dann bin ich dann rüber und habe gesagt irgendwie, bitte Kate, aber ganz lieb, Kate, kannst du bitte ein bisschen leiser singen, weil Max, da ist es gerade der Psychologe und da hat sie halt so voll patzig gesagt, irgendwie so, ja, nicht nur, es ist nicht nur Max, irgendwie auch andere Menschen haben hier gerade Probleme und das nehme ich ihr Übel bis heute. Also, es tut mir sehr leid, das sage ich nicht oft, vielleicht nur zu mir selbst, aber das ist übelst asozial. Das ist mega asozial und das hat ja dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wir können, wenn wir uns treffen, alles gut, wir haben uns auch noch nicht ausgesprochen, wir haben uns einfach so irgendwie geklärt. Es ist halt, manchmal passen Leute einfach nicht so zusammen. Ich kann das nicht vergessen, wirklich, wie auch sich kaum einer irgendwie um Max gekümmert hat, das werde ich einfach nicht los. Oh, das ist so, da ist jemand. Oh, Oh, Oh Gott, ist das dieser Überfall, von dem ich so viel ge... Okay, Eva, ich muss sowieso los. Ich hab'n Taschengeld. Darf ich dich umarmen? Das war'n Scherz. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt einige Male mal wieder. Umar'n Bonschen. Pass auf dich auf. Ich hab' dich tatsächlich sehr gefremisst. Ja, ich dich auch. Lass' irgendwann mal wieder bei Blazing Tickles mit Philipp treffen und da ein bisschen Party machen. Ja, sehr gerne. Da hätt' ich Bock drauf. Oder wir, ähm, holen endlich den Strandabend nach. Ja, oder wir holen wirklich endlich den Strandabend nach. Ihr schreibt mir immer SMS, das ist bei mir besser als Anrufen auf jeden Fall. Okay, Lass uns das einfach ja nicht machen. Ich will mir mit Edi sauber auf das ein bisschen. Super. Wir bringen Schokolade, Wasserstrank und was es sonst alles geben wird. Dann werd' ich, äh, vielleicht einen schönen Rotwein mitbringen. Okay. Okay. Und Tequila. Okay, und Tequila. Okay. Aber erinnere mich daran, jetzt vergesse ich das, ich kenne mich. Ich schreib's einfach in die SMS rein. Okay, super. Dann, äh, pass auf dich auf und bis bald, ja? Ja, du auch, Ariane. Tschüss. Ach, ich liebe sie. Was möchtet ihr jetzt? Oma, ich muss los, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Ach so, ja, ist in Ordnung. Wir holen den Strandabend noch nach, ja? Ja, aber ich meine jetzt wirklich, wir holen ihn nach und, ähm, pass auf dich auf, ja? Ja, ist in Ordnung. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt gleich schlafen gehe und wollte fragen, wo du bist. Ich bin gerade noch in Palito. Ich wollte gleich Larry anrufen, falls der heute auszieht, dass ich da dabei bin noch. Ähm, und ansonsten, äh, ja, bin ich gerade mit Palito. Oh, kannst du eventuell oben an unserem Laden vorbeilaufen? Nämlich heute waren die von McGill da, aber die haben mir irgendwie nicht mehr zurückgerufen, wann sie fertig sind mit dem Umzug. Warte mal, ich fahr mal kurz dann vorbei, ja? Warte. Ja, das ist super. Und, wie ich hier am nächsten rauskomme. Ich bin nämlich gerade an der Schokolade trinken. Genau, ich wollte dir noch sagen, äh, falls du wieder, also, äh, stimmt, wenn du jetzt, äh, warte mal Palito, und, nee, da fährst du gar nicht vorbei. Aber ich kann ja nicht, ich kann ja, wo soll ich hin, was ist los? Achso, nee, ich hab, nur Freunde von Flywheels haben mich vorhin angerufen, haben gesagt, dass heute wieder ein Rieseneinsatz da beim Yellowjack ist und ich dachte mir, fahr da am besten lieber nicht vorbei. Okay, äh, mh, also, ich hab keine Ahnung, was da war, aber da war eine Hubschraube und alles Mögliche und die von Flywheels sind ja direkt daneben. Ja. Und ich so, äh. Gerhard, hier sind ganz viele Pohrweiterchen, der kam bei ihr eine Pohrweiter. Oh Gott. Entschuldigung. Nee, alles gut, alles gut. Aber Gerhard, ähm, halt dich ganz weit fern und, ähm, halt dich einfach ganz weit fern. Das sind deine Freunde, ähm, wie gesagt, wir machen nichts und alles cool, ja? Okay, gut. Okay, ich, ich frag mal, warte mal, ich frag die mal kurz, ja? Ja, ja, sehr schön. Ach, die sind ja noch drinnen. Ja, die stehen hier vorne noch. Äh, ich ruf dich gleich nochmal an, ich frag mal kurz, Dankeschön. Bis gleich. Guten Abend, hallo, ich bin, äh, die Cosi of a Mountain und Style and Hair. Ist denn der um? Ja, super. Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig. Oh, wunderbar. Ich wollte gerade hier Geralt anrufen, aber der ist nicht erreichbar. Achso, nee, der wartet tatsächlich auf ihn anrufen. Ja, ich hab grad probiert, nicht erreichbar. Ja, Kann man also schon reingehen? Ja. Ja, das ist ja wunderbar. Alle Anschlüsse sind soweit fertig, Boden verlegt, ja, alle easy, alles entspannt. Klasse, boah, da bin ich ja jetzt gleich gespannt. Also das, was ich beim Vorbeifahren gesehen hab, sah schon ganz gut aus. Ja, es ist halt für uns das Einfachste vom Einfachsten, einfach mal so ein bisschen Boden raus, Boden rein, alles easy. Okay, dann, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, dann rufen Sie am besten Geralt mal an, der freut sich bestimmt. Wenn er jetzt erreichbar ist, ja. Okay, der müsste jetzt erreichbar sein. Und vielen Dank für die gute Arbeit. Ja, danke schön. Gerne, gerne. Kein Problem. Immer wieder. Und schönen Feierabend noch. Wir arbeiten jetzt noch eine Stunde, aber alles gut, danke. Achso, dann später schönen Feierabend. Ja, danke schön. Tschüss. Tschau. Ich hole mal mein Auto hier rüber. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Und? Oh. Jetzt nochmal. So. Ja, das ist jetzt unser neuer Laden hier. Wunderbar. Okidoki. Ist nicht mehr so voran. Der Wasserfleck ist weg. Oh mein Gott, der Wasserfleck ist weg. Ich kann nicht mehr. Hm. Ja, wir machen es mal. Jetzt sind wir wieder die, äh, diejenige. Das ist doch nicht wahr. Larry, kannst du dich kurz bei mir melden? Ich muss ja nämlich den Zweitschluss, also ich muss dabei sein, wenn er wirklich aussieht, muss ich dabei sein. Muss gucken, dass mir den Zweitschlüssel dann alles okay ist und so. Was genau hat sich geändert? Äh, das sieht ganz anders. Also der Boden ist anders, der oben ist anders, das war ja alles voll voranz. Das hier komplett ist anders. Die Stühle sind viel moderner und sauberer vor allem auch. Hier haben wir jetzt Waschbecken bekommen und hier haben wir jetzt auch so Stühle. Es hat sich viel geändert, viel. Ich weiß nicht, ob sich was im Büro geändert hat. Da müsste ich jetzt mal gucken. Ja, es sieht schon schicker aus. Okay, Büro ist immer noch so. Ja, wobei, war das hier schon immer da? Aber vielleicht jetzt ein Klo, auf das man gehen kann? Nein, aufstempeln. Niemals! Ja, okay. Ja, es sieht schon schöner aus. Es ist nicht das, was wir ja so haben wollten, aber Arianne weiß nicht, was Skinner gerade treibt. Und bitte auch nicht metern, aber sie muss dabei sein. Und ich bleib dabei, Ariane ist natürlich immer noch voll im Dorf und es wird sehr wehtun und ich muss das langsam auch mal ausspielen. Mal gucken, mal gucken, was dran geht. Wie geht's dir? Hey Larry, wie geht's dir? Hab gerade einen großen Motivationsschub gehabt. Ich war bei der Physio und bis heilig sehr zufrieden. Ja, das ist ja schön. Und da hast du einen Motivationsschub bekommen. Ja, weil es vorangeht. Oh, super. Bin heute schon einige Schritte schon ein ganzes Stück gelaufen ohne Krücken. Hat gut funktioniert. Ohne zu fallen. Na klasse, da freue ich mich für dich. Ähm, wir müssen trotzdem über das Ausziehen reden, Larry. Du hast dich nicht zurückgemeldet. Aber wir müssen darüber reden. Ja, aber jetzt kann ich gerade nicht. Und wo bist du denn gerade? Ich werde jetzt gleich mal von Chief und Brian abgeholt. Ich schlaf woanders im Problem. Nein, es geht nicht darum, aber ich kann so keinen Schlussstrich ziehen. Es fällt mir immer schwerer. Hast du mein Geschenk bekommen? Ja, ich hab doch auch was Larry, liest du immer noch keine SMS? Ach, war das wirklich eine Antwort drauf? Larry, denkst du mit einem Blumenstrauß ist es getan und dass ich jetzt denke, dass sich absolut irgendwas ändern wird bei uns? Ja, denke ich. Aber ich denke nicht, dass der Blumenstrauß etwas ändert, sondern, äh, ja, einfach die Erfahrung, die wir, die Erfahrungen, die wir machen und, äh, ja, auch die Gedanken, die da Larry? Ja? Ah. Ich dachte schon, du warst weg, Entschuldigung. Nein, nein. Ich dachte eigentlich, äh, ja, ich denke schon, dass wir noch eine gute Chance haben. Wenn ich dir, wenn ich hier, einfach auch dir, na ja, ganz klar sage, wohin die Reise gehen kann. Kann. Ich, Larry, das ist nicht genug. Ja, soll ich dir jetzt sagen, ja, ich will dich jetzt heiraten? Es geht doch nicht ums Heiraten nur, Larry, ich hab dir doch gesagt, worum es geht. Ja, und ich hab dir gesagt, dass ich da wahrscheinlich, dass ich da wirklich Einsicht gezeigt habe und dass du wohl recht hast, dass ich in den letzten Wochen, Monaten viel an mich gedacht habe und dann irgendwie, auch selbst die Dinge, wenn du die Aufmerksamkeiten für dich und auch, na ja, dass ich es wohl alles nicht so gezeigt habe, auch die Kleinigkeiten, dass ich dich einfach mal ein bisschen, na ja, dass ich einfach mehr gezeigt hätte, wie ich es, wie ich dich wertschätze. Das habe ich zu wenig getan und das tut mir sehr leid und ja. Larry, weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Wir beide waren noch nie zusammen irgendwo essen. Noch nie. Nicht einmal in den 8 Monaten. So richtig essen. In einem Restaurant. Das wäre mal schön, wenn wir das machen könnten. Ja, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die ich meine, weißt du? Ja. Ich habe doch so viele Ideen gehabt, ich habe doch so viel für uns getan, Larry. Das musst du einfach mitbekommen haben. Ja, natürlich habe ich das doch mitbekommen. Aber solche Ideen kamen von dir gar nicht. Das kam immer nur von mir. Ich will nicht am Telefon streiten. Nein. Weißt du, das Problem ist, du weißt doch selber, dass in letzter Zeit bei mir in meinen Kapiteln privat auch viel passiert ist. Ja, Larry, bei mir ist auch privat. Darauf will ich mich nicht hinausreden. Darauf will ich mich nicht hinausreden. Da ist es einfach viel passiert. Ähm. Ja. Trotzdem hätte ich das Ganze, ich hätte dem Ganzen etwas mehr entgegnen müssen, einfach darüber, dass, ähm, wo du schon so viel gekämpft hast. Dass ich diesen Kampf dann zumindest dir das Gefühl gegeben hätte, dass wir den Kampf ja auch gemeinsam gehen. Dass ich das, wie gesagt, alles wertschätze. Und, äh, das war einfach zu wenig Arbeit von mir. Das tut mir sehr leid, Larry. Wann kann ich denn das nächste Mal mit dir reden? Ich, äh, hoffe ja noch später möglicherweise. Bis jetzt, ich weiß nicht, was das jetzt hier wird mit, äh, Hast du gelesen, hast du gelesen, dass du bei Barbara auch übernachten kannst? Die hat die gleich Wohnung, so vom Schnitt her. Ja. Dann schlaf ich lieber in meinem Auto. Warum? Zum einen brachte sie den Spruch am Taxi und dann meinte sie noch, ich soll das Geld dann, anstatt ihr, ja, wo ich das Taxi bezahlen wollte, lieber vom Psychologen ausgeben, ich lass mich doch nicht verarschen. Okay, du, du kennst Barbara nicht gut. Du weißt nicht, wie sie das meinen. Sie hat gesehen, dass es dir scheiße ging. Und, Larry. Ja. Ich hatte sogar überlegt, ob es vielleicht, aber ich weiß, ich weiß nicht, ich hab, ich hab da nicht wirklich viel Hoffnung, aber ich hatte überlegt, ob wir vielleicht einfach beide im MD eine Part-Therapie machen und vielleicht gemeinsam einfach mit dem Psychologen reden. aber ich glaub, der kann auch nicht zaubern. Also, Larry. Larry? Ich hab, ich hab da mal was ausgemacht. Ich wollte dir was Gutes tun, dass du dich nicht wunderst. Ich schick dir nachher eine Nummer von, äh, Miss Harley. Dann kannst du anrufen und dann, äh, hast du einfach mal einen schönen, naja, Nachmittag oder Abend, so wie es dir am besten reinpasst, auch vom Geschäftlichen her, dass du einfach mal zum Entspannen ins MD gehst. Okay? Äh, nein, das werde ich aus einem bestimmten, ich werde es aus einem bestimmten Grund nicht machen, Larry. Das ist nur für dich oder möchtest du nicht von einer Frau geknetet werden? Miss Harley hat mir, Miss Harley hat mich angemacht und das, obwohl sie vergeben ist. Ich werde sicherlich nicht mit ihr einen Tag im MD verbringen. Wie hat sich denn das Anmachen ausgeprägt? Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, sie würde mir eine erotische Massage anbieten und das war auch sehr speziell gesagt vom Thronfall her. Aha. Hm. Schade. Dann habe ich das Geld umsonst ausgegeben, wusste ich, nee. Naja, egal. Dann hol dir das Geld wieder. Nö. Ich habe auch schon Geld für dich umsonst ausgegeben, Larry. Ja. Das war ja auch kein Vorwurf. Meine Güte, kommt ja gleich wieder wie aus der Pistole zurückgeschossen. Ja, natürlich, weil es bei mir so ankommt, als wäre es ein Vorwurf. Nein, ist es doch nicht. Okay. Okay, Larry. Dann, äh, ja, ich melde mich nachher. Okay, Larry. Denk dran, ich muss dabei sein wegen dem Zweitschlüssel. Okay? Du musst mit mir Kontakt gerade halten. Und zieh dir was Warmes an, das ist, ja, das hatte ich heute auch. Bis später. Bis später. Ich bette, hundertprozentig ist die Kinder so hart mit der geflirtet, aber nee. Das ist der erotischen Massage und so und Ariane, ja nee, die ist ja vergeben und sowas mache ich nicht. Nein, nein, sowas mache ich ja nicht. Nee, ähm, wie gesagt, äh, das hätte Ariane nicht gemacht. Das hätte, und, äh, das ist so, äh, nein, nein. Das ist so, nee, das will ich auf keinen Fall mit Ariane. So eine ganz fremde Person irgendwie, die da so, nee, das ist mega strange. Mega strange. Also, das hat sich angehört, als würde Ariane das mit der Poppen sollen. Das ist ganz komisch. Tja. Es sieht immer schlechter aus. Okay. äh, Nick Mido, das hat Ariane, äh, Skinner erzählt mit der erotischen Massage von, äh, der Miss Harley. Das kann er wissen. Ähm, Mann, Skinner könnte das Ding einfach so, also mit den Ideen, die ich umkomme, weil er könnte es so hart rumreißen, ne, da müsste er aber halt echt einmal Zähne zusammenbeißen und, äh, Dinge organisieren. Aber, die Idee kommt nicht. Es kommt nicht. Es ist immer noch Skinner, der einfach sehr viel redet und, ach, sehr gemütlich ist und immer Worte, Worte, Gespräche, Gespräche, Worte, Worte, Gespräche, Gespräche, ähm, mit, du bist die Schönste und sowas alles. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht, was sie will. Sie will solche Männer nicht mehr. ist, es, oh, man ist so schreckt, es geht einfach doch auf diese Ideen, bitte. Hm. 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 So, gut. Oh. Tür abgeschlossen. Oh, ist das cool, dass sie einfach so in den Laden rein können. So, Gerard hat gerade keine Zeit, ist auch völlig okay. Ach, der ist ja schlafen. Ah, ich doofe, der ist ja schlafen. meine Nachricht. Salü. Bitte was? Was ist mit deiner Nachricht? Schlafen. Schlafen. Du hast ihn gelöscht. Er war in halbem Bibel. Nein, wirklich, Davide, es tut mir unendlich leid. Schau's ihn an. Wieso hab ich ihn verdient? Womit? Aber egal. Wie geht's denn? Weißt du, du musst da so Tasten drücken auf dem Handy, da kann man immer ab und zu so das speichern, weißt du? Ich weiß, aber ich weiß den, aber ich mach den halt nicht. Ja, ich kenn das. Weil, wenn man nicht mit einem Anruf erwartet, weil wieso auch? Oh, Davide, es tut mir leid. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, ich wollte einfach nur... Ich wollte dich einfach nur fragen, wie es dir geht. Das war es eigentlich schon, das hat sich ja ganz so voll gelohnt. Echt? Ja! Das ist der Stopp-Möhre jetzt. Für mich geht's gut, wie geht's durch? Äh, ja, auch ganz... Ja, nee, eigentlich nicht. Ich hab grad mit Larry telefoniert und der ist immer noch nicht ausgezogen. Äh, ey, Davide, Larry ist so strange. Kennst du im MD eine Miss Harley? Schön. Eine Miss Harley. Ich glaub, den Thema hat er schon mal... Ich hab diesen noch mal schon mal gehört. Äh, die war, ähm, als du als Alien warst, ne, war doch da dieses Pärchen. Das war einmal der Arzt vom MD und seine Freundin. Genau. Ah, das ist seine Freundin? Genau, das ist die Freundin. Oh, Und die, ähm, ist damals zu mir hingekommen, ne, als der Nico ein bisschen weiter weg stand und meinte zu mir, äh, wollte mir eine erotische Massage anbieten, wenn ich das mal brauche. Und dann hat die gesagt, ja, nee, und so, ne, weil, irgendwie komisch. Und obwohl sie halt scheiße heiß ist, bis zum geht nicht mehr, muss ich schon sagen. Ähm, aber, ähm, ja, vielleicht. Äh, Nico tatsächlich auch, aber egal. Ähm, aber die sind ja mit einem Pärchen und sowas, alles sind irgendwie mega unangenehm. Aber es gibt doch sowas wie Polygamie, hast du schon gefragt, Ariane, vielleicht lassen wir den Dächer zu. Äh, ich müsste, ich müsste, ich müsste, glaube ich, auch mal zum ACS. Und vielleicht, äh, vielleicht sollte ich mir heute einen anderen BH mal anziehen, denn es ist ziemlich auf die Brust gegangen. Äh, äh, was soll ich? Ich bin mit dem Auto auf dem Highway, aber ich bin nicht so schnell gefahren, ich hab ausrollen lassen, bin ich hier gegen die Leitplanke gefahren, aber so vor die Leitplanke. Ach du Scheißen. Kacke. Ist ich gut? Ich krieg nur Luft, aber. Äh, soll ich einen Empty rufen? Nee, ich glaube nicht. du glaubst, okay, okay, bleib ruhig, okay, ruhig atmen, ich komm sofort dahin, bleib ruhig, okay? Äh, du weißt ja gar nicht, wo ich bin. Wo bist du denn? Ähm, der Highway hast du gesagt. Ja, ich bin auf den Highway, und zwar, ähm, hier ist ein Pier, hier ist ein Weg zum Pier runter. Pier? Zu einem ganz kleinen Pier. Ähm, weißt du, wo, ähm, die erste Brücke ist, wenn man, wenn man, nee, die zweite Brücke, ähm, wenn man links den Highway hochfährt, sind doch zwei Brücken. Woher? Genau. Genau, nach der zweiten Brücke, wenn man da ein bisschen weiter guckt, da geht, äh, ein, ein Weg, ähm, nach unten, zu einem ganz kleinen Pier. Ja, woher? Und ich stehe genau oben auf dem Weg. Okay, äh, äh, okay, ich, 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 ich weiß, und ich, äh, beeil mich, ich mach schnell. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Ich hab nicht mitgekriegt. Äh, ich hab's nicht mitbekommen. Kacke. Okay, also, sie ist dagegen gefahren, das sehen wir ja. Äh, ich hab ausrollen lassen, ich hatte meinen Finger nicht auf dem Gas. Ich weiß auch nicht, wie schnell sie dagegen gefahren ist. Fuck, ey. Und, äh, sie ist natürlich dementsprechend, äh, auf dem Lenkrad geknallt, weil Airbag, weiß ich nicht, ob Airbag hier ausgespielt wird. Keine Ahnung. Ah, meine eigene Schuld war das jetzt. Auto abschnitten lassen. Okay, ich weiß nicht, warum es mir gerne ausgehen. Ich kann aber überlegen, wegen Ausspielen und so. AMD. Fuck. Oh. Auto muss auf jeden Fall weg. Ähm. Guck mal. Ah, Mist. Flywheels oder AC? Ich nehm ACLS. Das dauert bestimmt, bis die hier sind auch. Warte mal. Nee, das könnte auch hinten die Rocker sein. ACLS. Nee, die war ACLS. Besser ist das. Besser ist im Norden. Der ACLS, wie können wir helfen? Hallo, ähm, ich hab grad einen kleinen Unfall gebaut, auf dem, äh, Highway und, äh, mein Auto müsste abgeholt werden. Entschuldigung, ich rieere gar nicht so gut Luft. Mein Auto müsste, äh, abgeholt werden und repariert werden. Okay. Ja. Okay, welcher Highway denn? Ähm, das ist der, ähm, West Highway und, ja, auf welcher Höhe? Äh, der hat ja, der hat ja zwei Brücken. Genau, ja. Genau, bei der zweiten Brücke, wenn man dann, ein bisschen weiter hoch fährt, geht ein kleiner Weg Richtung, äh, Richtung eines kleinen Kiers. Ich stehe oben auf dem Weg. Ja, okay, alles klar, ich bin unterwegs. Okay, Dankeschön. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Du könntest ja auch ein bisschen hinsetzen, ja. Shit, wie ist das denn passiert? Hab ich, wie ist das passiert? Ich weiß das ganz selber nicht. Ich bin, ich bin jetzt gerade mega verwirrt, wie das passiert ist. Ich kann, ich weiß nicht, ob ich nicht, ich weiß nicht mal, ob ich nicht hingeguckt habe, aber auf der Highway gucke ich halt immer hin. Das ist der Highway, hallo? Alter, 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 oh, das hätte richtig mies werden können. Oh, das hätte ja richtig mies werden können. Holy shit. Holy shit, das hätte, oh, ich muss wirklich jetzt auf die Zukunft richtig aufpassen. Nee, Clip darf ich nicht gucken. Alter. Also, ich für mich wäre das jetzt halt so ausspielen, was ist denn da hinten? Guck mal, da hinten ist die Insel. So ausspielen, dass sie ja mit dem Lenkrad so ein bisschen, also beim Brustkorb halt so ein bisschen, aber ihr geht soweit gut. Sie hat nur gerade so, weil das ein bisschen gequetscht ist. Ich bin aber straight drauf losgefahren. Aber ich hab doch nicht, ich hab doch nicht weggeguckt. Oh, Ariane, weißt du was, wir nehmen jetzt mal hier nicht Z, sondern hier dieses atmosphäre Ding wieder. Ach, Ariane, dein Skinner versteht es nicht. Er ist so ein Dickkopf und er wird dich verlieren. Dabei weißt du doch, was du willst. Du willst, dass es Änderungen gibt. Ich hab am Arm, am Arm was. Ich hab am Arm was. Am Arm schürfen, ne? Ich muss jetzt im D. und ein bisschen Blut. Hier noch an der Jacke. Yep. Okay. Sie hat eine leichte Quetschung vorne. Wie ist das zur Hölle mit dem Arm passiert? Das ist der rechte Arm. Ne, das ist der, Entschuldigung, ich bin so doof, das ist der linke Arm. Beim rechten Arm hätte ich jetzt den Glassplitter rein. Hier. Wir können es auch ein bisschen extremer machen auf jeden Fall. Linker Arm ist auf der linken Seite, warte mal, auf der linken Seite ist ich glaube auch kein Glas mehr. Das heißt, das ist ein Glas, bitte. Ne, da ist noch Glas. Scheiße. Hm. Scheiße. Hey. Hier. Ich habe meinen Arm bootet. Guck mal. Ach, okay, 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 ruhig, 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 okay, nicht ausraten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war so in Gedanken gegen Larry. Ich bin auf jeden Fall davor gefahren und ich weiß eigentlich gar nicht, wie das passieren kann. Okay, setz dich lieber hinten auf den Boden. Es ist glaube ich gut, wenn du dich jetzt nicht so krass bewegst. Okay. Ach, was tut noch will? Mein Brustkorb, ich bin so aufs Lenkrad vorne so. Okay, tut dein Mund auch will, weil ich kann Mund-zu-Mund-Beatmung wenn er nötig ist. Wenn du es so sagst, der tut, nein, der tut nicht will. Habe ich nicht gesagt. Okay. Ich wollte gerade aufs Positives hoffen, Entschuldigung. Aua. Okay, wie krass sind denn Schmerzen von 1 bis 10, wenn 10 in den Schlimmsten ist? Mein Arm tut tatsächlich ein bisschen weh und ich glaube, wenn du richtig guckst, guck mal, ich glaube, ich habe da Glasplitter drin, weil da war so viel Glas. Ich kann da nicht hingucken, was steckt da? Oh nein. Okay, es sind ganz kleinen, ganz kleinen Glasplitter, also nichts gravierenden, glaube ich. Oh Gott, ich muss in so im Wien. Glaube ich. Danke. Ich habe so gar keine Worte. Okay, mach dich keine Sorgen, dann fühlst du deinen Arm noch, kannst du deinen Finger noch einzeln bewegen? Ja, schon, aber es zieht schon ein bisschen. okay, okay. Okay, äh, hast du vielleicht zufälligerweise, nein, ich bin kein Md-Lach, ich muss damit aufhören. Hättest du dir jetzt einen Pinzetten, hätte ich gesagt, ich ziehe dich denn raus, obwohl ist er nicht in deinen Verbandskasten mit drin, so einen Pinzetten mit Verband und Alkoholösung oder so. Oh, dann muss ich mir einen Verbandskasten holen, das ist ja günstiger, so scheiße teuer wie das. Ach, scheiße auf mein Leben, hast recht. Nein. nicht drauf. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich würde schon, ich muss, das dauert bestimmt ein bisschen lange, ich würde schon kurz zum D-Gehen gehen. Okay, fühlst du dich, äh, fühlst du Schwindel oder so? Mhm. Kopfschmerzen oder, oder? Nein, aber ich bin übelst geschockt, also, literally, weißt du, ich bin so hart geschockt gerade, weil ich nicht weiß, was hier los ist. Ich war, glaube ich, extrem in Gedanken. Aber David, was ist, wenn ich dann rechts runtergefahren wäre? Guck mal, siehst du hier, das macht mich gerade voll fertig, da ist ein Baum am Ende. Scheiße, das will ich mir nicht hier so sagen, da habe ich auch eine Schutzhänge geholt. Das ist so ein Engel bei Dash, sage ich dich wie den ist. den Arzell, den Arzell ist doof, einen Moment, warte Sekunde. Ja? Hey, Harry. Ist gar nicht so gut, Harry. Äh, du bist aber nicht in Gefahr, oder so? Ja. Ich hatte einen Unfall gehabt, ich bin auf den Highway. Ja, David, ist bei mir. Okay, okay. Der kümmert sich gerade um alles. Was? Willst du denn beinen? Warte, ich, ja, ist egal wo, David kümmert sich schon. Ich werde aber auf jeden Fall gleich ins MD gehen. Bist du verletzt? Ja, ich bin mit dem, ich bin gegen eine Leitklampe gefahren, aber gegen das Ende, also gegen dieses Stück, das noch rausragt, so. Was? Keine Ahnung. Und jetzt mein Autoschott, und, äh, oder wie danke, das lieb. Und ich kriege nicht so gut Luft, aber das ist alles gut, keine Ahnung, ist wirklich nicht schlimm, ich werde das schon irgendwie. weißen. Weißen. Ja. Es ist alles gut, Larry, ich bin nicht alleine. David ist der Kühen gefallen. Ich kümmere mich. Nein, nein, du kannst ihn nicht kümmern. Oh, der ATMS ist da. Ich, oh Gott. Kühen, 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 bleib sitzen, ich kümmere mich mit dem Kühen. Danke, David. Ich bezahle lassen, alles gut, ich habe die gerufen. Nein, 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 David, ich bin so doof gefahren, das meine ich, sei nicht so überliebt. Oh, er meine Schuld, weil ich dich wieder faul geredet habe. Wenn du so weiter machst, werde ich dich heiraten, David, bitte mach das nicht. Hey, was? Alles gut. Ich bin nur in netten Gesten. Ja, Mach den, komm, mach hierhin, du Idioten. Jetzt habe ich schon wieder jemand angerufen. Okay. Oh, Scheiße. Komm, denn noch, was machen denn? Ich kann jetzt auch nicht rüberlaufen, sonst werde ich überfahren. Und wieso passiert denn eigentlich, waren wir nicht schon mal hier wegen dem Motorrad? Ich glaube schon. Oh nein, warte mal, ist das das? Ich weiß nicht, ob du den hier rührst. Den war auf jeden Fall auch bei seinen Brücken und so. Stimmt. Auch auf den Seiten hier. Smith kam irgendwie hoch. Ja, du hast recht, das war, ja. Kamen hier? Oder war das in anderen Brücken? Ich weiß nicht. Was macht denn denn jetzt da drüben? Ich frage mich auch, kannst du vielleicht mal ein Handzeichen machen oder so? Entschuldigung. Weil, ja. Harry. Harry. Der Arzene ist gerade hier, ich muss das gar nicht, ähm, David, kannst du den einmal so winken? Die kommen irgendwie, sind die denn schnell genug vom East Highway? ich fährt jetzt nicht sterben, es ist wirklich alles, nur ein bisschen Blut am Arm, alles gut. So ein West Highway. Ja, aber Larry, ich bin jetzt gleich hier weg, ist alles in Ordnung, wirklich, es ist alles in Ordnung. Ich habe hier Hilfe. Oh, ja, ich, hallo. Ich bin unterwegs. Nein, nein, mach dir, oh mein Gott, jetzt ist Larry, kannst du mir ein Gefeindhund Larry anrufen, weil er jetzt unterwegs ist? Wieso soll ich jetzt Larry anrufen? Weil der nicht auf mich hört, der legt an, dauert auf und sagt, ich bin jetzt unterwegs. Sag dir nein. Hab ich ja. Ich habe gesagt, dass du, nie wieder ein Wort mit isch. sag mir, sag mir, dass du hier bist. Ich habe dir das schon voll deutlich gesagt. Mach die Scheiße. Oh nein. Und vielleicht noch, was passiert jetzt hier? Ich bin verwirrt. Ich habe keine, weißt du, was ich, kannst du, ach, jetzt kommt der nicht. Mach die Scheiße. Okay, geht der noch? Alles okay? Ja, ja, ja. Wir fahren gleich zu den MD, okay? Okay, danke. Ich habe keinen gerufenen, ich Idiotenscheiße. Ja, das klappt euch. Sorry. Ja, ich habe ihn angewunden, zu rufen. Das ist auch. Eine Sekunde. Okay. Ja, was ist los? Ja, da musst du warten, ich bin gerade bei einer Unfallstelle. Ruf mal in zehn Minuten nochmal an. Ich werde überlegen, ob ich den Laufstil jetzt selber irgendwie benommen, schwindern, deprimiert, aber hier verletzt. Ja, weiß ich. pink und gelbe Häuser, ich möchte nur was sagen, ich habe keinen Unfall extra gemacht und ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich habe null Ahnung, ich wollte das mit der Wohnung gleich kriegen, ich wollte das ohne Scheiße wirklich mit der Wohnung kriegen und jetzt muss sie da irgendwie die ganze Zeit daran festhalten, obwohl sie gerade verletzt ist, was scheiße ist. Oh, kacke. So, okay, bei euch ist alles in Ordnung, brauchst du ein MD? Äh, ja, ich, wir fahren gleich bei den, wir fahren gleich bei den Runden, nicht dran gedachten zu rufen, nicht Idioten. Ich glaube, mit den Washington bin ich jetzt schneller dran, wenn ich nicht da hinfahren. Ihr macht das auch, das ist ja nur ein bisschen der Brustkorb und der Arm blutet halt ein bisschen. Okay, ich gucke mir mal das Auto an, damit wenigstens das aus dem Weg ist. Okay, danke schön. Oh, Scheiße. ich muss Ihnen immer so kurz die Schlüssel für mich, damit ich die Motorhauber aufmachen kann. Oh ja, natürlich, natürlich eine Sekunde. dass da irgendwas austritt oder so. Was ist denn genau passiert? Bist du wogegen gefahren oder? Ja, ich, ich rätsel selber noch. Ich bin genau hier gegen gefahren, mittig. Genau da gegen. Mittig? Mittig tatsächlich. Ich kam, ich kam von da und ich bin, irgendwie habe ich es geschafft, hier mittig drauf zu fahren, was mich wundert. Ich, ich bin mega verwirrt. Okay, wow. Aber zum Glück war es nicht weiter rechts. Ich gucke mir das mal an, ja? Ja, dann ja. Kacke, ey. Ich habe das gerade reparieren lassen. Okay, weißt du was, die machen mir gleich ein bisschen verwandt rum und dann geht das schon. Ich stehe ja hier ganz normal, aber mein Brustkopf tut mir halt echt, das ist, ich kriege echt schlecht Luft gerade. Wieso trägst du doch so engen unter deinen Jacken? Weil ich doof bin. Weil ich einfach doof bin. Bist du den nicht? Also. Da bin ich, nein. Also falls du den hilfst, damit du bessere Luft bekommst. aber guck mal, du kannst mal meine, halt mal meine Jacke ein bisschen weiter nach oben. Oha. Sekunde. So. Guck mal, das ist ziemlich weit unten, das ist nicht am Brustkorb zugemacht, weißt du? Deswegen ist das vollkommen okay. Achso, okay. Genau. Ich dachte schon, du hast den vom Mittelalter, den sich nicht mehr atmen lässt, weißt du nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Okay, der Kühler ist komplett in zwei geteilt und Kühlwasser ist auch keins mehr. Oh. Danke. Sorry. Ich habe es in meinem Leben. Ja, so schlimm wird es nicht. Der Motor hat, glaube ich, nicht so viel abbekommen. Also du bist immer so besser so, als wärst du da runtergefallen mit dem Auto. Und dann wären wir in deinen ganzen Schrottdings gewesen. Wird das sehr teuer für meine Schrottkarre? Kann ich dir gerade noch nicht so genau sagen. Kannst du mir deinen Ausweis zeigen? Warst du schon Kunde bei uns? Ja, ja. Okay. Das stimmt ganz oft. Ja, tatsächlich ganz oft. Ja, bitteschön. Bars, okay. Dann mache ich mal kurz einen Auftrag fertig und dann gebe ich da alles ein. Dann wird er mir ausspucken, wie teuer das ungefähr wird. Okay, danke schön. Oh Mann. So ein Scheiß, ein Kacke. Wie kann ich denn so unaufmerksam sein? Das verstehe ich gerade wirklich nicht, wie du es mir glaube. Ich verstehe es nicht. Ich fahre den Auto in zwei als du in zwei, glaub mir. Ja, aber ich fahre eigentlich immer. Hier ist aber schon mal dein Ausweis wieder, bitte. Dankeschön. Ich gucke mir den Rest noch an. Eigentlich. Okay. Weil du sagst ihn doch schon eigentlich fährst du. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. wenn nicht eigentlich. Ja, eigentlich fahre ich mega aufmerksam. Weil eigentlich. Den sag doch schon allen. Tja. Weil was, wieso, ich bin noch nicht ganz verstanden, wieso du. Also ich bin, guck mal, ich bin einfach, ich bin nicht voll im Möhre draufgeknallt, aber ich habe ausrollen. Warte ich schon wieder, Larry. Ja? Larry, wo bist du? Larry, ich fahre jetzt gleich zum MD. Den soll nicht kommen, du redest nie wieder mit dem. Ah, warten Sie, Mister. Sie fährt gleich hierher. Audisch. Ja, ich fahre jetzt gleich mit David. Der fährt, der ist hier. Der fährt mich jetzt gleich zum MD. Mein Auto wird gerade abgeholt. Hm? Mach dir keine Sorgen. Larry, ist das alles okay? Mach dir wirklich keine Sorgen. Okay, ich wollte, ich wollte, ich habe den Chief auch, der wollte mich holen, der wollte hinfahren. Der kommt wieder. Alles gut, ich habe noch nichts dringend. Ja, der ist, ja, der kommt, ja. Ja, Larry, das stimmt tatsächlich, da sagst du was. Okay, ich mache mich dann jetzt gleich auf den Weg zum MD. Du musst da nicht warten, okay? Was? Du musst da nicht warten auf mich. Nein, du musst ein anderes formulieren. Ich will nicht, dass du auf mich brauchst, das musst du sagen. Ich, ich will nicht, dass du wegen mir, okay, ja, schon aufgehst. Boah, was ist denn mit dem los? Wie oft ich denn denn auf? Ach, scheiße. Okay, ja, wie teuer wäre das? Also, das, was ich bis jetzt sehen kann, bei der Dunkelheit, ja, äh, 405 Dollar. Ui. Oh! Ui. Das habe ich vor. Das heißt, wenn ich nichts weiteres dazu finde. Ui. Bitte nichts dazu, ich habe ausgeholt. Also, wenn ich den auf der Bühne habe und mit ordentlich Licht unter das Auto gucken kann, ich denke mal nicht, dass sein Fahrwerk was abbekommen hat, aber es kann sein, dass der Stoßfänger beim Stoß, äh, quasi, du, du hast das Ding so ein bisschen vergabelt, weißt du? Und dann kann sich die Charosserie so ein bisschen drum rumwickeln, das wäre ein bisschen schlecht für das. Ach, eine Sekunde, mein Ex, du mir die ganze Zeit an. Nary, ich muss gar mit dem ACS reden, bitte, es ist Katten. Ich wollte dir nur sagen, Entschuldigung, mach einfach einen Flugmodus. Du legst am Dauernd auf. Ich habe das erste Mal im Leben mit meinen Händen gezittert. Er, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Mach mir Sorgen. Er, du musst dir keine Sorgen machen. Ich rufe dich gleich nochmal an. Ja, bis gleich. Mach dir keine Sorgen. Bis gleich. Ach, Er, Konnte anstrengend sein. Nein, ich sehe, ganz süß, er weint. Äh, was? Ach, egal. Ja, nee, das, ach, schon irgendwie, ach, süß. Also, die Sache ist die, und das habe ich David auch, bevor sie ankam, schon gesagt. Ich bin nicht oft krass auf dem Gas gewesen, aber ich habe hier irgendwie, auf den Highway traue ich mich nie durchgehend zu fahren, weil hier Kurven sind. Ich hatte also, ab der Laterne so ungefähr, oder ein bisschen weiter weg, hatte ich kein Gas mehr, und bin dann irgendwie, ich bin nicht volle Möhre hier durch, aber, sie sehen es ja, sie sehen es ja. Also, es hat schon gereicht, und, boah. Naja, so ein Kühlergrill, der steht halt direkt davor, und wenn da das Kühlwasser durchfließt, dann reicht es meistens ein kleiner Stoß, und, ähm, ein kleiner Riss, und wenn der Motor dann, wenn du dann aus Versehen aufs Gas gekommen bist, oder sowas, vor Schreck, oder sowas, dreht der Motor noch schneller, dann steigt der Druck in diesem Kühlwasser, und kann das Ding noch eher zum Aufplatzen bringen. Ja, deswegen hatte ich ja auch tatsächlich, ähm, ich hatte tatsächlich sehr viel Glück, was du sagst, scheiße, das ist richtig mieser, oh mein Gott. Ey, also, wir sind hier direkt an einer Brücke, es hätte echt sehr, sehr viel schlimmer enden können. woher? Das war da unten wahrscheinlich. Da unten sieht nicht so gemütlich aus. Scheiße, scheiße, echt, ich hab tausend Schutzenge, glaub ich, gerade gehabt. Ich glaub auch. quasi auch ins MD fahren, und dass du dann mal untersucht wirst, also ich müsste jetzt hier nicht stehen und warten, weil keine Ahnung, wann das MD hier ist. Danke, das ist voll lieb. Ehm, kein Ding. Und wenn es dir besser geht, kommst du einfach beim ACLS vorbei, dann wird der Preis auch fix sein, wenn wir das unter Beleuchtung gesehen haben. Super. Und, ja. Dieses Kackauto hat schon so viel mitgemacht, wirklich, also, ich bin froh, dass ihr das immer so schnell hinbekommt und so schön auch, weil, das ist der Mechaniker auf der Insel, was soll ich sagen? Ja, weil sonst wäre das nämlich voller Pflastern und Tape, glaub ich, mittlerweile. Ich glaub auch. Hätte auch Stil irgendwie. Okay, ich geh dann mal los, ich muss echt, mich krieg ja nicht so gut los. Okay, ja, machen wir. Danke. Vielen Dank. Das ist eine gute Besserung, ne? Danke. Danke schön. Ja, komm, das ist schon, das sieht schon übel aus, das Auto, ich spiele auf jeden Fall jetzt die Verletzung aus. Mann, nein, nicht so aus Schreibung, ich würde es gerade sagen. Oh, ich würde auch, ne? Ich sag's trotzdem. So. Weißt du, mein Bruder hat mir irgendwie mein Auto zur Seite geschubst. Nein, mein Essen, das ich heute eingekauft habe, ist im Auto. Okay, alles gut. Willst du, den holen? Nee, komm, fahr, alles gut. Dankeschön, das hat keinen Sinn, erst mal lebensmüden Leuten, aber du bist ja nicht lebensmüden. Ich bin gerade so unsicher, was hier gerade passiert ist. Und jetzt diese rechte Seite. Deswegen sage ich immer, niemals an Auto und telefonieren. Stimmt, wir hatten telefoniert, auch noch. Haben wir über irgendwas, worüber haben wir gerade geredet? War das sowohl irgendwie, was die emotionalen Auffählen ist? Ich, ich, irgendwie, oh, ich, ich bin so verrisslich, weiß nicht. Ich glaube, auch so, Stratum, Engel. dass du in monigamischen Beziehungen mit Nico und Harley eingehen willst. Von Andy. Ich erinnere mich. Ja, das passt ja. David ist okay, wenn ich kurz die Augen zumach, ganz kurz. Aber klar, 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 entspannt es. Ich glaube, ich singe ein Lied vor dich, damit du dich besser entspannen kannst. 99 Autounfällen Baut in Arianen in 99 Tagen und zusammen sind 9199 Autounfällen 99 MD besuchen macht den Arianen um den sich zu untersuchen 99 Rechnungen muss Arianen bezahlen neben den ACLS Rechnungen Ja, richtig gute Laune gerade. Klingt sich gut? Ja, mir geht's gut. Okay, und du kriegst so. Ja, mein Arm piekst die ganze Zeit. Nee. Oh Gott, scheiße, okay, schau durch. Ich bin da hart im Nehmen mittlerweile geworden, aber weißt du, was das Schlimmste ist? Was denn? Das Schlimmste ist einfach wirklich, dass ich gerade, glaube ich, safe gestorben wäre. Ich bin so warm, bin ich so elendig warm. Ich habe mich mitgestört, ich sage, wie denn ist. Aber wieso bin ich denn so vom Kurs abgekommen? Ich bin so verwehrt. Ich habe mich einfach abgelehnt, den Telefonat, den... Ja, aber ich konzentriere mich ja trotzdem irgendwie, also ich konzentriere mich zumindest immer auf die Straße. Ich weiß nicht, vielleicht bist du kurz so outzoned, weißt du? Ach, da weh. Ausgezoned, vielleicht, ich weiß nicht. ein klein Baby. Das hilft mir auch bei Autos fahren, immer auf den Hallen, wenn wir jetzt zum Beispiel, aber ich weiß, ich passen trotzdem mal auf euch hinfahren, auch wenn ich rausholen, aber das ist okay, glaube ich. Aber du musst aber Stoppschilden anhalten. Nein. Ja, aber was ist, wenn ein Auto kommt und ich einfach umfahre? Stoppschilden. David, wenn dir irgendwas passiert, das wäre der schlimmste Tag hier. Okay. Also, ja. Kleine Pause wahrscheinlich, so Mittagessen und Mittag vor allem. Stimmt. Oh nein, okay, es kann sein, dass David da ist. Ich möchte jetzt gerade wirklich einfach... Ich gehe schon mal rein, ich komme unter Eroken. Ja. Schaffst du den? Ich mache es nur noch hin. Okay, bis dann. Das gleiche. Hallo. Ich hatte gerade einen Autounfall. Der hat einen Autounfall? Ja. Mit Freude habe ich jetzt hierhin gefahren, weil ich kann ja noch stehen. Links, wenn Sie gucken, mein linker Arm, da sind Glasplitter drin, bei der Unfall schon, ich bin volle Möhre gegen eine Neidplanke und mein Brustkorb tut mir weh. Ich kriege da gerade nicht so gut Luft, weil ich aufs Lenkrad geknallt bin. Okay. Dann würde ich die Kollegen gleich mal mit Ihnen befassen und Sie mitnehmen. Okay. Würdest du das gleich mal machen? Möhm, mache ich. Autounfall, Glassplitter, linke Hand, Brustkopf, Schmerzen, Problem mit der Atem. Ja, ja. Hast du gehört? Erzählen Sie mir gleich noch mal alles ausführlich. Ja, ja. Okay, gut. Dann kommen Sie gerade mit. Darf er mit? Ist mein Bruder? Wenn Sie es möchten, dann darf er mit. Ja, möchte ich. Ich lasse Ihnen sowieso keinen anderen Wahl mehr. Geht's los? Willst du dich stützen? Nein, nein, das geht schon. Okay. Nein. Ich verstehe es aber immer noch nicht. Es war, als wäre ich gegen eine unsichtbare Wand gefahren. Keine Ahnung. Aber es war wahrscheinlich einfach nur meine Schuld. Nein, nein, glaube ich nicht. Gut. Dann suchen Sie sich mal ein Bett aus, wo Sie sich hinsetzen möchten. Ja. Ihr sagt es ich auch schon mal. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Immer langsam. Ja, ja. Das wird schon. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich, äh, boah, ich sage es ziemlich gut. Solange Sie sich noch so bewegen können, ist alles in Ordnung. Ja. Gut. Entschuldigung. Ja, Frau Barnes, wir kennen uns ja schon. Ja, genau. Gut. Also Sie hatten einen Autounfall. Ja, ich bin ähm, gegen das Ende einer Leitplanke gefahren. Oh Gott, ja. Wäre es ein bisschen weiter rechts gewesen, würde ich ja tatsächlich nicht sitzen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen unter Schock. Ja, dann atmen Sie erst mal ganz tief durch, ne? Erst mal wieder runterkommen. Ja. Genau. Mein Brustkorb tut mir ein bisschen weh. Okay, haben Sie sich da wehgetan? Sind Sie irgendwie vielleicht... Ich bin vorne aufs Lenkrad halt einmal so, bam. Deswegen tut es, also ich kriege noch Luft, aber es ist halt ein bisschen, ist, ich merke, dass da irgendwas ist. Okay. Gut. Ähm, werden Sie so lieb und würden sich mal die Jacke ausziehen, dann gucke ich mir das auch gleich mal näher an. Okay. Sekunde. Läuft doch richtig gut. So. Okay, dann gucke ich mir das gerade mal an. Einfach um auszuschließen, ob vielleicht eine Rippe gebrochen ist oder so. Das passiert leider ganz schnell bei solchen Unfällen. Oh, das wäre ganz blöd. Oh nein, bitte nicht. Aber in dem Fall kriegt man meistens schlechter Luft. Also wenn Sie dann wirklich sagen, es ist nur ein beklemmendes Gefühl, dann haben Sie vielleicht Glück gehabt und das hat sich halt nur gebrillt. Ja, es drückt halt schon ein bisschen, aber ich kann ja nochmal reden, aber es ist, ja, Luftton ist gerade ein bisschen so anstrengend ein bisschen. Aber ich stecke hier jetzt nicht. Nee, nee, okay. Ich muss Sie leider ein wenig abtasten. Alles gut. Das ist halt dazu da, um mir zu gucken, ob Sie einen stechenden Schmerz verspüren. Okay, soll ich? Wenn Sie irgendwo einen stechenden Schmerz verspüren, ja? Nee, Sie können auch ruhig sitzen bleiben. Einfach die Brust gerade raus, genau. Dann taste ich Sie gerade hier ab und dann sagen Sie mir mal, ob es irgendwo einen ganz stechenden Schmerz gibt. Ach, wenn Sie zum Abtasten gehen, würde ich den Arjan schon nicht schneiden sagen. Ach, also so leicht über der linken Brust? Ja, über der linken Brust? Über der linken Brust, ja. Okay. Ich mir näher an. Also eine Verfärbung sehe ich jetzt da zum Glück nicht. Das würde halt auch für so einen Bruch sprechen. Dann würde sich da verfärben. Ich denke mal, so wie es bisher aussieht, dass es ordentlich geprellt ist. Okay. Prellung tut auch sehr weh, kann ich Ihnen sagen. Ich merke es doch gerade immer mehr. Ja, ich bin, wie gesagt, ich weiß, es ist ganz komisch jetzt gewesen. Es ist wirklich komisch gewesen. Wäre das ein bisschen weiter rechts gewesen, wäre das ganz, wäre das, boah, ich bin gerade, Entschuldigung, ich bin ein bisschen unter Aschock. Kein Problem, kein Problem. Sagen Sie sich einfach, es ist ja nicht passiert. Ja. Wir hatten einen guten Schutzengel, der hat Sie beschützt und es ist gut so, wie es gekommen ist, ne? Also. So, und wir kümmern uns jetzt um Sie und dann geht es Ihnen auch gleich wieder besser. Ja. Und halt, wie gesagt, ich habe Glaspieter in meinem linken Arm. Mein Auto hatte auch gefühlt keine Glasscheiben mehr. Ja, ja. Das ging alles wirklich sehr schnell, nachdem ich das letzte zur Operatur gebracht habe. Oh Gott. Gut. Ja, wie gesagt, also bei der, ja, über der linken Brust gehe ich jetzt mal von einer starken Prallung aus. Ja. Das ist aber, wie gesagt, kein Problem. Da können wir ordentlich Wolltareen machen und dann machen wir einen Schutzverband. Ich muss das so ausspielen, weil der Unfall wirklich schon so puh. Äh, gut. Wie sieht es, also mit der Atmung geht es, sagen Sie, ja? Ja, es geht schon. Es ist nur ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen, als würde ich das dauerhaft irgendwie mit der Hand so ein bisschen reindrücken. So fühlt sich das gerade an. Ich denke mal, so ein bisschen, als wenn man irgendwie, wenn man an der Stelle irgendwie schlecht geschlafen hätte. Wissen Sie, wie ich meine? Mhm. Und dann ist es dann den Tag über so ein bisschen schwerfällt mit dem Atmen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht doch lieber ein ZIT machen lasse. Oh. Ach, du Scheiße. Ja, einfach nur, um es auszuschließen. Ja. Es ist einfach nur eine Sicherheit für uns, dass da auch nichts gebrochen ist. Okay. Ja, sicher ist sicher. Ich hatte jetzt heute so einen dicken Schutzengel einfach. Unfassbar. Mhm. Na, passen Sie auf. Machen wir es so. Wir machen erst mal ein CT. Mhm. Schauen nach, ob da irgendwas vielleicht doch tiefer verletzt ist. Und wenn es nicht ist, dann kommen wir wieder her, machen einen Voltarenstützverband, machen ihre Hand wieder in Ordnung. Okay. Dann kommen Sie gerade mal mit mir. Trägst du den hin? Ja, natürlich. Okay. Wenn du weg musst, David. Nein, nein, nein. Ich meine, ob du dich laufen kannst. Ja, alles gut. Bin froh, dass ich dich habe. Einmal hier in den Fahrstuhl rein. So. Genau, einmal durch. Einmal durch. Sehr schön. Ja, sie gehen manchmal echt beschissen auf. Ich weiß. Gut, da ich mir auch das Gewebe angucken möchte, machen wir jetzt einen CT. Mhm. Ich wache nur draußen. Okay, David, danke schön. Einfach hier hinlegen? Genau, einfach hier hinlegen. Haben Sie irgendwelche metallischen Gegenstände, die ich abnehmen müsste? Ähm, ich kann Ihnen meine Kette geben, obwohl die ist nicht metallisch. Das sollte gehen. Okay, gut. Äh, das Handy müssten Sie auch gerade zur Seite legen oder mir geben, dann lege ich es auch gerade zur Seite. Okay, hier. Mhm. Alles klar, danke schön. So. Okay, ich wusste nicht, dass das jetzt so... Oh, ich nehme es mal an. Alles gut, cool. Cool. Gut. Das weiß aber nicht, dass ich... Um die restlichen Körperteile vor der Strahlung zu schützen, lege ich Ihnen jetzt eine Schürze um. Oh, die ist aber schwer. Ja. Dauert auch nicht lange. Versprochen. Okay, danke schön. So. Ich bin direkt nebenan. Sollte irgendwas sein, schreien Sie nach mir, okay? Mach ich, danke schön. Gut, wunderbar. Ja. Ich glaube an dich, Ariane. David, alter. Lieber Motschel, alles gut. Alles gut. Alles okay. Alles cool. Ich bin voll flach aus. Was? Was hat er gesagt? Die sehen von hier aus voll flach aus. Bitte was? Bitte was? Das könnte man auch ohne Jacke tragen, ne? Aber mit Jacke gefällt mir irgendwie mehr. Stranger Things. Genau, das, was Elflin sagt. Deswegen, aber es ist okay. Es ist wirklich völlig okay. Also, alles gut. Feel free. Feel free. Ich frage mich mal, ob die MD-Charaktere wirklich sehen können, wo zum Beispiel ein Charakter jetzt aufgebreitet ist. Das geht, glaube ich, nicht, ne? Und schade, dass das nicht mehr blutet am Arm. Das war ja gerade, also sie hatte ja gerade an der Jacke und an den Armen Blut. Da ist dann irgendwann weggegangen, ich glaube, als sie uns gesetzt haben. Das frage ich mich auch immer. Ja, weil MD zu spielen muss ja schwierig sein, wenn du das ja alles feststellst. Aber du kannst jetzt auch nicht so krasse Sachen feststellen. Das muss ja alles irgendwie, aber ich glaube, wenn man erzählt, was passiert ist, daran machen die das, glaube ich, immer fest. Aber ich habe mich schon gefragt, ob die das sehen können. Willst du Antwort auf deine Frage? Ja, ist doch eine technische Frage. Also, ob die auch so ein Menü haben, wo die das einfach sehen. Ich weiß, dass die machen können, dass man wieder MD sieht. Wie stark denn vor den... Oh, okay. So, Frau Bahns, ich befreie Sie erst mal von der Schürze. Oh, super, danke schön. So. Hey, Nancy. Gut, also Frau Bahns, es ist nichts gebrochen. Oh, perfekt, super. Es ist nichts gebrochen, es ist halt ordentlich geprellt. Ich schätze mal dadurch, dass sie halt wirklich da mit dem Oberkörper aufs Lenkrad aufgekommen sind, hat es halt einen ordentlichen Wumms gegeben, einen ordentlichen Stoß. Ja. Ja, wie gesagt, das können wir mit einem Volterienstützverband ordentlich, ja, stabilisieren. Oh, perfekt. Was ich jetzt noch vermute, ist, dass sie halt auch wenig oder schwieriger atmen können aus dem Schockzustand heraus. Ja, das kann auch sein. Und wie gesagt, ich bin ja eh von dem Möhre gegen das Lenkrad. Vielleicht kommt da einfach nur ein Brustablauchfleckchen. Ich schätze ja, ich schätze ja, aber dagegen würde ja das Schmerz hier dann auch so weit helfen. Ja, das wäre super. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter, dann behandle ich sie und dann, ich gebe ihnen noch gerade ihr Handy wieder zurück. Huch, hallo. Danke. Und wie sieht denn aus? Ich bin es gebrochen. Uff, Gott sei Dank. Mein Gott. Wir haben wirklich einen Schutzing gesagt? Kommt immer noch nicht drauf klar? Es ist aber auch nicht, dass du den öfter machen solltest. Nein, nein, es ist mir eine Leere. Ich habe da auf der Straße eigentlich geguckt. Wir haben dann fast in den Meer zu landen. Ja, das wäre ganz schnell gewesen. Nach 47 Tagen bis Weihnachten. Oh. Wir feiern alle zusammen Weihnachten, äh, vorher. Uäh. So. Dann setzen Sie sich gerade hier nochmal hin. Ja. Na, oh mein Gott, das ist doch nicht. Entschuldigung, das Bett ist so rutschig. Ich kann nicht. Warum ist das denn so von da rutschig? Darauf erst mal einen Kaffee. Ja, bitte. Gut. Frau Bahns, kann ich Ihnen irgendwas bringen zu essen oder zu trinken? Das hilft meistens auch gegen einen gewissen Schockzustand. Nee, alles gut. Alles gut. Ich bin eigentlich gut versorgt. Gut. Alles klar. Gut. Dann würde ich da gerade mal anfangen. Ich würde die Materialien dafür holen. Ähm, ähm, und, äh, auch für die Hand. Ähm, gut. Gut. Alles klar. Dann bin ich gleich wieder für Sie da. Dankeschön. Okay. Ach, David, du bist so unfassbar lieb, weißt du das? Ja, wieso? Ja, wie schnell du jetzt... Da warst du, bevor ich ja gesagt, ist okay. Weil ich war sowieso nur dran arbeiten. Ich habe ja nichts Wichtiges gemacht. Oh. Ähm, was hast du denn gearbeitet? Bei Erwentschach. Wieder ein Verzweitschapsatz. Also, eigentlich hochstehen und auf Anrufen warten. Ach so. Aber du arbeitest dann noch richtig, ne? Ich bin gerade noch an Arbeiten, genau. Was ist denn los? Behalt den Job auf jeden Fall. Dann hast du zwei... Ist das super? So, ich komme auf die andere Seite. Ich mache das. Danke. So. Also nicht, dass die dick sind oder so, den habe ich jetzt nicht damit gemeint, aber damit sie mehr Arbeitsflächen haben, eigentlich nicht genau. Also ich glaube, um dick zu werden, mache ich viel zu viel Sport hier im MT. Woher sieht man auch an den Armen tatsächlich. Das sieht man. Danke. Gut, Frau Barnes, ich schmiere sie jetzt hier ordentlich ein und dann lege ich ein, wie gesagt, ein Stützverband um. Ich gebe ihnen auch Schmerzgel mit, damit sie morgen oder heute Abend gegebenenfalls duschen können und selber nochmal, ja, mit dem Schmerzgel sich selber einschmieren können und einen Verband anlegen können. Danke. Oh, ich fühle mich so richtig in guten Händen gerade hier. Das freut mich. Mich hat Herr Skinner kurz angerufen heute und er meinte auch, dass es bei Ihnen ganz gut aussieht gerade. Ja, wirklich sehr gut. Ah, perfekt. Dann kann er ja bald wieder freilaufen. Mit Sicherheit. Morgen ist ja seine OP erstmal und dann schauen wir weiter. Ja. Dann klicken Sie den mal wieder gut zusammen. Klar. Das kriegen wir hin. Meine Güte, seit ich mir meine Abenteuerung wirklich nicht vorgestellt habe. Es kann alles so schnell gehen. Es kommt immer anders, als man plant. Ja. Tatsächlich. So ist das Leben. Wie geht es Ihnen denn jetzt mit diesem Problem, was Sie da beide hatten, wieder besser? Also sind Sie da safe? Äh, ich denke schon. Also bisher habe ich mal nichts weiter davon gehört. Ah, okay. Deswegen. Deswegen, also ich gehe mal davon aus, dass es sich jetzt ein bisschen beruhigt hat. Aber, naja, man kann ja nie wissen, ne? Ja. Auf jeden Fall nicht nachts alleine auf der Straße irgendwo rumlaufen. Sicher ist sicher. Davon würde ich sowieso gänzlich abraten. Ja, ich mache das manchmal, dass ich zum Automatenlaufen mittlerweile denke ich mir auch. War ganz schön dumm. Ja, Frau Banzlein, sind da bitte sehr vorsichtig. Es gibt heute, also zurzeit keinen Tag, an dem keine Schusswunde herkommt, ne? Ach du Scheiße. Autostrufen. Mhm. Gut, dann gucke ich mir noch gerade die Hand an. Welche war es? Die linke oder die rechte? Die linke. Die linke. Dann bin ich ja direkt richtig hier. Ähm, also die, also meine linke. Oh ja, doch. Dann bin ich falsch. Moment. Ne, alles gut. Es ist schon meine linke. Schlecht, wenn man eine links-rechts-Schwäche hat. Ja, das fühle ich leider ein bisschen zu sehr. Ich musste, ja, gerade als ich gefragt wurde, auch erstmal wirklich überlegen. Obwohl man das ja klar sieht. Keine Ahnung. Ja. Ja, das ist mit dem Autofahren. Mit dem Autofahren ist es immer wirklich, da könnte es natürlich enden. Du, Ma'am, Sie, Ma'am, haben ein Autoverbot. Habe ich jetzt. Was ist mit dem Motorrad? Jetzt erstmal sowieso. Ist noch schlimmer. Ja, also Busfahren ist sowieso schlimm. Busfahren ist gut. Busfahren? Ach du Scheiße. Ich entziehe dich all deinen Autoschlüssel, das ist mir egal. Ja geil, aber arbeiten kann ich ja noch, oder? Solange du nicht dein Scheren in den Wunsch steckst, ist okay. Nichts schweres heben, keine schweren Tätigkeiten, bitte. Also auch, okay, dann darf ich meine Friseurtasche nicht mitnehmen, dann bin ich auf die anderen erstmal angewiesen. Du hast auch keine Melonenheben-Übung. Ne, ich würde ja keine Melonen heben. Ich meine ja nur. Hast du schon mal eine Melone gehoben? Ich wollte auch. Echt? Wieso muss ich jetzt an Dirty Dancing denken? Ja, deswegen muss ich glaube ich nicht genau dran denken, dass ich euch in Gefahrt habe, ich habe mal eine Melone getragen. Ich wollte gerade fragen, ich habe einmal auf einer Brücke, auf einer Rundenbrücke, habe ich mal eine Melone getragen. Ja, super. Mach gerne, gut. Entfernen wir mal die Splitter ganz vorsichtig. Das ist ja genauso mit den Holzsplittern, nur dass die hier, glaube ich, leichter rausgehen, oder? Ja. Der hat auch keinen Blutegel im Kopf, oder? Ein Blutegel im Kopf? Was? Was? Wer hat einen Blutegel im Kopf? Isabel hat ja auch einen Blutegel im Kopf. Nee, der hat ja Blutgerinnsel im Kopf. Kein Egel. Weil meine Stoß den gleichen. Nee. Also Blutegel, die wandern normalerweise nicht in Köpfe, die saugen sich normalerweise an der Haut fest. Wo hätte es sein können, dass der ein Gehirn auf der Stelle ein Blutegel hat? Nee, 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 nee. Okay, okay. Aber wenn sie solche Fragen haben, können sie ruhig fragen. Oh kacke, jetzt muss ich gleich noch ganz schnell, David, kannst du mich gleich zu meiner Wohnung fahren? Nein. Äh, ich muss da aber was regeln. Nein. Ja, wohin soll ich denn sonst fahren? Was hast du denn Fragen, Maria? Natürlich frage ich dich zu deinen Wohnung. Ich habe sie nicht. Du fragst lieber auf. Macht gar keinen Sinn, dass du mich denn fragst. Ja, stimmt. Also hab ich dich hier einfach allein lassen, was ist das denn? Du bist wirklich voll lieb, dankeschön. Was echt schnell war. In der Not bringe ich sie mit dem RTW weg, also das ist kein Problem. Ja, alles gut. Ich glaube sowieso tatsächlich, dass... Willst du mit dem RTW nicht fahren? Weil dann sage ich, dass ich schon weg muss und dann treffen wir uns später. Nee, ach, alles gut. Du kannst ruhig... David, du kannst aber auch ruhig weg. Willst du RTW fahren oder nicht? Nein, ich will nicht RTW fahren. Okay, dann gehe ich nicht weg. Du darfst nur meine Chefs nicht mitbekommen, dann kriege ich Ärger. Ich glaube, wir sind den Letzten, den wir sagen. Ja, wir können schweigen, wie ein Grab tatsächlich. Den stimmt. Den sind wir schon längst tot. Ja, so ich gehört habe, True, True. Den Mund halten ist manchmal den besten, den man machen kann. Dann sagst du was. Oh Gott, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade Funk gehört. Alles gut. Doch, den ist mein Ernst, ne? Nee, nee. Ich könnte mich wirklich überhaupt gar nicht konzentrieren auf Funk. Ja, manchmal ist es schwierig. Wenn man sich gerade unterhält und dann die ganze Zeit geredet wird am Funk, dann ist es nicht ganz so einfach. War das jetzt Funk oder war das was, was sie gesagt hat, ohne zu muten? Das kann doch nicht gut. Ich glaube, ich kann dich jetzt schön desinfizieren. Dann machen wir Bipanthen drauf und dann kriegen sie da auch noch einen Verband. Dankeschön, sehr gut. Kacke, einfach Kacke. Ich glaube, das ist der größte Schaden, den mein Auto jemals hatte. Echt? Mhm. Hahn. Ist aber alles nur Materialschaden, ne? Ich weiß, ich weiß. Aber ich hatte tatsächlich heute noch hier mit David drüber geredet, dass sie bei einem neuen Auto fehlt. Und wir haben es sogar schon Gebrauchtwagen irgendwie angeguckt. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Weil wenn du ein Auto hast, dann passt nochmal zehnmal extra drauf auf, dass nichts passiert, weißt du? Ja, vielleicht. Vielleicht ist es wirklich so. Was für ein Auto möchten Sie denn haben? Also haben möchte ich irgendwann ein Sentinel Cabrio. Aber ich gucke gerade einfach nach einer Alternative. Ich spare gerade eher aufs Wohnen, also dass ich keine Miete mehr bezahlen muss. Und ich fahre halt immer noch einen Stratum. Der fährt sich halt ganz gut, da passt viel rein. Ich kann drei Leute mitnehmen. Aber ich kann den nicht mehr sehen. Ich kann den einfach nicht. Obwohl er wirklich mich vor so vielen schon bewahrt hat. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss den einfach mal umlackieren. Dann habe ich das Gefühl, ich hätte ein neues Auto. Ja, wenn nicht, fahren sie doch mal zu PDM. Die haben doch da schöne Autos stehen. Ja, aber da sparen gerade alle gemeinsam auf einen neuen Laden. Und ich würde dann einen Teil von meinem Geld da auch mit reinpumpen. Deswegen, da mein PDM würde ich glaube ich nicht so fündig werden. Nee, dann ist es schwierig, ja. Ich fahre einen Dominator, mit dem bin ich glücklich. Die sind bestimmt sehr teuer, oder? Äh, ich habe 25.000 jetzt dafür bezahlt. Okay, kostet der ungefähr so viel wie das Sentinel. Der war bei 27.000 oder 28.000. Ja, ich hatte halt das Glück, ich habe es von meinem Ex-Akt gekauft. Und der hatte da noch 10.000 Dollar Tuning-Sachen reingesteckt. Oh, geil. Hm. Ariane, hast du jetzt wirklich hier den Dings angemacht? Nee, habe ich nicht. Ist okay, ich kann noch zu dich drehen noch, also ist kein Problem. Im Krankenhaus gibt es nur mal solche Geräusche, das ist doch ganz normal. Was ist denn mit dir? Was denn? Ja, danke. Nee. Ja, ich wollte mal gucken, wie die gerade Linie aussieht, die ich vielleicht heute gehabt hätte. Hm. Bloß nicht. Das kenne ich gerade, äh, ja, nee, ich kann ja gerade die Nachricht nicht lesen. Das ist gerade ein bisschen schwierig, aber ich bin gleich fertig. Keine Ahnung. Ja, ja, alles gut, alles gut. David, kannst du mir gefeiert und einmal bitte Larry anrufen? Mein Telefon ging gerade und meine Eltern. Warum? Soll ich, denn ist so unangenehm mit ihm zu reden. Ich weiß, aber das ist Larry. Der ist halt, wie er ist. Na, passen Sie auf, ich mache gerade Pause und Sie gucken gerade die Nachricht an. Okay. So. Sie ersparen mich Leiden, Ma'am. Das war weiter weiß. Banz! Ja. Wie geht's denn? Ich habe den Larry, der ist komplett aufgelöst. Der hat Rosen gekauft und einen Ring da reingetan. Das hat er nicht... Ich bringe ihn gerade ins MD. Das wäre keine gute Idee. Herr Weiß. Herr Weiß. Er ist halt scheiß, der ist komplett... Der wird gerade von uns in das MD getragen. Hä? Der kann nicht laufen. Wo sind Sie denn, Frau Banz? Was ist denn hier los? Ich bin im MD. Herr Weiß. Ja, wo denn? Herr Weiß, hören Sie mir zu. Ich bin gegen das Ende einer Leidplanke und mein Auto hat einen riesengroßen Schaden gefahren und... Warten Sie mal, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Bitte zu. Oh nein. Der Weiß hört nie zu, wenn man mit ihm redet. Ich weiß. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Und... Ach, der steht ja eh nicht bei mir. Der steht ja gar nicht auf einer, weil Kontakt ist. Entschuldigung. Da steht noch Larry... Ja, und der konnte... Ach, nee. Ich will den nicht noch mehr belasten im Moment. Soll ich den Herrn Skinner für Sie anrufen? Nein, 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 das ist schon gut. Er ist wohl da irgendwie am Rum... Der hat Leute bei sich gerade. Ich will nicht, dass er sich irgendwelche Sorgen macht. Der wird schon jetzt... Ich habe ja gerade gesagt, alles gut, alles gut. Frau Bahns, der macht sich immer Sorgen um Sie. Du sprichst immer Nummer eins um Sie. Ist das so? Hm. Das ist ein Dickkopf, ist das. Ein wirklich ziemlich krasser Dickkopf. Aber Sie glauben gar nicht, wie sehr Sie lieben. Ja, das tue ich ja auch. Das ist ja das Problem. Sehr sogar. Ich kann Ihnen empfehlen, reden Sie miteinander. Haben wir schon mehrfach. Ja, aber... Glauben Sie mir den schwierigen Sachen? Das ist sehr schwierig. Ich weiß, ich weiß. Wenn ich mal kurz unterbrechen darf... Ja, JD, erzähl. Ich glaube, Ihr Notfallkontakt wäre da. Weil ich bin schon da, ein genauen. Ähm. Moment. Wer ist denn der Notfallkontakt? Nein, nein, passt schon, Sohn. Ah, komm. Ist okay. Ja, hätten Sie den aktuell? Aber der ist, ähm... Ist der in der Handlung, da? Ich kann... Ich gehe ja... Ich komme da, ich eh, denke ich mal, nach vorne. Ja, doch. Oder? Der Herr Skinner, oder wer? Ja, richtig. Ah, okay. Begleitung von drei, vier, die Officern. Oh, Gott. Ja, lassen Sie einfach alle rein. Was soll's. Oh, der zieht alle Register. Wie süß. Dann habe ich alle... Okay, alle drei rein, bitte. Ja, alle drei zusammen, bitte. Also alle vier zusammen. Okay. So, ich bin auch schon wieder fertig, Frau Barnes. Ariane, wenn er wieder anfängt zu weinen, irgendwann werde ich gemäxen, den einfach nur noch anfangen zu lachen. Nein, ach man, wirklich. Aber nein, du bin es nicht. Aber nein, du bin es nicht. Nein, du bist gemein. Mir tut das von Leid. Ich, Mann. Ach, scheiße. Verhältnis ist schwer. Schwer und unangenehm, aber auch ihr zwei müsste er doof schätzt, irgendwie. Ja, das wird schwierig. So, ähm, jetzt habe ich doch Hunger. Soll ich Ihnen was geben? Moment, ich gucke mal rein. Was habe ich denn? Oh, ich habe noch einen Döner dabei. Wann die Döner? Boah, den nehme ich, den kann ich mit einer Hand auch essen. Ich habe noch eine Nudel, wenn du willst. Danke schön. Alles, alles gut, David. David, was ist denn? Ach, Quatsch. Ja doch, du warst direkt da. Ich habe Hunger, das kann doch nicht wahr sein. Na klar, ich bin durch den halben Schatten gerast. David, du musst doch auch, was ist, wenn jetzt dir was passiert wäre? Äh, ach nein, mich passiert jetzt schon echt. Ich bin's. Danke schön, Teddy. Holst du mal den Rollstuhl da hinten, Winters? Ja, kein Thema. Aber ich dachte schon, ja, hol ich. Oh Gott, was geht jetzt hier ab? Herr Weiß, hören Sie mir bitte einmal zu. So Larry pflanzig. Wir haben hier einen Notfall. Ja, perfekt. Oder hört mir bitte alle mal zu. Ich bin jetzt ein bisschen unter Schock, denn ich bin gerade so haarscharf an meinen wirklich sicheren Tod verweist, dass ich wirklich dachte, ich sitze gleich nicht mehr. Zehn Zentimeter weiter rechts und ich bin halt safe tot. Larry. Larry, nein. Oh mein Gott, nein. Larry, bitte. Der Larry hat geweint im Auto, das können Sie sich nicht vorstellen. Ja doch, das kann ich mir vorstellen. Wir haben eine Notrufe kommt, dass einer mit Krücken über den Highway läuft und als wir den aufgegabelt haben, hat er geschrien, ich muss zu Ariane, dem der Liebe meines Lebens. Ja, der ist da hoch. Er wollte sich nicht einladen, er dachte, wir mussten ihn festnehmen und haben ihm gesagt, dass wir ihn hier hinbringen. Wir sind mit Code 3, Flugzeug, Homeland, etc. sind wir hier gefahren. Ähm, was? Was sagen Sie denn dazu, jetzt haben Sie immer das Wort. Ja. Ja, der riecht sich gerade auf. Larry, warum riecht er dich denn so auf? Ich habe so Sorgen gemacht wie heute und wieder. Ja, das habe ich mir bei dir auch, Larry. Ich habe aber wirklich, ich möchte bitte nochmal sagen, dass das ganz komisch war. Ich bin geschockt, wie das zustande gekommen ist und, ähm, dass der Larry im Rollstuhl sitzt, finde ich auch schrecklich. Ich meinte, jetzt geht es aber mal gerade um mich. Ich meine, mein Umfall. Achso, Entschuldigung. Ja. Wie ist das denn passiert? Erzählen Sie mal, ich höre zu. Ich bin auf dem Highway gefahren und ich gehe manchmal auf den Highway. Ja. Mensch, Larry, psch. Larry, setz dich in den Rollstuhl. Ja, ich lehne dich hier an. Oh, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Riecht das auch? Das stinkt dir immer noch so ekelhaft. Ja, ist ja gut. Wo ist Max, wenn man den braucht? Also, ähm, ich bin auf den... Riecht doch jetzt um die Frau Barnes, oder? So, erzählen Sie bitte Frau Barnes dazu. Ich bin auf den Highway, ähm, irgendwie gerade ausgefahren und ich gehe manchmal auch vom Gas und ich war gerade auch ein bisschen am Ausrollen, aber war noch schnell. Und, ähm, da ist, ähm, bei der zweiten Brücke, bei der zweiten Brücke, wenn man... Na, wie erkläre ich das? Da ist ein kleiner Steg. So. Und an der Stelle bin ich halt gegen das Ende der Leitplanke mittig gefahren. Und wäre es nur ein bisschen weiter weg gewesen, wirklich, es war ja echt haarscharf, wäre ich da runtergebrettert. Ich glaube, ein bisschen lang, aber das ist ziemlich tiefer und dann ins Meer gefallen. Das schockt mich gerade so hart, wie schnell das passieren kann. Und ich weiß nicht, wieso ich von der Straße abgekommen bin und warum zu Hölle schreiben sie sich das auf? Aber das ist doch ein Unfall... Das ist doch eine Unfallmeldung, oder nicht? Wie so vom LSPD, das sieht man ja auch, steht ja auch auf der Westen, die Polis. Und deswegen müssen wir das aufnehmen, weil sie wollen doch sicherlich Versicherungsgeld oder so dergleichen, oder? Äh. Und die Straßenmeisterei verklagen und Highway San Andreas Association... Darf ich Ihnen eine Frage stellen, haben Sie das Telefon in der Hand gehabt, während Sie gefahren sind, Frau Barnes? Wie? Welches Telefon? Zu lange, die Pause ist schon zu lange. Ach, mein Telefon. Haben Sie dabei telefoniert? Ui. Ah, da kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern, ob ich da telefonieren bin. Ach nein, oh nein, Amnesie. Sie sind von sich in Gefahr gebracht und von Mr. Hasselhoff, der neben Ihnen steht und sind in der Leibkrankung, während Sie telefoniert haben. Herr Weiß, davon ab, dass ich im Auto eine Freisprecheinrichtung habe. Das müssten Sie auch schon mal mitbekommen haben. Sie haben eine Schrottkarre, da ist gar keine Freisprecheinrichtung drin. Natürlich ist eine Freisprecheinrichtung drin. Schauen Sie auf. Hä, Sie haben doch letztens über Weasel Kleinanzeigen noch ein neues Radio gesucht. Habe ich überhaupt gar nicht. Was für Weasel Kleinanzeigen. Haben Sie die Blumen? Für den Herrn Larry's Kinder, die wir gerade gekauft haben. Die hatte... Brian! Brian, die Blumen! Brian, die Blumen! Mein Einsatz war der Blumen, Larry. So, nimm Sie die Blumen. Nein, die haben wir... Also, die hatte der Herr Skinner schon selber geflüchtet. Und die hatte der Herr Gamble jetzt nur getragen, weil der Herr Skinner hat so geweint im Auto, weil er so Sehnsucht nach Ihnen hatte, dass er sicherlich die Blumen zerstört hätte. Deswegen. Reinst du, Herr Skinner? Ja, Ariane. Und so was. Hä? 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 Oh, jetzt werf ihr doch nicht. Was ist das denn? Harry. Was sind das denn für Blumen, Larry? Lass Sie den Herrn Skinner holen. Okay, erst mal ganz kurz. Wieso bekomme ich eine Quietsche, wo Quietsch draufsteht und zwei Lauchzwiebeln? Hä? Okay, Larry. Du hast Lauchzwiebeln geholt statt Rosen? Warte, hier. Nein, ich hab hier auch noch extra... Kann ich bitte jemandem die Lauchzwiebeln geben? David hier, nehmen wir bitte einmal... Sollte der Skinner Sie in die Hose stecken? Äh... Äh... Kann bitte jemand hier die Lauchzwiebeln nehmen? Nein, per, per, per. Ich stehe jetzt auf und gehe. Ich stehe jetzt auf und gehe. Nein, ich möchte das jetzt hier. Nein, Sie gehen nicht wohin. Hört auf jetzt, Winters. Hey. Ähm... So, lassen Sie den Herrn Skinner jetzt mal was sagen. Das ist, ähm... Könnte ich einfach mit Herrn Skinner immer alleine reden? Nee. Ja. Dann gehen Sie, Herr Winters. Ich bin jetzt hierbei. Ich bin jetzt der Beistand von Larry. Ich geh. Ich hab ihn getragen, alles. Er ist für mich wie ein Bruder. Reden Sie, Skinner. Harry, das Quietsche-Äntchen soll einfach nochmal ein Symbol für Verbundenheit sein. Die Lauchzwiebeln sollen ein Symbol dafür sein, dass ich mit dir gerne essen gehen möchte. Und die Blumen, die Rosen hier sollen ein Symbol davon sein, dass wir füreinander bestimmt sind. Nee, es hat so... Ich glaube, nach wie vor, dass wir unter einem guten Stern stehen, wenn wir uns nochmal eine Chance geben. Jetzt das, was Sie mit Otto gesagt haben, wie Sekunde, Herr Siggins. Ja. Ich fühl mich in die Ecke gedrängt und ich mag das nicht. Also, du sollst es auch einfach nur zur Kenntnis nehmen. Michal hat jetzt keine Antwort. Ich stell die Blumen hier hin und dann... Ach, scheiße. Jetzt bringt mein Herz. So. Aber waren Sie schon mal am Nordpol? Okay. Ich... 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 Ich hab kein Glück, ich gehe ohne Glück. Nein. Nein. Komm her. Komm, Larry. Komm, Larry. Nein, bring den Larry raus. Ja, ja, machen wir doch. Ich brauche ihn aber gleich noch. Ist das wichtig? Wofür? Ja, wir passen auf ihn auf. Ja, hups. Ah. Nein, er muss nicht bezahlen. Ich bezahle meine Sachen selber. Dafür bräuchte ich mich. Ähm. Wofür brauchen Sie den denn? Ich bin privat. Nee, es gibt kein Schmack. Doch, es gibt privat. Es ist wie ein alter Renner, den ich jetzt... Wenn Sie nicht aufhören, verweise ich Sie des Platzes. Wenn Sie nicht aufhören, dann verweise ich Ihnen die Chirurgie. Also hören Sie mich zu. Was? Also... Das können Sie überhaupt gar nicht. Nee, das können Sie gar nicht. Jetzt seien Sie mal ruhig jetzt hier. Lassen Sie mal mich reden hier. Sie wissen ja gar nicht, was los ist. Passen Sie auf jetzt. Der Eskiner, der hat mich angerufen. Der war tränen... Jetzt wirklich, das ist jetzt kein Scheiß. Der Eskiner hat mich angerufen. Wo bin ich hier? Der Eskiner hat mich angerufen und hat geweint. Ja, der Eskiner weint. Lassen Sie... Der weint immer, ich weiß. Bei den weinten 24-7 gefühlt. Ja, seien Sie jetzt mal ruhig, Hesse-Lauf. Passen Sie auf, also. Nee, ich bin immer noch David. Ach so. Passen Sie auf. Und dann habe ich gesagt, ich komme mal vorbei. Dann bin ich zum MD gefahren. Da saß der Kerl ganz alleine an der Bushaltestelle. Ja? Der konnte nicht mal weg, weil irgendwas mit seinen Krücken war. So, dann sind wir da stehen geblieben. Bella, kannst du mal wieder ganz kurz mit zur Seite kommen? Ja. Ja, genau. Gehen Sie mal mit zur Seite. So, dann sind wir da stehen geblieben. Und dann ist er ins Auto eingestiegen. Der hat bitterlich geweint. Er meinte, er will gerne seine Airy zurück. Sie hatten einen Unfall. Deswegen sind wir ja auch hier, weil wir das von ihm erfahren haben. Er will gerne zu der Unfallstelle. Er will helfen. Ja, aber ich habe ihm gesagt, dass David bei mir ist, dass er das nicht machen braucht. Der Mann hat Krücken. Ja, darf ich mal auslassen? Lassen Sie mich doch mal weiter aussehen. Der Mann ist unschwer in Sie verliebt, Frau Barnes. Aber jetzt kommt's. Ich habe ihm gerade was im Auto gesagt und ich bin fair und sage ihm das auch. Ich zitiere das genau, wie ich es ihm gesagt habe. Herr Skinner, Sie müssen sich folgendem klaren sein. Die Frau Barnes ist nicht mehr die gleiche wie vor ein paar Monaten. Die Frau Barnes war früher schüchtern, kannte sich in dieser Stadt nicht aus und hat Halt gesucht. Sie haben ihr den Halt gegeben. Derweil hat Frau Barnes sie aber längst in ihrer Entwicklung überholt und Sie sind noch da stehen geblieben wegen Ihren Prinzipien. Die Frau Barnes hat einen viel zu schnelleren Lifestyle und ist viel zu schneller entwickelt, als Sie es sind. Und wenn Sie fair sind, lassen Sie Frau Barnes ziehen und sehen die Trennung ein, weil Sie wollen immer noch der sein, der Sie früher waren. Und das hat er mir mehrmals im Auto gesagt. Das bedeutet, eigentlich, wenn Sie es wirklich hart auf hart sehen, Frau Barnes, Sie schauen in den Spiegel. Ich habe gesagt, Herr Skinner, Sie schauen in den Spiegel und Sie sehen Larry Skinner, der Mann, der sein Leben gefunden hat. Der Mann, der seine Prinzipien hat, seine moralischen Werte, seine Einstellungen, so wie er ist. So ist er nun mal. Und Sie, Frau Barnes, schauen in den Spiegel und sehen eine Dame, die selbstbewusst ist und sich was aufgebaut hat. Aber Sie sind nicht mehr die abhängige, naive Dame von früher. Das habe ich Ihnen letztens schon gesagt. Aber ich war in all den Monaten, Sie haben mich ja nicht mit ihm gesehen. Nein, Herr Weiß, jetzt hören Sie mir mal zu. Ich war in all den Monaten nicht abhängig von ihm. Ich habe mir das alles aufgebaut, neben der Beziehung. Ich habe ihn nicht oft gesehen. Das war aber auch okay, war ein Rekrut und so. Und darum geht es auch überhaupt gar nicht. Getrennt haben wir uns, weil wir einfach verschiedene Ansichten von der Zukunft haben. Und ich verstehe auch, was Sie sagen. Aber das hier alles, das hat nichts mit Larry zu tun, was ich erreicht habe. Das könnte ich auch, das habe ich ganz normal erreicht, also auch an meiner Seite. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht um die Abhängigkeit. Es geht darum, dass Sie sich entwickelt haben und er nicht. Er steht auf der Stelle Sie nicht. So, das ist das, was ich ja ihm sage. Ich weiß, was Sie meinen. Aber gefühlt kann man halt nicht so leicht ausstellen. Nee, check, ja klar, weiß ich. Ich meine. So. Sie haben gerade, oh Gott, gesagt. Alles in Ordnung? Ähm, ja, unser RTW1 hat sich nicht mehr gemeldet und da ist mein Freund drauf. Oh, alles in Ordnung? Ja, ich habe ihn erreicht. Es geht ihm gut. Ihr Freund, weißt das, ihr Freund, da warst du immer mit mir hier rumschäkern? Ach, er weiß, es ist doch nicht Spaß. Ja, 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 klar. Da war aber, wo die Tote daneben lag, da waren sie aber ganz feurig. Das sage ich Ihnen aber. So, ich würde jetzt wirklich gerne mit Larry einfach mal sprechen, damit er sich auch verurscht. Ja, aber hören Sie, das Problem ist, der fällt alle zwei Meter irgendwie um. Ich weiß, das macht er auch. Und wissen Sie, was mir eigentlich so, ich habe ja immer, ich weiß, was Sie meinen. Und alle meine Freunde, alle, jeder redet mir einfach, mich von Larry fernzuhalten. Ja, das nicht. Jeder, keiner von setzt sich einfach mal in mich rein und wie es mir geht. Ihre Freunde sollten mal was anderes machen. Das wäre vielleicht ein Ratschlag. Ihre Freunde sollten sich mal die Zeit für Larry Skinner nehmen und ihm erklären, in einem neutralen, ruhigen Gespräch, dass ein Abstand der richtige Weg ist. Wenn aber alle Ihnen etwas raten, ich glaube, Sie wissen ja vornherein schon, was Sie wollen. Sie haben ja einen Weg für sich entschieden. Aber ich glaube, wer jetzt Hilfe und Unterstützung braucht, ist Herr Skinner. Und er hat halt nur mal das Problem, dass er einen Unfall hatte, sich die Beine gebrochen hat und er kann nicht mal arbeiten, er kann sich nicht mal ablenken. Ja, deswegen helfe ich ja gerade auch. Ja, aber wenn Sie helfen, ist das der Dümmste überhaupt, weil er sich dadurch Hoffnung macht. Hier, David, Sie müssten eigentlich ihm helfen. Oder die Frau Ivanov. Jemand, der nicht Frau Barnes heißt. Wenn Sie, passen Sie auf, Sie trennen sich. Jetzt, Ma'am, passen Sie auf. Ganz einfaches Spiel. Wir beide, also Sie und Ihr Freund, Sie trennen sich von Ihrem Freund. Ja, Sie wollen ein eigenständiges Leben. Ich habe ein eigenständiges Leben. Ja, lassen Sie mich doch mal ausreden. Sie quatschen immer dazwischen. Ja, weil es nicht stimmt. Es geht um ein Pfeilbeispiel. Sie wollen ein eigenständiges Leben, Sie wollen keine Beziehung mehr, weil Sie unglücklich sind. So. Wäre es dann clever, wenn Sie Ihrem Ex-Mann dann helfen würden? Nein, weil er sich dann Hoffnung machen würde. Ich kann Sie aber verstehen. Ich kann Sie verstehen. Ja, aber clever ist es nicht. Es ist nicht so einfach. Ja, man kann denjenigen, den man liebt... Ja, wir werden zwei bei Walli bald hier. Nein. Ja, aber denjenigen, den man liebt, kann man nicht einfach so hängen lassen. Ich kann Sie absolut verstehen. Nein, ich fühle mich auch super kaltherzig vor. Er hat zwar gebrochene Beine. Ja, wenn Sie immer den Kontakt zu ihm suchen. Das macht es ja nicht besser. Nein. Langfristig quälen Sie ihn ja. Na doch. Gerade suche ich den Kontakt, weil er halt ausziehen muss. Natürlich muss ich da Kontakt mit ihm haben. Ach, du Scheiße. Weißt du das schon? Natürlich weiß er das. Und ich fühle mich auch nicht gut dabei. Ja, er sucht. Weil du fühlst nicht. Ach, du Scheiße. Ich wollte ihn sogar in meine Nähe halten, aber das ist halt auch falsch. Wie wollen Sie das denn machen? Der wird doch niemals ausziehen. Der nimmt von Ihnen die Mütze mit und riecht den ganzen Tag an. Sie kennen ihn nicht so wie ich, Herr Weiß. Wieso? Na doch, ich kenne ihn leider zu gut. Ich kenne ihn jetzt... Ja, aber ich kenne ihn jetzt acht Monate viel intensiver, als Sie ihn hier kennengelernt haben. Ich kenne ihn seit fünf Jahren. Das glaube ich nicht, Herr Weiß. Das können Sie mir glauben. Das glaube ich aber nicht. Doch. Wissen Sie, ich hatte eine wahre Zeit, haben wir, glaube ich, mal früher durchgemacht. Wer weiß, ich würde jetzt wirklich gerne mit diesen Idioten reden. Dann schleppen wir den jetzt wieder hier rein. Nein. Mein Gott, nee. Ich gehe nach vorne. Kann ich nach vorne? Sie müssen sich erst mal ein bisschen beruhigen. Ich weiß, Sie sind jetzt sehr aufgewühlt. Ja, weil es mich einfach nervt. Und umherzend macht es mich auch wirklich traurig, dass sich das keiner mal irgendwie sagt. Und, hey, ich rede mal mit Larry, den geht es auch nicht gut. Alle sind irgendwie nur so, ja, lassen den Dings liegen, lassen den Dings liegen. Wissen Sie, ich liebe den Kerl noch. Ich habe mich getrennt, weil wir verschiedene Zukunftsansichten haben. Das ist ja nicht so, dass ich mich getrennt habe, weil er scheiße ist oder sowas. Gar nicht. Er ist sehr gut zu mir. Frau Barnes, ich kann Ihnen sagen, ich habe sehr viel mit dem Herrn Skinner gesprochen, auch in der Physio. Und ich gebe ihm dort auch immer Ratschläge. Und ich schätze mal, einer der Ratschläge, den hat er jetzt versucht zu befolgen, ist aber ein bisschen daneben gegangen, würde ich sagen. Aber ich hoffe, er probiert es demnächst nochmal anders. Ich weiß nicht, ob er das tut. Ich weiß, die Lauchzwiebeln stehen für das. Nein. Einfach nur nein. Ich habe jedes Mal so einen Aufriss in der Beziehung für ihn gemacht. Mir jedes Mal Sachen einfallen lassen und von ihm kommt jetzt sowas. Das ist, Mann, ey. Hä, es ist ja viel ist. Man kann Menschen nicht ändern. Er versucht es wirklich. Also, er liebt sie wirklich sehr. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Aber man muss aber auch Arian respektieren, wenn er sagt, dass er damit aufhören soll. Ja. Es gibt ja auch einen Grenzen, sage ich mal so. Arian mag keinen meins. Das ist aber auch in unserer Beziehung immer so gewesen, das weiß ich. Nein, aber dann soll man raus aus diesen altmodischen Sachen da. Das macht er ja nicht. Das ist halt das Problem. Es ist der Altersunterschied einfach. Ja, kann einen Teil dazu beitragen, ja. Und er meinte halt, er sei sehr altmodisch. Tja, das passt dann leider nicht, ne? Nun ja, da hilft halt wirklich dann nochmal ein ganz klärendes Gespräch, wo die Grenzen gezogen werden. Ohne Freunde, wenn es geht, in der Nähe. Ja, die sind da nie dabei. Also, ich rede wirklich immer mit ihm privat. Genau. Weil anders wird das nichts. Also, sie müssen da wirklich feste, klare Grenzen setzen dann. Ich weiß. Ich bin ja da. Also, ich, so Not, ich fange ihn auch auf. Also, in der Physio, ich glaube, das tut ihm ganz gut, mit mir zu reden. Dass er das Gefühl hat, der ist nicht alleine. Ich habe ihm auch meine Handynummer gegeben. Der kann sich ruhig bei mir melden, falls irgendwas ist. Ja, findest mit. Bitte nicht mit ihm schlafen oder so. Um Gottes Willen, nein. Ich glaube, das verkrafte ich noch nicht. Nein, um Gottes Willen. Nein, also, ich gehe meinem Freund aber auch nicht extrem. Ja, dann schnappe ich mir nämlich ihren Freund. Ich fand den nämlich auch ganz toll. Nein, nein, nein. Wir sind schon dabei, das stimmt. Ariane, wollen Sie fragen, ob Sie in einer polygamischen Beziehung sind? Nein! Oh mein Gott, nur wenn ich gesagt habe, dass ich sie heiß finde. Das heißt ja nicht, dass ich da irgendwie was machen würde. Wir sind wirklich sehr hübsch. Dankeschön. Kann ja sein. Kann ich jetzt auch nicht sehen. Ja, wenn Sie das möchten, dann bringe ich Sie in den Freund. Danke schön. Machen Sie aber ganz langsam, ne? Mache ich. Und nein, wir sind nicht polygam, wir sind monogam. Monogam. Sehr, sehr monogam. Wenn Sie sich umentscheiden, dann geben Sie auch ja einen Bescheid, okay? Also Frau Bahns, Sie können sehr, sehr gerne auch mal hierher kommen, und wenn Sie halt einfach mal einen zu stressigen Tag haben, ich kann Ihnen auch mal eine Telefonnummer geben, dann melden Sie sich bei mir und dann massiere ich Sie. Also ganz ohne Hintergedacht. Aber ohne erotisch. Da fühle ich mich, wir sind nicht mehr zusammen. Und ich fühle mich trotzdem dann, wie als würde ich sagen? Nein, das ist einfach nur zur Entspannung, einfach nur, damit Sie mal ein bisschen abschalten können, vielleicht ein bisschen reden können. Mal von einer neutralen Person, die halt nicht, ja, voreingenommen ist, würde ich sagen. Ja, das ist nämlich leider das Problem, dass ich zurzeit habe. Na, geben Sie mir mal Ihre Nummer, dann rufen Sie mal an gleich. Okay, Sekunde. Ich kann mir die tatsächlich nicht merken. Das ist die 555? Mhm. 666? Ja. 996. Die haben eine interessante Handynummer. Ja, ich bin das Üble. Oh Gott, das will nein. Ich bin einfach das Böse. Also 69 gefällt mir ja schon ganz gut. Ja, tatsächlich mag ich das auch. Also wenn Sie jetzt keinen andeutigen, ich zum Beispiel auch nicht. Ja, ich bin sehr zweideutig. Das ist mein Freund auch, aber wir sind wirklich... Hey, er kommt, Stefan, danke für den Rate. Oh, Moment, Moment, ich bin auch... Also jeder sagt, wir passen. Vielen, vielen Dank, danke schön. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich glaube, ich irgendwie. Dankeschön, dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, Frau Barnes, ich rufe Sie kurz an. Ja, super, danke schön. Dann speichere ich das gleich mal ein. Da kommen die Herren wieder. Leri, ist nicht schlimm, dass du dich eingelülüht hast. Das ist schon okay. Oh nein, bitte nicht. Ich habe nichts damit zu tun, Frau Barnes, wirklich gar nichts. Wir sind unschuldig. Ja, der hat sich Schweinefleisch in die Hose in die Hose in die Hose. Nein, der Herr Winters hat Herrn Skinners Schweinefleisch in die Hose in die Hose gesteckt. Hä? Ich war das nicht. Hä? Hose, Moment. Wie? Dankeschön. Wie? Das ist jetzt unfair, Frau Barnes. Das stimmt gar nicht. Herr Gamble. Ja? Wir haben da nichts mit zu tun. Ich bin unschuldig. Ich habe die Hose an. Ja, ich auch. Ich habe die Blumen gehabt. Ich würde sowas niemals tun. Hä? Was ist los? Ja. Die Hose, der macht sich schon am Boden. Ich habe dem sogar zwei Flaschen Wasser gegeben, als er da rumgebettelt hat. Er ist nämlich frankabhängig. Ich gebe ihm gerade eine Hose, Moment. Ich verhilfe ihm zu neuem Leben. Wollten Sie noch was, Frau Barnes? Ne, ich wollte nur fragen, wie viel das macht. Achso, genau. Da war ja noch was. Ja, besser als. Oh Gott, was ist das für ein Fleck auf der Hose? Tierisch durcheinander hier. Ja, wir haben ja leider ein CT gemacht, deswegen das kostet leider extra. Das ist das Schweinefleisch, Winters. So, wir waren bei einer Prellung. Ne, dann sind es einmal 75 Dollar. Mit dem CT? Mit dem CT. Hä? Okay, kann ich eine Karte zahlen? Natürlich, natürlich. Gehen wir gerade einen Schritt zur Seite, weil sonst regt sich der Computer auf. So. Gut. Dann einmal die Karte da durch, genau. Dankeschön. Wunderbar, vielen Dank. Dankeschön und danke für das Angebot. Sehr, sehr gern. So, Herr Skinner. Meine Güte, was ist das denn hier für ein Kindergarten? Soll ich Ihnen helfen, die anzuziehen? Das sehe ich so. Wirklich? Gehen Sie denn besser, Herr Weiß? Wem? Ja, Ihnen. Ja, mir geht's besser. Ach so. Es geht um Herrn Skinner. Der Herr Skinner. Ja, ich weiß, wie es dem Herr Skinner ist. Ach du Scheiße. Der Herr Skinner wird jetzt erstmal bei Herrn Gamble unterkommen. Ist so leid. Ja, okay, dann muss er mir aber den Zweitschlüssel wiedergeben. Oh, was haben Sie für ein Herz? Was sind Sie denn? Der Mann ist ja keine Beine und Sie wollen den Zweitschlüssel wegnehmen? Nein, Sie haben es die ganze Zeit nicht mitbekommen. Sie verstehen mich nicht. Ich habe sogar ein sehr großes Herz. Oder wohnen Sie erst der Etage? Also, kurz ernst gemeinte Frage. Wohnen Sie irgendwie höher als Partierer? Ich wohne im achten Stock. Herr Skinner. Ja, haben Sie einen Aufzug? Ich helfe Ihnen doch die ganze Zeit. Mir hat jeder davon abgehauen. Nein, darum geht es doch. Haben Sie einen Aufzug? Ja, die Leute sind auf jeden Fall mal ziemlich schnell oben. Okay, okay, dann ganz kurz. Der ist ein Invalid, der hat keine Beine. Der kommt doch die Treppen nicht hochgekraxelt bis zum achten Stock. Lassen Sie den Schlüssel ihm. Das tut ihm jetzt weh, wenn Sie den wegnehmen. Sie sind wirklich beide nicht... Danke. Halten Sie mich nicht bekallt, herzlich. Ich weiß, dass man das von außen so interpretieren kann. Ist es aber nicht. Sie sind schneeweiß. Sie könnten die einzelne Sänze sein. Nein, aber Sie sind nicht... Ich nehme ihn mir jetzt mal zur Brust. Ja, der hat jetzt keinen Nerv dafür. So, passen Sie auf. Ach so. So, wir fahren jetzt nach Hause, Herr Skinner. Wir holen Ihnen jetzt Wechselkleidung. Ja. So. Und dann bringen wir Sie zu Herrn Gamble. Da werden Sie erst mal ein paar Nächte schlafen. Genau, mindestens eine Woche hat der Herr Gamble gesagt. Das meine ich ja. Es kommt rüber, als wäre Ariane voll kalt. So, dann machen wir uns auf den Weg. Frau Barnes, geht es Ihnen denn jetzt besser? Ich will mit ihm alleine reden. Ja, er ist aber nicht in dem Zustand dazu. Gucken Sie sich die doch mal an. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Larry, komm mal mit. Ja. So eine starke Liebe. Fängen Sie, kämpfen Sie, Larry. Ja. Geht's so? Ja. Vielleicht gehen wir da rein. Äh, wollen Sie vielleicht in die Kapelle? Dort haben Sie ein bisschen mehr Ruhe. Ja. Larry? Ja. Ich bin gerade wie die Spielfigur hier. So, ich lasse Sie beide mal alleine, falls irgendwas ist, und rufen Sie. Okay, danke schön. Larry, was sollte das Theater jetzt? Weißt du eigentlich, wie kalt ich jetzt rüberkomme? Wie scheiße ich jetzt vor allen aussie? Ach, ist dir das wichtig, wie du bei anderen rüberkommst? Gerade ist mir das wichtig, weil es mir langsam wirklich reicht. Ich habe jetzt so viel Mitleid mit dir gehabt, wirklich. So viel Mitleid. Ach. Nein, du bleibst jetzt hier. Das ist doch dann einfach, wenn du nicht mehr willst. Ich möchte nur, dass du das akzeptierst. Wieso verstehst du kein Nein? Ich wollte doch, ich dachte, wenn wir beide Abstand haben, dann würde es noch eine Chance geben. Ja, das ist doch in Ordnung. Habe ich doch akzeptiert. Nein, du hast es nicht akzeptiert, Nick. Wer hat denn heute angerufen? Wer hat letztes Mal angerufen? Du. Ich habe angerufen. Ja, richtig. Ja, aber weil ich wollte, dass du ausziehst, damit ich diesen Schlussstrich auch ziehen kann. Da muss ich gezwungenermaßen mit dir Kontakt haben. Ja. Ich merke schon. Ich kann auch machen, was ich will. Nein. Hat wohl alles nichts mehr. Aber ich liebe dich. Immer noch. So sieht es nicht mehr aus. Ich weiß, dass es nicht so aussieht. Richtig, ich auch, Gary. Und ich will einfach, ja, bis hier auf das Bild heißen. Ich würde dich am liebsten nach Hause holen. Ich würde dich am liebsten nach Hause holen und dich wieder gesund pflegen. Und dann würde ich gerne mit dir essen gehen und so viele Dinge unternehmen, die du dann für uns beide machst. Ja. Aber das Grundproblem bleibt bestehen, Larry. Und ich weiß nicht, ob sich das bei uns lösen lässt. Das ist auch ein Problem. Warte. Und wenn du jetzt erst die Einsicht hast, jetzt wo wir uns getrennt haben. Es ist blöd, Larry. Na ja. Ja. Manchmal kommt die Einsicht ja doch erst dann wirklich, wenn es zu spät ist, weil man dann vielleicht doch nochmal, ich weiß nicht, vielleicht genauer nachdenkt. Erinnerst du dich an den Satz, den ich am Strand gesagt habe? Bevor wir die Pause hatten? Hm. Erinnerst du dich? Es ist okay, wenn du dich nicht erinnerst. Ich kann ihn dir sagen. Welchen Satz meinst du? Zeig mir, dass ich nicht selbstverständlich bin. Und ich dachte, von da an ändert sich was. Aber es hat sich nichts geändert, Larry. Und ich glaube, es wird sich auch so jetzt nichts ändern. Ich würde es gerne nochmal mit dir versuchen. Aber ich habe die Befürchtung, dass wir uns das erst recht wieder kaputt machen. Ich glaube schon, dass sich was ändern könnte, aber... Was ist, wenn wir daraus noch verletzter hervorgehen als jetzt? Dann wissen wir es. Wir müssten es jetzt wissen, Larry. Jetzt, nach acht Monaten. Nach zwei Trennungsversuchen. Warum erst so spät? Und was findest du überhaupt an mir? Weil wir leben völlig verschiedene Leben mittlerweile. Willst du weiter... Nein. Willst du weiter, dass ich mich aufrege und sage, hey Larry, nimm deinen Hut ab? Hey Larry, zieh doch mal was anderes an. Hey Larry, du bist viel zu langsam. Wie wäre es denn einfach mal, wenn du mich so nimmst, wie ich bin, so wie du es am Anfang getan hast, dass ich eben nicht meinen Hut abnehmen muss für dich, sondern dass ich das einfach mache, gerne mache und du es dann einfach als Wertschätzung siehst, ja, so wie ich es vorher auch getan habe. Dass ich mich nicht verändern muss wie oder mich gerade in die Schublade stecken muss, wo du mich gerade brauchst. Ja, dass du eventuell auch, egal was die Leute von dir sagen, weil ich weiß, dass die eine oder andere Person mich nicht mag, vielleicht auch noch zusätzlich dagegen kämpft, dass wir möglicherweise glücklich sind, weil sie dann dagegen reden. Da steht eine Frau einfach für sich ein gerade. Vielleicht hast du mittlerweile, du hast dich sehr verändert und das ist auch eine gute Sache, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass du irgendwie, naja, du auch so ein bisschen diese alten Zeiten, die wir so gemeinsam genossen hatten, auch, naja, ein bisschen aus den Augen verloren hast, obwohl du natürlich in den letzten Monaten auch wirklich viel getan hast, aber das Problem ist einfach, du hast mittlerweile auch viel zu tun und es ist nach wie vor das Problem da, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass wir uns wirklich auch vielleicht einfach einen festen Tag einplanen, wo wir uns, wo wir es, wo wir beide es uns richtig gut gehen lassen, das haben wir bis heute nicht geschafft, obwohl wir darüber gesprochen haben. Larry, ich sag's dir jetzt mal ganz klar, wirklich, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich, hm. Ich will überrascht werden, nicht mit Pforten, nicht mit einer Quietschente, nicht mit einem Feuerzeug. Ich will, dass die Beziehung ein Abenteuer ist. Hast du den Blumen bekommen? Ja, Larry. Ja. Blumen. Natürlich war das süß, auch, obwohl der andere Strauß mir wirklich Angst gemacht hat. Warum hat er dir Angst gemacht? Hast du denn, du weißt, was das bedeutete? Nein, ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeuten soll. So, du hast mir eine SMS geschrieben, Larry. Ich such sie raus, warte. So, ich will meinen Larry von vor vier bis fünf Monaten zurück, aber ich habe das Gefühl, der existiert schon lange nicht mehr. Naja. Wir hatten in der Zeit auch schon meistens so um diese Monate diesen Zeitraum, der sehr auch gut lief. Deswegen habe ich auch geschrieben, noch viele weitere fünf Monate, wo du da auch deinen alten Larry wieder haben kannst. Ja, Larry, das kann man total aus diesem Satz interpretieren. Da hast du richtig gut nachgedacht. Naja. Du bist... Manchmal... Unkreativ manchmal. Ja. Hau mir doch auch was an den Kopf, warum machst du das nicht? Ich habe da manchmal den Eindruck, du hörst auch ein bisschen zu viel mittlerweile, was auch andere Leute sagen. Genau, das ist mir... Und du guckst mittlerweile... Nein, tu ich nicht. Nein, du guckst mittlerweile... Allein die Aussage vorhin, du hast schon Angst, wie manche Sachen jetzt, wie du jetzt da stehen könntest, die Leute dich jetzt betrachten werden könnten. Ja, natürlich. Jetzt gerade stand ich wie die böse Hexe da. Ich stand wie die böse Hexe da. Und selbst wenn es so ist, dann wüssten wir immer noch am besten, wie wir füreinander da sind, ob wir gut füreinander sind. Und dann interessiert es mich auch nicht, ob dich jemand für sonst irgendwas hält, das interessiert mich dann alles nicht. Larry, alle hatten hier... Ja, trotzdem. Alle hatten hier Mitleid mit dir. Du weinst die ganze Zeit. Ich weine nicht. Ich verstecke meine Gefühle. Ich stelle die einfach hinten an, so wie ich das immer gemacht habe. Es tut mir leid, ich kann sie nicht verstecken. Normalerweise bin ich so... Nein, normal bin ich nicht so. Aber umso mehr... Ich kenne das so nicht. Guck mich an, Larry. Guck an, wie ich geworden bin. Guck, was für einen Weg ich gehen will. Ja. Und jetzt frag dich nochmal genau, ob du das möchtest. Und ja, du gefällst mir ohne Hut besser. Stimmt, ich bin ja nicht mehr der Sheriff. War ja dann und damals dann schön attraktiv. Wow, ey, der Sheriff vom Norden. Jetzt bin ich der... Oh, Rekrut. Denkst du wirklich... Armselig. Oh Gott, denkst du wirklich so leicht, kannst du es dir machen? Nein, das ist natürlich nicht... Nein, so kommt es rüber, Larry. So kommst du... So kommt es rüber? Ja. Du, jetzt gerade das, was du sagst, kam so rüber. Nein. Die Beziehung von uns war ein Abenteuer. So lange. Sie ist eingeschlafen. Für mich war es nicht ein Abenteuer. Ein Abenteuer ist für mich so ein One-Night-Stand. Das war für mich kein Abenteuer. Ein Abenteuer meine ich, ich weiß nicht, was macht er heute mit mir? Was hat er sich überlegt? Was machen wir? Und was sagt er zu meinem neuen Kleid? Und weißt du, dieses Abenteuer, du bist... Du bist eingeschlafen einfach. Und wenn ich dann zu viele Dinge gesagt habe über deine neuen Sachen oder wie toll du aussiehst, dann war es ja auch wieder zu viel. Also wegen, was wir oft schon rumdiskutiert hatten. Larry, vielleicht ist es... Ja. Vielleicht ist es doch die Entscheidung. Ich weiß es nicht. Wenn du sagst, du siehst. Deswegen habe ich dich gefragt. Nein, ich sehe es nicht so. Aber... Deswegen habe ich dich gefragt, ob du so, wie ich jetzt hier stehe, ob da überhaupt noch irgendwas ist. Denn ich werde mich nicht mehr ändern, Larry. Ja, so wie du hier stehst, ja, so ist immer noch was da. Meinst du, ich würde sonst noch irgendeine Träne vergießen? Es sind mehr als genug. Es sind Tausende. Ja. Aber das meine ich ja. Ist es das Optische oder das, was wir gemacht haben, wenn das Licht aus ist? Oder bin es ich, so wie ich jetzt bin? Es klingt nicht so, als ob du mir nicht so, wie ich jetzt bin, als ob du das noch liebst. Das Optische habe ich immer geliebt. Und es ist immer aufregend, wenn ich aus Phoenix wiederkomme, dich zu sehen. Das ist meistens eine Überraschung. Dann tollen Klamotten, neue, neuer Stil, neue Farben. Und ich habe immer den Eindruck, egal was du machst, es steht dir alles. Und hey, Larry, in erster Linie geht es hier um dich und um mich. Es geht um dich als Person. Ich habe dich kennengelernt. Ich habe deinen Wandel miterlebt. Ich habe deine Misserfolge und Erfolge miterlebt. Wir haben hier und da auch immer mal was Schlechtes und was Gutes mitgemacht. Und das alles gehört einfach dazu. Ja. Und ich mag dich nach wie vor. Wie am ersten Tag. Mag ich dich. Und auch wenn es mal schwierig wird. Ja, und auch wenn man mal auch selbst, selbst wenn wir, selbst wenn wir verheiratet sein sollten. Und selbst dann, wenn mal ein Streit ist. Es ist auch völlig egal. Sowas gehört dazu. Das macht nur wieder stark. Wir kommen wieder einfach stärker aus solchen Sachen hervor. Natürlich gehört das dazu. Das hält zusammen. In meiner Welt gehört das auch dazu. Ja, das ist völlig normal. Ich möchte aber nicht mit dir zusammenkommen, um dann einfach monatelang zu warten. Und dann wieder zu merken, dass sich nichts ändert. Und dass du, so wie du dich eigentlich darauf festgebissen hast. Du gehst ständig mit einer negativen Erwartungshaltung da rein. Ich versuche dich zu überzeugen, dass ich wirklich alles daran setze, dass es besser wird. Gut, wenn ich die Gelegenheit, wenn es die nicht mehr gibt, dann ist das so. Dann muss ich das hinnehmen. Und ich akzeptiere das auch mit dem Auszug, Harry. Das ist, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht brauchen wir mal ein paar Tage in Abstand. Das brauchen wir auch. Aber auf jeden Fall sollst du wissen, dass ich einfach diese Chance... Verstehst du? Ich will das nicht ungenutzt lassen. Aber okay. Harry? Harry? Hättest du dich von mir getrennt? Weißt du, wie ich um dich gekämpft hätte? Willst du das wissen? Ja, wahrscheinlich auch. Was ich getan hätte, wenn ich du wäre? Willst du das wissen, oder soll ich es nicht sagen? Nein, du sollst es nicht sagen, weil es soll ja kein Vergleich werden. Das ist kein Vergleich. Ich möchte dir nur zeigen, was ich bereit wäre zu tun. Und was ich meine mit dem Abenteuer. Und einfach nachdenken. Ja. Aber das hier gerade, das war scheiße. Das muss nicht sein. Das war mehr oder weniger aufgezwungen, ja. Aber... Dann hab die Eier zu sagen, du willst das nicht. So wie ich das gerade gemacht habe. Ja. Ach. Ich bin mittlerweile verzweifelt. Ich weiß es auch nicht. Es ist wahrscheinlich lächerlich und es tut mir leid. Es ist nicht lächerlich. Ich bin auch verzweifelt, weil ich auch nicht weiß, was ich jetzt genau machen soll. Ja, so geht es mir auch. Diese Änderung nicht sehe bei dir. Man versucht irgendwie jeder Möglichkeit jetzt, naja, man Hoffnung schon mal zu sehen. Naja, was kannst du denn jetzt groß erwarten gerade von mir? Das ist mein Fehler, ich habe meine Termine, ich habe meine Operationen morgen. Ich muss wieder auf die Beine kommen. Mehr als das kämpfen, was ich jetzt gerade machen kann, ich gerade nicht. Mir einfach die Zeit lassen, das hättest du machen können. Ja. Ja, habe ich verstanden. Dann lass uns bitte hier jetzt rausgehen, damit du deine Zeit bekommst. Ich hole meine Klamotten und ich bin ein paar Tage bei Gamble. Was machst du in der Zeit? Morgen werde ich operiert. Dann muss ich wieder auf die Beine kommen. Dann habe ich noch einen Physio-Termin. Dann werde ich mit dem Dienst weitermachen. Du und Frau Hardy haben Nummern ausgetauscht. Ja, für den Fall, dass ich zu spät komme, weil heute war ich später dran. Nein, nicht für den Fall, dass du zu spät kommst, sondern dass ihr euch trefft und redet. Nein. Doch. Mit Treffen und Reden war nicht der Sinn, der aus das Austausch der Nummer. Du hast doch im MD hier deine Termine. Ja, aber für den Fall, dass ich wieder zu spät komme. Ich habe angerufen heute über die Info-Leitstelle und dann hat sie zurückgerufen mit der privaten Nummer. Und sie sagte dann beim Ende der Behandlung, ich kann diese Nummer einspeichern. Übrigens ist ihr Mann, äh, ihr Freund gerade dabei. Naja, scheint ja wohl die ersten Ambitionen zu zeigen, dass sie heiraten wollen. Ich weiß, meine Freundin Ava will auch heiraten. Ja. Ich habe es eigentlich auch verdient gehabt, finde ich. Du hast es verdient. Du hast es immer noch verdient. Wir haben es verdient. Harry. Harry. Jetzt habt deinen Abstand erstmal. Und, äh, wir werden es sehen. Hilft dir David? David hilft mir, ja. Ja, dann. Harry. Was? Mache ich dir zur Zeit Hoffnungen? Nein. Deswegen räche ich mir ja förmlich den Zacken aus der Krone. Herr Weiß, können Sie bitte mit Ihrem Butterbrot einmal hier rausgehen? Bitte. Es geht gerade nicht. Eine Sekunde kurz. Warten Sie ganz kurz. Ich gehe sofort wieder raus. Warten Sie kurz. Lieber Gott. Er weiß, dass Sie im Kopf blagern. Jetzt seien Sie kurz ruhig. Ich sage, hallo. Lieber Gott. Danke Ihnen dafür, dass Sie mir so eine fabelhafte Ärztin zur Seite gestellt haben. Vielen Dank für Speise und Trank. Dadurch geht es mir jetzt schon viel besser. Lang lebe Amerika, lang lebe das Esti. Und Herr Skinner. Der Walter hat gerade tatsächlich sehr gekockt, Block. Emdi. Amen. So. So, Skinner, wir müssen jetzt los. Was machen wir jetzt? Halt mal deine Hand über den Jeep. So. Ja. So, Herr Skinner, wir müssen jetzt... Ja, wir müssen los. Der Herr Campbell, der muss ins Bett. Ja. Ja, wie... Er kommt sofort. Ich hole meine Sachen unter. Ich sage... Sekunde noch. Ich sage Ihnen eine Sache. Ich gucke jetzt hier auf die Uhr, ne? Ich gebe Ihnen dann noch fünf Minuten jetzt hier. Larry, klären Sie das. Sonst müssen Sie auf der Straße schlafen. Die Kartons sind auch schön. Ja, okay. So, wie die Frau Barnes die loswerden will. Ich werde dich nicht loswerden. Ich werde dich nicht loswerden. Wir gehen... Du hast ja recht. Wir geben den ganzen Abstand vielleicht eine Chance. Ich weiß es nicht, ob man das so sagen kann. Ich hole jetzt meine Sachen und ich bin ein paar Tage bei Gamble und, ähm, ich habe momentan eine Möglichkeit, in Weinwood West möglicherweise eine Wohnung zu bekommen. Ist das so? Ja, dann, äh, naja, wäre ja fast witzig, wenn es meine alte Wohnung wäre. Mal gucken. Und dann, äh, gehen wir weiter. Ich habe ja nicht viel Zeug. Geht schnell. Ich werde dich vermissen. Ja. Lass dir nie einreden, dass ich was Böses von dir denke. Und ich lasse mir von niemandem etwas einreden, okay? Dann lebe erst mal wohl, Larry. Was denn? Oh, nicht. Alles gut. David, wir können. Okay. Ja, Frau Barnes, du hast kein Problem. Kann ja auch viel sagen, ne? Nein, ich muss wegen dem Drama jetzt weggehen. Ah. Ich würde den Kopf verschneiden. Oh, mein Gott. Kann ich das bitte kaufen? Nein. Ich muss wegen dem Drama weggehen. Hm. Es sieht aber immer noch nicht gut aus. David, wo bist du? Ja. Ich bin hier bei dem. Achso, ich komme auch raus. Ich wollte hier was fressen. Ich habe so. Warum? Ich habe auch kein Geld bei dir. Ich komme. Ich komme. Nein, 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 warte. Nein, nein, nein. Ich komme raus. Fahr mich bitte schnell weg. Ich muss hier einfach raus. Okay, komm. Ich bin heute gekommen. Okay. Ich muss leider jetzt gleich schlafen gehen. Kannst du mich irgendwo fahren, wo ich mein Zuhause schnell erreiche? Wo du was? Wo ich mein Zuhause schnell erreiche. Was musst du machen? Schlafen, Kies. Ich wollte dir ja nicht zu nehmen. Sohn. Ja. Wo, 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 wo. Hörst du einfach nach Hause? Oder? Ja, ja, ja. Fahr mich nach Hause. Ach du Scheißen. Ich komme so kalt rüber. Ja. Und keiner checkt irgendwie, wie es im Außen. Sich selber von jemandem fernhalten, wovon man sich gar nicht fernhalten will und eigentlich überhaupt gar nicht kann. Und was für ein Scheiß-Struggle das einfach ist. Aber dann wird dir auch nicht einfach gemacht, muss man sagen. Nee. Und dann immer wieder, immer wieder die Gespräche und immer wieder merken, dass er es nicht versteht. Das ist so scheiße. Ich habe den Kader am nächsten angeschrien. Bitte verstehe das. Doch, sag doch einfach so und so, damit wir erstmal wieder zu uns. Ach, keine Ahnung. Je öfter du das Gespräch haben wirst, desto entweder wird es einfacher für dich oder schwieriger, weil du daran verzweifelst. Aber dann musst du dich von diesem Los lösen und damit klar kommen, dass sie ihn nicht akzeptieren. Er sagt ja, er tut das, aber dieses Denken, dieses Denken von ihm einfach. Nein, schwierig, schwierig. Ich, man kann Menschen halt nicht ändern und ich dachte eigentlich, er hätte sich tatsächlich auch geändert, aber irgendwann ist er falsch abgebogen. Dann ist es halt so, wie Herr Weiß gesaugt hat, wo du da auf dem Bett saßt, mit diesem, dass du dich weiterentwickelt hast und Larry nicht und du lebst dein Leben. Ja, das versteht er, das ist halt wirklich so. Und dann habe ich ihm gesagt, so wie ich jetzt vor dir stehe, willst du mich überhaupt noch so oder siehst du überhaupt, dass das noch Sinn macht? Guck doch mal, wie ich mein Leben lebe und wie du dein Leben lebst. Ich weiß nicht, wieso Larry den nicht begreifen will. Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe den nicht. Und es tut einfach nur wirklich mehr weh, wenn ich ihn sehe. Den musst du auch merken, wie du dich veränderst, oder nicht? Also den kann doch nicht immer den alten Ariane sehen, weil den ist ja auch nicht mehr da. Weißt du, ich merke doch, dass er nicht zu... Zum Beispiel, wenn ich ihn auf Partys mitnehme, er ist halt viel älter als ich und er passt da halt auch nicht hin. Nein, nein. Das wäre aber okay gewesen, weil das soll ja kein Kriterium für eine Beziehung sein. Nein, stimmt. Und jetzt gerade, was haben die mit denen gemacht? Er stand da gerade so blöd vor mir einfach. Das war nicht er. So würde er sich nie benehmen. Das war nicht... Und die haben das gerade alles so lächerlich gemacht. Ich glaube, denen haben Larry was eingeredet, damit den so was macht, wahrscheinlich. Wenn keiner drin steckt. Weißt du, was das Schlimmste ist und was mir irgendwie am meisten wehtut? Was denn? Also, weißt du, wie ich darauf komme, dass Larry was eingeredet wurde? Ja, das hat er ja auch gesagt. Weil Larry hätte dich niemals freiwillig gefragt, um Essen zu gehen, glaube ich. Nee, das habe ich ihm nämlich heute gesagt. Allein deswegen. Klar, das hätte er niemals gesagt, alleine. Weil... Hätte er doch einfach das gemacht, was ich machen würde, um die Beziehung wirklich zu retten. Ach, dann ist halt nicht so. Nein, er ist nicht so. Macht auch... In den Sachen macht einfach keinen Sinn mehr. Den... Also, in meinen Augen jetzt. In... Ist für mich irgendwie... Kompliziert. Er hat mich irgendwo gut behandelt. Ja, klar. Aber ich meine... Hat mich immer beschützt. Ja. Das ist mit dem Auto nicht da. Das ist alles scheiße. Okay, David, ich... Ich begleite mich noch bis zu Ruhe. Oh je. Er kommt jetzt gleich wahrscheinlich dann nochmal in die Wohnung. Ich bin mir nicht so sicher. Dann geht doch zu Gamble, glaube ich. Ja, ich glaube... Ja, der muss... Mann, der muss den zweiten... Ich bezahle den Inter. Ich bezahle... Kannst du denn von dem Vertrag nicht mehr versträuchen? Ich kann das. Ich wähle mich. Oder muss Larry dabei sein? Ich glaube, ich kann es selber machen, aber ich wähle das gar nicht. Das soll er halt machen. Mach du den doch einfach. Wechsel doch einfach den Schloss heraus. Wenn... Wenn er dich nicht den... Seinen Dings... Äh, dein Schlüssel... Zweifel zu geben will, dann wechselst du den Schloss. Ich verstehe. Das hat mich aber gerade schon so megadramatisch von ihm verabschiedet. Ähm... Habt ihr euch... Habt ihr nochmal einen Termin gemacht, um euch irgendwie... Nee, gar nicht. ...wie noch zu sehen oder zu reden oder so? Reden, das ist ja das Problem. Es funktioniert bei ihm nicht mehr. Es funktioniert... Ich weiß, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin sogar so doof. Du kannst dich immer kämpfen. Einseitig geht nicht, Ariane. Ich habe dich schon gesagt. Einseitig versuchen... Sogar diesen Gespräch versuchen zu machen ständig, denn... Irgendwann geht den auch nicht mehr. Ich weiß. Nee, ähm... Guten Tag. Salut. Hallöschö. David? Oi? Ich hoffe, du hasst mich nicht, aber ich habe... Wieso soll ich geschossen? Nein, ich habe entgegen von eurem Rat halt, weil ich entscheide ja immer noch für meine Beziehung. Weil sowieso... Sowieso noch ja nicht, also... Ich versuche halt trotzdem noch die ganze Zeit irgendwie die Beziehung zu retten, weil ich will das ja auch. Aber... Du wirst irgendwie nicht wahrgenommen von Larry. Deine Worten werden nicht wahrgenommen. Es wird nicht wahrgenommen. Er erzählt immer das Gleiche. Wir drehen uns im Kreis. Deswegen, deswegen. Ja. Wie... Wie lange hältst du den noch aus, bis du komplett ausrastest und dann in den Irrenanstalt landest, weil du nicht mehr kannst, weil du so verzweifelt bist, daran untergehst, daran ertrinkst oder wie auch immer. Das kann doch auch nicht wahr sein. Das kann doch auch nicht wahr sein. Das musst du irgendwann aufhören. Das muss einfach... Dann muss einfach in den kompletten Strich gezogen werden. Okay, David, ich gehe nach oben. Dankeschön für alles heute, ja? Das war wirklich sehr lieb von mir. Kein Problem, komm her. Dankeschön. Dankeschön, David. Kannst du bitte aufhören? Was denn? Ich umarme dich doch nur. Vielleicht ein bisschen fest, aber... Ja, bitte, 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 bitte. Ich spreche dich ganz gerne. Ja, genau. Okay, okay, so. Ja, das ist super. Dankeschön. Oh, ja, jetzt fühle ich mich gleich wieder entspannt an. Und wenn dann Wunden aufgeht oder so, dann ruf mich an, dann gehen wir Late-Night-MD, okay? Dankeschön, David. Und wenn du noch was brauchst, essen, trinken, sonst ist das Bescheid, dann gehe ich einkaufen und dann bringe ich den rein oder so. David, du bist der Beste. Ja, ich meine noch. Ich meine noch. Fahr vorsichtig um mich zu Hause da vorne, wo du umsonst wohnst, in einer richtig geilen Wohnung, was noch ein paar Meter von hier weg ist. Ja, voll. Ein bisschen zeitig. Okay, David, dann bis die Tage, ja? Bis dann. Bis dann. Schau gut. Du auch. Ja, nee, das... Ich glaube, es ist mir noch bald immer. Er meinte ja auch, so wie sie ihn am Anfang genommen hat. Am Anfang, Skinner ist irgendwann eingeschlafen. Am Anfang gab es da nichts. Am Anfang gab es... Am Anfang war das alles kein Problem. Das war sogar sehr lustig und cool. Das hatten wir bei dem Sprung-Festival ja auch. Da hat es irgendwie richtig gut gepasst und alles. Und beide waren auch so süß zueinander. Aber dann ist es irgendwann Gespräche, 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 so. Das ist ja... Also ich glaube, das mit den Abenteuer dachte ich eigentlich, jetzt kann ich das halt gerade richtig gut beschreiben. Aber ja, vielleicht sind die beiden aber mittlerweile wirklich schon zu unterschiedlich. Ja, die Gespräche drehen sich auch nur noch im Kreis. Das ist wirklich sehr festgefallen. Er will sich das immer noch bequem machen. Das Volumen ist Ari nicht er. Er macht keine Fehler. Also ich merke durch die Blume natürlich schon, dass Skinner... Schon tatsächlich, aber nicht bewusst. Ich denke, Skinner ist... Im Charakter wird voll nicht böse gespielt. Schon durch die Blume immer Ariane für alles. Ja, aber das war doch so und das war doch so. Und du hast doch das gesagt. Das geht in einer Tour so. Das ist mir natürlich aufgefallen. Das ist mir natürlich aufgefallen. Und Ariane hat schon die Stärke zu sagen, hier, das und das war halt nicht gut. Das und das war halt scheiße. Aber sie ist diejenige, die Schluss gemacht hat. Und sie hat halt... Und wenn er was sagen würde, würde ich sofort ihm was, was passt. Dann würde ich ja sagen so, hey, stimmt. Das war auch nicht cool von mir. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Weißt du? Das ist so... Nach meinem Empfinden nach hat sich Ariane schon längst entschieden, tatsächlich nicht. Nein. Tatsächlich nicht. Ich dachte jetzt auch eigentlich, sie trennen sich und dann ist es erstmal so gut. Und dann, wie sie das entwickelt hat mit Genuss, da dachte ich, ah, irgendwie so dieses nicht miteinander, nicht ohne einander. Okay, könnte auch interessant werden. Irgendwie, ja, spielen wir doch mal eher so in die Richtung, aber... Äh, Larry, ich bin gerade nach Hause... Entschuldige bitte, ich... Es tut mir so leid. Sorry, ich, äh... Du wolltest Sachen holen. Frau Barnes, das tat aber echt weh im Gesicht, oder? Ich... Ich hole... Sie haben da ne übelste Wunde. Ihre Mutter hat ne Wunde. Hä? Sie haben Blut im Gesicht. Ich sag Ihnen nur, dass... Hä? Nein, hab ich nicht. Äh, ich war gerade in der Knie. Ich hab kein Blut im Gesicht. Okay, na gut, dann hab ich... Haben Sie ein Tattoo? Ja. Da haben Sie ne Tasche, Frau Barnes. Haben Sie ne Tasche. Ja, lassen Sie mich das machen. Das ist mein Ex-Freund. Ja, sie ist mein Ex-Mate. Ach, ich werd bekloppt. Harry, kann ich dir... Kann ich dir... Kann ich dir... Soll ich dir was geben? Soll ich das machen? Äh, ich... Nein. Ich mach das schon. Danke. Ich würde dir aber helfen. Wir sind es jetzt gerade noch. Ach, frische Klau. Da ist ein Rucksack im Schrank. Ja. Das ist deine. Da sind vielleicht Sachen drin, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, du hast mir schon das Daypack gepackt, um nicht mehr da zu sein. Das ist der Rucksack, den ich dir ins MD gebracht hab. Die Klamotten, die du leider nicht angezogen hast. Ja. Die Butterkekse dazu. Die hatte ich dir tatsächlich auch mitgegeben. Die fand ich voll nett. Ich... Lass du dir auch nichts einreden, weil ich tue es auch nicht. Mir redet gar keiner was ein. Ja, du hast dich gerade ein bisschen gelabern lassen. Ja, okay. Korre, gut. Und pass auf dich auf. Boah, meine Frau der Beste. Lass dich nicht ausnutzen? Nö. Meld dich bei deiner Tochter? So nah lass ich keinen mehr ran. Tatsächlich übel Hunger. Für deinen... ...Pannen haben oder so? Für deinen Kühlschrank. Ja. Klasse. Meine Sporthose. Und ich mag die meisten deine von euch nicht. Und ich mag die meisten deine von euch nicht. Und ich mag die meisten deine von euch nicht. Wie ist einer von euch ein Spiegelei? Was tun wir? Ist nicht so ganz leicht mit den einen oder anderen auf jeden Fall. Mhm. So, ich glaube, das Nötigste habe ich. Ähm, soll ich den Rest hinterher bringen? Die Tage? Irgendwann? Oder soll ich jemanden vorbeischicken? Ich rufe dann ein Umzugsunternehmen. Spiegeleier. Kannst du ihn? Weil essen wir das? Ich habe Hunger aber nicht. Gib ihm den Zweitschlüssel aber bitte wieder. Ja. Ich will das auch nicht, Larry, aber ich... Erreiche dich ja nicht mehr. Kriegst du. Ja. Bitte schön. Ich mache noch einen Topf. Ja, ja. Ich bin fertig. Ja, so. Dann machen sie die Nudeln da rein. Was war eine Familie? Wie ein paar Koffen. Ich traue mich, dass ich das nicht auf die Füge gemacht habe. Warum habe ich das gerade am Anfang nicht gemacht, diese Pose? Wir haben eine große Töpfe drin. Wir müssen jetzt los. Frau Barnes? Frau Barnes? Frau Barnes? Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Nein, wir wollten nur fragen, ob wir das sind... Wer weint denn? Hören Sie das? Frau Barnes? Lassen Sie mich in Ruhe. Okay, gut. Wer ist das? Raus hier. Raus. Raus. Raus, habe ich gesagt. Raus. Ihr Wichser, raus hier. Was? Wichser? Warum sagen Sie das? Sie nicht, Ihre beschissenen Kackkollegen. Das sind Wichser. Boah, das war aber mega scheiße jetzt gerade. Diese beschissenen Kackkollegen da, ey. Weil wenn man hier so super ernstes RP so durchsieht, ist es halt mega assi, ey. Alter. Ja, das war kein Blut für das. Einfach mal richtig einfach ausgeteilt. Ja, und da ist Larry jetzt. Toll, super. Richtig toll. Super. Oh Gott, ey. Larry, warum tust du das? Ariane ist halt voll lieb zu dir immer gewesen. Jetzt bist du bei so Wichsern, ey. Meine Güte. Oh. Ich will nochmal rein. Nein. Danke, Leben sind einfach elendige Wichser. Ich hasse es so sehr, dass du nun bei denen sein musst. Die haben mich und ich, ich weiß nicht, einen von beiden gerade. Die haben mich gerade nachgeäfft, weil ich geweint habe im Schlagzimmer. Ich wünschte, ich wünschte, du wärst woanders, wo man dich gut behandelt. Aber da habe ich nicht mehr mitzuregen. Echt habe ich übersteuert, boah, sorry. Oh, das ist gar nicht. Guten Tag. Guten Tag. Die Emote-Frau mit der geilen Stimme. Vielen, vielen Dank für den Rate. Dankeschön. Die ist gerade sehr emotional. Ich will kurz ein bisschen warten. Achso, warte mal. Sie könnte aber noch am Ding ins Ding dann. Oh, ich muss gucken, ob hier abgeschlossen ist jetzt. Und Zweitschlüssel müsste er eigentlich, glaube ich, auch dann aufschließen. Verlassen. Müsste er bis sich für nach unten. Sorry. Ja, weiß ich. Ich meine nicht. Ich ziehe damit. Dann kann ich jetzt noch so was schreiben, wie ich hatte. Das sind aber auch die ganze Zeit, waren die PD-Kollegen so scheiße. Und sagen wir mal so, was ist gerade so los? Ariane will gar nicht, dass Skinner quasi in den Händen von diesen Wichsern ist. So in ihren Dingens, ne? Nein, ich mag mit das und Gämmel, ja. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das war jetzt richtig asozial. Und sie weiß auch, die haben ihn gerade dazu gebracht, dieses lächerliche Theater da zu machen, was jetzt gerade wirklich absolut nicht zum Wiederzusammenkommen beigetragen hat, sondern das genaue Gegenteil. Das war halt wirklich scheiße. Die hatten keinen Respekt davor, dass die beiden in der Kapelle geredet haben. Es war einfach alles. Und da ist Skinner jetzt da. Bei denen. Und ganz im Ernst, selbst Arianes Freunde, die ja sagen, trenn dich von ihm, würden solche Aktionen niemals im Leben bringen. Ja, niemals im Leben. Sie hatten scheiß Helferkomplex. Ei, ei, ei. Das ist mir... Ariane, was ist denn da los, ey? Das ist wirklich mega asozial gerade gewesen. Ach so, ne, ich wollte ihn auslachen, ist okay. Alive. Cheer deine Nuggets. Das, was Max gesagt hat, da hat Ariane auch direkt was gesagt, Max ist nicht zu Skinner hingegangen, hat ihn ausgelacht. Als Ariane einen Unfall hatte mit Max, ne, und zwar einen krassen Autounfall. Als sie beide einen Autounfall hatten, ist Max ausgestiegen und hat gelacht. Als Ariane mal wegen ihrem was geheult hat, hat Max gelacht. Als Ariane nochmal einen Autounfall hatte, durch Max, mit Max, ist Max ausgestiegen und hat gelacht. Aber das sieht man halt, wie man hier... Das klingt jetzt ziemlich dumm. Können Sie einmal ganz kurz... Sind Sie noch in Ihrer Wohnung? Ja. Können Sie einmal in den Herd gehen und gucken, ob der aus ist, an den Ofen? Was? Hä? Ja, machen Sie einfach. Äh, Sekunde, ich bin... Ist auch okay, weil der Herr Winters wollte sich das Spiegeleier machen, der toll. Ähm, gut. Also der, passen Sie auf, der Herr Skinner, der ist jetzt bei Herrn Gamble untergekommen. Ja, ich hab dem hier in der Pleibe organisiert. Ich hätte gern, dass er woanders unterkommt, aber das steht ja nicht mehr in meiner Macht. Ja, ich weiß nicht wo. Wo soll ich denn jetzt jemanden aufspüren? Barbara hat Ihnen das angeboten oder in irgendeinem Hotelzimmer oder irgendeine Wohnung halt. Ja, aber wissen Sie, wie die Hotelzimmer aussehen? Ich hätte bestimmt... Ich hab ja für ihn Wohnungen gesucht. Und ich weiß, dass Brian ihn schön bearbeiten wird, dass wahrscheinlich... Ach, ist ja auch egal. Nein, nein, macht er nicht. Er wird sich nicht so gut um Derry kümmern wie die Leute, die ich hab. Also, folgendes. Der Herr Skinner ist jetzt erstmal hier und ich hab heute gesehen, dass in Palito Bay Häuser frei sind. Ähm, ich hab gesagt, er soll zu Dynasty 8 gehen und er soll da mal nachfragen. Ja? Dann vielleicht macht er das ja, dann kann er ja schnell eine Pleibe finden. Ich hab nur Angst, dass das ein kleiner Alan wird. Was ist... Was meinen Sie mit Alan? Ja, dass das jemand ist, der... Naja, auf Kosten, wo... Sie kennt... Man muss... Hinsinnig, Alan Harper. Achso, das mein Sie. Ja, der zahlt manchmal nur die Miete etwas spät, aber... Ja, das mein ich ja. Er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert, aber... Aber er ist ein erwachsener Mann. Ich weiß. Oh Mann, ey. Das hat mir zu viel Stress mit Ihnen. Ich sag's Ihnen. Was Sie da für eine Gewühlswelt haben, das ist mir zu stressig. Ja. So ist das halt, er weiß. Mit der Marshall ist das so, solche Probleme gibt's da nicht. Ja, wir, Larry und ich, sind halt auch ein Level, was Emotionen angeht. Ja, wir auch, aber wir sind einfach das Böse, das kombiniert ist, um dafür zu sorgen, dass man sie verträgt. Wir sind das Gute, das kombiniert ist, um dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich die ganze Zeit nur Scheiße bauen. Hm. Warum sind Sie jetzt traurig? Sie wollten doch, dass er aussieht. Nein, ich... Er weiß. Ich liebe den Mann noch. Ich habe mich getrennt, weil er bestimmte Sachen nicht versteht. Weil er schnarchig geworden ist und weil er... Weil so war der schon immer. Nein, am Anfang bei mir war er wirklich ganz... Ich habe ihm gesagt, ich will, dass unsere Beziehung wieder ein Abenteuer wird. Das hat er nicht verstanden. Er hat das völlig falsch verstanden. Und... Oh nein, was hat er gemacht? Nee, ach, wir... Das Problem ist, dass wir unterschiedliche Sachen wollen. Jetzt redet er doch davon, dass er mich irgendwann heiraten würde wahrscheinlich. Und meinte aber zu mir nicht, er will kein Trauerschein. Und die Sache ist halt, wissen Sie, ich mache tatsächlich sehr viel für ihn. Wissen Sie, was ich zu seinem... Solchen sagen, was ich zu seinem... Herr Skinner, warten Sie kurz. Ich telefoniere eben. Ja, es ist die Frau Marschall. Kann ich kurz Privatgespräch? So. Ja, weiter. Ich erzähle Ihnen jetzt was, was ich noch niemandem erzählt habe. Was ich immer sehr geheim gehalten habe. Ja. Ich habe etwas geplant und habe da schon viel in die Organisation gesteckt. Zu seinem Geburtstag hätte er ein Stück bekommen. In Varieté. Mit Schauspielern. Mit sehr guten Schauspielern. Die unsere Geschichte nachgespielt hätten. Sie wären auch dabei gewesen. Ich wollte Sie Herr Pink nennen und Sie ärgern. Und Herr Carsten. Und dem wollte ich ein bisschen schwul machen. Aber egal. Ich wollte das machen. Ich wollte ihn einen schwarzen Cowboyhut vom Hutmacher anfertigen lassen. Und ich wollte, dass er unsere Liebesgeschichte, so wie wir uns kennengelernt haben, mit Uniformen, die dafür bereitgestellt werden würden und alles fürs Theater, dafür wollte ich ein Skript schreiben. Und ich wollte, dass er das nochmal sieht. Und das wäre meine letzte Möglichkeit gewesen, irgendwie zu zeigen, hey, so war es mal. Und so könnte es wieder sein. Aber irgendwann, ich habe kurz vorher, ich war schon so weit in der Organisation, ich hätte halt viel auch bezahlen müssen. Und ich habe irgendwann den Schwanz eingezogen und gedacht, das macht keinen Sinn mehr. Und das hätte Larry von mir bekommen. Und solche Sachen, auch in kleiner... Ob er das zurück machen würde, das ist die Frage dann, ne? Ob er das schätzen würde. Das macht er nicht. Nein, das ist ja das Problem. Es kommt nichts von ihm. Und er flüchtet sich in Ausreden. Ständig. Und ich würde nur einmal gerne sowas hören, wie, äh, weiß ich nicht, Larry, du hast recht, irgendwie, er sagt ja, er versteht, ach man, er weiß, ich kann es ihm nicht erklären, weil das rechtlich möchte ich echt weit ausholen, aber hätte er jetzt irgendwie, ich habe so viele Ideen, wie ich ihn jetzt zurückgewinnen hätte können, aber von ihm kommt er halt nicht, er ist sehr unkreativ. Kurze Frage, wann hat der Skinder den Geburtstag? 11. November. Oh. Okay, dann heißt es, das Geschenk kann man eigentlich nicht mehr machen. Ich habe allen Schauspielern abgesagt, ich habe dem Varieté abgesagt und das Skript habe ich verworfen, ich habe tatsächlich sehr viel Arbeit hineingesteckt, wissen Sie, das war sehr viel Arbeit. Was halten Sie denn davon, was halten Sie denn davon, wenn, wenn eine neutrale Person, also nicht mal ich oder sonst wer, das ist eine ganz neutrale, neutrale Person. Nein, Hanni, das wird alles gut. Ja. Ja, Skinder, schlafen Sie gut, ne? Schöne Grüße von Hanni, ja? Okay, er sagt nichts und geht aber wieder weg. Alles klar. Ja, sofort, ich will sofort da. Eine neutrale Person sich mal mit der Sache auseinandersetzt, das ist wie so eine Eheberatung, obwohl es keine Ehe ist. Das hatte ich Ihnen heute sogar gesagt, dass wir mit dem MD vielleicht eine Psychologin, aber ich habe heute mit ihm geredet, gerade in der Kapelle und ich habe gesehen, es ist das Gleiche, er versteht nicht, was ich meine. Das, was Sie gesagt haben, hat es tatsächlich sehr gut beschrieben. Er ist halt stehen geblieben. Er ist eingeschlafen irgendwie. Also bei unserer Beziehung war tatsächlich die ersten fünf Monate fantastisch und ich habe danach versucht, mit so Kleinigkeiten das immer wieder wach zu halten. Aber das ist immer so, Frau Barnes, am Anfang ist eine Beziehung super und wenn dann der Nebel verfliegt, merkt man eigentlich, wie ein Mensch eigentlich ist, dann kommt der Alltag. Ja, aber sehen Sie, den Alltag habe ich trotzdem immer versucht aufzupippen. Das kam nicht von ihm, das kam alles von mir. Ja, und das ist ja das Problem dann. Dann seien Sie doch froh, wie es jetzt ist. Sie haben jetzt einen Schlussstrich gezogen, eine klare Linie. Dann würde ich an Ihrer Stelle, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dieses Hin und Her jetzt bänden und ich würde dann jetzt einfach gehen Sie Ihren Weg und er soll seinen Weg gehen, aber Sie müssen sich auch irgendwie aus dem Weg gehen. Können Sie die Tage vielleicht Sachen von Ihnen noch mitnehmen, die hier sind? Ja, bestimmt. Es ging ja, ich bin gerade am Telefonieren. Ja, ich weiß. Ich habe hier gerade Fotos gekriegt. Gehen Sie mal weg jetzt. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Ja, ja, Sie Schlinge, gehen Sie mal weg jetzt. Kommt immer hierher und redet mit mir. Ja, der redet sehr viel und tatsächlich vermisse ich das auch. Er hört gar nicht mehr auf. Ja, denken Sie mal drüber nach jetzt, ne? Wenn Sie einen Vermittler brauchen, hier, Madison Augeley, die könntest du fragen. Kümmern Sie sich um Larry, ja? Ja, check. Ich, warten Sie mal hin. Ja, Skinner, ich gehe jetzt. Ne, 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 Sie gehen nicht in das Schlafzimmer, da liegt die Ivanov. Gehen Sie da nicht rein. So, Sie schlafen da, wo die Vase auf der Couch steht, die aussieht wie eine Bong. Gehen Sie Zähne putzen, ne? Gehen Sie nicht in das Schlafzimmer. Da haben Sie nichts zu suchen. So, ne? Gute Nacht. Ja, Herr Skinner. Wieso, weil es auf Larry gerade ihr Kind wäre? Ich habe halt auch manchmal so mit dem geredet. So, passen Sie auf Sie auf, Skinner, ne? Howdy. Wenn was ist, rufen Sie an, ne, Skinner. Wir sind alle eine Familie. 911, ne? Mhm. Er ist schon irgendwie süß. Was? Ja, wir sind mehr als das, ja. Oh mein Gott. Trotz dem Penner, dass er den Typen damals aus der JVA rausgehen lassen hat. Egal. Okay, Herr Weiß, dann passen Sie auf ihn auf und sollte Ihnen irgendwann mal was passieren. Ich werde wahrscheinlich nicht lange in Notfallkontakt bei Ihnen sein, dann... Aber Sie sollten, ja, das glaube ich schon, Sie sollten aber Abstand jetzt halten, ne? Gehen Sie nicht morgen wieder dahin und rufen Sie den an. Jetzt machen Sie mal... Nee, aber ich gebe Ihnen die Sachen für ihn. Okay, gut. Alles klar, Frau Barnes, ne? Ich danke Ihnen. Passt auf Sie auch, ja? Sie auch, auf Sie. Bis dann. Tschüss. Wie ist denn mit Walli los? Da liegt die Ivanov. Oh, jetzt haben die Kinder an den Packen mit seiner Verpeiltheite. Oh, ich will ja unterliegen. Keine Ahnung. Ähm, ja. Die, obwohl die packen, glaube ich, die passen nicht mehr in den anderen Schrank, oder? Er hat den Rucksack mitgenommen. Oh, wir müssen, glaube ich, einen Wanderrucksack irgendwie besorgen. Oh, das wird noch mal schnell. Ich muss leider gucken, mal ganz kurz noch, bevor ich aufhöre, wegen der Zweitschlüssel-Ding war. Ich zahle an den Backstuhl, die Miete. Das sind 100 jetzt. 100 sind das. So, ähm, verlassen. Hat er das? Ja, Zweitschlüssel. Schloss austauschen. Haben wir es jetzt gemacht? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Okay, ich glaube, Ariane hat es gemacht. Ich glaube. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Miete wir abgezogen kriegen. Dann sehen wir halt, ob es so ist. Aber ich glaube, er hat es getan. Ich glaube, er hat es getan. Und Ariane jetzt einfach so. Ja, also ganz im Ernst. Ich habe mit Ariane jetzt wirklich oft versucht, da irgendwie. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ja. Ja, Fee. Er ist nicht irgendwo schon mitverwohlen. Ja, und Ariane hat gerade so Streit mit Gamble. Deswegen. Uiuiuiuiui. Und dieser Winterseip, ey. Was soll ich so? Hm. Hm? Hä? Was ist denn los? Ja, Rap-Rap-Gamer. RP-Bewertung, Meta, Backseat-Gaming. Ist hier auch alles verboten im Chat. Also wir haben hier starke RP-Regen, weil wir spielen hier Hardcore-RP. Ist RP-Ende, ey. Ich weiß nicht, wie viele Trennungen ich hier noch emotional verpacke. Weil die tun mir auch beide voll leid. Aber jetzt wird es spannend und sehr interessant. Wir werden nicht viel mitkriegen. Wahrscheinlich werden wir gar nichts mitkriegen. Ja, wahrscheinlich wird Walter dann irgendwann wieder zu Ariane kommen und sagen, na, der ist da wieder. Der hat da eine neue und so. Aber dann weiß ich nicht, wie ich mit Ariane reagieren sollte. Weil es ist ja, Walter weiß. Du weißt ja, der will ja immer Feuer und so. Und ja, mal gucken. Ich hätte das Stück so gern. Genau, ihr wisst jetzt, was Ariane im Dingens vorhatte. Ich habe jetzt mal das Meta fallen gelassen. Es wäre ein Skript geschrieben worden. Ein längeres. Und zwar sehr professionell. Und es gäbe Uniform. Jemand, der Skinner gespielt hätte, der ihn auch sehr ähnlich sah, hätte dann die Sheriff-Uniform bekommen. Und wahrscheinlich hat er auch noch Props bekommen für die Bühne. Und die Ariane wäre gespielt worden von der Sophie. Und sie wollte das auch machen. Und alles war halt sehr cool schon. Und Ariane wäre halt entführt worden von Herr Pink. Und ich wollte die extra anders nennen. Weil ich hätte zum Beispiel, Herr Pink hätte sehr viele Probleme in der Kindheit gehabt. Deswegen weint er immer. Und Herr Carsten hätte ich halt so, dass er sich die ganze Zeit eine Pink ranmacht und so. Und immer sehr unterwürfig ist. Ja. Ja, ja. Die Details habe ich halt jetzt da alle gesagt. Und Ariane wäre entführt worden in dem Stück. Wir hätten ein bisschen von Herr Pink und Herr Carsten mitbekommen. Und Ariane wäre dann zum Sheriff-Dings da gebracht worden. Und dann hätten sie die Konversation gehabt, die sie halt auch da so gehabt hätten. Und ja, ich hatte noch so einige Ideen, wie man da was machen kann. Und auch wie das jetzt enden könnte und so. Und das war so, das wäre so von Ari gewesen, dieses typische, hier guck mal, so war's. Und lass uns doch nochmal und blabla und sowas alles dann irgendwie. Vielleicht nochmal dieses letzte Wachrütteln irgendwie. Aber, ja, wie gesagt, das war die Idee. Das war die Idee und der schwarze Cowboy-Hut dann oben drauf. Und das wäre Skinners Geburtstag gewesen. Und Ariane hat die Führung durch die Wurstpumpe bekommen. Was Ariane halt richtig scheiße findet, ist, Fee und Max haben für Skinner und Ariane ein Essen organisiert. Und die hätten wahrscheinlich auch nicht gesagt, dass sie das organisiert hätten, sondern dass Skinner, so wie gerade auch, wie andere ihnen Blumen geholt haben. Es kommt nie von Skinner selber. Die hätten halt für Skinner dann dieses Essen für Skinner und Ariane. Und Ariane hätte gedacht, dass Skinner das so schön geplant hat. Skinner hat es nicht gemacht, obwohl irgendwie der Tisch auch schon reserviert war, sondern hat halt mit ihr diese Wurstpumpen-Führung gemacht. Und das hat ihr auch gar nicht gefallen. Sie war sehr irritiert. Ich war sehr irritiert. Ja, und zum Halbjährigen gab es dann das Feuerzeug und so. Und es ist einfach, es müsste etwas Großes kommen. Ich hatte Ideen, viele Ideen sogar, aber ja. Aber er hat ihr doch Blumen geschenkt. Ja, danach. Danach hat er ihr Blumen geschenkt. Als Ariane meinte, hä, wie und sowas alles mit dem Feuerzeug. Danach hat er ihr Blumen geschenkt. Und weißt du, was ich überlegt habe? Ich habe so, ich, weißt du, das zum Meta ich jetzt nicht. Ich hatte für dieses Halbjährige auch so eine krasse Idee. Und habe mir auch da wieder gesagt, nein, das macht Ariane jetzt mal nicht. Weißt du, das sparen. Und weißt du, sowas werde ich mir für ihr irgendwann mal aufsparen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hätte es leider eh nicht verstanden. Ja, ich glaube, das hätte er wirklich nicht verstanden mit dem Theaterstück. Es wäre cooles EP. Es hatten halt viele Leute dadurch EP gehabt. Wir hätten auch ein bisschen Napier-EP, weil er wollte ja das Varieté sogar komplett kostenlos. Und Ariane meinte ja dann zu Sina, nee. Und wir wären auch so ein bisschen vielleicht, ja, hätten die Napier vielleicht angekratzt. Wir hätten nicht wirklich mit ihm zu tun gehabt, aber so angekratzt. Also an sich war das eine Sache, die jetzt wirklich, wirklich sehr viel EP gebracht hätte. Sehr viel. Fand ich halt voll komisch. Am Anfang hat Larry die Sterne von Himmel geholt. Ja, er war auch am Anfang bemüht. Und es war nicht dieses nur Reden. Dieses, du bist so toll, du siehst so gut aus. Und ach, ich liebe, also das hat er ja nicht gesagt. Aber dieses, ihr wisst schon, dieses, es gab so viele Taten. Hey, mit den Quad-Fahren, da wusste ja Ariane und ich auch nicht, was jetzt überhaupt kommt. Und selbst wenn ich es vorher schon mal gemacht hätte oder selbst wenn jetzt sowas kommen würde und ich hätte es vorher schon gemacht. Ihr weiß ja jetzt, dass Ariane es schon gemacht hat. Aber wenn er mit diesen Manchester-Dingern jetzt zum Beispiel um die Ecke gekommen wäre, das macht Ariane ja auch bald. Hey, ich habe ja heute für uns was gemacht. Komm da und dahin, ist eine Überraschung. Und ja, der Rundflug, da würde ich auch mal sagen, das war wirklich voll süß. Das war wirklich voll süß und schön. Und das war wieder so eine Situation, wo ich dachte, ja, es geht aufwärts mit den beiden. Ja, die Beziehung ist gerade richtig gut und so. Aber ja, ja. Sami, das weiß ich nicht und das kann sein. Das ist aber auch völlig okay dann, wenn der Spieler vorrangig Cop-RP machen möchte. Das ist vollkommen okay. Weil ich habe ja schon gesagt, dass alles unter deinen Hut zu kriegen, wird bestimmt mega schwierig. Aber das hier ist IC, das ist nicht OOC. Und ich habe ja schon bei so vielen immer, wenn er sagt, ich bin müde, war ich dann ja auch immer sofort nach Hause oder ich höre, oh Gott, der Arme, der will bestimmt ins Bett und sowas. Aber trotzdem bei vielen Sachen muss ich jetzt auch mittlerweile, ist es halt IC, nicht OOC. Ist halt gealtert, man fehlt sich auf 80 in fünf Monaten. Ja, und Ariane ist gefühlt noch jünger und flippiger und ja, einfach selbstbewusster geworden. Ich weiß, sie erscheint jetzt super, wenn man jetzt zum Beispiel Larry's Sicht sehen würde, würde Ariane super kalt rüberkommen. Sie kam heute auch kalt rüber, weil sie aber heute jetzt endlich mal dieses Nein, Nein, ich kann mich nicht einlullen lassen, Nein. Das ist, es ist unbewusst, unbewusst, aber in der Hochzeit mit Barbara, danke. Ja, ja. Es ist unbewusst, denke ich, also nicht denke ich, weiß ich, hundertprozentig ist es sogar so, aber es ist eine emotionale Manipulation. Ariane wäre nur da gewesen, um halt aus Mitleid, sie wäre ja nur aus Mitleid nochmal mit ihm zusammengekommen. Und das ist der völlig falsche Weg. Es gibt Wege, wie man das eventuell noch regeln kann, aber ich sehe extrem schwarz dafür, weil diese Einsicht ja nicht kommt, es kommt nicht. Die beiden sind so ein schönes Paar eigentlich, so eine schöne Liebesgeschichte von Kindern und sowas, aber tja, nein, nein. Das Kalte von Ari war heute einfach mal nötig, irgendwann muss er das verstehen. Ja, und er hat es ja tatsächlich, oh, Entschuldigung, er ist ja tatsächlich dann, er hat ja auch gesagt, ja, ich ziehe aus. Das war dieses Ding, was es auch brauchte, ja, ich ziehe aus. Und es ist besser für beide gerade, weil das hier bringt nichts, wenn die beiden zusammengewohnt hätten. Tja, herzlichen Glückwunsch, so 80 Dollar Miete jetzt, Ariane. Toll, ne? Statt 100 erst mal 80, aber eigentlich waren es ja 50, theoretisch. Die Sheriff-Aussage, die war, ja, die war vollkommen, Quake Riderschen, die war vollkommen okay, weil Skinner war emotional. Ariane sagt emotional auch Sachen und so, deswegen, da sagt sie nichts. Aber ihr war es wichtig zu sagen, das ist halt wirklich nicht so. Ja, aber es soll auch kein Skinner-Bashing sein von ihr, die liebt den. Die hat ja jetzt versucht, das irgendwie wieder rumzudrehen und ja, es klappt schon wieder nicht und irgendwann ist jetzt auch mal Schluss. Und das ist so traurig. And that's really sad. Tja. Traurig. Wer zuguckt, weiß einfach, was das Problem ist. Wer zuguckt, weiß einfach, aber vielleicht passen auch, die beiden passen, es ist völlig verschieden geworden. Aber da dachte ich mir so, aber auch deswegen ist es eigentlich scheißegal, weil auch wenn die verschieden sind, die beiden sind ein Paar, die haben so viel Scheiße verstanden. Also wirklich, so viel, also wie lange die jetzt zusammen waren, ne? Wirklich so viel Scheiße und da kommen die, die kommen auch überall durch und so, ne? Ich glaube nicht, dass sie sich jemals trennen. Aber, ähm, das war jetzt halt nicht, es war nicht aufzuhalten. War nicht aufzuhalten. Oh, wenn man so überlegt, sie hat ihren Kuss in einer Kirche bzw. Kapelle bekommen, aber ohne Hochzeit, schon bitter. Oh, nein, das war nicht der Mann, wirst du heiraten. Oh, ihr Neid. Oh, schade, so unterliegst du mir die Geschichte. Ja. Manchmal reichen Gefühle hier aus. Ja, das stimmt. Wer beide Storys kennt, kennt die gesamte Geschichte. Ja, aber wir sind hier gerade im Ariane-Stream, Jan. Wir sind gerade im Ariane-Stream. Lass mir das doch, bitte. Wir sind hier im Ariane-Stream. Die Hochzeit, äh, gab's dann mit David im Nachhinein. Ja, war auch, glaube ich, schön, ja. Ja. Schade, dass die das da heute gemacht haben mit ihm, die Kollegen. Schade, sehr, sehr schade. Hm. Ari auch meinte, dass er eine Hochzeit verdient hätte. Ich hab so geheult. Ja, und wie er dann auch noch sagte, ja, die hättest du verdient. Das war, boah, das war so richtig in die Offenseite. Sehr gutes RP halt. Ich lobe mich jetzt auch mal selber, das war nicht von beiden Seiten. Gutes RP. Ja, das hat wieder, das ist ja das Allerschlimmste. RP-mäßig passt das so gut zusammen. Es ist immer, es ist, man schmeißt sich die Bälle zu und die Bälle werden dann angenommen und gegenseitig, das ist so schade. So schade. Ja, kann ich aber verstehen, dass ich zu Barbara wollte. Vollkommen verständlich. Aber zu Lien wäre halt auch eine Möglichkeit gewesen. Die Polizisten-Kollegen, vor allem ausgerechnet zu Gamble. Wo Ariane doch gesagt hat, was mit Gamble da war, ausgerechnet zu Gamble. Und Gamble wird dafür sorgen, dass die beiden nicht mehr zusammenkommen. Bin ich mir fast sicher. Gamble ist Alphatier. Exo, ich mag dich sehr, das weißt du. Gute Nacht, Sora. Ich hoffe auf bald wieder, das wird das Ding. Papa, Kappa. So schade einfach. Na dann. Hey, tut los, wir sind ja gerade so sad. Was genau einfach so scheiße ist. So schade. So schade. Da muss aber gerne noch mal eine draußen rauchen gehen und ich werde euch sowas von geil essen. Ich weiß genau, was du meinst. Sehr schade. Sehr schade. Warte, wo ist das? Sturmfrei. Sturmfrei. Ich habe auch gerade gesagt, weißt du, Totodos, ich habe mich heute selber gelobt. Ich habe gesagt, wir beide haben ein gutes RP gemacht. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Und wie schade ich es finde, weil das RP-mäßig immer so gut zusammenpasst, mit den Bälle zu werfen. Und, 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 und. Wie schade. Das ist meine atmosphärische Musik. Das hört sich irgendwie voll sad an alles, finde ich. Das ist immer noch so unberechenbar, wie immer in dieser Welt. Ja, weil Skinder es nicht versteht. Unsere Sicht ist ja hier, die beiden drehen sich im Kreis. Aber das heute, ja, also, dass das hier passieren, das musste einfach passieren. Das wird ja, das wäre ja nicht mehr, das wäre nicht mehr gut gegangen. Und, ähm, ja. Ihr gefällt es aber nicht, dass es Gamble ist. Ihr gefällt es überhaupt gar nicht. Aber ja, sie ist gerade noch gut durchgedreht und hat Gamble und Winters Wichser genannt. So, raus hier. Hat die rausgeschmissen aus der Wohnung, ey. Das war auch ganz gut. Oh, wollte gerade schön im Schlafzimmer heulen machen, die mich nachbaut. Ja, ich habe die raus, also, Ariane hat sie rausgeworfen und gesagt, ihr Wichser verpisst euch. Ist richtig durchgedreht, ey. Schön. Ah. Okay. Ja, dann. Ach, ne, warte mal, ich gehe rein. Ich gehe doch nicht auf den Balkonhaus, ich bin doch nicht bescheuert. Dann wird es Mittwoch, aber anders spannend. Und glaubt mir, Leute, ich kacke mich so ein, ne. Ich kacke mich so ein. Oh. Das wird nochmal ganz spät. Do not want. Aber gut. Wird spannend in der nächsten Zeit. Ich kacke mich so ein, mein Happy Ending von Avery Levine und Cher Belief. Don't know why. Jo, dankeschön. Auch an dich, gute Nacht. Und gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Kubi. David und Ariane. Oh. Wie süß das heute war, einfach. Das ist romantisch. Äh. Ich wusste nicht da, deswegen fand ich das voll cool. Ich war da wirklich noch nie. Und da müssen wir mal irgendwie mit der Clique hingehen. Das muss doch jemand IC vorschlagen, Ariane. Ne. Diese Muschi-Hose einfach. Forever alone, ey. Forever alone hab ich jetzt. Oder? I don't know. Okay. Dann. Rotwein ist aus. Ja. Den ich bezahlen musste. Schatze nicht. Auf YouTube dann. Tschüss. Bis zur nächsten Folge.